Ihr mögt den Retro-Kompott-Podcast? Ihr möchtet weiterhin zweiwöchentlich interessanten Content hören und vielleicht noch ein paar Extras genießen? Dann unterstützt uns auf www.patreon.com. Schon ab 1 Dollar im Monat helft ihr mit, unser Projekt zu sichern. Kein langfristiges Abo, jederzeit kündbar. Unterstützer erhalten nach jedem Podcast eine exklusive Nachlese. Dazu gibt es Zugriff auf Extra-Formate, wie die englischsprachigen Original-Interviews, Robins Retro-Woche, wo Robin auf Sachen eingeht, die im üblichen Podcast keinen Platz gefunden haben oder auf Patrick am Pranger. Wo Wolfgang Patrick unabgesprochen und spontan Aufgaben stellt. Vor Aufzeichnung von Themen und Interviews gibt es für Unterstützer bereits vor der offiziellen Ausstrahlung. Unterstützen kann man uns auch jederzeit unbürokratisch über Paypal. Weitere Infos findet ihr auf www.retro-kompott.de. Durch unsere Unterstützer gibt es ebenfalls viele neue kostenlose Projekte. Diese findet ihr auf www.podcast-kompott.de. Nur mit euch zusammen können wir weitere Ziele erreichen. Der Podcast selber ist und bleibt natürlich für alle auch zukünftig kostenfrei. Dieser Podcast ist ebenfalls nur möglich durch die großartige Hilfe unserer regelmäßigen Gäste. Besonderen Dank an unser lebendes Inventar Fab Skimo, dem Quiz Onkel Bonadinho, sowie an die Pretty Old Pixel Selma und Dirk und natürlich unserem Chefsekretariat unter der Leitung von Stefan. Ein Dank geht natürlich an alle bisherigen Unterstützer, die neuen Patrionen Oliver L., Andreas G. und Nils Holger, die Aufstocker und zusätzlichen Unterstützer Werner Stay Forever und Markus D., sowie zusätzlich an Mario, Max Sumo und Björn für die regelmäßige besondere Unterstützung. Finden kann man uns in den sozialen Netzwerken unter retro-kompott. Wir freuen uns auf eure Erlebnisse, Anregungen oder Kommentare als Audiodateien oder Texte und wünschen nun viel Spaß mit der neuesten Folge. Okay, sind schon alle da? Wird später bei mir. Hier demonstrieren die Flughafen, Liebhaber. Ich stehe noch vor der Demonstration der alkoholfreie Biertrinker. Bei mir sind es die AGP, die anonymen Grafiker für Pixel. Dauert noch. Ich komme später. Die Jodelmeister demonstrieren hier. Na Gott sei Dank passiert sowas bei uns in Hamburg nicht. Die Jodelmeister demonstrieren hier. Martin McCly hat es vorgemacht, doch er macht keine Zeitreisen mehr. Heute entführen euch Patrick und Robin mit ihren Gästen auf eine Reise in Vergangenheit. Ihr Fluchskompensator ist die Erinnerung. Herzlich willkommen zum Retro-Kompott. Eine Zeitreise zurück zu den Anfängen der Homecomputer, Spiele, Konsolen und Games. Auf geht's! Lassen wir uns überraschen, wie lange die Reise dieses Mal dauert. Heute sind mit dabei Patrick, Robin, Babske, Dirk, Oliver und Andreas und als Team-Experten Oliver, Andreas und Robin. Retro-Warm-Up Auf eine neue Runde! Ja, herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Retro-Kompott-Podcasts. Und wir haben heute mal wieder einige in der Leitung. Es ist wieder richtig voll und Skype scheint fast zu platzen. Also mal schauen, ob wir auch alle die erreichen, die wir heute mit dabei haben sollen. Robin, bist du da? Ganz physisch voll, total anwesend hier. Das ist gut. Wo wir bei physisch voll anwesend sind, FAP, bist du auch da? Ich nur virtuell und abgehackt, aber so gut wie es geht halt. Wunderbar. Und jetzt haben wir uns mal jemanden geholt, der mit Sicherheit gut da ist. Nämlich der Dirk ist mal wieder bei uns, hoffe ich zumindest. Ja, ja, ich bin da. Ich habe mich mit diversen Getränken gestärkt, aber ich werde natürlich nicht schlürfen während der Aufnahme. Und jetzt geht es weiter. Eine Frage ans Aquarium. Nein, Oliver, heute ohne Aquarium? Ich hoffe mal. Ich bin auf jeden Fall da. Puh, das klingt gut. Und natürlich darf auch unser sprachlicher, wie nennen wir es mal, Bonus nicht fehlen. Der Andreas, bist du auch da? Grüß dich. Grüß dich. Aber das klingt gut. Gut, ja, und damit sind auch alle Themexperten heute nämlich da, nämlich Oliver, Andreas und Robin. Und womit geht es heute weiter? Ja, ich finde, Andreas kann das machen, weil das ist ja der letzte, nee, der vorletzte Teil, ich habe gesagt. Andreas, womit haben wir uns beschäftigt? Tja, im zweiten Teil ging es, den wir aufgeteilt haben, ging es um die Spiele. Sag doch mal kurz, für welches System, falls jemand neu eingestiegen ist. Ja, der Sega Mega Drive. Da haben wir einen wunderschönen Dreiteiler draus gemacht, weil es ja ein, zwei, drei Spiele gibt, die es zu besprechen gilt. Und da haben wir auch eine wundervolle News dann im Anhang. Das klingt gut. Mal sehen, ob wir so lange technisch durchhalten. Das ist immer die Frage. Wir werden demnächst an Fab ein bisschen arbeiten. Da haben wir noch Ideen. Das wollten wir schon letztes Mal schaffen. Also ab dem nächsten Mal hat Robin versprochen, klingt der Fab gut. Und alles andere klärt sich dann auch. Aber gut klingt, weiß ich nicht. Aber technisch ist es auf jeden Fall besser als jetzt. Was ich schön fand, Robin hat etwas gemerkt, was mir fast durchleppen gegangen ist. Ich glaube, es war zumindest so, Robin. Ich bin da nicht ganz sicher. Wir haben die 900 Facebook-Likes geknackt. Ja, vielen Dank dafür. Das klingt doch gut. Hat sich jemand bei dir gemeldet, wer das war? Ja, also ich habe noch keine WhatsApp oder was auch immer, keine E-Mail bekommen. Aber ich habe jemanden geschrieben, er könne, also falsch, ich habe gesagt, wir haben 899, der 900. Der bekommt von uns eine Special-DVD, die sonst nur die Patrionen bekommen. Und es dauerte, glaube ich, 10 Minuten, dann hatten wir die 900 voll. Und da hat sich einer gefreut. Also ich sah einen Eintrag bei Facebook, wo jemand gesagt hat, hui, toll oder sowas. Also wir haben jetzt 900 Freunde. Echte Freunde fürs Leben. Hoffen wir fürs Leben schwierig. Denn wenn das so weitergeht mit den Gerichtsentscheidungen, sind wir demnächst nicht mehr bei Facebook. Ich hoffe es natürlich nicht. Da gehen ja mal diverse Gerüchte um, beziehungsweise nicht Gerüchte, Probleme um, dass alle Facebook-Fanseiten und Gruppen geschlossen werden könnten eventuell. Ich hoffe mal, da gibt es irgendwann eine vernünftige Regelung. Denn auf Facebook möchten wir nicht verzichten. Denn es ist für uns, für den Podcast mit das Wichtigste. Ja, mal gucken, was da demnächst passiert. Ja, und wo wir schon bei Problemen sind, denn danach haken wir es auch ab. Ich habe auch noch Nerverei mit Paypal. Da geht es um Pluszeichen und Kommas, die nicht über anders stimmen von den Gewerbescheinen und von irgendwelchen Bestätigungen, die ich hingeschickt habe und diverses anderes. Die wollen auch erstmal gerne ganz, ganz viele Infos weiterhaben, bevor sie irgendwelche Gelder freigeben. Also wir haben gerade wieder richtig Spaß im Hintergrund, aber das soll den Podcast nicht belasten. Thema, hatten wir ja schon gesagt, Mega Drive geht in die zweite Runde von dreien. Und natürlich auch so die Standardfrage, wir hatten das ja im März aufgezeichnet. Wer von euch hat noch Mega Drive gespielt seitdem? Ich zwischenzeitlich zwar schon, aber jetzt die letzten zwei Wochen war ich mit anderen Themen voll. Und wir hatten schon ein Vorgespräch. Es wird auch noch mit weiteren Themen voll sein demnächst. Und auch wir alle, denn wir haben ein bisschen sortiert, was wir so alles demnächst planen. Aber das kommt alles im Laufe der Zeit auf euch zu. Ja, das nächste Mal ist klar, wie es weitergeht. Mega Drive geht in die Abschlussrunde, in die Runde drei. Und ja, was dann passiert, hatten wir ja schon gesagt. Wir haben ja einiges schon aufgezeichnet. Und wir zeichnen auch demnächst ja noch einiges weiter auf. Das heißt, achtet einfach darauf, was wir auf der Homepage schreiben, bei Facebook schreiben oder einfach auf Mixed L, wenn der mal anspringt, dann die Themen zeichnen wir auch live auf zu völlig verschiedenen Terminen. Und wer da zuhören will, mitmachen möchte, kann sich da auch dann einfach dazuschalten. Was haben wir bisher aufgezeichnet? Klar, Sega Mega Drive, hatte ich gesagt. Und danach geht es endlich anders weiter. Was kommt nach dem Mega Drive? Ja, wir haben da ein Spiel, eine Serie, die Patrick und ich nicht so ganz mit einherlaufen. Ich mag die Musik, Freunde. Die Musik von The Last Ninja, darum geht es. Ein epochales Spiel, das möchte ich auch als Nicht-Fan sagen. Generationen von jugendlichen Kindern haben daran Stunden um Stunden verbracht und haben das Steinchen springen über den Fluss gespielt, um jedes Mal zu sterben und zu sagen, egal, ich lade es zum Tape nochmal. Aber die Kinder hatten auch früher Tamarochis. Genau, die waren leidensfähig. Also da geht es dann in vier Wochen mit weiter auf jeden Fall. Wir hatten ja nichts. Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema. Irgendwie drehen wir uns manchmal ein bisschen im Retro-Kreis. Was haben wir an Retro-Talks? Ja, da haben wir tatsächlich etwas. Nämlich einmal haben uns die Pretty Old Pixel was geschickt. Dirk, kannst du da kurz was zu sagen? Ja, wir haben jetzt unser Abschlussgespräch vom Replay zu Thunderhawk fertig gemacht. Und das kann man dann jetzt auch sehen und hören. Selma und ich haben da ein wenig drüber philosophiert, wie das so mit der Hubschrauber-Simulation, wie er jetzt damit zurechtgekommen ist, wie ich das Ganze fand. Selma ist ja mehr so der Flugsimulations-Spezialist. Man hört vielleicht so ein bisschen raus, dass ich nicht ganz so beeindruckt war. Aber ja. Können wir nachher nochmal in die Details gehen. Da kannst du auch gerne nochmal erzählen, was ihr so alles demnächst vorhat. Das machen wir nachher, denke ich mal, zwischen den Retro-Talks. Ja, dann kam was von Andreas. Und da habe ich auch schon mal reingehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Du warst unterwegs und warst auf Retro-Tour. Ja, genau. Ich war Ende Mai in Wien beim alljährlichen Commodore-Treffen, wo natürlich auch alle anderen Retro-Commüter gerne gesehen sind. Und war da zum ersten Mal persönlich mit meinem Bruder unterwegs und habe dann auch gleich das Mikrofon gezückt und zwei, drei Interviews gemacht. Ja, kannst du schon mal anteasern, um was es da geht? Ja, also grundsätzlich ist das ein Treffen von Commodore-Enthusiasten, die auch größtenteils im A1K-Forum und im Forum 64 zu finden sind. Und ja, es geht um grundsätzliche Gespräche an Thomas Dorn, der auch Mitarbeiter von Commodore Malvar und eben Gerhard, der als Jungsi-Squana bekannt sein kann für manche Retro-Fanantiker und auch an Joe, einem älteren Kollegen, der ebenfalls Retro-Begeistert ist. Quert die Bank, alles wunderschön. Da hören wir noch einmal rein. Ich habe da auch schon mal reingehört und ich kann dich beruhigen. Du hattest ja ein bisschen Angst, dass man dich eventuell nicht versteht, wie das Akzent ist. Also ich kann wirklich nur zur Beruhigung sagen, wir Norddeutschen mögen österreichischen Akzent. Das klingt immer sehr sympathisch und ich war von dem einen Spieler begeistert. Ich hoffe, die anderen sind es auch, wenn wir den nachher einspielen. Ja, dann kam noch was von der Zankstelle, nämlich von Jürgen von der Zankstelle. Der hat uns noch einen kleinen Bericht über Outlaws mitgebracht und auch den werden wir nachher in den Retro-Talks mit abspielen. Ja, haben wir heute ein Quiz, Robin? Ja, wir haben ein Novum. Wir haben ein Quiz aufgezeichnet von den üblichen Zeiten, wo wir normalerweise ein Quiz machen wollen, weil der liebe Quiz-Onkel Bonadinho ist in den Urlaub geflogen und möchte gerne trotzdem sein Vermächtnis hier nicht eine Woche liegen lassen, sondern es muss durchgezogen werden. Wir haben ein Quiz aufgezeichnet und Patrick, es ist ein Mörderquiz geworden, oder? Ein epochales, ein Jahrhundertmeisterwerk. Es war zumindest sehr lang. Ja, wirklich. Der König der Quizes. Der Quizes ist es. Und wir arbeiten alle zusammen, beziehungsweise wir versuchen, in einem Schrank zu ziehen. Darf ich das so nennen? Ihr unterstützt Oliver quasi. Verrat nicht so viel. Naja, und hoffen dann... Oliver als Leitwolf und wir hinten ran. Wir lassen uns ein bisschen ziehen. Und versuchen teilweise, Fapp in seine Schranken zu bringen. Hat aber auch nicht immer geklappt. Und wie das dann endet, das dürfen wir natürlich verraten. Zum Glück, ne? Hören wir nachher mal rein in das Quiz. Und wir werden auch schon nur Kart, 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 Kart. Das werden wir auch noch auflösen. Das machen wir natürlich nach dem Quiz. Da haben wir nämlich auch schon weitere Informationen. Also seid gespannt. Das ist wirklich mal ein bisschen anders gewesen. Und wenn natürlich vier, waren wir zu viert, ja zu viert, in der Gruppe gespielt wird, dann dauert es wirklich auch alles ein bisschen länger. Ja, Interviews haben wir auch. Heute ist Michael Lang an der Reihe. Das ist der Chefredakteur zum Beispiel von der Happy Computer gewesen. Also es geht ganz weit zurück in die Frühzeit der Computerzeitschriften. Und das ist natürlich auch sehr spannend, weil er war ja sozusagen vor der Powerplay, vor den Powerplay-Redakteuren da. Und hat natürlich viele schöne Geschichten aus der Zeit zu erzählen. Und das nächste Mal haben wir ein Interview mit Wolfgang Walk. Auch das ist bereits, ich nenne es mal, abgedreht. Den hatten wir ja letztes Mal oder letztes oder vorletztes Mal im Quiz. Und da geht es dann so ein bisschen um Bluebyte und Ähnliches. Ja, wir kommen wie immer noch mal kurz zu Patreon. Wir haben ja wieder ein paar neue dazubekommen. Und ich habe auch zum Beispiel schon nette Informationen bekommen. Ich habe ein Interview hochgeladen und da waren Fehler drin. Das hat man mir gleich geschrieben. Und dann konnte ich es gleich noch mal korrigieren und vernünftig hochladen. Das hilft tatsächlich, weil sonst wären die Fehler auch im fertigen Podcast drin. Also da hat nicht der Interviewpartner abgefappt. Da fehlte bei mir der Speicher. Und da fehlten einfach Teile vom Interview in der Version, die ich hochgeladen habe. Das ist nicht ganz so gut gewesen. Ich habe schon auf meine Fung geschoben. Nee, aber jetzt geht es. Also ich habe es ausgetauscht. Alles gut. Und auch noch mal der Hinweis für die neuen Patreon. Man kann ein RSS-Feed abonnieren und hat dann auch die aktuellen Sachen immer recht schnell in seinem Podcatcher. Sei es auf dem PC oder auf dem Handy. Ganz kurz gehen wir noch mal ein. Was gibt es Neues? Robin, deine Retro-Woche läuft, oder? Ja, die Retro-Woche habe ich dir geschickt. Du hast sie auch schon hochgeladen. Die Retro-Woche ist diesmal auch ein bisschen positiver, als ich sie sonst gemacht habe. Ich habe ja immer viel gemeckert, dass ich darauf nicht vorankomme. Nein, bin ich nicht. Da kommen wir nachher noch zu. Aber ich habe mich entscheiden können. Ich habe entscheidende Schritte machen wollen. Aber nein, ich habe mich entschieden. Ich habe einen Aufbau in Erinnerung gehabt. Ich habe ihn fast geträumt und ich habe ihn jetzt so aufgebaut. Da sind natürlich noch viele Sachen, aber das Grundsätzliche sieht ganz toll aus. Und ich werde auch davon nochmal ein Foto machen oder ein Video. Und dann werdet ihr sehen, wie glücklich ich bin, dass ich da oben bin. Und werde dann wieder feststellen, dass ich keine Zeit habe zum Retro-Spielen. Aber das haben wir alle das Problem. Ja, und ich war natürlich auch mal zwischendurch wieder am Pranger. Also wurde von Wolfgang gequält. Und diesmal mit einer sehr großen Gegnerschar. Und ich durfte meinen Retro-Cover packen. Also, wen es interessiert, ob das funktioniert hat, der kann da mal reinhören. Ja, für alle Hörer gibt es ja immer noch den Klassik-Kanal. Der wurde diesen Monat, bzw. letzten Monat, sehr gut angenommen. Also das läuft auf jeden Fall auch weiter. Viele nutzen diese Möglichkeit, die Themen kompakt, ohne das Drumherum-Gelaber, sich anzuhören. Und da wird heute oder ist heute freigeschaltet worden, die Super Nintendo-Folge, die auch schon mehr als ein Jahr zurückliegt. Denn wir packen da nur die Themen rein, die mindestens ein Jahr zurückliegen. Oh, das ist aber ein schönes Thema. Ja, ich vermute, du hast da so einen gewissen Hintergrund, warum du das gerade sagst, oder? Ja. Du erinnerst dich daran? Ein wenig, ja. Ein wenig. War recht umfangreich. Ich weiß noch, ich muss mich ziemlich stark beschränken bei der Anzahl der Spiele. Können wir auch gerne mal jetzt nach einem Jahr dann über eine zweite Folge nachdenken. Hatten wir vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Kannst du dir auch gerne mal überlegen, ob das Sinn machen würde. So ein bisschen gegen das Megadrive-Anstehende. Jetzt kommt die Zettelwochen. Mit Essenes Rollenspielen, ne? Super. Hör ich da noch rein dann? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Dann eine weitere Sache. Wir wollen jetzt nicht weiter über Patreon und so sprechen. Ich habe eine Idee gehabt, Robin. Das sollten wir vielleicht mal machen, dass wir in den nächsten Tagen mal ein Special aufzeichnen, wo wir mal auf die ganzen Dinge von Patreon eingehen, weil wir da noch einiges vorhaben. Das packen wir dann aber für alle Hörer in den Kanal. Wer es nicht hören will, überspringt es einfach. Wer es hören möchte, hört da mal rein. Denn wir haben da so viele Ideen, das werden wir jetzt nicht hier ausbreiten, weil das würde den Rahmen sprengen und die Hörer langweilen, die da kein Interesse dran haben. Dann machen wir mal eine extra Geschichte, würde ich sagen, und treffen uns am nächsten Tag per Skype für eine Kurzübersicht, was wir da so alles machen. Was uns noch außerdem sehr helfen würde, wenn einige unserer Hörer ein bisschen noch mithelfen bei den Übersetzungen und Transkriptionen. Im Augenblick haben wir zum Glück sehr viele deutsche Interviews. Das heißt, wir hängen jetzt da nicht in schwierigen Übersetzungen. Aber da brauchen wir dringend noch ein paar Leute, die mithelfen. Denn das ist halt, wie ich ja immer schon gesagt habe, mehr Aufwand, als man denkt. Und da ist noch einiges an Sachen zu tun. Also wer Lust hat, uns ein bisschen zu helfen mit Arbeitszeit oder mit Zeit und Lust hat, deutsche Geschichten einfach abzutippen oder auch englische Interviews abzutippen oder halt zu übersetzen, gerne bei uns melden. Würde uns riesig freuen, denn wir wollen da auch gerne ein bisschen weiterkommen. Ja, jetzt geht es ums Spielen. Und wenn ich auf die Liste gucke, kriege ich wieder einen Schock, weil ich habe vergessen, was ich gespielt habe. Da denke ich jetzt mal drüber nach, während Robin redet. Lass dir Zeit. Nein, also was habe ich gespielt? Ich habe klassischerweise... Was? Fab schreibt auch mal was, ne? Genau, da steht nämlich nichts drin. Also ich habe War Thunder gespielt. Das ist immer so zur Zeit mein Unterhaltungsprogramm nebenbei. kostenloses Free-to-Pay-Panzerspiel. Aber ich habe da ein bisschen auch investiert, habe ein paar Panzer gekauft, was eines nichts gebracht hat. Aber ich habe trotzdem, ich will russische Firmen natürlich unterstützen dafür. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Fußballmanager gespielt, weil der HSV musste ja das dritte Mal in Folge die Champions League gewinnen. Ist ja klar für so einen hochklassigen Club. Entschuldigung. Verschluckt. Und ich habe ja schon Ewigkeit mal drüber gesprochen. Und zum zehnten Mal, dass ich bei GOG, bei Goodall Games regelmäßig davor stehe, wie mit strahlenden Augen das Kind im Süßigkeitenladen. Und ich habe überlegt, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Und jetzt ist gerade bei GOG wieder ein großer Summer Sale. Und ich musste zuschlagen. Und ich kann euch nochmal kurz sagen, ich habe mir gekauft. Robin, die Rubrik heißt, was hast du gespielt und was hast du gekauft? Ich wollte so sagen, da kommt nämlich gleich noch eine Geschichte dazu. Secret of the Silver Base, Treasures of the Savage Frontier, Curse of the Azure Bones, Pools of Darkness, Gatewater, The Savage Frontier, Forgotten Realms, Unlimited Adventure, nochmal mein Stronghold, Panzerkorps, Unregold, Infernalisten, Infernalisten 2, Settlers 2 und Strike Commander. Das hatte ich aber schon. Und ich habe für alle Spiele zusammen 22,14 Euro gezahlt. Das ist nur die Information, warum ich es gekauft habe. Es war schweinebillig. Und ich bekam noch Rime und Sunless Sea dazu. Und das Rime sieht so zuckermäßig geil aus. Ich überlege tatsächlich, das Spiel zu spielen, anstatt andere, die ich gekauft habe. Naja gut, so, Atem vorbei. Also ihr seht, ich habe viele Rollenspiele gekauft, die ich auch früher immer schon nicht richtig zu Ende gespielt habe, die ich in mein Leben aber immer spielen wollte. Und das mit einem Atemzug. Meine Güte. Robin, zähl nochmal durch. Ich bin mir nicht, ob das wirklich 30 waren. Nein! Ich mache es da viel schneller. Ich habe nichts Neues mehr gespielt, beziehungsweise nicht ganz. Ich habe das Horizon Chase Turbo, was ich auf dem PC schon jetzt seit vier oder sechs Wochen spiele, mir auch noch auf der PS4 geholt, damit ich es auch in der Wohnstube spielen kann. Und selbst da ist es hervorragend. Was heißt selbst da? Da ist es auch hervorragend. Hat aber noch den schönen Nebeneffekt, dass auch diverse Sounds aus dem Controller rauskommen, was ja gar nicht so viele Spiele bei der PS4 machen. Das heißt, man kann über den Controller hupen. Das Hupen kommt dann aus dem Controller, nicht aus dem Fernseher. Und ebenfalls kommt das Aufsammeln von Extras und so weiter als Geräusch aus dem Controller. Ich habe mich fast beim ersten Mal wieder weggeschmissen vor Schreck, weil ich das nicht mehr gewohnt war. Aber immer noch ein tolles Spiel, auch wenn die Grafik halt nicht realistisch ist, sondern Comic-Guest, oder wie auch immer man das nennen will, also Comic-mäßig. Und die Musik drehe ich auf volle Lautstärke. Ich habe mir auch den Soundtrack geholt von Barry Leach. Das ist richtig gut. Das hat Qualität, die Musik wie früher bei Autoren auf dem Automaten oder Ähnliches. Und das macht richtig Spaß. Und da steigere ich mich gerade rein. Bin jetzt irgendwie, ich glaube, in der fünften Welt oder sowas. Mehr brauche ich im Augenblick auch nicht. Und ich bin eigentlich damit sehr glücklich. Andreas. Ja, ich war letzte Woche von der Firma aus in Cleveland. Habe dort neben einem wundervollen Baseballspiel mit den Cleveland Indians, mit einem absoluten Lieblingsteam, dann auch auf der Switch was mitgenommen. Und zwar die Banner-Saga. Ein Spiel, das ich zwar auf verschiedenen Systemen bereits habe, allerdings da jetzt zum ersten Mal wirklich gespielt habe. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Die Kämpfe sind eher für mich nebensächlich. Ich finde die Story und die Entscheidungen einfach wirklich toll, die man da treffen kann. Und als Alternative dazu habe ich zu meinem Geburtstag den Nintendo Labo, einen Kasten bekommen, wo mehrere Baukästen praktisch vereint sind. Und das ist wunderbar, mit meinem Sohn zu spielen, mit meinem Älteren. Der ist jetzt dreieinhalb. Und das macht Spaß. Ich baue zusammen. Er spielt. Wunderbare Lösungen. Ich dachte, er macht kaputt. Nein, das Ding ist wirklich überraschend widerstandsfähig. Man kann nicht glauben, es sind jetzt schon mehrere. Es ist eine ganz normale, harte Doppel. Aber es ist wirklich sehr, sehr hochqualitatives Zeug. Und auch das Positive ist, man kann auch die gesamten Baupläne, praktisch die gesamten Blaupausen, auch gratis von Nintendo runterladen, um sie zum Beispiel auf seinem, weiß ich nicht, CNC-Fräse herauszulassenen Laserschneider und somit auch Metall auszudrucken, wenn man will. Also das geht. Und grundsätzlich, diese Pappe ist wirklich widerstandsfähig. Sie hält jetzt schon ziemlich gut. Ich habe das Haus jetzt gute drei Wochen, wo er die jetzt bespielt. Und das Ding sieht immer noch gut aus. Wirklich sehr, sehr gute Leistung. Hätte ich nicht geglaubt. Und der Spaß ist für die Kinder auch, sie können das bemalen, wie sie wollen. Das macht auch Spaß. Aber es ist nicht so ganz billig, oder? Der Kasten kostet, glaube ich, 70 Euro. Wenn man bedenkt, dass man pro, also für das Haus habe ich ungefähr drei Stunden zum Zusammenbauen gebraucht, was man zu zweit gemacht haben, was man schon zum Spiel mitrechnen kann. Also von der Kosten, für Leistung ist es wirklich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, finde ich auch. Ich werde mir das auch kaufen noch. Willst du ein CPC daraus bauen, aus Pappel, oder was? Das wäre ja mal eine Maßnahme. Dann würde es mir auch nicht aussehen. Vielleicht beschäftigen sie sich dann mal wieder damit. Ruhe, Kleingeister. Oliver, bevor sie ausfahrt, macht doch mal weiter. Ja, ich habe tatsächlich doch noch eine Weile mit Tropico 5 weitergemacht. Ich habe ja im letzten Podcast schon mich nicht so sehr positiv darüber geäußert, über den fünften Teil. Ich habe die Kampagne gewechselt auf eine andere Kampagne und die wirkte am Anfang viel netter als die Hauptkampagne. Allerdings, ich kam über die zweite Mission nicht hinaus, weil über drei Spiele und jedes Spiel, das hat ungefähr fünf bis sechs Stunden gebraucht, bis diese Fehler immer auftraten, war auf irgendwelche Weisen nicht mehr lösbar, die nicht über das Missionsdesign alleine zu erklären waren. Da waren so Sachen drin, wie halt zum Beispiel, dass plötzlich alle Missionen verschwunden sind, die noch offen waren und plötzlich kriegte man kein Geld mehr rein. Es sei denn, es kam eine Naturkatastrophe, dann stiegen plötzlich die Einnahmen. Und da hatte ich dann irgendwann so weit aufgegeben, dass ich gedacht habe, ja gut, dann versuche ich es mal im Sandbox-Modus. Und da passierte das dann auch so nach so fünf, sechs Stunden, dass ja, die komplette Energieproduktion eingestürzt ist, eingebrochen ist. Und ich konnte auch machen, was ich wollte. Das Ding produzierte überhaupt keine Energie mehr. Passenderweise fielen dann irgendwann auch noch Rohstoffe aus. Und am Weltmarkt gab es weniger Rohstoffe, als meine einzelne einsame Mine produzieren konnte. Und also ein Kram, ich habe den Controller auf den Boden geschmissen und das Ding deinstalliert. Ich habe die Schnauze voll. Ich verstehe nicht, wie eine Zeitschrift, wie die GameStar, die höchste Wertung aller Tropico-Teile für dieses Ding vergeben konnte. Oder wie ein anderes Magazin das Balancing von dem Ding hochloben konnte. Ich verstehe es nicht. Da greife ich ganz kurz ein, Oliver, weil ich bin ein Tropico-Fan seit der ersten Stunde. Ich habe den ersten Teil geliebt. Ich auch. Und dann kam irgendwann die Übernahme, dass es nicht mehr von, ich weiß nicht, Pop-Top, nee, wer hat das gemacht? Ursprünglich. Honeymond heißen die, meine ich. Genau, auf jeden Fall. Es wurde übernommen und dann der zweite Teil, da dachte ich schon, ihr nehmt dasselbe Spiel, verändert an der Physik fast nichts. Die Grafik wird ein bisschen schicker, die Sprecher werden noch schlechter und das ist dann auch nicht mehr so, dass es lustig schlecht ist, sondern es ist dann nur noch schlecht. Und beim dritten Teil, der war eigentlich bei der Computerbildspiele mal mit drauf, das habe ich aus Jux einmal installiert und es hat glaube ich genau zehn Minuten gehalten, da habe ich mich geärgert, dass ich den Rotz installiert habe und das, was du eben sagtest, änderte mich stark an, ich sage jetzt mal böse und verallgemeinert, viele deutschen Spiele, die an sowas dann scheitern. Ich muss dazu sagen, ich habe danach, zum Vergleich, weil ich irgendwie das nicht glauben konnte, dass ich das so falsch in Erinnerung habe, ich habe danach noch mal Tropico 4 für ein paar Stunden angeworfen und das Ding ist einfach rund. Also das ist wirklich ein Problem, was Tropico 5 hat. Jedenfalls, ich habe nach Tropico 5 dann halt zum Ausgleich, weil ich momentan halt ziemlich scharf bin auf diese ganzen Aufbauspiele, ich habe mir halt City Skylines gegönnt, so vorübergehend und das Ding macht einen richtig guten Eindruck. Also das ist zwar auch schon etwas älter, auf der Playstation 4 kam das wohl erst letztes Jahr raus und es ist halt ein SimCity-Klon, allerdings ein wirklich sehr gelungener und die Steuerung ist für eine Konsole echt hammermäßig geil eingängig. Also finde ich ganz toll. Und die Karten sind riesengroß, das ist der Unterschied zwischen SimCity 5, wo die Karten winzig klein sind, da sind sie riesengroß. Soweit bin ich jetzt noch nicht gekommen, also ich bin im Moment noch so in der Eingewöhnungsphase, aber es gefällt mir wirklich gut. Und ansonsten hatte ich noch zwischenzeitlich so ein bisschen The Witness gespielt. Das ist so für zwischendurch eigentlich ein ganz cooles Puzzle-Adventure. Ich weiß nicht, Adventure eigentlich nicht. Also es erinnert, wenn man es spielt, von der Spielwelt so ein bisschen an Myst, weil das auch auf so einer Insel spielt und auch alles so, man schaut sich halt alles um, nur die Rätsel, die dort sind, das sind wirklich so Puzzle-Rätsel, die so auf Tafeln irgendwo rumstehen. Teilweise wird auch die Spielumgebung damit eingebunden. Aber das ist sehr angenehm, weil das fängt so an mit so Linienrätseln. Das sind eigentlich fast nur Linienrätsel, die ich bislang da gesehen habe. Und was ich sehr interessant finde, ist, man erarbeitet sich die Funktionsweise quasi selber. Da findet man nicht unbedingt Erklärungen dazu, wie diese Rätsel funktionieren, sondern weil er irgendein Feature ist und durch deinen Misserfolg, so merkst du halt, wie diese Dinger funktionieren. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß und ist vor allen Dingen auch für kürzere Sessions geeignet. Also das kann man mal für zehn Minuten spielen, da kann man sich aber auch drei Stunden mit beschäftigen. Ja, klingt es bei dir retrohaft dazu? Teilweise. Ich habe ja eigentlich wie üblich, ich war jetzt ja gar nicht mehr dabei, das heißt in der Zwischenzeit habe ich natürlich relativ viel gespielt. Die nachfolgenden Sendungen für Spiele? So viel auch wieder nicht. Eigentlich ja wieder World of Warships, da ist jetzt gerade der 075er-Patch raus, also das ist ähnlich wie Robin eben zählt halt War Thunder, nur vom Konkurrenten sozusagen und mit Schiffen. Ja, kann man auch wieder viel Zeit reinstecken, weil jetzt haben sie gerade die neue Kreuzerlinie draußen, da muss man sich erstmal wieder durchgrinden und dann dauert das wieder länger. Ich habe natürlich noch auch wieder Spiele gespielt für unsere Replays, darunter jetzt Need for Speed 3. Weil 20 Jahre Need for Speed 3 ist es ja 98 rausgekommen, dann bietet sich das an. Mit Robin zusammen natürlich noch War Thunder, um festzustellen, selbst wenn man sich keine Panzer kauft, das ändert am Ergebnis irgendwie nicht so viel. Nein. Dann habe ich noch, habe ich jetzt komplett wieder zusammen, ich hatte bisher immer nur Teile davon, also ich glaube, das Spiel hatte ich, aber die Verpackung und die Anleitung fehlte. Dank meiner Schwester habe ich jetzt alles zusammen für Faxanadu, für das NES und habe das auch mal wieder getestet, um festzustellen, dass das immer noch genauso schwer ist wie damals. Was ist das? Das sagt mir gar nichts. Das ist ein Adventure ähnlich wie Link Teil Zelda 2. Ach so. Also man sieht seinen Spieler die ganze Zeit in seiner Seitenansicht und man kämpft sich den Baum des Lebens aufwärts. Allerdings haben wir damit... Wir haben CPC, wenn wir ohne Scrolling. Ja, stimmt, es scrollt nicht. Ja, man, das größte Problem bei diesem Spiel ist tatsächlich, dass man in den nächsten Bildschirm eingesetzt wird und die Gegner sind zufällig. Das heißt, wenn man Pech hat, steht man direkt im Gegner drin. Das ist ein Titel, wo man zumindest bei der Aussprache ein bisschen aufpassen sollte, wenn man ihn erwähnt. Ja. Und ich habe mal wieder L.A. Noire aus der Kiste geholt. Ich habe das noch für die, ja, für den PC auch, aber auch für die Xbox 360 und für die Xbox ist das eigentlich mal so ein bisschen schön zum Abschalten. Es ist, als wenn man einen Film spielt. habe ich mir für die Switch jetzt auch geholt. Ach, dann ist das auch. Jo. Und das ist super, weil da kann man schön auch mitnehmen. Ja, das ist gut. So, dann sind wir durch, oder? Papp, papp, papp. Ja, okay, dann darf ich mir auch noch mal das eine oder andere abgehacken. Und was habt ihr so gebastelt? Erzähl mal. Also, ich habe ein Spiel mir gekauft, tatsächlich auch mal wieder. Das hatte ich schon ewig in meiner Wunschliste bei Steam und dann hat es jetzt nur noch 5 Euro gekostet und dann habe ich mir das mal geholt und zwar Blade Symphony. Das ist ganz cool. Also, das ist so eine Art Online-Schwertkampf-Simulator, wo man ganz, also, der Aim ist halt nicht auf realistischen Schwertkampf, sondern eher so abgedreht, akrobatisch und man kann aber ganz komplexe Verteidigungs- und Angriffsstrategien entwickeln und sich auch so seine eigenen Kombos zusammenbauen bei dem Spiel und das alles ist halt auch online mit Deathmatch-Modus und tralala. Das war ursprünglich mal ein Source-Engine-Mod, von so einem Typ namens Michael Chang, der war halt ein Fan von Jedi Knight 2 und als das Spiel dann aber so irgendwann dann, als die Online-Community dann irgendwie auseinandergegangen ist, da hat er halt gesagt, okay, ich muss halt selber so ein Schmerzkampf-Spiel basteln und da hat er ewig dran gearbeitet und dann irgendwann hat er auch einen Kickstarter erfolgreich absolviert, wo er 15.000 Dollar haben wollte für eine kommerzielle Source-Engine-Lizenz, weil es basiert natürlich auf Source-Engine und es hat auch alles geklappt und 2014 kam das Spiel dann auch raus und seitdem habe ich es eigentlich auch schon auf der Liste und es war aber immer zu teuer und jetzt ist es inzwischen auch für lau erhältlich, fast lau und es ist ein ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen. Ja, dann habe ich noch mal wieder eine Runde Doom gespielt, also das Neue und habe mich erfreut an viel Blut und Gedärmen und was es da so gibt. ist immer wieder lustig für zwischendurch, aber ich merke, ich kann es nicht länger spielen als mal eine halbe Stunde oder so, weil es ist dann doch nicht so, sage ich mal, storytechnisch nicht so ausgefeilt, dass mich das dann jetzt länger fesseln würde immer so, sondern es ist mal, ja, gehst du irgendwo hin und dann kommt dann irgendwie, geht die Tür hinter dir zu, bist in so einen Raum und dann weißt du, okay, jetzt kommen halt ein Haufen Wellen von Gegnern und das ist immer ein bisschen so vorhersehbar, aber trotz allem ist es halt immer noch wie früher Doom halt auch schön schnell und nicht so eklig wie Doom 3, also das hat mir ja gar nicht gefallen, ja, aber Doom spiele ich immer wieder gerne und dann habe ich natürlich weiter verschiedenste, mich durch CPC-Games durchgequält, ehrlich muss man sagen gequält, weil es ist wirklich nicht sehr viel Gold bei dem, was da so glänzt, aber es gibt nur ein paar Wird das nichts mit dem Vierteiler? Doch, 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 das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, jetzt hast du, jetzt hast du, Challenge accepted, das hast du nicht sagen dürfen, ja, wahrscheinlich, naja, da kommt ja demnächst auf jeden Fall was, das ist ja klar. Ja, also ich sage da auch nicht weiter, was ich da gespielt habe, weil das ist natürlich dann eine ziemliche Folge, das kannst du gerne machen und viele Sachen versteht man sowieso nicht, ich habe da eine Störung aus demnächst, leider, also, leider, ja, oder das meine ich gar nicht bösartig, wir haben nämlich wieder leichte Aussetzer gerade, aber, dass du mit CPC weitermachst, haben wir alle gut verstanden. Was macht man, wenn das Vorgeplänkel schon zu lang ist und ich überlege an jeder Stelle, wo man noch was kürzen kann, dann sehe ich jetzt hier mit Schrecken, es gibt eine neue Rubrik, was habt ihr gebastelt, wer war das? Das war ich, das nehme ich auf meine Kappe, weil ich habe mehr gebastelt als gespielt. Wir werden nicht nur aus Berlin unterwandert, jetzt kommen die Österreicher auch noch und bauen hier was ein. Okay, was hast du gebastelt, Andreas? Und zwar habe ich, um gleich beim CPC zu bleiben, das Problem bei meinem 4-6-4er, den ich inzwischen sehr, sehr lieb gewonnen habe, ist, dass die Kompatibilität mit den Spielen, die später auftauchen, leider nicht so ganz so hoch ist, weil dort noch das Basic 1.0 drinnen ist und danach das Basic 1.1 gekommen ist, gleich mit der 6-64er und ich deshalb wieder gedacht habe, da kann man doch sicher auch was anderes machen und habe heute zum ersten Mal direkt praktisch am offenen Herzen das ROM ausgelötet, einen Sockel eingebaut und ein neues EEPROM gebrannt und jetzt auch, also mit Umschalter dazu kann ich jetzt zwischen dem Originalbetriebssystem und dem ROM vom 628er umschalten und mit dem DDI-3-Adapter dazu geht das jetzt wunderbar über USB-Stick, alle Spiele, die ich wollte auch zu spielen. Also das hat jetzt wunderbar hingehauen. Dann habe ich noch mein Easy Flash 3, das ich Gmütter mit Commodore Meeting gekauft habe, zerstört, indem ich an mich alles durchgeflasht habe, nicht nur die Slots, die eigentlich für die Spiele vergesehen waren. Darum musste ich mich dann ein wenig dran machen, um das Ganze wieder die Firmware aufzubringen. Das war auch ein schönes Ding, hat mich ein wenig gekostet, aber ich kenne mich mit dem Ding wirklich gut aus, wenn das erhalbwegs. Und was ich auch endlich fertig bekommen habe, war bei einer Amiga CD32 habe ich den Elko-Tausch jetzt endlich fertig. Wie viele sind das? Es sind, glaube ich, 28. Oh Gott. Es sind 28, davon 25 SMD-Elko's und drei Radial-Eko's. Also das war schon eine langwierige Arbeit, aber es hat hingehauen und ich habe schon erfolgreich die Fender of the Crown gespielt und alle meine Turniere gewonnen. Wahnsinn. Ja, wenn es ums Basteln geht, hat Robin ja eigentlich ein extra Podcast dafür, damit wir das nicht hören müssen hier, aber du hast jetzt dieselben Sachen hier nochmal reingeschrieben. Nein, das war einfach nur... Zusammenfassend. Also mein Umbau auf dem Dachboden ist jetzt zu 70% durch. Restliches könnt ihr bei Patreon hören. Ich habe jetzt noch eine Idee, das hatte ich vor einem Jahr schon mal gehabt. Beim Umräumen habe ich gefunden, dass ich mir irgendwann mal von Roland einen, also von der Musikfirma Roland, einen Adapter geholt habe, einen USB-Adapter auf MIDI geholt habe und mir hat man damals gesagt, es gebe die Softwarelösung, Soundkarten zu emulieren. Das gibt es wunderbar. Habe ich gerade vor ein paar Monaten mit rumgespielt mit diesen ganzen Dingen. Da gibt es ganz, ganz viele gigabyteweise, in Anführungszeichen, Samples, die du in den Speicher legst. Genau. Die sind teilweise sehr, sehr groß, diese Archive und teilweise auch kostenpflichtig, aber da gibt es auch sehr gute kostenlose. Ich habe, glaube ich, zehn Stück ausprobiert, muss aber sagen, ich bin nicht mehr so auf der MIDI-Schiene wie vor ein paar Jahren. Also, bei dem einen Klang das klingt ja, beim anderen das, aber ich weiß es nicht. Also, mir geht es explizit darum, dass ich mal wieder Roland MT32 hören möchte, bezahlen kann ich es zurzeit nicht. Ich habe, das ist vielleicht eine Soundkarte, wo ich es verpennt habe, noch günstig bei Ebay zu kaufen. Selma hat ja irgendwann mal erzählt, dass er günstig eine gekauft hat. Ich habe keine gefunden und demnach möchte ich gerne das wenigstens mal vom Klang her vergleichen gegenüber dem Wave Blaster, das ist das Tochterboard, was man für die Soundblaster-Karte kaufen wollte und im Vergleich zu Roland, zur Roland XG-Geschichte. Und das wollte ich einmal mir anhören. Darum ging es. Und eine Sache ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Selma hat mich besucht, der ist ja heute leider nicht da. Laden, der hatte ja Feiertag als hochkatholischer Mensch am 31. und da ist er mit seiner Frau hochgefahren, hat mich besucht und wir haben den Laden einmal durchgewühlt und haben Vectricks gespielt. Das ist ganz lustig, weil Dirk das vorhin gesagt hat. Oder Dirk war das? Ja, du hattest es gesagt. Läuft die wieder einigermaßen? Ja, die eine ist kaputt, die andere ist in Ordnung und wir haben Vectricks gespielt. Und, äh, also ich kann jetzt so für mich sprechen, ich hatte die Vectricks das letzte Mal vor 25 Jahren gesehen, dann einmal kurz auf einer von den Messen, wo ich war und ich hab wieder vergessen, wie schick das Bild eigentlich ist. Es ist natürlich, es hat sehr wenig Bildinformation, aber das, was man sieht, ist schön hell, weil es halt, ähm, wie ein Fernseher arbeitet und das ist ja eigentlich ein Fernseher und dann werden darauf halt Polygone gezeichnet oder gezogen und dadurch sieht es halt sehr speziell aus und es ist eine, auf jeden Fall ein tolles Thema. Kein Plötzchen. Genau. Und was das Tolle daran ist, dass man ja inzwischen legal alle Spiele bekommen kann als Freeware und sich auch auf so ein Modul raufpacken kann. Wir haben das Modul, Patrick. Wir haben das Modul im Laden. Dieses, genau dieses Modul. Bist du sicher, dass es nicht meins war? Nein, ich hab das gekauft. Ich hab's auch zu Hause hier, deswegen steckt bei mir auch drin, weil ich hab die Wattrecks hier neben mir stehen. Ähm, aber ich muss sagen, also spielerisch hab ich damit heute bei vielen Sachen auch echt Probleme. Ich mochte das Astero jetzt immer noch mit am liebsten. Das war nur der Klassiker. Ja. Ja. Wir haben so einen Links-Sidescroller gespielt mit so einem Weltraumschiff, mit so Raketen und mit Bomben, die man abwerfen konnte. Das find ich echt ganz lustig. Scramble. Scramble. Ja, genau, Scramble. Das müsste Scramble gewesen sein. Das Spiel selber, also das Spiel selber ist ja nur zwei Drittel eigentlich, weil das Wichtige ist ja, dass man auch die tolle Farbfolie dafür hat. Und bevor ihr weitersprecht, Robin, es kommt eine Korrektur aus dem Chat, die wir natürlich auch nehmen. Es sind keine Polygone, ich weiß. Es sind Vektoren. Decay ist ein Chat, wir müssen sehr genau aufpassen, was wir sagen. Entschuldigung. Das werden wir hier natürlich gleich zurechtgewiesen. Genau. Was übrigens für die Vectrecks auch ziemlich cool ist, ist übrigens diese, da gibt's ja auch eine 3D-Brille für. Und die funktioniert tatsächlich hervorragend. Ich hab die einmal aufgehabt und konnte das echt nicht glauben. Ist die angeschlossen auf dem Gerät oder was ist das denn? Wie geht das? Das ist mit so einer Farbdrehscheibe. Das kann man sich ganz schlecht vorstellen, weil das, also wenn du so ein Ding aufgesetzt hast, siehst du natürlich, wie zumeist bei solchen alten 3D-Brillen, aus wie ein Idiot. Aber es ist auf jeden Fall so, da ist so eine 3D-Scheibe, die, also so eine Farbscheibe, die rotiert vor dir und dadurch werden halt sichtbar vom Auge halt die Vektoren unterschiedlich eingefärbt und die kriegen dadurch tatsächlich eine Plastizität. Ach, es gibt bei allen Spielen dann, oder? Nee, es sind bestimmte Spiele bei denen, die dafür ausgelegt sind. Aber es funktioniert tatsächlich hervorragend. Okay. Etwas angenehmer als beim Virtual Game Boy. Ich habe den nie aufgesetzt, aber ich kenne nicht den Effekt, dass man da vom Kopfschmerzen kriegt. Also der Effekt ist sehr überzeugend. Immerhin, ja. Auch spannend, wenn wir so eine neue Rubrik, in Anführungszeichen, hier aufgedrängt bekommen, fangen alle an, was reinzuschreiben. Das heißt, wir machen weiter und der überlegt, ob er auch was zusteuern kann. Ja, ich habe ehrlich gesagt, meine Konsolen funktionieren alle, ich muss da nichts dran basteln. Aber wenn hier schon eine Rubrik mit basteln ist, gebastelt habe ich natürlich schon. Allerdings, ich weiß nicht, ob das auch zählt. Das hat nicht so viel mit Computern zu tun. Es ist ein bisschen retro. Es ist, ich versuche mich gerade an einem Saunders Royal Nautical 4 Mark III, was die meisten nicht mehr kennen werden, aber Ältere werden es kennen, wenn sie mal den Kanal überquert haben, von Calé nach Dover. Das ist ein Luftkissenboot. Also ein riesiges Luftkissenboot. Ein riesiges Luftkissenboot. Gut, in 1,780, das heißt, es ist nicht mehr ganz so groß, es ist nur noch so 70 Zentimeter lang. Aber es muss noch Elektronik rein. So gesehen, also es kommt ein Adu-Pilot noch rein, weil durch die vier Ventilatoren, durch die vier Druckregler sozusagen, ist es so ein bisschen von der Steuerung her wie ein Fahrdruckkopter. Ich kann mir da ein paar Sachen von leihen. Ich habe das Gefühl, Dirk schweift ein bisschen ab. Ja, ich schweife ab. Aber kann ich ja auch mal, kann ich ja erzählen, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ich habe noch weitere Noten in Laubsägearbeiten ausgesägt, das wird kalt erzählt, weil meine Frau leitet einen Chor und brauchte Noten für ihren Chor aus Holz und hat sich deswegen ein Laubsäge-Set bestellt, weil sie selber das machen wollte und hat bei der ersten Note gemerkt, sie hat keinen Bock drauf, mir den ganzen Kram hingelegt und gesagt, ob ich es versuchen könnte. Und ich habe immer noch Schmerzen in meinem rechten Arm, weil ich jetzt irgendwie 20 Noten ausgesägt habe. Aber die hingen jetzt schon bei einer Präsentation letzte Woche auf dem Marktplatz an einem Zelt dran. Das sieht sehr schön aus. Also die Arbeit hat sich gelohnt. Und ich war dann mal sägen, ja. Aber hat ja auch nicht viel damit zu tun. Aber ist ja auch retro, wenn man wieder mit Laubsägearbeit anfängt. Ich dachte, damit wäre als Kind vorbei gewesen. Keine Dekopiersäge im Haus. Nein. F.H. Du hast dir alles selbst gebaut, oder was möchtest du uns noch erzählen? Ich habe mir ja erstmal hier nur ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ich habe ein bisschen gebastelt. Also der neuere Gamer, Game Laptop, Game Laptop sage ich schon, der Rechner, den ich meinem Sohn geschenkt habe, der hatte als einzigen Schwachpunkt sozusagen ein nicht ganz so tolles Netzteil. Und das alte Netzteil, was ich noch hatte, das habe ich ihm dann eingebaut. Das hat mehr Anschlüsse und dann kann er auch noch mehr Festplatten anschließen. Und dann ist das Platzproblem dann auch erstmal wieder gelöst. Und dann habe ich beim Kunden, wo ich gearbeitet habe, der hat dann gesagt, so hier, guck mal, ich habe hier noch Zeug, was ich loswerden will, was ich nicht haben und so. Und ich sehe da, wow, cool, ein ein Jahr alter 27 Zoll Full-HD-Bildschirm so. Dann wollte er gerade mal ein Fuffi dafür haben, habe ich gleich mitgenommen, das Ding. Und dachte mir so, geil, jetzt hast du einen großen 27 Zoll-Bildschirm. Und dann war ich aber gerade um die Ecke bei meinem Sohn. Und dann habe ich ihm das Ding dann halt geschenkt. Und jetzt sitzt er da vor und ist mega begeistert. Und braucht bald eine Brille. Man freut sich jetzt tierisch. Vorher hatte er halt vorher nur so einen ganz kleinen, also relativ, was war das? 21 Zoll oder so, so einen komischen mit 1650 mal, also nicht mal Full-HD-Auflösung, so ein wirklich recht kleiner Bildschirm. Und jetzt hat er so ein mega Ding, Alter. Das Schöne ist halt, dass er ganz am anderen Ende von seinem Zimmer kann er sich ins Bett legen, abends und dann irgendwie zum Einschlafen auch noch einen Film gucken. Und dann sieht er sogar noch was. Das war halt mit dem alten Monitor ein bisschen wenig, ein bisschen sehr klein. Und jetzt ist er erst mal total happy. Ja, und dann habe ich meinen alten Laptop, den ich da irgendwie, was ich ja schon mal erwähnt hatte, ich habe da so ein, ja, Retro, kann man gar nicht sagen, so ein Young-Timer-Laptop da, so einen komischen Asus A9 RP, das ist irgendwie so ein 1,6 Gigahertz Windows XP-Ding halt so, mit wenig dran und drin. Und da hatte ich halt nur kein Ladegerät, habe ich mir geholt für einen 10er. Und jetzt habe ich da erst mal schön Windows XP neu installiert und habe gemerkt so, wow, der hat ja sogar WLAN eingebaut, aber dann bin ich dann trotzdem gescheitert, weil irgendwie die Software oder was auch immer da für Windows XP, was ich da zusammengeschustert habe, das kann halt kein WPA2-Verschlüsselung, sondern nur WLAN. Und damit kam ich dann auch bei mir nicht ins WLAN rein, weil das ist halt ein bisschen oldschool und irgendwie kann ich nicht WPA2 und WEP machen oder so. Wenn das eine Mini-PCI-Karte ist, kannst du es jederzeit austauschen, auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Man kann das austauschen, auch bei so alten Geräten noch. Okay, okay. Na, ist auf jeden Fall intern irgendwas? Ja, interne kleine Karte. Ah, okay, eine interne kleine Karte. Achso, und dann, wenn es da was Besseres gibt mit WPA2, muss ich gucken, ob ich da was finde. Ja, cool. Ja. Gute Idee. Danke. Ja, übrigens, was ich noch sagen wollte, da sieht man, wie die Zeit vergeht. Bei uns waren es noch 12 Zoll, 13 Zoll-Monitore. So, oh, 14 Zoll, 15 Zoll, um Gottes Willen, so riesengroß. Und jetzt 21 Zoll, der ist so klein. Genau. Na ja, der ist wirklich im Vergleich sehr winzig, wenn du so ein 27 Zoller daneben hast. Wähl mal den DPC-Monitor, den grünen daneben. war ja ja geil. Schießschade, Arte, genau. Egal. tja, die Zeit vergeht, ne? Ja, und wenn ihr schon so viel rumbastelt, wird auch im Chat gebastelt. DK lötet gerade nebenbei an einem Joy-Control 64, hat uns gleich einen Link geschickt. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass wir die Bastel-Rubrik ewig drin lassen, oder? Warum denn nicht? Ja, was sagt der Chat? Stört sich das? Nein, nein, aber ich kann jetzt... Ich gerne hier Kommentare an uns schicken, ob wir das auch vielleicht beibehalten sollen, wenn wir was basteln. Wir können noch live basteln, zwei Stunden lang oder so, dann erzählt halt... Laubsäge. Andreas nebenbei, ich hab jetzt hier 50 Elkos auszutauschen, ich fang jetzt beim ersten an und erzählst du einfach deine Gedanken dabei. Ja, genau. Verdammt, falsche Seite vom Löttholpen, verdammt. Oliver hat auch gebastelt, aber anders und möchte dazu nachher was sagen, beziehungsweise, was meinst du damit, dass du auch anders gebastelt hast? Ja, ich hab Grafik für Spiele gemacht. Nein, du machst Grafiken? Ja, toll. Oh. Dazu sag ich aber später hier noch was. Okay, dann teasern wir das nur an und gehen dann nachher wahrscheinlich in der Retro-Gegenwart drauf ein, vermute ich mal, dass du das meinst. Ja. Ja, und weiter eingehen aus dem Mega Drive tun wir in zwei Wochen, denn wie gesagt, da gab es einen dritten Teil. Am 22.06. geht es weiter, natürlich auch wieder ab 22 Uhr live oder ein paar Tage später in der Konserve und mal sehen, in welcher Besetzung wir dann den Mega Drive den Garaus machen. Wie gesagt, am 22.06. Bevor wir hier noch die Stunde überschreiben bei der Einleitung, gehen wir mal zu den E-Mails und Kommentaren, würde ich sagen. Retro-Mail Eure Stimme im Retro-Kompott Ja, kamen wieder einige Rückmeldungen. Wir fangen ja an wie immer, gucken mal wieder, was Gamers Global geschrieben hat. Da ist diesmal nicht ganz so viel Text drin. Es ging hauptsächlich wieder über unsere Länge und dass die Hörer dort alte Konsolen mögen. Und einer schreibt, er bekommt sie meistens nicht in einem Stück runter. Ich glaube, die wieder, oh Gott, ja, egal, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wie gesagt, da geht es halt, wie gesagt, um die Inhalte, was wir machen, wird schön zusammengefasst. Das ist immer sehr praktisch. Da gucke ich immer selber gerne nach, wenn ich wieder mal an Retro-Demenz leide. Ja, dann kamen diverse Sachen vom Zwergmonster. Diesmal sage ich nicht Zwergmonster, ich bin wahnfähig. Ja, und er hat angefangen, wieder in ältere Dinge reinzuhören. Unter anderem, worauf bezieht sich das Erste? Die Sanctions, das Ballerspiele, die Sidescroller? Das ist eine gute Frage. Ich hätte vielleicht mal nicht oben wegschneiden sollen, zu welchem Kommentar das kam. Ich glaube, das war die ASM-Geschichten, weil er schreibt, die ASM am Anfang ja bis 10 Punkte vergeben hat, nicht bis 12. Und einer von uns hat wohl 8 von 12 Punkte gesagt in der genannten Ausgabe. Und das wurde er später auf 12 Punkte angehoben, weil sie zu oft 10 von 10 gegeben hätten. Und er hätte sich auch nicht gewundert, wenn sie irgendwann diese Höchstpunktzahl auf 14, 16 oder 18 gepackt hätten. Ist aber ja nie passiert. Ja, dann kam noch eine Mail von Christian, der schrieb, dass er auf dem Weg zur Arbeit sich die aktuelle Folge des Redekommens angehört hat und seinen Namen aufgeschnappt hatte und dann nochmal nachgeschaut hat, ob er tatsächlich gemeint war. Und er war gemeint. Da ging es, glaube ich, um die Verlosungsgeschichte. Ja, habe ich ihm, wie gesagt, schon geschickt und er wollte das demnächst mal anspielen. Da ging es um das Puzzlespiel, aber hat sich da noch nicht zu geäußert. Das heißt, da werden wir dann mal drüber sprechen, wenn wir es alle in Ruhe gespielt haben. Ja, dann kam noch was vom Zwergmonster, diesmal zum Interview mit Frank Zieminski und das fand er auch sehr gut und er meinte, man könnte auch mal das Thema Werbespiele machen. Da gab es ja hunderte von und viele waren ja auch echt spielenswert und sind ja auch zum Großteil oder viele davon natürlich auch gratis. Ja, da gab es in Österreich ein tolles Spiel von einer Bank, das Arnie Goes for Gold. Das war echt nett. Ein nettes Adventure. Arnie Goes for Gold. Euren wichtigsten Prominenten habt ihr da verholzt? Ja, Gold. Ja, Gold? Was? Ja, Robin, es gab auch noch wieder Kommentare zu deiner Retro-Woche. Magst du da kurz drauf eingehen? Ja, ich, lieber Gunnar, du hast geschrieben, die Hitze habe ich in meinem Man Cave vollbracht. Liebe Zuhörer, ihr seid ja nun hauptsächlich männlich. Ich weiß, wir haben auch einige Damen, aber würdet ihr das euer Man Cave nennen? Ich finde, das ist ein sehr seltsamer Begriff. Den gibt es regelmäßig, den höre ich bei anderen Podcasts alle paar Minuten. Das Man Cave. Okay, mein Man Cave ist kein Cave, sondern ist Manatic sozusagen. Manatic, vielleicht so, oh Patrick, ich habe einen Namen für eine Band. Manatic. super, ganz toll, Robin. Okay. Warum habe ich schon wieder Band gesagt? Da muss ich wieder singen. Oh Gott. Nein, lieber nicht. Mach doch mal weiter mit der E-Mail. Ich verfange mich wieder in irgendwelchen wirren Ideen. Okay. Also er hat seit drei Jahren seinen Man Cave im schönen Kellerraum. Danke, das hätte ich auch gerne. Meine ältere Tochter wollte unbedingt in das Türmzimmer auf den Dachboden einziehen, also er musste tauschen. Ich schaue mich gerade nach dem AMD DX420 um, so einen PC hatte ich damals, muss so 91, 92 gewesen sein. Sein erster Einstieg waren halt die Konsolen und irgendwann folgte dann das Aufrüsten und dann ist er wieder auf die Konsolen gestiegen, weil das halt billiger ist. und gleichzeitig hat er mir auch noch geschrieben, das ist ja von selben, das ist ja... Also du hast doch darum gebeten, wegen deiner ET6000-Fahlerlosung, falls er daran Interesse hat, sollte er sich nochmal melden und das klang nach Interesse, glaube ich. Genau, also er hat geschrieben, dass er die natürlich sehr gerne haben möchte. Ich gebe natürlich dir auch mal eine zweite, das ist kein Problem. Die erste ist schon auf dem Weg. Du musst uns nochmal deine Adresse schreiben, ich glaube, die haben wir nicht oder die ist in der Mail drin und ich habe es überlesen. Er kann sich sehr gut erinnern, wie er sich mit Freunden getroffen hat. Um einen Wettbewerb zu starten, wer hat den meisten Kilowatt-Platz im unteren Speicherbereich bekommen? Ja, auch das, da kann ich mich dran erinnern, auch das haben wir auch damals gemacht. Wir hatten damals komische Hobbys. Genau, wir haben Du-Disketten erstellt mit 14, 15, 16 verschiedenen Konfigurationen und Patrick, wenn Du Dich erinnerst, war das sogar im Download-Bereich unseres Park-Domain-Rechners ein eigener Faktor, wo die Leute sich diese Diskette runterladen konnten. Ja, und man konnte sich auch die Konfiguration auf unserer Club-Diskette damals einfach rüberkopieren. Genau. Da haben wir teilweise mit reingepackt, glaube ich. Ja, er schreibt auch, dass er bei uns wieder am Laden vorbeigefahren ist, auch schon früher. Ganz früher. Und da hat er eine Sache nochmal erzählt, da kann ich mich auch dran erinnern, es gab mal einen AD&D-Shop, wo man mit Würfeln den Preis verändern konnte von dem Produkt, den man dort kaufte. Da kann ich mich noch erinnern, da war mal was. Das ist sehr, sehr lange her. Aber so eine Idee. Aber halt nur die letzten zwei Stellen. Also wenn das 3,99 Mark gekostet hat, dann konntest Du halt nur die hinteren mit zwei Zehnerwürfeln irgendwie erwürfeln. Wobei, wenn wir von den letzten zwei Stellen sprechen, also Robin, wir haben tatsächlich ein sehr tolles Geschenk von Google bekommen. Das kann man auch mal erwähnen. Das ist sehr witzig. Oh ja, stimmt. Wenn man sich bei Google zum Beispiel mit AdWords was machen will oder ähnlichen Dingen, muss man sich ja da registrieren und dann schicken die ja zur Überprüfung, ob das Konto existiert, eine Geldsumme und die soll ja nicht immer gleich sein, weil man soll ja halt wie gesagt damit beweisen, dass man auch der Kontoinhaber ist und dann schicken sie zwischen 1 Cent und einem Euro und uns haben sie 93 Cent überwiesen. Das fand ich sehr nett. Und das von Herrn Google, das ist ja unglaublich. Also wir haben Geld von Google geschenkt bekommen. Ohne Gegenleistung. Ja, dann gab es noch eine Mail vom Zwergmonster. Da hat er das Interview von Georg Grottensteiner bemerkt und wollte noch mal darauf hinweisen, dass es das Iron Willi gratis und legal inzwischen zum Download gibt. Beim Adventurearchiv.com kann man das finden. Und er findet, das ist ein sehr nettes Werbe-Adventure mit Zelda-like Grafik und Steuerung. Also auch das noch mal als Tipp. Viele von den alten Sachen gibt es tatsächlich auch legal inzwischen gratis. Also ein schöner Hinweis. Vielen Dank dafür. Ja, kurz Zusammenfassung noch mal wieder, wie man uns hören kann, Robin. Vielleicht diesmal wirklich kurz. Also wir hören uns natürlich immer gerne alle zwei Wochen um Freitag um 22 Uhr. Den Aussagen dafür kriegt ihr bei Facebook oder auf unserer Homepage. Den Zugang zu uns direkt kriegt ihr über Mail at retrocomport.de. Die Homepage ist www.retrocomport.de und über die sozialen Netzwerke, besonders da Facebook kriegt ihr uns oder Retrocomport wie auch bei Twitter oder bei iTunes, bei YouTube, bei Instagram. Wir haben eine App, die nennt sich Retrocomport bei Amazon, bei Icos im Android Store und alle Projekte von uns findet man auf podcastcomport.de in einem Wort ohne Unterstrich. Genau. Und Patrick, worüber freuen wir uns neben E-Mails noch? Über kurze Podcasts mit wenig neuen Rubriken. Nein, wir freuen uns tatsächlich über mehr, über Futter für die Retro-Talk-Rubrik. Dieses Mal kam ja wieder einiges, aber auch da denkt nicht, wir haben zu viel, wir haben genug, wir wollen immer mehr, wir wollen eure Erlebnisse, eure Geschichten. Wir nehmen eigentlich fast alles, was ihr uns auf Band sprecht, in Anführungszeichen, was ihr uns als MP3-Datei oder wie auch immer zur Verfügung stellt. Also wenn ihr eine schöne Geschichte habt, gerne mal darüber reden. Das andere hatte ich gesagt, bei unseren Übersetzungen, bei den Abtipp-Arbeiten, da hätten wir gerne 20 Hände an einer Tastatur, weil wir kommen da nicht immer weiter, also auch wenn ihr Lust hat, gerne mal melden. Und das andere hat mir schon gesagt, unterstützen kann man das auch bei Patreon. Ab 1 Dollar im Monat erhält man da noch Extras und sichert auch die Zukunft des Podcasts. Ab 3 Dollar zum Beispiel. Den Satz, genau. Den Satz lassen wir bald weg, weil es macht bei dem aktuellen Dollar-Calls mit dieser ganzen Problematik eigentlich erst ab 3 Dollar. Nein, aber wie gesagt, ich sage immer, wenn jeder Hörer einen Dollar zahlen würde, wären wir glückliche Menschen und könnten was ganz anderes machen. Deswegen sagen wir es noch, aber zum Beispiel, wer jetzt Robin hören möchte, der kann das ab einem 3-Dollar-Patch machen. Oder Patrick hören möchte, wie er am Pranger steht und von Wolfgang in schlimmster Form gequält wird. Wobei, die Kofferpack-Geschichte fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja, ja, genau. Die blauen Augen von Mordip. Ich weiß. Ich habe nicht verstanden, was ich dort gesagt habe, aber ich habe irgendwas gesagt. Und du warst gut. Patrick, einfach gut. Ja, aber ich wusste nicht, was ich eingepackt habe. Das musste ich mir alles erklären lassen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also, wer da mal reinhören möchte, auf Patreon.com nach RetroKompott suchen. Bzw. Schrägstrich RetroKompott. Und man ist direkt dort. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen machen Robin und ich dann nochmal eine Extra-Folge, die man dann sich nochmal anhören möchte, weil wir haben wirklich so viele Ideen. Damit wollen wir euch hier gar nicht jetzt schon belasten. Das machen wir mal als Extra-Thema. Und wo ich gerade das Wort Thema sage, habe ich doch eine schöne Überleitung gefunden zum Thema der heutigen Ausgabe. Und das nach knapp einer Stunde. Wollen wir doch mal zu den Retro-Facts kommen und gucken, ich wollte gerade sagen, wie lang das Megadrive wird. Nein, das wissen wir schon. Das ist viel zu lang geworden. Aber der zweite Teil kommt nämlich heute. Fast drei Meter. Retro-Facts. Das heutige Thema. Ja, es geht weiter mit dem Megadrive, haben wir ja schon gesagt. Oliver, Andreas und Robin waren aktiv und haben natürlich auch einen wunderbaren Mittelteil herausgearbeitet, oder? Erzählt mal, wisst ihr das noch? Könnt ihr euch noch erinnern, was wir in der Mitte gemacht haben? Ich glaube, da waren wir immer noch bei den Spielen. Ich glaube, wir hören erst mal rein und dann reden wir noch mal kurz. Ich glaube, wir hören erst mal rein, was ihr gemacht habt. Ja, die unendliche Geschichte von Sega geht in die zweite Runde und ja, letztes Mal ging es schon ein bisschen um die Spiele und heute geht es da richtig weiter, denn es gibt so viele Titel, die erwähnenswert sind und ich bin schon gespannt, was sich die drei Jungs da ausgedacht haben und ich hoffe, auch dieses Mal sind unsere Spezialisten Oliver und Andreas in der Leitung und der Zwischenfrager Robin. Ich hoffe, ihr seid alle da. Ja, natürlich. Natürlich. Voller Energie. Ja, dann wünsche ich euch die Energie, dass ihr genauso weitermacht wie letztes Mal und uns in die Spielewelt des Segas weiter einführt oder entführt, besser gesagt. Und rein da. Los geht's. Jetzt lasst uns wieder zu einem, zu guten Spielen kommen und zwar die beiden herausragenden Disney-Spiele auf dem Megadrive Castle of Illusion und World of Illusion. Die zwei sind ja grafikmäßig der Hammer. Nehmen wir Quackshot. Mickey Mouse. Quackshot nehmen wir ruhig auch. Quackshot nehmen wir auch. Ja, Quackshot auch. Kann man da in einem Atemzug mitnehmen. Castle of Illusion. Was da Abwechslung geboten wird. Total süße Intro-Sequenz. Mickey Mouse extrem schön animiert, eben schon fast in die Richtung Max Fleischer-Stil der 50er-Jahre. Noch die schöne rundliche Form. sehr animiert, wenn man stehen bleibt, dass er mit der Hüfte wackelt, dass er zwinkert. Es ist einfach nicht ein starres Breit, sondern da bewegt sich was. Die Hintergründe sind fein animiert auch. Sehr alles schön geseichnet. Es gibt unterschiedlichste Welten, durch die man durchgehen muss. Also extreme Abwechslung und Steuerung auch sehr präzise, sehr gut zu machen. Wie du hast schon vorher gesagt, man muss doch zum Draufspringen das Übliche, aber halt mit einer eigenen Pose. Aber was für damalige Verhältnisse ja extrem leicht, fast schon lachhaft leicht und für heutige Verhältnisse eigentlich ein sehr schönes Spiel, um es auch für Jüngere zu spielen. Und wenn man mit Jump'n'Rance, die schöne Jump'n'Rance, wie man gern Cuphead hätte, aber das geht ja nicht, weil die unglaublich schwer ist, das kann man wirklich spielen. Es ist relativ simpel, es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade und damit der normale Schwierigkeitsgrad lässt sich wirklich gut spielen. Den Nachfolger des World of Illusion, würde ich sogar sagen, ist sogar noch eine größere Empfehlung, wenn man eigentlich ein sehr, ja, das ist nicht sehr herausfordernd, das ist sogar ziemlich einfach vom Spiel her, nur das ist halt, wenn man meinetwegen mit Kindern was zusammenspielen möchte und die sind meinetwegen noch nicht so auf dem Skill-Level, dass sie irgendwie alles so durchziehen können, und es ist sogar noch hübscher als der erste Teil. Und was auch beim zweiten Teil noch hinzugekommen ist, es hat einen Kooperativ-Modus, wo man, einer spielt Mickey, einer spielt Donald, wo sich die beiden Spielfiguren auch gegenseitig helfen müssen. Also es ist ein Spiel mit einer unheimlichen, positiven Aura. Das stimmt, ja, also mit Kindern wirklich zu empfehlen, ich freue mich schon, wenn mein Großer soweit ist, dass wir uns das geben können. Auch für mich, muss ich sagen, also das war schon immer einfach die Lizenz, die Disney-Lizenzen in der Form, in der Qualität umzusetzen. Ich weiß jetzt auch nicht, da gibt es ja noch mehr von den, auch von den neueren Filmen, das ist halt noch das alte Disney irgendwie gefühlt, das ist also, da ist auch selbst Quackshot, obwohl Quackshot schon gar nicht mehr das alte Disney ist, das ist ja eigentlich schon dieses Neue, auch mit den, Ja, aber mit den Geistern und so, das erinnert einen schon so ein bisschen noch wieder wie diese 60er-Jahre-Cartoons. Genau, also irgendwann fängt es bei mir an mit dieser Gummibärenbande, die ich auch jedes Mal, wenn ich das irgendwo in einem Forum lese, wo sie sagen, oh, könnt ihr noch an die Gummibärenbande, da sage ich mir, das ist doch kein Disney, das ist irgendwie Popcorn, irgendwie schlecht für Amerikaner isiert mit chinesischen Zeichnern ganz schlecht gemacht. Na gut, aber es ist halt, diese Spiele sind für mich noch einfach, die kannst du auch noch in 40 Jahren oder 50 Jahren spielen, weil diese Figuren sind dann noch bekannt und dieser Grafikstil ist so klar, so nett und so lieb gemacht, das Spiel hat keine Hinterhältigkeiten, das Spiel hat keine, eigentlich fast ein bisschen Nintendo, ein bisschen so bieder wie Nintendo. Ja, Was bei Quackshot noch so ein bisschen das Besondere ist, das hat auch, das hat jetzt nicht so diese Sprungmechanik, es hat so eine, man wirkt da mit so einem Stöpsel, der normalerweise für Klorreinigung benutzt wird und was halt ist es halt, man kann die Gegner auch nicht töten, man kann die Gegner nur einfrieren. Wenn die einen Stöpsel haben, dann fangen die kurze Zeit an zu zittern und während sie zittern, lassen sie einen in Ruhe. Und was man mit diesen Stöpseln auch noch machen kann, wenn die sich an einer Wand festhaften, dann sind das für dich irgendwelche Möglichkeiten, um irgendwelche Hindernisse zu überwingen, um darauf hochzuspringen. Was ich sehr nett fand an Queckshopper auch noch, das war die Art, wie die Level designt waren, weil das war nicht so linear. Die haben, der Ablauf war vielleicht schon linear, allerdings war es dann so, man hatte dann bei bestimmten Sachen, um da weiterzukommen in einem Level, kriegte man eine Aufgabe und da musste man halt erst in ein anderes Areal fliegen, um da halt einen Gegenstand zum Beispiel freispielen zu können oder ähnliche Sachen. Das hat das ganze Thema doch ganz gut aufgefallen. Eine tolle Reihe und mit Sicherheit auch nicht unbezahlbar. Ich finde das immer so, die hat sich natürlich auch häufig verkauft. Das ist natürlich ein Vorschlag. Ja, die gibt es wirklich ganz oft und auch wirklich für wenig Geld. Zahlt sich wirklich aus. Ja. Hast du Rista gespielt? Oder, Andreas? Bitte? Hast du Rista gespielt? Rista, nein. Ich habe es mir traurig genommen, weil es erscheint sehr häufig auf Toplisten. Es wirkt irgendwie, wenn man es spielt, so vom Spielfluss her, irgendwie wie so ein Mittelding zwischen Sonic und Castle of Illusion. Es ist ein bisschen schneller als Castle of Illusion. Es ist auch ein bisschen anspruchsvoller alles. Die Grafik erinnert aber sehr, sehr stark an den Igel. Nur, dass man hier in diesem Fall einen laufenden Stern spielt. Und es hat eine interessante Mechanik, um sich Gegner zu erwehren. Und zwar Rista ist am Rumgrabschen. Also der zieht sich Gegner quasi. Man geht auf den Gegner, man hält das Steuerkreuz in Richtung des Gegners und der Aktionsknopf lässt dann quasi die Hände vorspringen, holt den Gegner zu sich ran und er macht den Gegner quasi in einer Dash-Attacke glatt. Ein Headbanger-Richtigen, ja. Ja, ja, genau. Und die gleiche Mechanik nutzt das Spiel aber auch dafür, um zum Beispiel an Hindernissen hochzuspringen. Oder man kann auch an diversesten Gegenständen hochhangeln, an Vorsprünge hochhangeln und ähnliche Sachen. Das hat auch einen recht abwechslungsreichen Spielablauf. Weswegen ich das nicht ganz so viel gespielt habe, ich empfinde, das Spiel hat nicht so einen angenehmen Flow wie halt die Disney-Spiele oder Sonic. Es ist halt bei mich immer diese Bewegung und dieses Experimentieren mit der Bewegung, das zieht mich immer ein bisschen raus. Es gibt auch ein ähnliches Beispiel, dass es sich nach einem kurzen Sprung aus 32X bei Knuckles Chaotix, da ist das, da habe ich das auch ähnlich im Gefühl. Knuckles Chaotix hat auch eine sehr ungewöhnliche Spielmechanik und zwar spielt man da zwei Figuren und während bei Rista die eigene Figur quasi durch die Schubwirkung, durch dieses Grabschen und Schleudern sich nach vorne bringt, sind bei Knuckles Chaotix zwei Spielfiguren miteinander verkettet und die kommen dann zum Beispiel durch solche Mechaniken wie Schleuderwirkung des Anhängenden, des eigenen Anhängsels dann irgendwie nach oben. So ähnlich wie beim Spiel Thrust auf dem C460. Wer mal etwas ungewöhnliches spielen will, der kann sich diese beiden Sachen gerne mal angucken. Also sie sind durchaus empfehlenswert. Mein Fall war es so ein bisschen nicht, weil sie halt, die sind nicht so schnell. Also die wirken zwar schnell, aber sie sind es nicht. Weil durch dieses Experimentieren mit den eigenen Fähigkeiten wird da doch immer zwischendurch Tempo rausgenommen. Ja, das nächste Spiel, das habe ich schon mal gehört. Ich habe es auch nicht gespielt. Geht es um einen dicken Elefanten. Der dicke Elefant. Roll to the rescue. Roll to the rescue. Ein Spiel mit einem riesigen, ein hervorragendes Spiel mit einem riesigen Designfehler. Roll to the rescue ist eigentlich ein Spiel, weil es ist total ideal für Leute mit Kindern, würde ich sagen. Also es ist total kindgerecht, total niedlich auch, weil es ist ganz, ganz normales Jumpman mit man läuft durch die Level, man hüpft halt auf die Gegner drauf, um sie quasi Platz zu machen wie bei Super Mario. Der Clou an der Sache sind halt, dass es immer wieder Hindernisse in der Welt gibt und die kann man nur überwinden, indem man seine Freunde befreit. Und das ist dann sowas wie halt Maulwurf. Ein Maulwurf kann halt sich durch Erde graben oder ein Kaninchen. Ein Kaninchen kann unheimlich hoch springen oder ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen kann hochklettern an irgendwelchen Bäumen und so. Und durch diese Kombination entsteht halt ein sehr, sehr angenehmer Spielfluss. Das Ding ist auch technisch sehr gut. Es sieht auch sehr, sehr niedlich aus. Die Musik ist kindgerecht. Der Designfehler ist, das Spiel ist nicht klein. Man spielt nämlich in diesem ganzen Level irgendwelche Puzzleteile frei. Diese Puzzleteile gehören zu der Levelkarte. Also man spielt sich quasi die Levelkarte frei. Und es gibt insgesamt 100 verschiedene Puzzleteile. Jetzt habe ich zwar gesehen, dass es Speedrunner gibt, die es geschafft haben, dieses Spiel in unter zwei Stunden durchzuspielen. nur, man kann nicht speichern. Man hat 100 Level und man kann nicht speichern. Man hat 100 Level und man hat kein Passwortsystem. Man lässt die Konsole tagelang an. Wie bescheuert ist das bitte? Das ist das perfekte Spiel für einen Emulator, was so eine Snapshot-Funktion hat. Klar. Und es sieht wirklich toll aus. Die Animation ist so kindgerecht. Die sehen so niedlich aus, die Figuren. Knupfig. Allein schon, wenn der Elefant fliegt, dass es sich aufbläst. Toll. Ja, also ein ganz tolles Spiel mit einem eklatanten Programmier-Defekt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich konnten sie einfach die Level dann nicht, hätten sie die Level durchnummerieren müssen. Ich weiß es nicht. Aber, ach, das ist eigentlich ein Traum. Solche Spiele sind echt immer super. Mich ändert es manchmal so ein bisschen, ach so, jetzt verstehe ich auch. Okay. Mich ändert es ein bisschen an The Lost Vikings, was auch nur dann im Gegenteil dazu halt manchmal extrem schwierig ist. Oh ja. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber wenn ich mir so das Spiel auch mal angucke, ich fand das, wie du schon sagst, unübersichtlich. Und die Level sind ja teilweise hunderte Meter hoch. Also nachher zu wissen, wo man da hinkommt, finde ich ein bisschen schwierig. zum Abschluss für diese Kategorie wären noch so, ich weiß jetzt nicht, ich habe die teilweise auf dem Megadrive gespielt, allerdings geht es darum, es sind alles Empfehlungen, die auch hauptsächlich auf die Mega-CD gehen. Misadventures of Link hat das außer mir von uns noch jemand gespielt? Andreas, hast du das gespielt? Misadventures of Link hast du oder es gibt auf dem Super Nintendo ein recht ähnliches Spiel, das ist Circus Mystery mit Mickey Mouse, was auch eine ähnliche Mechanik hat, dass man irgendwie beim Jump'n'Run Gegenstände aus dem Level nimmt und schleudert die auf die Gegner, um sie platt zu machen. Was zum Beispiel auch ist, du kannst halt einen Gegner auf den Kopf springen, dann sitzt der dann da rum und ist benommen und du kannst den Gegner halt in die Hand nehmen und wenn du ihn dann halt durch die Gegend schleuderst, dann wirbelt der ähnlich wie der Test von den Looney Tunes dann halt die Gegner, die ihm im Weg sind, herum. Und das Ganze allerdings mit so Side-Strollen und Leveln so ähnlich wie es halt bei Castle of Illusion der Fall ist. Das Ding hat eine der schönsten Grafiken, die man auf dem Megadrive überhaupt zu Gesicht bekommen kann. Und das ist eigentlich auch hauptsächlich die Empfehlung, deswegen wer ein wirklich bildschönes Spiel sehen will, was man mit 64 Farben beziehungsweise es sind nicht 64, es sind 61 Farben, die man sehen kann. Wenn man sehen will, was man damit anfangen kann, muss man sich dieses Spiel angucken. Und dann noch so zum Abschluss ein Disney-Spiel, was nicht von Sega selbst produziert wurde in der Richtung. Was aber auch toll ist, nur es fällt so ein bisschen aus dem Rahmen aufgrund des Schwierigkeitsgrades, das ist Mickey Mania. Das ist nämlich von diesen ganzen Titeln, die eben schon angesprochen wurden, das Mickey-Maus-Spiel, was man wirklich nur als fortgeschrittener Gamer sich geben sollte. Das Ding ist nämlich triple hart. Aber trotzdem wunderschön auch. Es hat sehr, sehr nette Ideen. Es versetzt so vom Setting her, während die anderen so Mickey 60er-Jahre sagen, würde ich sagen, das hier ist so ein Mickey von den Anfängen 40er, 50er-Jahre von den Cartoons her, was es so darstellt. Eine sehr bewegliche Mickey, ne? Ja, genau. Sehr schönes Spiel. Ja, und WandaDocker, ja, genau. Und WandaDock, das habe ich auch haben wir, glaube ich, sogar im Laden Original eingeschweißt. Ich könnte noch nicht mal sagen, was das ist. Eigentlich ist es traurig, dass man sich mit vielen Dingen nicht beschäftigt, wo du mir das jetzt hier in grün markierst und sagst, das muss man sich angucken. Ja, es ist halt ein sehr schönes Spiel. Also ich habe es, ich habe mir das Ding deswegen notiert, weil ich habe es tatsächlich selber auch nicht gespielt. Es gab es das für ein Megadraft und auch nur als Mega-CD und für Amiga. Fürs CD32 gab es, das meine ich auch. Es ist halt ein recht normales Jump'n'Run, aber sehr, sehr, ja, es ist halt die klassische Core-Qualität, Core-Design, die damals so Sachen auch gemacht haben, wie Chuck Rock, besonders das Son of Chuck war ja sehr gut. Und in diesem Stil war auch das WandaDocker halten, so vom spielerischen her und deswegen das sollte man sich durchaus anschauen. Hat auf jeden Fall, wurde sehr wohlwollend auch von der Presse aufgenommen. WandaDock hat vor allem sehr, sehr schöne Hintergründe, sehr schräg, schön animiert, dass er da tut sich, weil es im Hintergrund auch toll ist. Grafik ist wirklich toll, ja. Ja, wir wandern rüber zu den linearen Action-Plattformern. Ich finde das schön, dass dieser Begriff lineare Action-Plattformer, aber ich glaube, das beschreibt auf jeden Fall ein Genre, was auf der Mega Drive extrem viele Spiele produziert hat. Also es gab, wenn ich mal eure Liste hier angucke, und da kenne ich tatsächlich sogar viele von den Namen, weil es sie halt auch teilweise auf anderen Konsolen oder auf Computern gab. Ja, du, Oliver, du hast erzählt, das Shinobi war ja deine Einstiegsdroge und was war damals, vielleicht einfach so als Einstieg, was war damals so unglaublich toll an dieser Art Spiel, dass es so viele Spiele für dieses Gerät gab. Ich glaube, das liegt daran, weil diese linearen Action-Plattformen ist eigentlich ein Thema, was schon zu 8-Bit-Zeiten ganz stark war. Und das war durch die 16-Bit-Hardware einfach die nächste Ebene. Also die haben sich, die Hersteller haben sich wesentlich stärker austoben können. Und gerade so das Shinobi war schon wirklich bemerkenswert. es hatte auch dieses Parallax-Scrolling, es hatte ein sehr arkadiges Flair. Diese auf 8-Bit-Systemen, diese Action-Plattformen, das ist eigentlich auch genau das, was man so immer mitgenommen hat, wenn man irgendwie so ein Actionspiel oder ein Run-and-Gun an einem Spielautomaten gespielt hat, was das ein Spielerlebnis war. Und auf 8-Bit-Systemen wirkten die aber immer noch so ein bisschen wie ein normales Videospiel. Auf dem Mega Drive wirkte das aber wie ein Arcade-Game. Das hatte halt wirklich dieses Feeling rüberbringen können, wie man es vom Automaten her hatte. Und bei der Shinobi-Reihe, drei Titel gab es davon auf Mega Drive, war das schon sehr, sehr stark spürbar. Wie die Level designt waren, die Abwechslung, die da drin steckte, die grafische Qualität war irre. Und was bei Shinobi auch noch hinzukam, es war das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, das Mega Drive kann tatsächlich Musik. Das war das erste Spiel, wo ein Musiker namentlich auch erschien. Das ist der Yuzo Koshiro gewesen. Der Name verfolgt einen auf der Maschine. Jedes Mal, wenn der da was gemacht hat, das hatte Dramatik. Das wirkte wirklich, wie ich eben schon sagte, wie in einem guten Spielautomaten. Ich glaube schon, dass die linearen Action-Plattformer durch den Erfolg auch in den Arcades, das kannte man aus den Arcades, das wollte man zu Hause auch haben. Und der Mega Drive bot zum ersten Mal dann für wirklich die Gelegenheit, das auch zu Hause zu erahnen und zu bekommen. Wirklich kam es dann erst mit dem Saturn. Aber das war schon der erste Ding, weil es waren einfach viele Umsetzungen aus der Arcade, die da mitgebracht haben. Punkte und Leben, die man verlieren konnte, da war es perfekt zum Nachwerfen für die Arcades, also warum nicht auch zu Hause? Was auch sehr bemerkenswert war, meiner Meinung nach, man merkte halt im 16-Bit-Zeitalter auch, diese Spiele hatten einen ganz eigenen Flow. Auf dem Amiga oder C64 fallen mir ehrlich gesagt kaum Titel ein, die einen vergleichbaren Flow entwickeln konnten. Das Turrican war schon so etwas, nur Turrican war jetzt nicht so richtig linear, deswegen der Konzept Name. nur dieses, dass man da so schnell durchrauscht, das ist so dieses Feeling, was man, wenn man etwas weiter in die Zukunft schauen würde, was man später bei Metal Slug hatte, so in diese Richtung ging das. Absolut, ja, das waren die ersten Beginnenden in diese Richtung, ja. Und es gibt so einige Titel da, wo ich jetzt an Gun gesagt habe, so bei Sega von denen, die ich hier markiert habe, da merkt man das volles Matt, ich sag mal jetzt das Gunstar Heroes, das Vectorman und ich nenne jetzt mal den Protector und Robocod versus Terminator. Das sind jetzt Spiele, die haben alle ein relativ hohes Spieltempo, die sind alle extrem dynamisch, bei Gunstar Heroes, da fliegen dir die Explosionen nur so um die Ohren. Die Dinger strotzen teilweise vor Effekten. Also beim Gunstar Heroes, da passieren dann so Sachen, dass dann ein Endgegner sich dann in sieben verschiedene Formen morpht, die du dann irgendwie so am Stück da bewegst oder dass da überhaupt verschiedenste Elemente sind oder auch was da teilweise für Ideen aufgefahren werden. Es gibt ein Würfelspiel in Gunstar Heroes, wo man sich die nächsten Gegner auswürfelt. Wo auch in der Zwischenzeit mal das Genre gewechselt wird, dann hast du plötzlich einen Shooter. Gunstar Heroes ist ein extremes Sammelsurium an Ideen, an Effekten und was ich an Gunstar Heroes extrem toll finde, du kannst dir deine Waffen selber designen. Es gibt so verschiedene Elemente aus deiner Feuereisens und aus denen kannst du je nachdem welche Kombination du davon nimmst, hast du unterschiedliche Waffen. Die kannst du wunderbar kombinieren. Das allein macht Spaß auszuprobieren, welche Gegner ist anfällig, was gefällt mir am besten, ist Laser besser, ist ein Raketen besser, ist ein Flammenwerfer besser, das ist wirklich toll. Es gibt auch einen Zweispielermodus, wo man zum Beispiel auch den anderen Spieler nehmen kann und kann ihn in irgendwelche Gegner reinwerfen, wenn man es wollte. Das ist auch nur was versehen, weil davon hat man eigentlich nichts. Der Zweispielermodus ist wirklich wichtig zu erwähnen, weil der ist dort toll. Und das sind allerdings relativ viele Spiele in dieser Art und Weise, weil das Ganster Heroes, ich habe vorher schon mal erwähnt, dass die Macher davon eigentlich von Konami kommen hat halt auf ähnlichem Niveau auf ein Mega 3 plötzlich was gebracht und das war das Pro Protector bzw. Contra Hard Corps wie es in USA und in Japan hieß und das war auch wenn man die Contra Reihe kennt knüppelhart sehr viel härter geht ja nicht weil ein Treffer man stirbt es sei denn man hat die japanische Version da darf man dreimal getroffen werden Ist das schon ein Live Simulator Ich habe das echt nie verstanden wieso die das gemacht haben weil ich sage mal so ich komme mit der Contra Serie nicht klar die ist mir zu schwer war sie schon auf anderen Systemen ich kam mir auf den NES nicht klar ich kam mit der Super Nintendo Version nicht zurecht und die Megadrive Version die mir persönlich tatsächlich am besten gefällt weil die die meiste Action tatsächlich hat und die auch die brachialst inszenierteste Action hat von allen Teilen die nur das habe ich nie verstanden also auf dem Emulator spiele ich auch nur die japanische Version habe ich gesagt weil also für die Europäer und Amerikaner halt nur die Harten kommen im Garten ein Schuss Töte es Ja das stimmt schon Propotector ist wirklich knüppelhart und dann auch noch ein Schuss tot ist wirklich heftig da ist Metal Slug nicht annähernd so heftig schwer Ja und leichtes Metal Slug auch nicht Nein das auf keinen Fall aber es macht einfach mehr Spaß wenn man nicht jeder Fehler gnadenlos sofort bestraft wird Ja das ja so welchen nehmen wir denn da jetzt mal als nächsten ja ich würde jetzt noch den Robocop versus Terminator vielleicht noch so zum Abrunden von denen weil diese diese Richtung Robocop versus Terminator ist davon so so eine Art erwachsene Version von dieser Run-and-Gun-Action was halt ist man spielt man spielt dort den Robocop und die Gegner sind halt hauptsächlich die Terminator und man muss halt irgendwelche Geiseln befreien um irgendwie zum Levelende zu kommen und am Levelende wartet halt ein Endgegner das ist also ein sehr klassisches Prinzip es ist nur technisch unwahrscheinlich gut gemacht es hat eine sehr angenehme sehr direkte Steuerung und es ist auch ziemlich schwer und was ich wirklich genossen habe war wirklich so dieses dieses Major-Feel also dieses sehr erwachsene Feeling das ist etwas so was man bei Videospielen zu der Zeit nicht oft hatte na es ist schon recht blutig muss man schon sagen also das ging nicht so zerspratzen richtig wenn man sie mit der richtigen Waffe erwischt und die die Optik von Robocop selber er geht zwar ein wenig hölzern aber die die Optik von ihm diese metallische die metallische Oberfläche ist wirklich sehr toll sehr schön gemacht keine Frage also das blutige ist schon es ist auch nie indiziert worden also ich kenne das nicht das stand nicht verrückt also so viele Menschen die das ich kann mich noch dunkel daran erinnern dass in Tests in deutschen Zeitschriften da wurde auch das ziemlich misstrauisch beugt deswegen Flammenwerfer und so ist ja an der nächsten keine netten Waffen da kommen dann keine Blümchen raus keine Blümchen ja habt ihr bei den linearen Actionplattformen die das die Konsole prägten dann noch irgendwas worüber ihr noch sprechen wollt ich hatte ja ja ich glaube da haben wir jetzt so einen habe ich jetzt einmal angesprochen das Vectorman das ist halt so vom Spielablauf würde ich sagen relativ ähnlich wie das Gunstar Heroes es kam damals ein bisschen aus der Masse heraus weil halt die Extras die man einsammeln konnte die eigene Figur verändert haben und dadurch die Fähigkeiten der Figur sich total verändert haben und der optische Stil von dem Spiel war bemerkenswert weil es kam ungefähr zur gleichen Zeit raus wie Donkey Kong Country und genauso wie das Spiel ist dieses Jahr auch komplett mit gerenderten Figuren Rocket Knight Adventures wäre auch noch eine Empfehlung oder wolltest du noch was zu Weckkommens sagen das erinnert mich ein wenig so an Rise of the Robots sowohl das das bessere Spiel ist das ewige gebäschte Spiel ich werde gerade bleich das hat das hat Vector Man nicht verdient das ist echt ganz fies das ist ja echt gemein nein Vector Man gehört zu den besten Mega Drive Spielen das sollte man nicht mit Rise of the Robots in einem Satz erwähnen das stimmt oh Gott oh Gott ja ansonsten von meiner Seite aus noch zwei Empfehlungen das eine ist dieses Rocket Knight Adventures das ist für all die Leute denen Probotector zu hart ist die sollten sich das auf jeden Fall mal angucken das ist man hat da halt nicht so so den martialischen Roboter oder den martialischen Soldaten sondern man hat einen Opossum Ritter und es ist aber auch vergleichbar abwechslungsreich die Action erinnert auch durchaus an diese anderen Konami Titel vom Level Design her man hat ein Schwert mit dem man zuschlagen kann dass man im Nahkampf halt die Gegner stattmachen kann und was auch sehr interessant ist man hat das ist dieser Rocket der im Namen versehen ist man hat einen Jetpack auf dem Rücken der sich diese Konstellation ausgedacht hat einen Ritter mit dem Jetpack auf Opossum Ritter Opossums hängen sich auch immer mit dem Schwanz an irgendwelche Äste das tut er in diesem Spiel nämlich auch man kann sich allerdings über dieses Jetpack auch in alle möglichen Richtungen schleudern das Ding ist extrem abwechslungsreich es hat auch wirklich eine sehr gute Spielmechanik wovor ich ein bisschen wahrniss der zweite Teil der fällt deutlich gegenüber dem Erstlings Werecroff Ab und meine zweite Empfehlung die ich noch nachschieben würde das ist Strider nur damit man es einmal erlebt hat das ist glaube ich aus heutiger Sicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen es ist so der erste ich würde sagen das ist so das erste arcadige Spiel was sowas wie eine filmartige Inszenierung oder sowas ähnliches zumindest versucht hat in der Form dass es gibt ständig neue ikonische Szenen die mehr so mit Edge Film damals verbunden hätte als mit einem Spiel und teilweise sind die Level so unheimlich voll gepackt mit irgendwelchen ungewöhnlichen Settings ich skizziere mal ganz kurz den zweiten Level im zweiten Level fängt man an und wird dann quasi in einer sibirischen Steppe von irgendwelchen Wölfen verfolgt um in eine in einen großen Gebäudekomplex einzudringen in diesem großen Gebäudekomplex trifft man als allererstes auch einen riesengroßen Roboter der aussieht wie ein Affe danach kommt man in eine Szene wo man irgendwie versuchen muss so halbwegs klug über Laufbänder die so kreisförmig rotieren irgendwie hochzukommen um dann direkt in die Fänge des nächsten Mittelgegners zu kommen hat man den Mittelgegner überwunden kommt man an eine riesige Schlucht die man ganz schnell runterrennen muss weil die komplette Schlucht vermint danach hangelt man sich hoch an einem Gerüst was geschützt wird von irgendwelchen Robotern die ständig so Elektronen alles unter Strom setzen was da irgendwie ist hat man das überwunden muss man sich über diverse Flugschiffe hochangeln um dann auf ein riesen Flugschiff zu kommen um dort dann quasi den Endgegner zu bestreiten also sowas haben manche Spiele normalerweise über das ganze Spiel verteilt bei Strider hast du es in einem Lab ich habe immer Probleme mit diesem Spiel gehabt weil der Hauptcharakter so riesengroß ist für mich war das immer so eine Verschwendung wobei auf den Megadrive geht es ich habe auch gelesen dass die Megadrive Fassung mit am besten sein sollen von allen Fassungen aber trotzdem ist das immer so eine Verschwendung von Bildschirminhalt also es ist einfach riesengroß alles aber hat natürlich einen gewissen Anime Stil oder Japano Comic Stil der schon bombig gemacht ist und die Parallax das Parallax Scrolling mit diesen riesigen Hintergründen ist wirklich nett also keine Frage Es gibt halt auch immer diese diversen Elemente wo man irgendwie wo die klassische das klassische oben unten immer gerne aufgehoben wird Ja also was ich halt bei Strider immer fand ist halt es ist spielerisch relativ ja für die damalige Zeit es war nicht seicht das kann man jetzt nicht sagen aber die Spielmechanik ist schon sehr überschaubar was man da eigentlich mit der Figur machen kann und dieses und das stimmt schon also das mit dem Schwierigkeitsgrad der ist auch nicht so ganz besonders gut austariert der schwankt auch und das liegt auch teilweise mit an der Größe von den ganzen Sprints das stimmt Ja ich bin mit Strider auch nie wirklich warm geworden ich kenne auch den zweiten Teil der deutlich schlechter ist und nein ist nicht meins meinst du den zweiten Teil auf Megadrive oder auf der Playstation Megadrive eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten das kann ich wieder bei der Qualität sind doch das ist so das ist weißt du wer das gemacht hat das war tier tags das waren die die amiga und pc version verbrochen die haben von us gold die aufgabe gekriegt einen inoffiziellen zweiten teil von strider zu machen weil sie die Lizenz halt haben weil sie konnten und sie konnten es auch unheimlich gut verwurken also das Spiel ist fassbar schlecht vom level design her es ist so die die ganzen Gegner sind sehr willkürlich gesetzt die das Spiel ist nicht wirklich fair es hat es hat keinerlei Dynamik es wirkt total beliebig überall es ist auch nicht übermäßig gut zu steuern es es macht all das schlecht was den ersten Teil ausgemacht hat und die Gegner sagen wie es ist schlecht es ist wirklich schlecht ich glaube Oliver möchte uns sagen es ist schlecht es kommt gleich durch ich mag es nicht nein ich glaube auch nicht es ist nicht so dein Spiel könnte man fast meinen ja was mir noch extrem auffällt es sei denn Andreas du möchtest noch irgendwas sagen zu dem sehr sehr schlechten Strider 2 oder Strider 1 was wirklich gut ist in dieser Reihe sind noch ganz viele Spiele die ich kenne ich ratter sie einfach nochmal runter weil da halt auch Ranger X drin ist Ghouls and Ghost Moonwalker Toy Story Mega Man Pulse Man Alien Soldier Dynamin Hattie kenne ich jetzt nicht Cool Spot kenne ich natürlich E-Sword kenne ich natürlich Magic Defender Blades of Vengeance das kenne ich wobei das kenne ich nicht aber es sind viele Namen die man klassischerweise als mein Freund hat ein Mega Drive und spielt jetzt Spiel XYZ auf jeden Fall mal gehört hat das ist halt echt eine Reihe die wo die Konsole Fuß gefasst hat wo die wo viele Titel rausgekommen sind wo sie vor allem richtig glänzen kann ja ja klar ja wollen wir uns weiter wagen zu den von euch genannten Action Plattformen Klammer auf Acht Wege Scrolling sucht den Ausgang finde ich sehr gut aber es erklärt es halt perfekt also also dasselbe wie vorher nur ohne das Lineare genau wir kommen jetzt zu der Kategorie die richtig 90er ist also ich glaube das ist genau diese Art von Jump'n'Run oder Tireless Run Gunspielen die in den 90er Jahren richtig groß geworden sind angefangen halt mit Spielen wie Turricant es kann diese Art von Spielen sicherlich auch vorher gegeben aber ich glaube in diesem Ausmaß das war ein 90er Thema absolut gibt es das noch solche Spiele nein ich glaube die die Metroidvanias haben das komplett abgelöst ziemlich ja ich wüsste auch kein bekanntes mehr ich glaube auch warum das in die 90er gekommen ist da die Hardware endlich so weit war das doch wirklich rüber zu bringen ja fang doch mal mit angelehnt ja genau fang doch mal mit eurem Turricant an was ihr hier in dunkelgrün als wichtigstes Spiel angemarkiert habt ja ich habe es eh schon in meiner Liste gleich als erster ziemlich die ersten gehabt Mega-Turricant einfach ein Muss auf dem Mega-Drive weil alles was gut ist am Turricant irgendwie zusammengefasst und eben am Mega-Drive das allein schon macht die Spitze und ja ich glaube Turricant ist jeden der hier zuhört ein Begriff macht Spaß ist ausnahmsorgung zu empfehlen ich kann zu dem Mega-Turricant noch sagen also es war glaube ich so ein bisschen so halbwegs umstritten weil es das erste Turricant auch mit war was so lineare Elemente auch teilweise mit reingebracht hat das ist so das ist so eine kleine Mischung also da werden halt teilweise zwar die klassischen Turricant-Level da halt abfeiert wo man wirklich umsucht und den Level erforscht und gleichzeitig auch versucht den Ausgang zu finden und dann wechselt der halt auch mal ab durch eine Passage wo man einfach nur so eine lange Ebene entlangläuft mit einem Boss-Rush wo man verschiedene Bosse meinetwegen bekämpfen muss oder so das ist nicht bei jedem gleich gut angekommen weil es halt ein bisschen auch die Serie in eine Richtung bewegt hat die dann nicht jeder gerne sehen würde ich muss aber sagen es ist tatsächlich das Turricant auch wenn ich den zweiten Teil etwas lieber mag welches ich glaube ich im Laufe der Zeit am meisten gespielt habe weil es ist für mich das zugänglichste Turricant Jo kann ich nur unterschreiben es bietet eben Abwechslung man hat nicht nur ständig die Wege sondern muss auch mal geraden und ein wenig schlaufförmiger aber es ist für mich einfach mehr ein bisschen mehr Abwechslung vom Design her Ja Ihr habt da noch viele andere Spiele die auch Klassiker eigentlich sind das ist halt ein Bereich der Besonders erwähnenswert Earthworm Jim der unglaublich fein animiert ist und selber den Charakter an der Füße mag ich nicht besonders weil er ich finde fies ausschaut aber die fliegenden Kühe und die Animation sind einfach toll und das zweite Spiel das ich wirklich herausheben will weil es so wie Mickey Castle of Illusions ein zweiter einfach unglaublich schön animiert ist Aladdin das ist auch wirklich schön Beide vom gleichen Programmierer und beide von Dave Perry Das sieht man Ihnen von der Animation her an Dave Perry ist eine Ikone der Videospiel Geschichte normalerweise fehlt jetzt in diesem Moment Fabs für seine Laola-Welle weil der Mann ist bekannt geworden auf dem Amstrad CPC der hatte damals den berühmt berüchtigten Flammenwerfer Träger Trantor Ach das ist der Trantormacher genau er ist der Trantormacher und der hatte auch noch so ein paar andere Spiele gemacht für Virgin ich glaube das dritte wie hieß das hier dieser Pilot of the Jungle Pilot of the Future denn der das dritte denn der hat auch und ein Spiel namens Savage und danach ist er halt so Megadrive übergewechselt hat auf Megadrive halt nur diese Art von Action Plattformen gemacht Aladdin war mein ich sein zweites oder drittes das Cool Spot war auch von ihm ah ja ja klar und Aladdin war dann halt glaube ich das das kam direkt nach Cool Spot und bei Aladdin war jetzt auch noch das Besondere dass da Disney Animateure mit dran gearbeitet haben und das merkt man den Dingen an das ist unglaublich gut von Aladdin wie aus dem Disney Film direkt entlehnt sein es ist butterweich animiert tausende Bewegungsphasen alle Gegner sind extrem schön animiert und wirklich schön ja und Earthworm Jim war halt das Angenehme noch weil das war als ich Dave Perry selbstständig gemacht hatte mit Shiny Entertainments und ja hat dann auch gleich so einen Kracher losgelegt also ich kann mich auch nicht so selber entscheiden ob ich Earthworm Jim oder Aladdin lieber mag ich glaube ich neige eher dazu heutzutage eher Aladdin zu spielen ich Andreas den Earthworm Jim den fand ich auch noch nie toll also erstmal sieht er böse aus und dann ist die Vorstellung dass irgendein Wurm in so einem Anzug mein Charakter sein soll fand ich immer ein bisschen sehr strange ich liebe Aladdin den Disney Film und deswegen ist das Spiel einfach für mich der Traum Earthworm Jim mochte ich gerne wegen dem Humor ich liebe dieses Absurde was dieses Teil an jeder zweiten Ecke hat er ist sehr schräg ja und das gab es tatsächlich als einer der wenigen Spiele dann auch auch gleich als PC Umsetzung ich weiß gar nicht das ist glaube ich wirklich durch viele Systeme gegangen oder Playstation hat es glaube ich auch gehabt Nintendo 64 kann mich jetzt nicht dran erinnern da gab es den bösen dritten Teil ja das gelbe Cover oder dunkel hellgrünes Cover ja ich erinnere mich das war nicht mehr so richtig gut dieser missglückte 3D Versuch genau oh ja ach das war ja 3D oh Gott den Donald Duck den ihr hereingeschrieben habt Donald Duck und Maui Mallard den habe ich auch noch nie gehört also ich vermute Geheimtipp alles klar erzähl was ist daran Geheimtipp Geheimtipp es ist von Disney auch es ist auch genauso toll animiert wie die anderen Disney Spiele ich fand es deswegen so schräg du spielst Donald Duck in so einer klassischen Geistervilla und diese Art der Inszenierung wie das dort gemacht ist ich habe ja eben auch schon diese Disney Spiele mal so in gewisse Zeitalter eingeteilt und dieses Maui Mallard das erinnert mich total an den Stil wie in den 80ern ja das ist ganz typisch 80er und normal du hast und Donald hat quasi ein alter Ego Donald ist entweder jemand der irgendwie auf Maui seinen Urlaub macht so richtig mit Hawaii Hemd und so und sein alter Ego ist ein Ninja damals mussten überall Ninja sein 80er ohne Ninja geht halt nicht und und der gesamte Spielablauf das ist das erinnert schon sehr stark an solche Titel wie halt ja das Gargoyle zwar auch so ähnlich was sie dann später noch gemacht haben ist auch nicht so sehr bekannt aber auch diese ganzen Sachen wie Jungle Book oder auch dieser Stil wie es in Aladdin war oder noch noch stärker wo es womit ich es eher noch vielleicht vergleichen würde das ist das Pitfall Merian Adventure so so in dieser Richtung dass man eigentlich durch durch Level die wo man erstmal den Weg mehr so sucht was ich halt sehr schön finde an dem Maui Mallard ist halt der Stil das ist alles so ein bisschen mysteriös die Gegner mit denen man zu tun hat sind so 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 halbgruselig sind zwar typisches Disney Universum aber zwielichtig böse so die dann so wirken und das macht einen unheimlichen Charme bei diesem Spiel aus derjenige der das nächste Spiel in der Liste verbrochen hat der muss mir mal erklären warum das Spiel gut sein soll ich hab das früher gehasst wie die Pest das Megadrive Ghostbusters ich mag es total gerne echt warum denn es ist ein frühes Megadrive Spiel nein ich ich mag es total gerne weil ich finde das ganze Level Design war sehr gelungen und ich fand es auch angenehm vom Spielflow es ist jetzt etwas anders weil die meisten Ghostbusters die man so kennt sind ja eigentlich so die von den Heimcomputern damals dieser Teil von David Crane wo man mit dem Auto durch die Stadt fährt und dann halt so mit zwei Leuten dann versucht die Geister zu fangen und das Megadrive Ghostbusters ist eigentlich so ein Sidescrolling Teil und was ich halt ganz angenehm finde ist es es baut auf solchen Sachen auf solchen Ideen aus wie wir bauen ein paar fiese Fallen in die Level so Dinger die einen ständig überraschen und da wirklich ja in so Situationen in denen man schwer ausweichen kann aber es bleibt trotzdem spielbar und es es hat für mich einen sehr eigenen Charme es hat vor allen Dingen es fängt vor allen Dingen diesen Charme an der frühen Megadrive-Spiele also ich kann mit dem mit dem Stil überhaupt nichts anfangen das ist für mich diese Javi-Heads sind für mich total abstoßend die na unmöglich aber wenn das Spiel gut ist ich kann es nicht spielen die Charaktere haben in Relation da ist der Kopf so groß wie der restliche Körper und das sind halt die Original die Originalcharaktere von Ghostbusters aber halt in so einer seltsamen Comic-Stil ach ja ich ich mag es nicht also das ist für mich optisch ein No-Go da würde ich das Spiel halt schon deswegen nicht spielen weil ich die Optik nicht mag ich liebe die Filme die ersten beiden und ich mag auch die Umsetzung für den C64 und ich glaube für das Master-System eben dieses Bekannter wo er mein Auto fährt die Geister einsorgt und dann links und rechts die Leute hin und schau spiele ich sehr gerne aber nein das geht nicht ich weiß nicht ich hatte das von Anfang an eigentlich sehr gemocht weil es halt auch wirklich das ist sehr straightforward es ist leicht zu verstehen ich mochte auch diesen es hat so einen leichten 8-Bit-Charme was das Level-Design halt angeht und was ich halt auch denke es repräsentiert halt auch wirklich diese erste Serie von Spielen die die ersten zwei Jahre für das Mega Drive so rausgekommen sind absolut ja die nächsten beiden würden noch ganz kurz das sind eben wie wir gleich am Anfang gesagt haben viele Disney-Filme viele Disney-Spiele Jungle Book und The Lion King fällt genau in dieses Ding auch rein man hat manchmal ein bisschen das Gefühl dass es nur wenig verändert worden ist also das Spiel eigentlich eins zu eins dann halt das Spiel-Design komplett übernommen worden ist die Engine dasselbe ist und dann einfach nur die Charaktere rumgezeichnet hat nichtsdestotrotz sind es super Spiele ne ja das stimmt schon sie sind sie sind immer noch gut wie gesagt aber alle denen und gerade die Mieke-Spiele stechen da wirklich raus ja und dann habt ihr noch ein Mega-CD-Titel noch dazu gepackt den ich persönlich auch nie so richtig mochte ich fand den Charakter bei Chuck Rock immer so ein bisschen schwierig den ersten Teil mochte ich auch nicht aber den zweiten also das Son of Chuck das fand ich toll Son of Chuck spielt man halt auf das Baby weil der der Chuck Rock der war mir als das ist glaube ich auch Core ja genau der der Charakter ist einfach hässlich das ist einfach ein irgendein ein monströser Höhlenmensch der irgendwie seine Hände schleifen über den Boden ich also was Nettes dann lieber das Baby dann habt ihr recht dass das Son of Chuck ich finde es auch besser zu spielen weil was ich bei Chuck Rock beim ersten ich hab das auch zwar eine Weile gespielt ich fand das ganz nett weil ich bin totaler Dino-Fanatiker und jedes Spiel wo Dinosaurier rumlaufen hat bei mir schon mal einen Stein im Brett und was allerdings bei Chuck Rock doof war das ist halt die Attacke mit der man Gegner eigentlich bekämpft das ist man man bringt da quasi seinen Wohlstandsbauch in Ballung und durch dieses Geschwabbel wird quasi sozusagen die Gegner platt gemacht ich weiß nicht ob vor Wucht oder vor Schreck jedenfalls bei Son of Chuck ist es du hast eine Keule und das ist so so herrlich wie bei den Feuersteins der Bam Bam ungefähr ja das stimmt könnte eins zu eins der sein ja und durch diese Keule durch diesen durch diesen Schwung der Keule hast du eine ganz andere Spielbarkeit schon mal weil du kannst es besser einschätzen und das ist auch sehr abwechslungsreich gemacht und das ist ja auch schön wie er die Keule hinterher schleppt weil das ist ja noch ein kleines Kind und die schleppt diese Keule hinterher die ganze Zeit das ist echt schön was ich ganz toll finde an dem Spiel ist dass da technisch halt einige Momente richtig aufwendig gemacht worden sind wo sich große Texturen durch das Mega CD durch die Fähigkeit bewegen also da sind so ein paar Momente drin da bewegt sich so ein Baum das ist wirklich optisch toll wobei so eine Art naja damit das ein bisschen lebendiger wirkt haben sie so eine Art Dithering drin also so ein dass die Texturen so gelöchert werden damit sie ein bisschen plastischer aussehen finde ich wirkt manchmal ein bisschen schwierig ja ja im Großen und Ganzen ein sehr schönes Spiel auch richtig das kann ich halt auch offen Amiga ist natürlich die Grafik ein bisschen schwächer aber klar keine Frage ein Spiel was ich was halt sich über die Jahrzehnte immer durchzieht was bestimmt noch mal wieder ein Remake bekommt ist das Pitfall Mayan Adventure fürs 32X wer von euch hat das eingetragen oder kennt ihr das beide ich habe es ich habe es schon gespielt aber nie so irrsinnig intensiv ich finde es aber trotzdem einen sehr sehr relevanten Titel aus der Zeit weil es mit einem unheimlichen Aufwand produziert wurde es ist meiner Meinung nach das einzige Gegenstück zu zu den Disney Plattformen die zusammen mit Virgin produziert wurden wo man ein vergleichbares Niveau bei der Animation und auch beim Spielablauf erreicht hat es ist mit sehr viel Liebe auch zur Serie selbst ganz abgesehen davon ist es das erste Pitfall was eine akzeptable Grafik damit mag es mit Sicherheit recht haben ja der Charakter sieht auch so ein bisschen ich finde aus wie der wie heißt der bei Aladin der Hauptcharakter der sieht eigentlich so ein bisschen so aus also der könnte eigentlich auch den Aladin in zwei Jahre älter ein bisschen so aber das das Scrolling sieht schon Zucker aus es ist schon ein nettes Spiel aber wie gesagt das habe ich auch das ist halt eine Phase wo 1994 da wollte ich glaube ich solche Spiele nicht spielen ich habe das alles gar nicht mehr dann gesehen das ist natürlich Irrsinn dass sich jemand auch die Mühe macht dann für das 32X so ein klassisches Jump'n'Run zu produzieren mit dem Aufwand das gab es aber auch für Megadrive also das das ist nur die 32X Version die profitiert halt von den vielen Farben ja dann mit der Dschungel ein bisschen grüner aussieht und nicht so eintönig nicht so Comichaft ja wenn ihr nichts weiter zu den Action-Plattformern Achtwege-Scrolling sucht den Ausgangsspielen habt würde ich gerne ins nächste Genre gehen damit wir die 25 Folgen noch schaffen und zwar habt ihr aufgeschrieben Action-Adventures Metroidvania ein Spielgenre was ich nur sehr wenig gespielt habe aber ihr werdet es lieben weil ihr habt viel Grün hier hinterlassen ja die wichtigsten Dinge haben wir schon in unserer Anspiel- und Empfehlungsliste schon drin gehabt im Soleil Landstalker Story of Thor die sind einfach ja Klassiker die man gespielt haben muss auf dem Megadrive und die ja spielen einfach spielen was man vielleicht auch noch sagen muss ist halt weil meistens werden ja diese Metroidvanias immer mit entweder mit dem namensgebenden Metroid oder halt Castlevania aus der Playstation-Ära eigentlich verbunden die gab es allerdings vereinzelnd auch schon vorher diese waren nur nie so ganz abgegrenzt deswegen habe ich hier auch diesen alten Begriff Action-Adventures da mit drin denn wenn man sich mal sowas anguckt wie das Echo das ist ein ganz ganz spezielles Ding wo man einen Delfin spielt der seine verschwundenen oder seine entführten Familienmitglieder oder Freunde wieder befreien soll wo man wo man eine Unterwasserwelt erkundet wo wo man sich mit anderen Figuren also mit anderen Unterwasser Lebewesen unterhält über so eine Art Sonar und trotzdem das genauso funktioniert wie bei einem Metroidvania dass also bestimmte Bereiche sind am Anfang einfach nicht zugänglich und die die werden eigentlich durch den eigenen Spielfortschritt irgendwann erreichbar das ist das ist schon eine sehr bemerkenswerte Serie die mit Sicherheit nicht jedermanns Sache ist weil das Spielgefühl ist auch recht entschleunigt das ist nicht so ein actionhaltiges Spiel ich würde es auch schon fast in die Adventure-Richtung bringen auch wenn es teilweise Gegner gibt es gab drei Teile davon den dritten Teil habe ich hier zwar nicht erwähnt weil der qualitativ nicht ganz mithalten kann das Junior aber insbesondere der zweite Teil Echo ist ist ich muss zugeben die Echo Reihe habe ich obwohl sie für Sega natürlich schon fast ein Maskottchen ist habe ich bis jetzt noch keinen einzigen Teil gespielt ich habe beide Teile hier als Modul aber bis jetzt konnte ich mich noch nicht durchringen einen Delfin zu spielen Ja es ist allerdings auch mehr so wo heutzutage so diese Marketingabteilung von den Spieleherstellern immer das Wörtchen Erfahrung aus der Ecke kam weil es ist wirklich so diese Art und Weise wie dieses Spiel inszeniert ist alleine deswegen sollte man sich zumindest einmal anschauen Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen besonders weil du meinst es sind eher ruhigere Dinge das ist schon ganz angenehm vielleicht auch mit dem Sohn auf dem Schoß und gemeinsam mal durch die Gegend schwimmen Also ich fand auch damals das Detailreichtum der Unterwasserwelt und das ist halt umso tiefer du kommst umso dunkler wird es auch man irgendwann nur noch mit dem Sonar vorankommt also es ist auf jeden Fall besonders ob es denselben jetzt noch denselben Stellenwert hat wie das das damals hatte wo man das Gefühl hatte Sega stürzt sich mit immensen Aufwand auf dieses Thema Delfin also Echo da war ja überall Werbung ich glaube die Zeitungen waren auch voll davon es gab laufend irgendwelche das gab auch eine Fernsehwerbung glaube also könnte ich mir jetzt einbilden dass ich das damals gesehen habe ist schon gewagt gewesen eigentlich natürlich natürlich ist es kein Fisch aber rein optisch schwimmt man mit einem Fisch durch ja es ist ein Säugetier ich weiß es man schwimmt mit einem Fisch durch Wasser und redet mit anderen Fischen nee ist das interessant eigentlich nicht naja fürs Mega CD gab es ein Hammerspiel und ich könnte mich ja mal aufklären warum das warum ihr das auch fürs Mega Drive hier mit reingenommen habt Flashback ist einfach grafisch sehr opulent ich verwechsel jetzt mit Another World ungefähr finde ich dass es dieselbe Grafik hat vom Ding her vom Stil her wird deutlich grün also benutzt glaube ich für die Musik die CD nicht nur bei Flashback ist es ein bisschen anders bei Flashback ist es auch so dass es gab es auch fürs Mega Drive und die Mega Drive Version ist auch ziemlich vergleichbar mit den Versionen für für Amiga für PC und ähnliche bei Mega CD Versionen haben sie sämtliche Zwischensequenzen als vorgerenderte Videos eingebracht die haben also das ist nicht nur der Soundtrack das ist der Eingangsfilm ist ein anderer aber es ist auch so dass jedes Mal wenn er irgendwie was aufnimmt der Agent und ähnliche Sachen dann kommt da direkt ein Render Video was was in meinen Augen jetzt aus heutiger Sicht so ein kleines bisschen inkonsistent vielleicht wirkt aber von dem Produktionsaufwand kann man durchaus immer noch würdigen denke ich mal auf jeden Fall das Teil also das Flashback selber das war ein revolutionäres Spiel für meine Begriffe es hat halt wirklich so diese diese Grenze überschritten von dieser klassischen Art wie solche Jump'n'Runs oder solche Action-Adventures erzählt werden das hat es vor allen Dingen auch weitergetrieben als Another Wolf was ja eigentlich eine reine cineastische Erfahrung war dagegen hat Flashback das auch zu einem spielerischen Erlebnis wirklich gemacht weil diese gesamte Art wie diese Plattform-Level es ist noch kein Metroidvania es waren immer noch abgeschlossene Level aber wie die gestaltet waren und wie man damit umgehen konnte das hatte schon relativ viel zwar noch von klassischen Plattformen aber auch gleichzeitig diese cineastische Inszenierung gut also ich habe mir das eben mal angeguckt das ist tatsächlich wirkt es auch komplett anders durch diese gerechneten gerenderten Zwischenvideos das hat ja hat ja schon fast was von so Video wie hier wie heißt das ich vergesse jedes Mal wie die heißen diese vorgerenderten Spiele wo man oh Gott du meinst die Space Ace-artigen und die nee 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 Rail 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 so ein bisschen ein bisschen was von Rail Shootern ja ja genau der Begriff der mir immer on Rail bitte was wie was on Rail ja genau also dass man das Gefühl hat man kann nicht mehr von dem der Weg ist so klar dass man halt eh nur in eine Richtung rennen kann klar Flashback ist hat extreme Variabilität und die Animationen sind was ganz anderes aber so ein bisschen wirkt es dadurch halt es ist das ist so dieses 90er Jahre Problem dieses vorgerendert sieht halt heute schlecht aus aber es es wirkt halt schon mal es wirkt schon mal für damalige Zeit muss das natürlich der Hammer gewesen sein dass man da immer eine vorgerenderte Videosequenz bekommt ja ja technisch war das schon beeindruckend einen haben wir noch in dem Shop und das ist die Wonderboy Serie und zwar weil die auf dem Megadrive hauptsächlich bekannt wurde durch die Monster World Spiele zwei Stück und eins ist leider nicht in Europa erschienen leider das bessere von beiden ist nicht in Europa erschienen Wonderboy 5 Monster World 3 das erste Monster World das war Wonderboy Monster Land das gab es auch im Sega Master System und auf PC Engine und das zweite das ist Dragon's Trap was vor nicht allzu langer Zeit als Remake erschienen ist für PC genau ist jetzt gerade auch erst für die Switch herausgekommen da kommt in Kürze für die Switch heraus und das gab es damals auch nur für Master System und für PC Engine und das Dragon's Trap das war das erste von dieser Art Spielen dem man durchaus den Metroidvania Stempel verpassen könnte absolut ja und das Wonderboy 5 hat das halt quasi nochmal geboten in schön es es ist wirklich ein sehr hübsches Spiel also dieser ganze Stil der klassische Wonderboy Stil ist nach wie vor beibehalten was was ich halt an dieser Serie immer sehr gerne gemocht habe das war halt es hat ja immer noch dieses Flair von diesen alten Action Adventures man braucht einen Gegenstand und muss irgendwie weiterkommen man hat jetzt irgendwie eine eine Ocarina es hat eine Ocarina vor Nintendo vor Zelda sowas und muss dann halt Melodien spielen um Türen zu öffnen und ähnliche Dinge oder man wird dann von einer Fee begleitet die dann halt wenn man die Gegner macht auf die Gegner auch einprügelt die Fee macht zwar keinen großen Schaden aber sie prügelt das sind immer so kleine viele nette Details die so in der Serie drin waren die habe ich immer sehr gemocht und ich mochte auch vor allen Dingen diese reduzierte Spielmechanik dass man wirklich nur so man hat ein sehr kurzes Schwert dann kann man irgendwie losspießen und fertig die Reichweite ist halt sehr begrenzt deswegen war das sehr oldschool und gleichzeitig durch dieses durch dieses Metroidvania Prinzip erfrischend zeitgemäß findest du das wirklich dass es so klassisch also für mich ist es eigentlich ganz viele von den ganzen modernen neuen Retro Spielen sieht genauso aus und zwar kein Deut anders ja also es ist eigentlich ist es alles nur noch geklont von diesem von diesem Spiel oder von der Art Spiel es ist alles sieht aus wie geleckt es gibt kein kein Schmutz in den Leveln es sieht eigentlich aus wie frisch aus der Aromaschutzfolie rausgezogen und man läuft über geleckte Steine und prügelt auf knuffelige Monsten rum selbst ein ganz knuffeliger Typ du sprichst mir gerade aus der Seele weil das ist wirklich so ich glaube auch dass diese Monster World Serie einen unglaublichen Nachfall hat bis in die heutige Zeit aber die war nie so bekannt weil wenn du von Metroidvanias oder ähnlichen Dingen sprichst oder auch von Retro Style da werden immer ganz andere Titel rausgeholt aber die Größe des Charakters in Relation zum Level ist auf jeden Fall heutzutage genau das was bei ich weiß nicht wie viel bei Steam jeden Tag 20 neue Spiele die genauso aussehen halt das ist normal und dafür ist dann aber das hier wirklich 25 Jahre alt nein nicht ganz 24 ja mein Lieblingsbegriff tut sich auf ich muss ihn schon wieder sagen die Schmups als Patrick mir das letztes Jahr gesagt hat er hat sich jetzt für Amiga eine Liste mit Schmups rausgesucht da denke ich was ist ach ja Shoot'em Ups die Schmups na gut Schmups 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 wir brauchen keine Vokale mehr alles wird eingemus was soll ich sagen für mich früher eigentlich ein Grund weswegen ich zu meinem Krogladen gegangen bin weil da standen drei Automaten nebeneinander ein Truxton Automat ein Steel Empire Automat und ein oh Gott das dritte weiß ich schon nicht könnte auch könnte auch das Muscha gewesen sein ich glaube das war sogar in Japanisch oder war das Silphied ich weiß er sieben auf jeden Fall waren Muscha gab es nicht als Automat aber es muss es muss irgendwas gewesen sein was ich und ganz definitiv habe ich irrsinnig lang Truxton gespielt als Automat das war das war ein Grund ich habe dann immer die die zwei Mark die mir mein Papa mehr gegeben hat habe ich dann in diesen Automaten gesteckt und das relativ schnell auch verbaselt aber bei einem Schmups kenne ich nicht wirklich viele das ist nicht so mein Genre dass ich gerne spiele ich höre mir das jetzt sehr gerne ich muss mal wirklich probieren Oliver ist der Richtige weil er wird das erste Spiel mit Sicherheit ins höchste loben hat er ja vorhin schon gemacht fangen wir an ja sagen wir mal so die Thunder Force Serie ist die ist wirklich legendär geworden auf dem Mega Drive die gab es schon vorher auf MSX war am Anfang auch kein so lineares Shooter Spiel gewesen es war mehr so ein acht Wege scrollendes shooter und beim Thunder Force 2 ist das auch immer noch spürbar weil da wechseln sich nämlich Level teilweise ab mit Draufsicht und mit Seitenscrollsicht wobei also die Draufsicht Level mir machen so persönlich gar keinen Spaß da blitzt schon bei den Seitenscrollen im Level das raus was allerdings wirklich war Thunder Force 3 das schlug damals ein wie eine Bombe also es war auch schon das ist selbst in den Zeitschriften her das Ding hat wirklich neue Maßstäbe gesetzt kann man sagen das Ding hatte eine sehr sehr klare und gleichzeitig extrem stylische Grafik die wirkte so halb organisch und halb geometrisch so ein Mitteldinger also es war wirklich als hätte sich jemand die Mühe gemacht aus so Mustern Dinge rauszubilden Stein allein die Steinblöcke oder sowas die dann teilweise da waren auch die Hintergründe im zweiten Level obwohl die konnte man wählen in einem dieser Level das war so ein Feuerplanet da der gesamte Hintergrund das waren brennende Feuerschwaden die da waren und trotzdem waren immer die ganzen Gegner die dort kamen klar erkennbar es wirkte trotzdem alles immer gleichartig pompös und was glaube ich diese Thunder Force Serie ganz besonders gemacht hat das war das Waffensystem dass man die zwar Waffen hatte die man auch verlieren konnte wie das halt in anderen Shootern auch der Fall war allerdings man sammelt sich quasi die Waffen erstmal auf Dauer also wenn man eine neue Waffe gefunden hat dann wird die halt mit hinzugefügt zu seinem eigenen Fundus und die kann man dann durchschalten man kann dann halt verschiedene Waffen tatsächlich dann wie man will die kann man auch dann aufrüsten teils und wenn man getroffen wird und die Figur halt das Zeitliche segnet dann verliert man nur die gerade aktive Waffe das nahm diesem Spiel eine Frustschwelle die sonst bei Gradius und Konsorten gesetzt wurde dass wenn man in einem Spätablauf eine Waffe verloren hat dann war das Spiel verloren dieses Feeling hatte Thunder Force nicht und das andere was war du konntest auch die Geschwindigkeit deines eigenen Raumschiffs jederzeit anpassen wie du es wolltest und diese Kombination aus dieser unheimlich gut durchdesignden Action und und diesem sehr flexiblen Waffensystem das hat ziemlich reingehauen vor allen Dingen gehört es auch zu den wenigen Mega Drive Spielen die einen wirklich geilen Soundtrack haben das gilt sowohl für den dritten als auch den vierten Teil und der vierte Teil der bringt das ganze Thema noch so ein bisschen auf die Spitze das ist technisch das bessere Spiel eindeutig von der Aufmachung her auch qualitativ würde ich sagen sind Thunder Force drei und vier absolut gleichwertig nichtsdestotrotz möchte ich von Andreas noch ein bisschen was zum spielerischen Wissen von Zero bringen ja Visieren ist eher ein mittelmäßiger Shooter einer für sich macht schon Spaß von der Geschwierigkeit her Mittelmaß kann man heute ganz gut spielen auch wenn man kein Schmutz Profi ist die Gegner sind ja so bekannt aber wie gesagt das Spiel lebt war für mich immer hauptsächlich die Sache der Übersetzungen die wie gesagt am Anfang das sorgt schon für extreme Lacher und es ist recht bunt das ganze Spiel das ist wie wenn das extrem in die Farbkiste gefallen wäre die Waffen sind durchaus abwechslungsreich und bieten durchaus Erweiterungen wie diese seitlichen Satelliten die am einen sein und dadurch wird das ganze schon deutlich einfacher gemacht ja ich hätte dann jetzt als nächstes Gainoke welches in USA Wings of War veröffentlicht wurde das interessante an Gainoke ist eigentlich hauptsächlich das Setting gewesen würde ich sagen also das ganze wurde mehr in eine Art Mythologie in eine griechische Mythologie gesetzt das ist zwar jetzt auch nicht unbedingt dass es gar keine Spiele gibt die das sonst nicht auch machen ich habe in der Auflistung irgendwo das Felios auch noch von Namco mit reingenommen das hat so ein vergleichbares Setting nur in Topdown Gainoke ist halt von der Seitenansicht es ist sehr düster es ist allgemein so gehalten dass diese ganzen Gegner sie wirken teilweise skurril und düster und dann irgendwo kämpft man dann zum Beispiel als Endgegner auch gegen Neptun man kämpft gegen ein riesenhaftes Gesicht was bei Gainuk halt für mein Empfinden auch ganz clever gelöst ist das extra Waffensystem es ist nicht so sehr variantenreich aber man kann so gewisse Kombinationen machen also man sammelt während man schießt hat verschiedenfarbige Kugeln ein die das symbolisieren und man sammelt wenn ich das richtig gerade im Blick habe bis zu drei von diesen Kugeln ein und darüber werden so quasi die Steigungen der Waffen gemacht und teilweise ja verstärkt sich das und teilweise wenn man die Kombination ein bisschen ungünstig gelegt hat dann hebt sich das auch von den Effekten ein bisschen auf das Spiel berühmt berüchtigt für seinen Schwierigkeitsgrad der in späteren Leveln echt mörderisch ist und ich glaube am bekanntesten ist das Spiel gefordert durch den absoluten Endgegner der letzte Endgegner der aussieht wie ein Penis er hat Penis gesagt ja jetzt wo du sagst sieht der wirklich so aus wir schneiden irgendwann mal ein Best auf aus den Wörtern zusammen die du in den Mund nehmen musst das wird richtig lustig ich habe das nur beschrieben wie es ist okay alles klar ja mach nochmal deine beiden erst Penis jetzt Muscha ich nenne den Zweitnamen von dem Spiel der war Aleste alles Muscha von Compile das war der Nachfolger von Powerstrike Compile hat eine ganze Reihe von Top Down Shootern fabriziert die durch eine relativ verwirrende Namensgebung aufgefallen ist weil man dachte erst dass das Muscha zum Beispiel der Nachfolger wäre von einem Spiel Namen Gunhead auf der PC Engine der Nachfolger von Gunhead ist aber auf dem Super Nintendo erschienen unter dem Namen Super Aleste während Muscha ja Aleste schon hieß aber eigentlich eine ganz andere Spielmechanik hatte das ist so ein bisschen verwirrend nein nein also was auf jeden Fall ist es ein Top Down Shooter man spielt so eine Art Mech fliegende Mech wie aus Pet Labor Animes oder ähnlichen Sachen und man hat halt zur Verteidigung verschiedene Waffensysteme die man einsammeln kann und auch hochleveln kann was wirklich cool ist ist auch man hat auch Sidekicks nicht wie bei Amalite sondern die man beseitlich hat und die haben zwar teilweise auch die gegnerischen Attacken vom Leib allerdings die kann man auch frei einstellen in welche Richtung sie schießen können und was ich auch ganz angenehm finde ist an dem Spiel dass man die auch auf Vorrat sammelt also man hat nicht nur ein Beiboot und wenn man den verloren hat dann ist er weg sondern wenn man sich drei oder so eingesammelt hat dann kommt dann erst mal einer nach also das hat das Spiel eigentlich teilweise schon fast zu einfach gemacht und deswegen ist bei dem Titel auch empfehlenswert gleich in die etwas höheren Schwierigkeitsgrade einzusteigen weil man kommt wirklich recht schnell zum Ende gilt auch als einer der besten Shooter auf der Kiste und Traxen hast du eben schon den Automaten erwähnt hast du die Megaprequension gespielt doch habe ich auch wir hatten das irgendwann mal im Verleih ich fand sie aber nicht so dolle also da fand ich persönlich die Automaten Version einfach wegen der deutlich größeren Sicht das war das Problem glaube ich bei der Automat hat halt durch diesen umgedrehten Bildschirm hast du halt nach oben hin viel mehr Platz und bei Megadrive hast du zur Seite Platz was sie mit den Power ups gefiltert haben und man kann nicht so richtig nach oben gucken man hat das Gefühl ich lass mich immer sehr gerne überraschen was da kommt aber das war einfach teilweise zu schnell bei diesem Spiel einfach für mich was ich geil fand war diese technokratische Welt wo irgendwie gefühlt Insekten mit also die Panzer sehen teilweise aus wie Insekten sind aber eigentlich Panzer das ist so ein bisschen so eine gemorphte Welt also halt Anime von dem man Kopfschmerzen bekommt weil das so seltsam ist oder französische Comics aus dem Anfang der Mitte der 70er die haben auch teilweise so ein schwermütiges die Welt wird zwischen Maschinen und Tieren irgendwie entschieden irgendwas sowas aber was das Spiel für mich immer wichtig gemacht war dass es sauschnell war das habe ich auch zu gerne gedaddelt und der Sound war glaube ich richtig geil das weiß ich nicht mehr genau ich fand ihn sehr arcadig allerdings ist das auch genau einer von diesen Soundtracks wo die typischen Megadrive Klänge da er ist nicht jedermanns Sache trotzdem ist der für mich auf jeden Fall wichtig ich fand die Farbwahl so herrlich in dem Spiel das war so kontrastreich und bunt das hat mir sehr gefallen in dem Spiel und was ich allerdings auch fand was du eben meintest das fand ich tatsächlich am Anfang so ein bisschen merkwürdig weil ich den Automaten auch nicht kannte die haben den Screen um ein Viertel beschnitten wegen dem Bildformat des Automaten die Automaten Bildschirme waren ja hochkant bestellt genau und wenn man das nicht weiß dann wundert man sich dass das Bild auf der einen Seite beschnitten ist und er scrollt aber über die gleiche Strecke also das hätte ich jetzt gedacht so wenn man so etwas umsetzt dann lässt man auch das Scrolling weg und macht es über den ganzen Bildschirm ist so viel übersicht ja das fand ich komisch wie hat das denn Silphid gemacht Silphid hat einen riesen Unterschied zu allen anderen das alles waren bis jetzt Sprites Silphid schaut aus wie wenn es alles 3D Objekte wären Silphid hat einen ganz eigenen Grafikstil bietet unglaubliche Abwechslung also das ist Starfox in einem Shoot-em-Up quasi wie ein On-Rail-Shooter man fliegt durch die Gegend es ändern sich die Richtungen man fliegt zwar immer nach hinten nach schräg hinten in den Raum allerdings biegt das Raumschiff quasi ab die Richtung dreht sich man fliegt auf Planetenoberflächen man fliegt in zwischen riesigen Weltraumschlachten wo im Hintergrund riesige Raumkreuze explodieren die alle wie in 3D-Objekten in Polygonen aber ausgefüllte Polygone ohne Texturen aussehen ungefähr so wie das erste Elite quasi wenn man mit ausgefüllten Texturen steht in die Raumschiffe raus und es passiert unglaublich viel auf dem Monitor man fliegt in Asteroiden durch die Asteroiden Felder wo riesige Laser dann die Asteroiden zerstören und man muss zwischen die Trümmer durch Abwechslung ohne Ende Grafik der Hammer für damalige Zeiten wirklich toll kann man sich auch heute noch wirklich gut ansehen finde ich ist ein Spiel das wirklich gut gealtet ist und wenn man sich mal die Longplay und so weiter anschaut was da alles geboten wird auf diesen von dieser von dieser von dieser CD ist wirklich gut riesige Raumschiffe im Hintergrund vorbeifliegen und dann explodieren und in tausende Polygone quasi es ist wie sie das auf dem Megadrive gemacht haben finde ich toll es ist aber ein Megacd-Spiel sollten wir dazu sagen genau es ist ein Megacd-Spiel das die dadurch die CD auch wirklich ausnutzt dass diese ganzen Videos im Hintergrund quasi schon vorher da liegen und das Intro ist allein schon ein Spaß das anzusehen wie das Raumschiff aus dem Trägerraumschiff rausgeschossen wird das erinnert sehr an Kampfstein Galactica oder in die Richtung und eben das Stil dass es keine Sprites sind was ich noch ganz gerne sagen würde wegen Stil dass es keine Sprites sind ich empfand immer Selfie so ein bisschen als Hybrid zwischen einem Shooter und so ein Rail-Shooter also es es war nicht so wie in Star Fox wo man das Gefühl hatte man hat zwar noch diese freie Bewegung obwohl man wie auf Schienen durch ein Level geleitet wird das ist zwar da auch da wird zwar durch ein Video gemacht nur was bei dem Video schon mal ganz bemerkenswert ist das hat nicht so diese klassischen wie da aus der damaligen Zeit nicht diese klassischen Videofragmente dass dadurch dass sie diese Vektorgrafiken so scharf nachgebildet haben wirken die wie Spielgrafik und und das andere was halt ist ist dadurch dass dieses Raumschiff selber das auch ein Vektorobjekt war wenn ich mich richtig erinnere stimmt ja es sind alles Vektorobjekte das 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 aber trotzdem damit also diese die Spielmechanik wie bei einem klassischen Topdown Shooter nachgebildet das hat das hat in dieser Kombination eine unglaubliche Atmosphäre erzeugt also ich finde ich finde es auch optisch immer noch was anderes was du eben meintest mit dem ist gut gealtert hundertprozentig Daumen nach oben obwohl es natürlich die Menge an Informationen jetzt nicht so die Unterschiedlichkeit der Informationen jetzt nicht so groß ist aber die Menge an Informationen ist immer noch toll also das war das was ich sagen wollte nicht es ist manchmal ein bisschen schwierig aber es ist das funktioniert immer optisch funktioniert es auf jeden Fall wenn ihr das nächste Spiel was ihr eingetragen habt ist natürlich das genaue Gegenteil dazu aber sehr schön dass es da mit drin ist Chaos Flying Circus das Gegenstück zu Parodius was nie auf ein Mega Drive rauskam ja aber dann auf ein Mega CD ist lustig ja es ist sehr schön das Spiel also es ist ein bisschen es ist nicht ganz so überdreht wie Parodius aber es ist die gleiche Richtung es ist auch ein klassisches Cutin ab wie man sagt es ist niedlich es ist niedlich es hat sehr schräge Gegner es ist sehr gut spielbar die Grafik ist toll der Soundtrack ist toll ja also wer Parodius kennt und was ähnliches mal sucht das ist es eigentlich also Patrick wenn du zuhörst musst du dir Mega CD holen und dann spielst du bitte K.O. Flying Squadron Service Circus genau nicht Squadron ja Squadron ach das hat jemand falsch geschrieben oder es heißt woanders Squadron stimmt ja der Link geht auf Squadron müsste mal mal gucken was er vielleicht ist das England Amerika oder Japan übersetzt das kann auch sein dann noch ein 32x Titel mit dem Namen Kolibri von Amoeba was für ein schöner Name für eine Firma Interessanterweise ist der Entwickler dahinter das ist Novo Trade Novo Trade sind die gleichen Leute die Echo gemacht haben und die können ja nicht gewöhnlich also hat man einen Shooter wo man einen Kolibri spielt und ich weiß nicht wie man das vernünftig in Worte fassen kann ich der ist tatsächlich sehr eigenwillig weil man fliegt am Anfang zum Beispiel durch einen relativ großen Level im Acht-Wege-Scrolling und es ist ein Shooter also man schießt mit diesem Kolibri wie auch auf andere Insekten also man bereinigt quasi die Level von Ungeziefer wenn man das so sagen will in späteren Leveln wird es allerdings eine etwas mehr lineare Action und es ist für mich nicht unbedingt ein spaßiges Spiel es hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht es ist auch unheimlich fantasievoll gestaltet und die Setting ist sehr ähnlich bei einigen späteren Leveln kam bei mir so ein ähnlicher Eindruck hoch wie beim Amiga Spiel Agony auch wenn das hier jetzt wesentlich ruhiger ist und entspannter vom Spiel Gefühl her nur diese Art wie diese Hintergründe sich da gestalten und wie die Action gestaltet ist und ähnliche Dinge das erinnerte mich schon so ein bisschen von der Macher für mich sieht das optisch ein bisschen aus wie so ein japanisches Gemälde des 16. Jahrhunderts die ja häufig na gut die sind nicht so bunt aber so dieses sehr wie kann man das am besten beschreiben also viel einfarbige Stellen sehr viel Platz um sehr wenig zu zeigen rosé farbene Töne apricot farbene Töne und das ist grafisch das Agony ist natürlich der Charakter viel also der Hauptcharakter viel größer aber ich finde das optisch ist das echt schon Kunst also da würde ich auch Kunst hinterschreiben es wirkt es wirkt ein bisschen manchmal als ob man auf einem großen Bild sich bewegt der Hintergrund ist sehr schön vor allem keine Frage habt ihr noch was zu Kolibri außer dass man sich an Blumen an Blumen satt trinken konnte um dann wieder weiterfliegen zu können ja Leute mein Wettbüro kriegt langsam Angst ich habe getippt es wird mehr als ein Zweiteiler und ich habe gewonnen dann schaut mal auf die Uhr ihr seid echt ihr seid echt schon wieder ihr seid echt ein bisschen verrückt aber bei 15 Seiten Skript war es mir eigentlich klar und ich glaube wenn ihr ganz ehrlich seid ihr habt auch nicht gedacht dass man das schneller durchkriegt oder irgendwo war da der Punkt wo ich dachte wenn das jetzt nicht schneller geht dann wird es schon wieder getrennt ach nein dann müssen wir nochmal einen dritten Teil machen da geht es dann auf jeden Fall weiter und ich glaube mit drei Teilen bekommt Sega auch dann wirklich mal die Würdigung die es verdient hat wobei wir hatten ja schon diese Torenausgabe zweimal egal wir sind ein bisschen Sega-lastig aber es geht Sega-mäßig beim nächsten Mal weiter ja da war es nur noch eine Folge die offen ist nämlich in zwei Wochen war von vornherein klar dass das wirklich so lange dauern wird ich glaube ja kannst du dich Patrick kannst du dich an unser Dokument noch erinnern ich weiß nicht wer war da Oliver mit den Farben die Farben ja das war ich als es aussah wie eine Excel-Tabelle das war Oliver aber das war gut weil wir konnten schnell springen und ihr habt ja noch locker zwei Drittel der Spiele weggelassen die da drin standen ne ja das waren mehr das waren drei Viertel der Spiele die wir weggelassen ziemlich ja wir haben wirklich nur die Highlights oder die wirklich einen extremen Lowlights mal diese Liste müsste man eigentlich nochmal veröffentlichen weil das war wirklich echt eine Schweinearbeit von Oliver und das ist wirklich vielleicht so aus Sicht von uns ja von Oliver eine Sicht die man vielleicht mal zeigen sollte was sich für Spiele von der Sicht eines Grafikers her lohnen aber es ist auch wirklich traurig dass wir nur sechs Stunden darüber berichten konnten also es ist auch wirklich nicht lange quasi man hätte ja auch nochmal ein bisschen Zeit sich nehmen können nein wie gesagt zum Abschluss kommt ihr das nächste Mal und vielleicht kommt ja dann nochmal irgendwann ein was wir so alles noch sagen wollten Megadrive Podcast extra aber die Sega-Wochen gehen nächste Woche trotzdem mal so ein bisschen in eine kurze Pause zumindest aber da ist mit Sicherheit noch nicht das letzte Wort gesprochen ja und wir machen auch eine kurze Pause machen ein bisschen Musik und danach kümmern wir uns mal wieder um unsere Spiele Rubrik Retroplay dr. yearn m b t t an t t t t t t t Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Retroplay Das Resümee Ja, was sollten wir spielen? Was haben wir gespielt? Wir hatten in einem Quiz eine sehr merkwürdige, merkwürdige ist schon wieder negativ, eine sehr spritzige Musik gehört, nämlich die Musik von Fred Gray von Fox Fights Back und dann habe ich gedacht, dann können wir doch mal das Spiel spielen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mir da ein All gelegt. Ich kannte Fox Fights Back nicht, ich habe nur gehört, als Robin gleich parallel bei YouTube guckte, ach, das ist ja niedlich, da geht es zu der Familie, ach, das ist ja schön, habe ich mich jetzt auf ein spannendes Spiel gefreut und ich bin da so ein bisschen, nennen wir es gespalten, und gut, die Presse war auch gespalten, da kommen wir noch zu, aber vielleicht kann mal jemand erst mal erzählen, was man dort machen muss. Was ist der Sinn dieses Spiels, Fox Fights Back? Also ich hatte den Eindruck, als ich das jetzt wieder gespielt habe, ich habe das früher schon mal eine Weile gezockt, wenn man es beschreiben sollte, ist es so ein Spiel aus der Richtung Hawkeye, Flimbus Quest und Konsorten, nur dass man mit einem Fuchs durch die Gegend rennt und ich glaube, Hunde abknallt und dass man irgendwelche Äpfel einsammelt, die man halt im Sprung nur erwischt. Ja, also die Geschichte ist, du schlüpfst in die Rolle eines Rotfuchses und die Essensvorräte von dir und deiner Frau neigen sich, die beendet du, doch in der Landschaft ist genug Nahrung verstreut und die muss man halt zu deiner immer hungrigen Füchsin bringen. Das ist so die kurze Geschichte. Warum der Fuchs jetzt mit einer Pistole rumrennt, das weiß ich nicht und warum man da bitte die gefräßigen Hunde abknallt, du die eben erwähnt hast, na gut, ist halt so in der Natur, man muss sich ja wehren können. Ja, man muss die Objekte dann wieder zurückbringen in die Höhle deiner Frau und im Endeffekt kann man sich dadurch dann durch die Level kämpfen und diverse Sachen sammeln. Also ich kam nicht so richtig gut klar damit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Oliver. Ich bin sehr oft an den Lebensmitteln vorbeigesprungen und habe auch teilweise in der Höhlenwelt die Orientierung verloren. Also ich hatte das jetzt tatsächlich nicht so lange gespielt, weil mich hatte die Steuerung abgenervt. Und das ist so etwas, das habe ich ehrlich gesagt, das ist wieder so ein Fall. Früher fand ich das überhaupt nicht. Also ich habe das überhaupt nicht in Erinnerung gehabt. Damals hatte ich das eigentlich als sehr leichtfüßig empfunden. Und dieses Mal beim Spielen hatte ich das Gefühl, so von wegen, die Figur macht nicht, was ich will. Danke, danke schön. Der hüpft manchmal auch in die falsche Richtung, habe ich manchmal das Gefühl gehabt. Und dann ballert er mal und dann tut er es mal nicht. Und ja, ich tat mich sehr schwer mit der Steuerung und das hat mir auch so ein kleines bisschen den Spielspaß verhagelt. Oliver, weißt du, wie sehr mich das beruhigt, diese Aussage? Ich dachte schon wieder, ich bin der einzige Mensch, der jetzt denkt, die Steuerung hat sich irgendwie verändert. Ich habe es auch nicht so lange spielen können, irgendwann nicht mehr spielen wollen. Die Musik finde ich, wie gesagt, total witzig. Die nervt aber auch irgendwann ein bisschen, auch wenn sie als Musik sehr gut ist. Aber das Spiel hat mich jetzt nicht so richtig begeistert. Ich weiß nicht, ob noch jemand in die Brette springen möchte für den Fuchs mit der Waffe. Also die Grafik ist schön. Ja, absolut. Die Grafik ist schön, eine tolle Idee. Animationen sind auch nicht schlecht. Genau. Die Gegner sehen teilweise sehr lustig aus, obwohl gerade die Hunde schwer zu erkennen sind. Was ich unmenschlich finde, ist diese Steuerung. Ich finde sie barbarisch. Ich finde sie, das ist so abturnend, den Fuchs zu steuern. Es ist so absolut. Und ganz schlimm finde ich, wenn man nachher auf die Hühner trifft, die fliegen und die Eier abschießen oder runterschmeißen. Es ist so schwer, wenn du da irgendwo ein Hindernis hast, an dem du normalerweise hängenbleiben würdest. Man verspringt sich. Man verspringt sich und die treffen immer. Diese Hühner treffen immer. Das ist wie die, also... Aber die haben gar keine Waffe. Die Eier, die sie aus... abwerfen. Also es war für mich so, ich hatte das ja nur als YouTube-Video gesehen und ich fand die Idee total toll. Ich fand den Grafikstil von dem Wolf, äh von dem Wolf, von dem Fuchs fand ich toll. Diese Idee mit der hungrigen Füchsin, die da sitzt und sagt, verdammt nochmal, Karl, endlich mehr Fressen an. Hier, wir haben nix. Das ist alles lustig, aber... ein bisschen Hexenküche. Ich hab ein bisschen Hexenküche gefühlt. Bei YouTube hab ich auch noch gelacht, als ich sie selbst gespielt hab. Ist mein Lachen ein bisschen... Wie im Halse stecken geblieben. So ein bisschen, ja. Ja, hat noch einer von den anderen eine Fuchsjacht zu erzählen? Oder von der Fuchsjacht zu berichten? Nee. Nee. Also ihr habt im Prinzip alles gesagt, ne? Ja, aber die Wertung können wir nochmal nehmen. ASM gab, äh, äh, ja, einmal steht hier neun, einmal steht hier elf von zwölf, also zumindest sehr hoch bewertet. Ähm, die ZEP hat 79% gegeben und die Powerplay 46. Jetzt kann sich wieder jeder die Note aussuchen, die er möchte. Ich denke, wieder in der Mitte treffen sich alle. War damals sicherlich ein sehr, sehr netter Titel. Aber, ähm, ob man jetzt heute noch spielen muss, muss ich ja selbst wissen. Es ist halt wirklich sehr, sehr charmant gemacht. Obwohl ein Fuchs mit einer Waffe eigentlich nicht charmant ist, aber es kommt zumindest charmant rüber. Aber wie gesagt, mich hat's leider nicht so begeistert, wie ich gehofft habe. Das muss ich schon sagen. Also ich kann nur sagen, dass damals, ähm, ich den Spielspaß schon in den Regionen der ZEP, äh, empfand. Nur, ich glaub, damals war man wesentlich toleranter, was so Steuerungen geht. Also, äh, das kann ich mir sonst auch nicht erklären. Wahrscheinlich, ja. Dann gucken wir mal, was wir das nächste Mal spielen. Ja, es gibt diverse Vorschläge, die wir hier gesammelt haben. Und ich dachte, wir machen jetzt mal wieder was ganz anderes. Wir haben ja sehr viel Jump'n'Runs in letzter Zeit auch gespielt. Und diesmal nehmen wir einen Titel von Codemasters für den C60, nämlich das Spiel Slicks. Ähm, man kann schon am Namen erahnen, was es ist, ähm, ja, ein Rennspiel. Ein Rennspiel von oben, da gab's ja diverse. Und, äh, das hatte ich mir angeguckt, also als Video, das sah sehr hübsch aus. Die Idee kam, wie gesagt, von einem unserer Hörer. Ich kannte es selber, glaube ich nicht. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ich es gespielt habe. Ich hab ähnliche Sachen gespielt, Supersprint und sowas, klar. Und dachte, dann gucken wir mal in Slicks rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch was Neues ist. Für mich war es zumindest ein Titel, an den ich mich, vielleicht auch dank meiner Retroliments, nicht erinnern kann. Ja, sagten wir auch nicht. Nein. Codemasters hat damals, glaube ich, mehrere von solchen Sachen gemacht, ne? Absolut. Ja, gucken wir mal, ob wir damit klarkommen, ob wir die Autos um die engen Kurven steuern können oder ob wir da dasselbe Problem haben und, äh, irgendwie mit Steuerung nicht mehr klarkommen. Irgendwie wird das so ein Standardding, dass ich immer bei Sachen, wo ich denke, das muss doch jetzt gut klappen, ein bisschen, äh, verwirrt bin. Ja, und, äh, wir gehen dann mal weiter zum Retro-Talk, denn, wie gesagt, da haben wir heute auch einiges. Retro-Talk. Auf ein Wort. Ja, äh, Dirk, ähm, Thunderhawk. Möchtest du was vorwegnehmen oder sollen wir gleich reinhören? Ähm, nee, ich denke, wir können direkt einsteigen, denn, äh, ich glaube, das Gespräch ist auch gar nicht mal so kurz geworden. Dann, äh... Ja, dann Film ab, würde ich sagen, mitzwiegendwie hier hört man es ja nur. Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und wir befinden uns hier in der letzten Folge, beziehungsweise dem Abschlussgespräch zu Thunderhawk AH73M. Ich mache das natürlich nicht alleine, sondern habe auch Dirk wieder dabei, der mit mir über die unterschiedlichen Namensgebungen und Versionen diskutieren kann. Hallo Dirk. Hallo Selma und hallo Zuschauer. Ja, wir hatten vorher schon mit dem Namen hin und her diskutiert, weil es da unterschiedliche Versionen gibt und wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, weil da die Informationen sich ein bisschen unterscheiden auf Wikipedia und auf MobiGames. Jedenfalls so, wie wir es ja uns jetzt zusammengelegt haben, gibt es drei Spiele, die alle Thunderhawk heißen und alle 91 bis 95 rausgekommen sind und zwei davon heißen auf jeden Fall gleich und sind beide für DOS, deswegen kann man das so ein bisschen verwechseln. Wir sprechen hier über die Version, die 91 beziehungsweise 92 für den PC rausgekommen ist, die Ur-Thunderhawk-Version, die noch neben dem PC für Amiga und Atari ST erschienen ist. Daher gehe ich mal davon aus, Dirk, du kanntest Thunderhawk vorher nicht. Nee, ist mir wieder mal völlig unbekannt. Ich hatte, wie gesagt, noch umgesucht und war darauf gestoßen, dass es Thunderhawk ja für Sega gab, aber da sprechen wir dann ja, das ist ja wieder was anderes. Das heißt nur zufällig, in Europa auch Thunderhawk, das ist aber eigentlich dann ein Thunderstrike und hat, abgesehen davon, dass da ein Hubschrauber denn vorkommt und das vom selben Studio kommt, nicht so wirklich viel mit deinem Thunderhawk jetzt zu tun. Genau, Verwirrung, vorprogrammiert. Ich meine, ist ja fast wie bei Battlefield, da kann man ja auch mal den ersten Teil von nach dem vierten machen. Also, ja, ist in guter Gesellschaft. Das Ganze hatte ich schon gesagt, wurde 1992 für den PC rausgebracht, ist 1991 auf dem Amiga. Also, ich meine auch, dass es Anfang 1992 dann für den PC rausgekommen ist. Also, ja, zur gleichen Zeit könnte man sagen wie Aces of the Pacific. Und ich würde es jetzt mal grob zum Genre Flugsimulationen zählen, wobei man natürlich auch zugeben muss, dass hier mehr Action im Vordergrund steht. Ist ein bisschen schwer zu katalogisieren, aber ich würde sagen, wir nehmen das einfach mal so mit. Das Ganze wurde von Core Design entwickelt und vertrieben und gab dann später noch einen Teil in 2001, der dann nochmal für die Playstation erschienen ist. Gehört jetzt zum, das hatte Dirk eben schon mal festgestellt, zu Square Enix. Und damit ist es wahrscheinlich tot. Da wird es wahrscheinlich keine neuen Teile mehr zu geben. Aber was ganz interessant ist, wenn man sich die, wie nennt man das, Gamografie des Designers anschaut, dann stellt man fest, dass der ganz interessante Spiele designt hat. Unter anderem Rick Dangerous 1 und 2, BC Racers, naja, manche kennen vielleicht auch Shellshock, ich fand das gar nicht so schlecht. Und das eigentlich von mir aus gesehen ziemlich coole Shadow Man noch 1999. Danach sind da so ein paar Sachen drin, ganz viele Harry Potter Spiele habe ich nie gespielt. Golden Eye 007 habe ich auch nie gespielt. Aber muss man natürlich auch sagen, er hat Batman Forever, den Assistent des Projektmanagers, gemacht. Und Batman Forever für DOS habe ich gespielt, das war dann vielleicht nicht so ein glorreiches Spiel. Aber das kennst du bestimmt auch, oder Dirk? War das diese katastrophale Version, die es für Super Nintendo gab, wo sie auch versucht haben, halt die Figuren als 3D-Render da reinzubauen, was sich total beschissen spielen ließ? Das, ja, das war so ein Prügelspiel eigentlich, oder? Ja, dann sprechen wir vom Gleichen. Wo man irgendwann nicht weitergekommen ist, weil man mit einer unbekannten Tastenkombination einen Enter-Haken nach oben schießen musste, ohne dass man wissen konnte, dass es oben überhaupt weiterging. Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr so. Ich weiß nur, dass es so eine Art Mortal Kombat war und einfach irgendwie beschissen. Aber egal. Wollen wir nicht auf den schlechten Spielen von Simon Phillips, äh, Phipps rumreiten, sondern lieber uns die Guten betrachten und Rick Daniels... Shadow Man kannte ich tatsächlich. Shadow Man? Ja, das stimmt. Das müsste zu deiner PC-Zeit rausgekommen sein, oder? Nintendo 64 meine ich. Ach so, das kann natürlich auch sein, klar. Das gab's bestimmt auch auf dem 64. Es war eigentlich ein ziemlich interessantes Spiel, wo ich gerne auch noch mal ein Replay drüber machen würde und ich bis jetzt immer noch nicht die Box habe. Aber wenn, dann schau ich mir das auf jeden Fall auch noch mal an. Ich hab da relativ gute Erinnerungen dran. Eins der wenigen 3D-Spiele, die mir damals gut gefallen haben. Zur Entwicklung von Thunderhawk, mit welcher Engine das jetzt entwickelt wurde und so, hab ich relativ wenig gefunden. Also, ich hab schon das Gefühl, dass man sich da die Mühe gemacht hat und irgendwie eine eigene entwickelt hat, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie eine Engine ist, die vorher schon mal in einem Titel verbraucht wurde. Ich kann nur so viel sagen, dass Simon Phillips da, äh, vorher mit 3D nichts am Hut hatte, weil den Teil, den er davor gemacht hat, das war Rick Dangerous 2 und der war natürlich 2D. Auch interessant ist, dass die Entwicklung im Gegensatz zu vielen anderen Core-Spielen dann auf diese beiden Systeme beschränkt war, oder auf die drei Systeme, Amiga, Atari ST und DOS. Aber ich denke, das lag wahrscheinlich dann auch wieder an der, ja, ich will jetzt nicht sagen herausfordernden Grafik, aber schon an der Grafik, die dann mit 3D-Polygonen gearbeitet hat und damit wieder ein bisschen mehr Power brauchte. Ja, persönliche Verbindung mit dem Spiel, da du keine hast, der, gehe ich mal gleich in die Vollen. Ich hab beim Freund, ich hatte die PC-Version, ich glaube die erste Seiten vielleicht 10 Jahren, ich hatte beim Freund die Amiga-Version ganz, 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 ganz oft gespielt und ich fand damals das Setting toll mit dem Intro, die Atmosphäre, das war so richtig Top Gun-mäßig, nur mit dem Hubschrauber, also das hat mir wirklich gut gefallen oder das hat uns wirklich gut gefallen, dann immer diese Briefings, die schon so ein bisschen wie bei Wing Commander waren, dass man so ein Mittendrin-Gefühl hatte und auch direkt angesprochen wurde, das hat mir gut gefallen. Das Fliegen hat mir damals nicht so gut gefallen, weil ihr habt es ja auch in den ersten Aufnahmen gesehen, dass es relativ schnell hektisch wird, dass man immer wieder die ganze Zeit angegriffen wird von Fliegern und ich war halt Micro-Pros-Simulationen gewohnt und da ist es ja nicht ganz so aufeinander, da gibt es ja auch mal ruhige Situationen. Klar, man kann jetzt den anderen Schauplatz wählen und dann ist das nicht mehr so stark, aber ich bin mir nicht sicher, dass wir das damals wussten. Also wir sind da kreuz und quer durch die Welt geflogen und haben uns, glaube ich, nicht darum gekümmert, ob der jetzt leicht oder schwer ist. Wir haben es einfach immer wieder versucht und sind da auch nie wirklich weit gekommen. Ich weiß, dass wir mal ein oder zwei Kampagnen, nicht nacheinander, sondern irgendwie mal parallel dazueinander geschafft haben, aber das ganze Spiel haben wir nie geschafft. Ich habe dann später alleine auch lieber F15 oder sowas gespielt und das hat mir dann wiederum besser gefallen von der Simulation her. Aber die Aufmachung war immer wieder toll und für eine Runde für zwischendurch haben wir das immer wieder sehr, sehr gerne gespielt und das war auch was, was mit mehreren zum Zugucken und so ganz gut funktioniert hat. Die Grafik, Dirk, da kannst du schon ein bisschen was zu sagen. Das hast du ja auch gesehen. Ja, genau. Also ich fand jetzt für eine Flugsimulation das Cockpit relativ übersichtlich gestaltet und ist ja sonst immer so eine Sache, es versperrt hier halt ziemlich viel vom Bildschirmbereich und es stehen ziemlich viele Sachen drauf. Das hat man diesmal halt in den drei Elementen da unten relativ übersichtlich zusammengefasst. Fand ich gut. Was ich ein bisschen komisch fand, die Übersetzung, die schien nicht so immer gelungen. Also auch mit den Intros und dem Briefing oder nicht mal der Bildschirmtext irgendwie Osteuropa, Dawn, Schwierigkeitsleicht und dann Enter Simulator. Ja, es waren ja auch irgendwie mit den Umlauten. Man hat zwar gewusst, dass man Umlaute mit einem E dann, also A, E für Ä machen kann, aber irgendwie so richtig geklappt hat das nicht. Die waren ja auch stellenweise mitten im Satz dann einfach Großbuchstaben drin. Ja, weiß ich nicht. Und da hat man auch am Satzanfang war dann auch das E war auch noch groß geschrieben. Ja. Ja, gut, ist jetzt ein Detail, was vielleicht zur Grafik gehört, aber gut, die Übersetzungen von den Spielen waren damals eh nicht immer so toll und die hier ist halt ein bisschen unvorständig. Ist so ein bisschen wie bei, wo hatten wir das denn zuletzt? Bei Battle Bugs, da war es doch auch irgendwie so ein Kuddelmuddel. Scheint zu der Zeit gehört zu haben. Ja, das ist halt, du hast ein Budget für das Spiel und die Übersetzung hat, glaube ich, nicht so den Löwenanteil da dran. Nee. Wird auch zuletzt gemacht, das heißt, das ist das, wo am ehesten die Zeit weggeschnitten wird. Also von wegen, das Spiel muss jetzt raus, also bleibt das auch am ehesten auf der Strecke. Ja. Vom Intro her, ja, ich fand, das hätte auch zum anderen Spiel gehören können. Also ich war jetzt nicht davon überzeugt, dass danach jetzt ein Hubschrauber-Simulator kommt. Beim Cockpit ist mir noch aufgefallen, wo wir eben waren, es ist sehr übersichtlich, nummerweise, wenn du beschädigt wirst, fallen die Teile ja nacheinander aus. Ja. Hast du zwei Einschusslöcher drin, dann hast du halt diese Anzeige nicht mehr. Ja, genau. Das ist dann wirklich sehr übersichtlich, weil da steht auch nichts mehr drauf. Nee. Was ich noch interessant fand, war, dass auch Tageszeiten drin waren, also Nachtflug und auch eine Nachtsicht. Und dass es auch dunkler geworden ist oder heller geworden ist. Also es war jetzt nicht nur, man startet die Mission und die ist halt hell, sondern es war ja dann wirklich, bei Sonnenaufgang ist es dann ja wirklich auch heller geworden die Zeit über. Das fand ich auch ziemlich cool, das stimmt. Ja, wie gesagt, eine Nachtsichtumschaltung ist zwar eigentlich nur eine andere Farbe oder halt auch schwarz-grün Darstellungen umschalten, aber ist halt cool, wenn man es hat, weil das hat so ein Original ja auch. Ich fand die Umgebung ansonsten ein bisschen detailarm. Also es ist ja wirklich nur flache Steppe, ab und zu mal ein Gebäude und ein Gegner da, aber ich weiß nicht, gefühlt waren... Es gibt doch die Pyramidenberge. Ach, das sollten Berge sein. Ich dachte, du fliegst wirklich in Ägypten. Nee, nee, das sind Berge. Okay. Ich dachte, ich habe mich schon gewundert, Mensch, Pyramiden von Gizeh, da sind aber mehr als zwei jetzt. In Südamerika? Ja, kann sein. Hier irgendwie so ein Inka-Tempel oder sowas. Ja, der wäre ja abgeschnitten. Okay, also das waren die Berge. Ja, gut. Gut zu wissen. Die Raucheffekte fand ich noch. Es war ja relativ simpel, einfach nur so ein Muster darüber gesprüht, aber war halt brauchbar und ich glaube, eine viel bessere Möglichkeit, Rauch darzustellen, hatten sie damals noch nicht. Nee, der Rauch war ja nicht aus Sprites sozusagen, sondern das waren ja so gepixelte Kreise, die einfach gezeichnet wurden, aber die Füllung war halt immer jeder zweite Pixel leer, dadurch entstand halt so ein Transparenzeffekt. Ich glaube, der war halt wirklich der Rechenpower geschuldet, weil wenn man vergleicht, 92 Aces of the Pacific, da gab es überhaupt gar keine Transparenz, also da war der Rauch halt graue Pixel. Von daher hast du recht, ich fand das eigentlich auch ziemlich hübsch. Was mir noch aufgefallen ist, aber auch wieder ein Detail, es ist ein gigantischer Mauszeiger im Menü, oder? Ja. Also ein riesen Mauszeiger. Zu dem Mauszeiger muss ich gleich sowieso in der Steuerung noch was sagen, das hat mich fast wahnsinnig gemacht, aber ja, es ist ein gigantischer Mauszeiger in so einem comicartigen Menü, ja. Ja, also von der Grafik her fand ich es jetzt für die damalige Zeitung für den Flugsimulator, sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus, wobei ich fand es einen harten Schnitt zwischen dem, ja, der Story, die Grafik, die zur Story gehört und dem eigentlichen Simulator. Hm, das stimmt. Hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass das zum gleichen Spiel gehört. Nee, das wirkt komisch. Das ist mir damals nicht aufgefallen, aber heute ist mir das auch sofort aufgefallen, weil die Comic-Grafik ist halt Comic-Grafik, aber die Figuren sind auch so überzeichnet, das heißt, die haben so ein ganz langes Gesicht und das ist später überhaupt nicht mehr so. In den Menüs, die sind schon relativ realistisch gepixelt, handgepixelte Grafiken. Das sieht auch meiner Meinung nach viel besser aus. Okay, die sind jetzt auch nicht so animiert, man sieht ja niemanden laufen und so, aber, hm, ja, ich hatte mit Robin auch über diesen Art von Grafik gesprochen und er meinte, das wäre schon, zumindest das Intro, das ist schon so ein bisschen, ja, Core-Design eigen so ein bisschen und er meinte, das ist so ein bisschen ein eigener Grafikstil von Core-Design. Ich meine auch, mich daran zu erinnern, dass es von Core-Design mehrere Spiele gab, die so eine Art Grafik-Design hatten. Also es ist jetzt nicht der gleiche Grafiker, der bei anderen Spielen jetzt unbedingt mitgemacht hat, die diesen Style hatten, aber ich denke mal, vielleicht ist das Intro auch von jemand ganz anderem gemacht worden. Wer das Intro gemacht hat, weiß ich nicht, also es wäre vielleicht nochmal ganz interessant zu sehen. Habe ich früher nicht so schlimm empfunden, weil ich, naja, sagen wir mal so, also man hat die Diskette reingelegt auf dem Amiga, gewartet, dann kam das Intro, gewartet, dann hat man noch länger gewartet, dann die zweite Diskette reingelegt und dann war das Spiel. Also zwischen dem Ende des Intros und dem neuen Spiel war so viel Zeit, dass man sich schon wieder mit anderen Sachen beschäftigt hatte, dass das wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr so aufgefallen ist, dass es eigentlich ein ganz anderer, ja, Grafikstil war. Wobei ja die Überreste des Menüs noch da sind. Also ich werde hier in den Hintergrund nochmal so ein bisschen die Amiga-Versionen, zumindest die Menüs und vielleicht die erste Mission legen, dann könnt ihr euch das ja auch nochmal angucken oder seht ihr das ja gerade, dass das ein bisschen anders gezeichnet ist wie auf dem PC, aber auch so Comic-artig, nicht so realistisch wie hinterher in den Briefings. Also da sieht man auch nochmal die Überreste von diesem Bruch. Ja, ansonsten hat mir die Grafik wirklich gut gefallen, auch in 3D, das sind schöne Polygone gewesen, klar, die sind detailarm, und das ist auch was, was wir wahrscheinlich dann beim Gameplay gleich nochmal besprechen werden. Ein Helikopter fliegt nun mal in der Regel dicht am Boden, nutzt das Gelände aus, schleicht sich an, taucht auf, schießt, versteckt sich wieder. Das war einfach grafisch nicht möglich. Deswegen fliegt man hier ja auch relativ hoch und ja, man fliegt halt in die feindliche ZSU rein und versucht sie dann halt kaputt zu schießen. Deswegen verträgt der Heli auch so viel. Also ja, hat mit der Grafik jetzt wenig zu tun. Und ich fand sie wirklich ganz hübsch gemacht. Das Cockpit ist hübsch gemacht, wie du sagst. Und auch wenn man getroffen wird, das hatte ich so in anderen Spielen auch nicht gesehen. Wenn so ein Display nicht gleich ausfällt, sondern so eine kleine Macke hat, dann sieht man so digitale Artefakte da drin und das blinkt dann so ein bisschen. Das ist echt ganz lustig gemacht. Ja, Künstlerisches habe ich jetzt nichts. Du würdest das Intro sagen. Ja, also wenn es jetzt nicht darum geht, was Einmaliges zu benennen, sondern einfach was an dem, wo das Spiel seine künstlerische Ader ausgelassen hat, hätte ich jetzt gesagt, das Intro ist schon ja so ein bisschen B-Movie-mäßig gemacht. Ja, da hast du recht. Es ist, wer es jetzt nicht gesehen hat, es ist halt so dieses typische 80er Jahre im Weißen Haus kommt halt jemand, der mit dem Hubschrauber eingeflogen wird zum Präsidenten und dann wird im Geheimen besprochen, wie weit denn die geheime Mission im Krieg gegen die Drogen ist und ob da der spezielle, besondere Hubschrauber, ob der jetzt Thunderhawk oder Airhawk oder wie auch immer heißt, bereit ist und dann deployed wird und ja, das ist schon sehr speziell. Aber es, hast du recht, es ist wirklich wunderbar gezeichnet und es ist auch das, was mir an dem Spiel in Erinnerung geblieben ist. Von daher hast du berechtigterweise das Intro gewählt. Tom Clancy für Arme. Ja, ich überlege einen Vergleich. Es gab auch so einen ähnlichen Film. Also nicht das fliegende Auge, Operation Steel oder so, ich weiß es nicht mehr. Es gab auf jeden Fall auch so einen Hubschrauber-Film. Also Top Gun für Hubschrauber. Den mit Nicolas Cage? Ja, genau. Ich hätte es fast, irgendwas mit Blades und Steel war es, ja. Aber Blades of Steel war es, glaube ich, nicht, weil das war ein NES-Spiel. Das war das Eishockey-Spiel. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Wer es weiß, gerne in die Kommentare. Ja, passt es so, weiß ich nicht, ob das dazu passte. Die hatten aber Apaches. Ja, das stimmt. Die hatten Apaches und ich glaube, da waren sogar noch mehr Hubschrauber. Das war mehr so wie bei Gunship 2000, glaube ich. Ja, Soundderk. Hast du drauf geachtet, ob die gleichen Samples wieder waren? Ja, hätte ich gerne, wenn ich denn welche gehört hätte. Ja, war nicht so viel, ich fand das soundtechnisch echt sehr mager, da ist ja gar nichts und ich weiß jetzt nicht, ob du den Ton so weit runter gedreht hattest, aber ich habe nichts gehört im Hubschrauber. Doch, doch, also ich habe den Ton relativ weit runter geschraubt, weil die Musik so unglaublich laut war, im Gegensatz zu dem Ton des Spiels. Man hört schon den Hubschrauber, man hört auch ein paar Geräusche, also wenn man eine Rakete schießt oder wenn man aufgelockt wird beziehungsweise eine Rakete auf einen zufliegt, dann piept es so kurz. Und ich glaube, es piept nochmal, wenn man die Mission beendet hat. Ansonsten gibt es dann nicht viel. Da gebe ich dir recht. Okay, dann das meiste von der Abwesenheit ist dann dem Umstand geschuldet, dass du es halt so weit runter gedreht hattest. Also ich dachte halt, wenn du schon den Hubschrauber siehst, dass du halt Rotoren, Turbinen, irgendwas hörst und man hat halt jetzt im Replay, ehrlich gesagt, nichts gehört. Nee, ich glaube, die Rotoren gibt es auch nicht. Da gibt es nichts zu hören. Okay, gut, hätte ich jetzt gedacht, dass man beim Hubschrauber vielleicht die Rotoren, na egal. Die Sprachausgabe, ich weiß nicht, die PC-Version Sprachausgabe, das war ja mehr... Ich weiß auch nicht, was die da gemacht haben. Also das klingt so, selbst wenn man Wave-Dateien über den PC-Piepser ausgibt, das klang stellenweise besser. Ich weiß nicht, was da passiert ist bei der Sprachausgabe. Die Samples sind ja grausam. Ich überlege gerade, es gab irgendein Spiel, wo du irgendwie so eine, wo du auch mit irgendeiner außerirdischen Rasse kommunizierst oder sowas und wenn die spricht, dann ist das natürlich in einer Sprache, die du nicht verstehen kannst. Deshalb ist das auch nur so ein... Und genau das war da jetzt auch. Ja. Das hätte man besser weggelassen, glaube ich. Ich vermute mal, es lag daran, weil, hattest du gesagt, Amiga- oder Atari-Version, eine von beiden, die hatten eine vernünftige Sprachausgabe. Die Amiga-Version, die hatte ich ja danach aufgenommen im Vergleich, weil ich war ja auch schockiert, als ich das gesehen habe und dachte, meine Soundkarten-Einstellungen oder so sind falsch. Nee, das gehört so und hatte deswegen immer die Amiga-Version nochmal dahinter gelegt. Ja, deshalb, ich vermute mal, dass du dann gesagt hast, okay, PC-Version schlechter darfst denn hier sein, wir brauchen irgendwas und das war dann das Beste, womit sie um die Ecke kommen konnten. Kann gut sein, aber ja, da gebe ich dir recht, hätte man besser weglassen sollen. Ich überlege gerade, selbst im Menü, wenn man irgendwo draufdrückt, gibt es, glaube ich, keine Musik, äh, kein Bestätigungssound, so ein Klick, Klick, Klick oder sowas. Also da hat man sich wirklich nicht so viel Mühe mitgegeben. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet. Aber andererseits, naja, es mindert jetzt nicht großartig den Spielspaß, und immerhin kann man soweit sagen, dass es nicht stört. Man hätte ja auch die Sprachausgabe in den, in die Simulation mit reinnehmen können. Es wird ja ab und zu mal, kriegt man ja Funksprüche und so, das wäre ja noch grausamer gewesen. Das stimmt. Wie hat dir denn die Musik gefallen, vor allen Dingen vom Amiga? Die fand ich gut. Ja, ne? Also die Intromusik, das hätte man auch durchaus, wie gesagt, als Film, Intro oder sowas durchgehen lassen können. Ja, das fand ich auch. Die hat damals richtig, richtig Spaß gemacht und die war schon richtig fetzig. Die PC-Version geht noch, finde ich auch noch okay, aber die auf dem Amiga ist natürlich noch mal um Längen besser. Also da könnt ihr euch, wenn ihr darauf gespannt seid, gerne noch mal das Intro anhören oder vielleicht bei YouTube. Ich habe gesehen, jemand hat auch die ganzen Musikstücke raus als einzelne YouTube-Videospuren rausgeschnitten und dann kann man sich die auch noch mal einzeln anhören. Ist auch ganz cool. Story. Willst du vielleicht anfangen? Ja, wir haben zwar eine Story, aber ehrlich gesagt, ich habe da nicht so drauf geachtet, weil auch wenn es jetzt eine Einsatzbesprechung gibt und dir da erzählt wird, was du tun sollst, eigentlich lässt es sich ja doch reduzieren auf Flieg-Info hin und mach was kaputt und ich finde ehrlich gesagt das Briefing, auch wenn das sehr schön erzählt ist, auch hier mit den Videosequenzen und die Leute, die da sitzen und auch das Namen genannt werden, hier Mitchell und Pulaski und sowas, das ist irgendwie alles sehr unkonkret. Also dir wird nicht genau gesagt, wie viel Gegner, wo sind wir, weil dir wird ja auch nicht mal großartig einen Anhaltspunkt gegeben, was du jetzt an Bewaffnung mitnehmen sollst. Okay, du kannst hinter die Autotaste drücken, dann hat sich das erledigt, aber das ist irgendwie sehr unkonkret alles. Und vor allem erschwerend hinzukommt dann, wenn du dann die Mission gestartet hast und selbst wenn du genau zugehört hast und genau dir glaubst, erkannt zu haben, worum es geht, dann passiert dir das wie mit Mitchell und Pulaski starten im Chinook und stürzen gleich in den ersten drei Sekunden ab. Und deine gesamte Einsatzbesprechung war für die Tonne. Ja, also erstens, das Extreme, was ich hatte, war, dass im Missionsbriefing stand, pass auf, da sind Flugzeuge, du musst die Luftüberlegenheit herstellen, was ich schon mal komisch fand, mit dem Hubschrauber die Luftüberlegenheit herzustellen, aber okay. Aber darum ging es gar nicht, man musste wieder Bodenziele zerstören. Ich hatte aber in der Missionsbriefing, halt weil da stand Luftziele abschießen, Anti-Luftwaffen mitgenommen, hatte ich gar nicht großartig was dabei, um gegen Bodenziele zu kämpfen und musste dann mit der Kanone alle Bodenziele da kaputt schießen. Selma, ein guter Soldat ist auf alles vorbereitet. Ja, aber das finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es an der Übersetzung, dass da vielleicht ein Übersetzungsfehler drin war und ich deswegen das nicht so wirklich richtig verstanden habe. Also vielleicht ist die englische Version da besser oder ist es wirklich ein Bug gewesen? Also da gebe ich dir recht. Die Missionsbriefings sind zwar toll gemacht, auch mit diesen Aufklärungsvideos, die da in Echtzeit reingespielt werden, ist wirklich eine tolle Sache. Aber manchmal weiß man halt nie, also meistens weiß man nie so richtig, was man machen muss. Da ist auch von Gunship war ich es gewohnt, dass man halt eine Karte hat und da sind deine Ziele, flieg da hin, hier bist du und deine Ziele sind das. Das gibt es da gar nicht. Also man hat zwar so ein Waypoint im Kompass und muss dann irgendwo hinfliegen, aber ob man da jetzt in 500 Metern sage ich mal oder in 5 Kilometern ankommt, weiß man nicht und was man da genau machen muss, weiß man auch nicht. Also das wird vom Briefing ein bisschen schlecht transportiert. Was du als zweites gesagt hast mit diesem Abschuss von Mitchell und Polanski, ich glaube, das war irgendwie ein Bug. Die Mission hatte ich dann ja nochmal gemacht und dann ging es ja besser. Die sind dann trotzdem abgeschossen worden, aber nicht beim Start. Also die sind ja, ich weiß keine Ahnung, ob die beim Start die KI ineinander geflogen ist oder was da passiert ist. Und insgesamt fand ich das schon cool, dass sich der Einsatz verändert hat. Also klar, in der Realität läuft halt nicht alles immer nach Plan und dass die beiden abgeschossen wurden dann, das fand ich eigentlich ganz gut. Und dass da dann in den nächsten Einsatz auch nochmal oder in der nächsten Einsatzbesprechung auch nochmal drauf eingegangen wurde, fand ich auch gut. Außerdem finde ich, muss man sagen, es gibt überhin mal eine Story, die die Mission verbindet. Ich meine, alles was ich bis dahin kannte, hatte das nicht. Also ich habe jetzt die letzten Tage immer mal wieder überlegt und auch bei Moby Games geguckt. Ich glaube, dass es zumindest aus meiner Sicht die erste Flugsimulation ist, die wirklich versucht, einen roten Faden und eine Story zu erzählen zwischen den Missionen und Einsätzen. Normalerweise kennt man das ja immer nur so, ja hier sind Ziele, fliegt dahin und macht die kaputt. Hier sind die anderen Ziele, fliegt dahin und macht die kaputt. So wie man das von den Microprose-Missionen gewohnt ist. Aber jetzt hat man ja richtig jemanden, mit dem man sich identifizieren kann, der der Vorgesetzte ist, der einem erzählt, was man eigentlich machen soll, auch wenn man was ganz anderes machen muss. Aber vielleicht ist das auch realistisch, dass die Vorgesetzten einen was ganz anderes erzählen, was man wirklich machen muss. Und im Endeffekt dann auch noch weiter darauf eingeht, wie der Einsatz gelaufen ist und sowas. Da entsteht schon das Gefühl, dass man Teil von etwas Größerem ist, was mich bis jetzt immer bei allen anderen Simulationen, die wir bis hierhin hatten, auch bei Asus of the Pacific, wo man ja schon Teil einer eines, ja, wie sagt man, Tour of Duty, also so einem, wie haben wir das denn immer genannt? Na, Kampagne auch nicht. Ja, ich, Einsatz? Karriere. Ja, irgendwie sowas, dass man schon Teil davon ist und nicht einfach nur aneinander gestückelte Missionen hat. Ja, wenn die denn halt ein bisschen passender wären, das ist noch ein Nachteil, da gebe ich dir recht, das ist irgendwie wirklich komisch. Aber es kann natürlich sein, dass deine Immersion jetzt natürlich größer war, weil du es gespielt hast. Also beim Zuschauen dachte ich, habe ich jetzt nicht so, ich habe zwar gesehen, dass die Besprechungen sich irgendwie auf die Mission davor bezogen haben, aber ich hatte jetzt Mühe damit, da irgendwie wirklich Story oder roten Faden zu erkennen. Ja, das kann sein. Ja, ich weiß nicht, also die Einsätze an sich, es ist jedenfalls so, das kann ich sagen, mich würde jetzt insgesamt die Story von den ganzen Einsätzen mal interessieren, wie die sich hinterher abläuft und das motiviert mich persönlich auch ein bisschen zum Weiterspielen. Allerdings kommen wir ja gleich beim Gameplay da noch drauf, wird das hinterher noch ein bisschen schwieriger. Achso, wir sind schon beim Gameplay. Schöne Überleitung. Ja. Vom Gameplay her, na gut, ist halt eine Hubschrauber-Simulation. Ich habe festgestellt, dass du zwar eine riesige Auswahl in den Waffnungsarten hast, auch wenn das meiste davon fiktional ist, die dir auch im Handbuch irgendwie schön erklärt wird, aber insgesamt wieder einmal, ich meine, das ist glaube ich nicht zum ersten Mal bei solchen Simulationen, aber ich fühle mich nicht gut informiert, was ich denn davon gegen was sinnvollerweise benutzen soll, abgesehen davon, dass ich halt für Bodenziele sinnvollerweise eine Bodenrakete benutze, aber da habe ich auch irgendwie, keine Ahnung, drei oder vier zur Auswahl. Und das steht da auch nicht. Du hast dich noch gewundert, wozu kann ein Hubschrauber-Bomben mitnehmen? Genau. Tatsächlich, die Hint konnte welche mitnehmen. Die hatte hinten zwei Stück, zum Beispiel. Ja, kann man machen. Es ging halt darum, du brauchst was zum Angreifen und wenn sich das meiste halt am Boden bewegt, dann brauchst du wahrscheinlich eine Abwechslung zu den Raketen. Genau. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum man diese Raketen oder die Waffen an sich sich da so viel selbst ausgedacht hat. Vielleicht, weil man gedacht hat, naja, wir haben jetzt hier einen fiktiven Hubschrauber, der irgendwie in der Zukunft entwickelt wird, die werden da wohl auch fiktive Waffen für entwickeln, aber sind wahrscheinlich immer nur Weiterentwicklung von den Waffen, die wir jetzt haben, um da irgendwie, ich, keine Ahnung, also in der Waffenauswahl gebe ich dir recht, da sieht man halt nicht viel. Ich glaube, das meiste, was man da sieht, ist das Gewicht von den Waffen, weil sich das ja auf den Helikopter angeblich auswirkt, aber keine Ahnung, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Auch eine asymmetrische oder eine symmetrische Beladung spielt keine Rolle auf das Flugverhalten. Das ist ja eh nicht so komplex. Und das Autobeladen, der belädt einen immer gleich. Also man kriegt acht Luftluftluft, Waffen mit, man kriegt irgendwie, weiß ich nicht, zwölf oder vierzehn Luftbodenraketen mit und dann nochmal zweimal diese F-FAR, also diese Raketenpötte, was jetzt, naja, nicht die richtige Waffnung ist. Also von dem Auto kann man halt eigentlich nicht viel lernen. Als dass er einen so bewaffnet, dass man in jedem Einsatz, ob es jetzt gegen Flieger oder gegen Bodenziele ist, immer Waffen dabei hat. Aber ob das jetzt genug sind, muss man dann selber wissen. Also das hilft einem dann auch nicht so wirklich. Das Auswählen an sich finde ich wiederum ganz nett gemacht, dass man da so draufklicken kann und sich die Waffen auswählen kann. Das kannte man aber auch schon aus anderen Simulationen. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es doch ganz cool. Ich finde es auch ganz cool, dass es eigentlich unterschiedliche Einsatzziele gibt, dass es halt Bodenangriffe gibt, dass man aber auch Versorgungsrouten zerstören muss, dass es Escort-Missionen gibt und dass es wohl auch Luftüberlegenheitsmissionen gibt, Truppenunterstützungsmissionen. Also das finde ich eigentlich schon ganz nett, dass man da unterschiedliche Missionstypen hat. Leider spielen sich die am Ende immer recht gleich, habe ich zumindest das Gefühl. Da war nie so ein richtig großer Unterschied. Es ist dann, wie du schon gesagt hast, flieg hin und zerstöre XY-Ziel. Da hat man sich mehr Freiheiten bei der Missionsbeschreibung gelassen wie dann im späteren Missionsdesign. Ganz lustig finde ich natürlich, dass es dann auch exotischere Angriffe gibt, sage ich mal. Ich kann mich jetzt außer an Tornado, was später gekommen ist, an kein Spiel erinnern, wo man jetzt mal direkt Anti-Runway-Ammunition auf so einen Runway wirklich werfen konnte. Das ist schon ganz, ganz nett, auch wenn da jetzt nicht kein richtig großer Unterschied ist, aber man hat sich trotzdem Mühe gegeben und versucht, da exotischere Missionen rauszusuchen. Und das finde ich ganz gut. Ansonsten kann man das Gameplay eigentlich im Folgenden zusammenfassen. Man startet, man fliegt hin, man kämpft auf dem Weg dorthin mit Fliegern, die gefühlt in den ersten Missionen eine limitierte Anzahl haben. Also da kommen dann immer gleich viele Flieger. In den späteren Missionen habe ich das Gefühl, kommen halt immer wieder gleich viele Flugzeuge oder auch andere Hubschrauber. Und wenn man die abgeschossen hat, kommt der nächste, sodass man irgendwann zu wenig Raketen hat, um noch wirklich effektiv gegen die vorzugehen. Das heißt, es entsteht auch so ein Zeitdruck, die Mission schnell zu erledigen oder die Strecke schnell zurückzulegen, weil man sonst nicht mehr genug Munition hat, um die ganzen Flieger, die einen anfliegen, abzuschießen. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen nervig. Ich glaube, das war auch das, was uns später dann daran gehindert hat, das wirklich weiterzuspielen. Und klar, es wurden dann mehr Einheiten, die auf einen geschossen haben, die besser getroffen haben und so weiter. Was hat Spaß gemacht? Was könntest du dir denn vorstellen, was dir jetzt vom Zuschauen her, was hat dich da angesprochen, Dirk? Also, ich fand es, wie gesagt, für einen Flugsimulator halt relativ übersichtlich. Also, auch von der Orientierung her, die Ziele wurden immer passend markiert. Finde ich mal ganz wichtig, dass ich sehe, wo auch ein Gegner ist. Mhm. Und so gesehen konnte ich mich da relativ gut orientieren. Wo bin ich? Wo ist der Gegner? Was ist das Ziel? Das fand ich eigentlich gut. Was ich ein bisschen, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, dass ich vom Zuschauen her fühlte ich mich nicht so wirklich ein Hubschrauber, ehrlich gesagt. Nee, und vom, vom, vielleicht greife ich da ein bisschen vor, vom Fliegen her auch nicht, weil das Flugmodell ist so, dass wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, am Boden, und den, die Maus nach oben schiebe, dann ändere ich halt die Kollektiv, das Kollektiv und gehe dann nach oben. Wenn ich dann die Maus weiterhin gedrückt halte und nach links und rechts gehe, dann ändere ich auch das Kollektiv nach links und rechts und ja, aus heutiger Sprechweise würde man sagen strafe nach links und rechts und wenn ich das loslasse, dann drehe ich mich um die, um die eigene X, äh, um die eigene Y-Achse, wenn ich die Maus nur bewege und wenn ich nach unten, na natürlich, dann geht er, geht er nach unten und ich fliege nach vorne. Das heißt, ab einer gewissen Geschwindigkeit ändert sich das Steuerungsverhalten des Hubschraubers und man fliegt wie, fliegt ihn wie ein Jet. Also das heißt, wenn ich dann nach rechts gehe, dann drehe ich nämlich nicht mehr um die eigene Y-Achse, sondern mache so eine leichte Rolle und fliege dann auch nach links und rechts. Das macht die Steuerung später viel, viel einfacher, aber ich hatte relativ große Startschwierigkeiten, damit am Anfang damit klar zu kommen. dazu kam noch, dass, ja, dass es so eine Art Dead Zone gibt bei der Maussteuerung. Das heißt, wenn ich die Maus ganz langsam nach links und rechts bewege, bewegt sich auch der Mauszeiger in dem Menü irgendwie gar nicht und dann bewege ich ihn schneller und dann macht er auf einmal einen Riesensatz. Okay, ich wäre noch zu der Frage gekommen, wie du das Ganze gesteuert hast, ob jetzt mit Joystick oder Maus, aber dann ja offensichtlich mit Maus. Ja. Okay, das ist dann ja gut, irgendwie ein Eingabeproblem mit der Maus oder liegt das vielleicht daran, dass du mit deiner Maus jetzt irgendwie eine andere Auflösung hast als sie damals? Ja, ich habe dann die Empfindlichkeit, heißt das glaube ich in DOSBox, die Mausempfindlichkeit runtergestellt um 75 Prozent, glaube ich, und dann ging es so einigermaßen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir die Steuerung damals auch auf dem Amiga beschissen fanden. Also das war, ja, wir wollten es halt mit Joystick spielen, mit Joystick, ich weiß nicht, ob es nicht ging oder ob es noch schlimmer war mit Joystick, auf jeden Fall mit Joystick haben wir es nicht gemacht und mit Maus konnte man es dann machen, aber ja, ist auch mehrfach belegt, die Maus. Also wenn ich nur kurz die rechte Maustaste drücke, dann schalte ich ja zum Beispiel die Waffen durch. Drücke ich die zu kurz, um nach vorne, dann habe ich anstelle von den Höhen, die Höhe gewechselt zu haben, die Waffe gewechselt, was es nicht besser macht. Ist natürlich der total realistische Teil, weil in echt Hubschrauber fliegen ist ja schwer. Das stimmt, aber ich glaube Jetfliegen auch und das war irgendwie einfacher. Gut, also sagen wir mal so, wir haben jetzt bei der Steuerung und ansonsten relativ wenig Dinge gefunden, die jetzt Spaß gemacht haben, oder? Die Steuerung hat später, ich will jetzt nicht sagen, Spaß gemacht, aber sie war später, wenn man ein bisschen geübt hat, nicht mehr ganz so hinderlich. Die Missionen an sich fand ich schon spaßig und es hat auch Spaß gemacht, an den Missionen teilzunehmen, aber das lag vor allen Dingen an dem Briefing und an den unterschiedlichen Missionen, dass man sich überlegt hat, oh, was ist das jetzt cooles, im Endeffekt, dass die immer gleich dabei rausgekommen sind oder dass was relativ ähnliches immer das Missionsziel war, das war nicht so schön. Also im Großen und Ganzen kann man eher sagen, dass das Ganze drumherum um diese Simulation mehr Spaß gemacht hat, wie die Simulation an sich. Das ist so ein bisschen wie, für mich Command & Conquer. Command & Conquer hat für mich nicht so viel Spaß gemacht zu spielen, wie die nächsten Zwischensequenzen zu sehen und die nächste Karte zu sehen. Also es ist, glaube ich, für damalige Zeit nichts ganz Ungewöhnliches. Wenn man aber lieber eine Hubschrauber-Simulation, wo mehr Simulation drin ist, spielen will, dann ist man mit Gunship oder mit Gunship 2000 auf jeden Fall besser bedient. Da hat der Simulationsteil mir dann auch mehr Spaß gemacht, würde ich sagen. Ich hätte jetzt vom Zuschauen her auch nur mehr so Sachen gefunden, die jetzt ein bisschen, ja damals hätte man es wahrscheinlich normal gefunden, weil aus heutiger Sicht ein bisschen befremdlich oder komisch. Es ist halt ein ganz großes Problem bei Hubschrauber-Simulatoren, dass du eben, was du auch schon anfangs gesagt hattest, dass es darum geht, dass du halt das Gelände nachbildest oder der Hubschrauber in echt wird ja das Gelände ausnutzen. Ansonsten frei in der Luft ist er einfach nur ein Ziel. Genau. Und wenn du halt hier in dem Spiel kein Gelände hast oder maximal ein paar Pyramiden, dann hast du das nicht. Ja. Ich meine, das ist bei Gunship 2000 ähnlich. Da gibt es ein paar mehr Berge. Man kann zum Beispiel durch Tunnel fliegen. Nichtsdestotrotz hat das ganze Spiel mehr Spaß gemacht. Man hatte trotzdem noch mehr Möglichkeiten, sich zu überlegen, welche Route nimmt man. Und die haben trotzdem noch mehr versucht, das Terrain einzubauen. Das fehlt hier. Da wirkt das ganze Hubschrauber-Konzept nicht ganz so durchdacht. Und wenn man ehrlich ist, ist, wenn man sich die Nachfolger, die ja auch Thunderhawk heißen, das ist uns ja eben aufgefallen, anschaut, dann geht das von denen halt viel mehr in die Richtung von Comanche oder so, wo man halt mehr Raketen hat und mehr am Ballern ist, was ja dann auch später zu Sega CD viel mehr passt. Ja, das ist dann insgesamt etwas Arcade-lastiger. Ich fühlte mich jetzt auch abgesehen von den Storys und von dem 3D kam es mir jetzt so ein bisschen mehr vor wie, es gab damals Airwolf für den NDS. Das war auch ähnlich wie damals Top Gun für das NDS, war es eine totale Katastrophe, weil es war im Prinzip nur, du hast den Bildschirm gesehen, ab und zu kamen ein paar Objekte rein, auf die hast du geschossen und hast gehofft, dass möglichst wenig bei dir ankommt und dein Instrumententräger kaputt macht sozusagen. Und ja, so ein bisschen, obwohl es jetzt ein Simulator sein sollte, war das hier auch ein bisschen Arcade-lastiger, weil du halt wenig Simulationsaspekte drin hattest, abgesehen von der Waffenwahl. Ja, das ist definitiv Arcade-lastiger, was damals wahrscheinlich nicht so aufgefallen ist, weil das mit vielen Simulationen so war. Ich meine, wenn man sich Asus of the Pacific anguckt, könnte man auch sagen, das ist Arcade-lastiger, aber wenn man sich das dann genauer anguckt, dann merkt man schon einen Unterschied, ob man mit Reserve-Tanks fliegt oder ohne und man merkt auch schon den Unterschied, wo man Gegner trifft, was für eine Reichweite man hat und auf den ersten Blick wirkt es dann auch Arcadig, auf den zweiten merkt man schon, dass es mehr Simulationen ist und man merkt hier auf jeden Fall, dass da mehr auf das ganze Drumrum, auf das Aussehen Wert gelegt wurde wie auf die Simulationen, was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, nur ich sag mal, für jemanden, der sich eine Simulation erhofft hat, ist das vielleicht dann schon so ein bisschen eine Enttäuschung. Steuerung, da hatten wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, ich greife mal vor, Dirk, du hast hier reingeschrieben, Zielerfassung wirkte kompliziert. Ja. Ich glaube, sie hat bei mir nie funktioniert. Laut Handbuch ist es die Taste Null, Ziele durchwechselt. Was ich schon mal beschissen finde, warum ist das Null? Zeroing in. Ah, okay, ja. Ich hab dann ausprobiert die Null oben auf der Tastatur, ich hab die Null auf dem Ziffernblock ausprobiert, keine Ahnung, also ich hab die Ziele einfach so abgeschossen, wie sie gekommen sind und gehofft, dass ich genug Munition habe, bis ich die Primärziele alle erwischt habe. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich da wirklich aktiv durch Ziele steuern kann. Ich weiß, in der ersten oder in der zweiten Mission hab ich das mal ausprobiert und da hat es irgendwie geklappt, aber es könnte natürlich auch sein, dass ich da gerade den Hubschrauber so in die Richtung gewählt habe, dass das eine Ziel gerade automatisch abgewählt wurde und das andere angewählt wurde. Also irgendwie hatte ich nie das Gefühl, wirklich bewusst ein Ziel auswählen zu können, was schon ziemlich beschissen ist für einen Action-Simulator. Über die Steuerung habe ich ja schon gesprochen gerade, also das ist, im Handbuch wird ja auch von einer innovativen Maus-Steuerung gesprochen. Ich fand die nicht innovativ und ich fand die ehrlich gesagt auch nicht so gut. Da hätte ich mir eher so eine realistischere Steuerung wie bei Gunship oder so vorgestellt oder gewünscht. Das ist es ja dann leider nicht geworden. Ja, man muss das vielleicht auch lernen. Ich weiß, ich kenne ehrlich gesagt die anderen Nachfolgeteile nicht. Würde mich mal interessieren, ob das da so geblieben ist. Gerade diese Todeszone von der Maus macht die Steuerung im Menü nicht so angenehm. Im Flug geht es. Spielumfang, habe ich schon gesagt, sind ungefähr sechs Einsatz, ne, sind ziemlich genau sechs Einsatzgebiete mit ungefähr fünf bis acht Missionen. Das hängt immer von den Einsatzgebieten ab, glaube ich. Das heißt, man hat da schon relativ viele Missionen. Also man kann ja, könnte ungefähr sagen 35 bis 40 Missionen, was schon, ich würde sagen, für die damalige Zeit jetzt nicht gerade herausragend viel ist, weil ja Simulationen wie Ace of the Pacific oder so viel, viel, viel mehr Simulationen haben. Dafür muss man aber dann bedenken, dass es ja zu jedem Einsatzgebiet und zu jeder Mission eine Vorbesprechung, eine Nachbesprechung, eine Einleitung gab. Also da gibt es dann schon einiges drumherum, was es mir dann schon die Missionen ein bisschen wertiger erscheinen lässt, wie die von Aces oder von anderen Simulationen. Von daher ist das schon wirklich ein netter Umfang. Innovationen, da hatte ich überlegt, man könnte die Steuerung schon als innovativ bezeichnen. Das ist schon nicht verkehrt, auch wenn die Innovation nicht wirklich sich durchgesetzt hat oder erfolgreich war. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit den anderen Teilen ist, aber ich glaube, die sind nicht so zu steuern, auf dem Sega mit Sicherheit nicht. Also da werden sie sich wahrscheinlich was anderes überlegt haben. Aber ich glaube, dass der Simulator mit Story hier zumindest aus meiner Sicht wirklich das erste Mal so wirklich vorgekommen ist und dass man sich so viel Mühe gegeben hat, eine Story drumherum zu basteln mit so viel Grafik, Sound-Einblendungen, die Briefings, Briefings, Missionen und so weiter. Also das würde ich schon mal als Innovation bezeichnen wollen hier. Was meinst du? Ja, dass die Steuerung tatsächlich innovativ ist. Wir kommen ja gleich noch zu den Magazinauszügen, da die Meinung bestand auch damals. Ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick, wie es mit Storys in Simulatoren aussieht. Deshalb werde ich mich da mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also dann lehne ich mich mal aus dem Fenster. Vielleicht fällt euch ja noch eine Simulation ein, die einen ähnlichen Aufwand an Storytelling betrieben hat und vielleicht noch eher auf dem Markt war wie Thunderhawk. Dann würde mich das natürlich brennend interessieren. Schreibt das bitte in die Kommentare. Ansonsten würden wir das jetzt erstmal so stehen lassen. Magazin. Soll ich mal anfangen? Mit dem Zeitgenössisch. Ich habe jetzt nur den Kurztest, könnte man sagen, aus der Powerplay 392. Ja, hat für MS-DOS 62% bekommen, Grafik 64, Sound 37, Schwierigkeit mittel. Welcher PC-Pilot bei Thunderhawk eine echte Helikoptersimulation à la, ne, Simulation LA, vielleicht, Schreibfehler. Ja, ganz schub 2000 erwartet, wird ein wenig enttäuscht. Statt hoher Realitätsnähe wird bei diesem Spiel sehr viel Wert auf das Action-Element gelegt. Rumfliegen, ballern, was die Autokanone hergibt, heißt die spielerische Devise. Die 3D-Grafik ist zügig, verschiedene Einsatzgebiete sorgen für Abwechslung. Leider ist Thunderhawk eine Spur zu hektisch und unfair. Ja, deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir ja auch gesagt haben. Schade, also, ich hätte mir noch gewünscht, dass jetzt hier jemand auf die Missionen ein- und Ableitung eingegangen ist, aber das war vielleicht dann damals doch nicht so innovativ. Naja, also ich finde es innovativ und so schlecht finde ich die Grafik jetzt auch nicht für 92, also eine 64, naja. Sound 37, das deckt sich ja mit dem, was wir auch festgestellt haben. Ich meine, die Sprachausgabe hätte man sich wirklich sparen sollen. Du hast was? Aha, ich habe diesmal nichts Neues, weil ich habe ehrlich gesagt nichts Neues dazu gefunden. Das Problem war ehrlich gesagt, wenn du halt nach Thunderhawk suchst noch die AH-73M-Einschränkung, du findest halt sehr viele Reviews zu der Sega-Version, weil das bei Sega ein sehr beliebtes Spiel war, was aber halt nicht dieses Spiel ist. Genau. Und zur MS-DOS-Version findet man relativ wenig. Ich habe da ja auch mal was Altes rausgekramt. Was ist das? Amiga Power von Juli 1991 von einem Rezensenten namens Macintosh. Avery. Das passt ja super zu Amiga. Das ist allerdings Work in Progress. Das heißt, 1991, da kam es halt erst raus und will be released at the end of August. Also, das war halt so, ja, ein Monat Vorschau sozusagen. Und ja, das ist, als Innovation wurde da halt herausgestellt, dass alles mit der Maus kontrolliert wird. Apart from external views and radar jammers, you don't have to touch the keyboard at all. Also, vielleicht gibt es null gar nicht. Könnte sein. The idea is, as you say, to make everything as easy to use as possible. Also, vielleicht haben wir das Kernelement dieses Spiels einfach nicht so gewürdigt, dass es halt von der Steuerung her einen einfachen Einstieg in die Simulator-Welt gegeben hat. Das kann sein. Wäre mir auch nicht aufgefallen, weil ich es schwieriger fand. Vielleicht, weil ich schon andere Simulatoren kenne. Da hätte man jetzt vielleicht mal jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Simulatoren hat, mal dran lassen müssen. Also, ist wie gesagt kein Testergebnis oder sowas, sondern war eine Vorschau und hat halt positiv herausgestellt, dass sowohl das User-Interface intuitiv ist, als auch die Steuerung sehr neu und ja, sehr eingängig. Ja, das kann man ... Der Sinn des Spiels war es halt auch, das ganze Simulator, den Simulator-Anteil da so weit es geht zu vereinfachen. Ja, und das merkt man ja auch. Kindheitserinnerungen? Habe ich nicht. Genau. Es kann sein, dass mir irgendwann mal die Sega-Alternative da untergekommen ist. Ich erinnere mich aber ehrlich gesagt nicht dran. Ich auch nicht. Ich erinnere mich nur an die Amiga-Version, wobei ich mir nicht sicher war, ob es Amiga- oder PC-Version war, die wir gespielt haben, nachdem ich das PC-Intro gesehen habe, war ich mir ziemlich sicher, dass es die Amiga-Version war und daran habe ich mich auch wirklich stark erinnert, an das Intro und an die Atmosphäre, an die frickelige Steuerung habe ich mich erinnert, an großartig mehr nicht und das ist ja heute auch noch so geblieben. Insgesamt kann ich aber sagen, dass mir das Spiel heute besser gefallen hat wie früher, weil ich glaube ich früher das Ganze nicht so aufgenommen habe, dass die Missionen wirklich zusammenhängend sind. Ich glaube, wir hatten auch nur die englische Version. Na gut, da war ich zwölf. Ja, also war vielleicht nicht so weit her mit meinem Englisch, dass ich auch die ganzen englischen Missionsbriefings und so wahrscheinlich nicht so richtig gut verstanden habe. Also lag vielleicht auch daran, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kam mir das heute ein bisschen besser vor. Also das hat sich schon verändert. Ansonsten ist es noch ziemlich gleich geblieben. Da ist meine Erinnerung nicht so rosarot gewesen, wie man das erwartet hätte. Ja, wem würdest du das denn heute noch empfehlen, Dirk? Unbedingt Leuten, die einen Simulator mit einer Autotaste fürs Loadout suchen, dass man sich endlich diese ganze Konfiguration sparen kann. Ne, empfehlen weiß ich nicht. Also es ist halt von eingängiger Steuerung und kurzfristiger, kurzweiliger Action ist halt ja nicht so viel übrig geblieben, weil die Steuerung jetzt im Nachgang nicht mehr so einfach ist. Und als Hubschrauber-Simulator hatten wir ja schon gesagt, gibt es ein eher schlechtes Bild ab, weil es halt die wesentlichen Eigenschaften eines Hubschrauber- Luftkampfes nicht aufnimmt, weil es den Boden nicht nutzt. So gesehen, tja, weiß nicht. Also es ist auch nicht so kurzweilig, dass man es mal eben in fünf Minuten zwischendurch spielen könnte. Ich würde jetzt ehrlich gesagt sagen, abgesehen davon, man möchte noch mal so eine B-Movie-Story im Hintergrund haben, dass es da vielleicht auch eher andere Flugsimulatoren gibt, mit denen man sich beschäftigen kann. Ja, das stimmt. Wolltest du noch was sagen? Ne. Das sehe ich ähnlich. Also ich würde das schon jedem empfehlen, der Simulatoren mag, da mal reinzusehen, weil es schon anders ist, wie alle anderen Simulatoren zu der Zeit, sage ich mal, weil es halt wirklich weniger Anspruch auf die Simulation legt, sondern mehr auf das Drumherum, auf die Präsentation. Das gefällt mir schon ganz gut. Auch das, naja, B-Movie-Storytelling finde ich ganz gut. Also klar, man muss das jetzt nicht durchspielen, weil es schon wirklich relativ frustrierend am Anfang wird. Man kann aber mal ruhig so ein paar Missionen ausprobieren und da mal so ein bisschen reinschnuppern, sage ich mal. Also im Prinzip kann man da nicht viel mit falsch machen. Es ist jetzt nicht wirklich ein schlechtes Spiel und ich muss sagen, von der, was hatte ich gerade, Powerplay, die 63 Prozent, also ich würde den, ich würde mehr geben. Ich würde mehr geben. Ich würde gut, eine gute 70 geben, Richtung 75. Also ja, wenn ihr euch mit meinen Einschätzungen oder mit meinen Spielvorlieben deckt, dann kann man da ruhig mal einen Blick reinwerfen. Wenn ihr euch eher mit den Spielvorlieben von Dirk deckt, dann schaut euch da lieber mehr Action an, wahrscheinlich mit Comanche oder weniger Action und mehr Simulation mit Gunship 2000. Das wäre so die Empfehlung, oder? Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich danke dir, Dirk und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, bis dahin. Tschüss. Ja, möchten noch jemand was zu Thunderhawk ergänzen? Robin, du bist doch eigentlich so Predestnee für solche Titel oder bringt der an dir vorbei? Du meinst, ich als DOS-Kind muss das kennen? Ja, ich kenne das Spiel, ich habe es auch damals gespielt, aber ich habe, glaube ich, damals diesen Action-Teil nicht so richtig gemocht. Ich bin, das ist eine Zeit, wo ich, glaube ich, eher schon eine Simulation, da habe ich mich, glaube ich, eher über das Gunship gefreut, was ein bisschen realistischer versuchte, sich zu zeigen und dann später irgendwann halt bei Thunderhawk 2, da war es dann bei mir schon wirklich eine Simulation, die ich gespielt habe. Ja, Dirk, was können wir demnächst von euch erwarten? Gibt es da schon irgendwelche Prognosen, auf welche Machwerke wir uns da vorbereiten können? Weil ihr habt ja manchmal wirklich Titel, die nicht jeder gerne spielt, glaube ich. Ja, also wie eben schon angekündigt, Need for Speed 3 ist gerade noch in der Pipeline, das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen, bis wir da zum Anschlussgespräch kommen, weil die verschiedenen Modi und so weiter, das dauert alles ein wenig, da haben wir ein bisschen länger was von. Selma hat nebenbei noch Burn Time angefangen, das kenne ich mal wieder überhaupt nicht, das sieht man auf den ersten Blick. Auf schwarzem Grund. Genau, und da hat Selma mich auch schon gefragt, ob ich mitmache, weil du schon gesagt hast, dass du das überhaupt nicht kennst und ich werde auf jeden Fall einen Teil davon mitmachen, von euren Pretty Old Pixeln. Das Handbuch war brennt klasse. Ja. Wir haben dann auch noch Alexander dazu gewonnen, der für uns Hacker replayt für das C64. Okay, das klingt auch sehr aufregend für ein langes Abschlussgespräch, da bin ich sehr richtig. Entschuldigung, aber oh mein Gott, das könnte, ja, ich bin gespannt. Punkt. Ja. Und wir haben jetzt dienstags immer den Streamstark und da kämpfen Selma und ich uns gerade durch Rams of the Haunting, das hatte er ja schon mal gereplayt, allerdings ja nicht und nicht durchgekommen und wir versuchen das jetzt noch so sozusagen unter Anleitung. Selma mogelt sich da durch und ich sage ihm so ein bisschen, wo er sich hinbewegen soll und ich versuche mich da möglichst ja gut an diverse Walkthroughs zu halten, weil anders ist das in der Kürze der Zeit auch gar nicht machbar. Also dann setzen uns da so zwei Stunden hin oder sowas und wenn man da ein bisschen Fortschritt sehen möchte und nicht nur, dass man immer durch die gleiche Ecke läuft, dann braucht man ein wenig Hilfe und es hat auch schon irgendwie eine vorletzte Folge oder sowas war schon großartig, weil wir waren im Prinzip durch das ganze Level durch und am Ende des Levels festzustellen, Mist, zu Anfang fehlte was und dann den ganzen Level wieder zurück. Ja, wunderbar. Das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu demnächst. Genau. Ja, dann können wir mal zum nächsten Talk kommen, der hat ja freundlicherweise der Andreas für uns aufgezeichnet. Ja, magst du auch was kurz zu dem Commodore-Meeting sagen, was das für eine Veranstaltung ist oder wie du darauf gekommen bist? Ja, darauf gekommen bin ich über meinen Bruder, der selbst seit Jahrzehnten auch so wie ich begeisterter Amiga-User ist und das auch lange Zeit bis jetzt aktiv betrieben hat. Unter anderem hat er auch einen Walker-Desktop praktisch daheim und auch einen Draco und so weiter, also der ist wirklich ein aktives Mitglied der Amiga-Community und der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt eben jedes Jahr ein Commodore-Meeting stattfindet und da bin ich auch über das Forum 64 drauf gestoßen und habe mich dann praktisch dort angemeldet und habe dann auch bekommen, dass es jetzt wieder stattfindet und bin dann dort hingefahren und habe dort wirklich sehr viele nette Leute getroffen und eben auch mein neues Mikro gezückt und auch gleich drei Interviews dort gemacht, die wir nachher auch einspielen. Für mich am interessantesten war es mit Thomas Dorn zu reden, der eben früher bei Commodore gearbeitet hat, dort für die Betüllung der Leute und für das Marketing war da zuständig war und auch dann die Hardware dort gebaustelt hat. Der ist immer noch sehr rege am Reparieren und unter anderem auch, was ich nicht wusste, die tschechische Eisenbahn verwendet immer noch bis heute Amiga 4000 zur Steuerung des Schienennetzes. Das ist wirklich toll. Es gibt ja auch bis heute gerückt, dass diverse Atomkraftwerke noch mit dem 20 gesteuert werden oder so, also naja. Ja, das ist Realität. Er hatte dort einen zur Reparatur, wo eben die Software drauf lief und allein schon die Fotos, die ich gemacht habe, was dort im Keller herumsteht an Hardware, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Da standen allein fünf Amiga 4000, mehrere Amiga 3000, auch Tausender normale Amiga, dann war dort eine Amiga 500 mit einer Vampire Turbo-Karte, die ich so live noch nicht gesehen habe. die war auch erst relativ frisch, die hat er seine Woche vor bekommen und gerade frisch eingebaut. Eine Amiga 600 auch mit einer Vampire Turbo-Karte, die ist wirklich schnell und was sehr netter Umbau war, einen Brotkasten, einen C64, der wirklich im Brotkasten eingebaut war. Man konnte vorne die Klappe so aufmachen, wo man das Brot anlegt und da war die Tastatur montiert. Das war wirklich nett. Ich denke manchmal, einige Menschen haben zu viel Zeit. Und einem sehr schön hergerichteten Amiga CDTV, der Flop vom Amiga 500 quasi, mit einem Steuergerät, der seinen Trackball integriert hatte, das sehr, sehr selten ist. Also wirklich sehr, sehr nette Teile. Ich habe eine Idee für dich, für einen neuen Bausatz. Kann man ein CP10 in einen Türstopper einbauen? Ha, ha, ha. Das ist eigentlich ein Zinkler-Witz. Das hast du noch nicht verstanden. Das passt bei der Gelegenheit an. Ich denke, wir hören da mal rein, was du so vom Meeting mitgebracht hast und freuen uns auf interessante Gespräche. Retro Talk Auf ein Wort So, ich bin jetzt im Garten von Thomas Dorn und hier findet das jährliche Commodore-Meeting statt im wunderschönen Wien. Es ist wunderschönes Wetter und wie wir gehört haben, oder vorher ausgerechnet haben, ist es das siebzehnte Mal, dass es jetzt stattfindet und ich darf mal den Thomas recht herzlich begrüßen. Hallo Thomas. Hi. Ja, wir haben ja schon eine abgebrochene Aufnahme, die uns hier ein wenig in die Bredouille springt, aber wir fangen das Ganze nochmal von vorne an und fangen nochmal so, Thomas, ganz spontan und völlig ungeprobt, wie bist du denn zur EDV gekommen? Das war, ich bin in Gasteilertal aufgewachsen, wo Elektronik ein Fremdwort war. Ich bin dann zum Zeitschriftenhandel gegangen und habe dann eine Elektronikzeitschrift gekauft, war ganz fasziniert von diesen Bauteilen und habe dann geheim angefangen, Bauteile zu kaufen wie Leds und Widersteine, habe dann irgendwas zusammengelötet, bis ich dann einen ZX80 zum selber zusammenlöten gefunden habe und bestellt habe. Hinter dem Rücken meinen Eltern habe ich dann einen Schwarz-Weiß-Fernseher noch dazu erstanden für damals 500 Schilling unglaublich ein gebrauchtes altes Käsegerät. Ja, aber irgendwie wollte ich das Ding zum Laufen bringen. Okay, der ZX80, ja, schon ein schönes Gerät und ich glaube 1978 war das. Ja, richtig. Wunderbar, da bin ich gerade auf die Welt gekommen. Also, wir sind beide jetzt auch nicht mehr 20, aber es ist schon ein wenig her und wie ist dann deine Commodore-Zukunft angekommen? Ja, also wie gesagt, da war ich damals 13, einige Jahre später bin ich dann in die Hotelfachschule gekommen, erzähle mit einem Freund, was ich da so mit dem Computerzeug da so mache und ich finde das einfach toll. Wir steigen aus aus dem Bus und sagen, ja, gehen wir einfach zum Hattau und kaufen einen Computer. Ja, und da gab es einen VC20 und einen C64. Fragen den Verkäufer, was ist so der Unterschied? Ja, der eine ist 20, der andere ist 64. Ja, und dem Preis ist noch ein Unterschied, aber nicht viel. Spannend, wir nehmen den C64 und tippen unser erstes Spiel ein. Nichts ahnen, dass man dazu auch einen Datenspeicher wie eine Datasette braucht, die wir dann am nächsten Tag nachgeholt haben, über Nacht laufen gelassen haben und unter laufendem Betrieb angesteckt dann dieses Spiel sichern konnten. Geil. Ja, das Problem mit der Datasette hat auch mein Bruder und ich, der damals den C64 zur Firmung bekam und wir dann auch abgetippt haben fleißig aus diesem wunderschönen Commodore-Handbuch und um danach festzustellen, nach dem Ausschalten kann man das wieder von vorne abtippen. Daraufhin wieder zu den Eltern laufen, könnten wir denn dann nicht noch was kaufen und dann wie viel und dann ja so, so viel. Das geht gerade noch. Das Diskettenauberkarte hat ja damals genauso viel gekostet wie der C64 und das war eindeutig zu teuer für den Anfang. 7.000, 8.000 Schilling war der 64 und die Floppy noch einmal so viel oder 1.000 Mark halt. Also wahnsinniges Geld. Ja, da musste man damals schon früh sein, dass man das durchdruckt hat. Ja, das stimmt. Wie ging es dann weiter bei dir? Einige Jahre später kam der Amiga 1000 auf den Markt, aber noch zu einem unglaublichen Preis. Irgendwie unerschwinglich und wenig später kam ich nach Wien auf die Farbe, auf die Messe und sehe den Amiga 500 damals um den gleichen Preis ungefähr wie der C64 einige Jahre vorher, also wieder um diese magischen 7.000, 8.000 Schilling und sage, ja, kaufen. Also auf der Messe, ich habe blind gekauft, ich wollte ihn haben. Punkt. Wow, ja, das ist schon ein tolles Gefühl. Wir haben schon auch ein paar Jahre gebraucht, bis wir dann auf den 500er gewechselt sind, aber es war ein unglaublicher Umstieg damals. Und die Lebe hatte ich ja praktisch am Amiga immer noch festgehalten, oder? Ja, 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 noch viel schlimmer. Wenig später, nicht einmal ein Jahr später, nach dem Kauf des 500ers, war ich bei Commodore beschäftigt. Ich war zuständig für Messen, aufbauen, abbauen, Flyer machen, erklären, Spezialteam, wenn wir Live-Schaltungen hatten mit Commodore America oder sowas, dass das auch über die Bühne geht und so, also wenn da irgendein Monitor ausfällt, dann bin ich auf den Gerüsten herumgekraxelt bei einer Amiga-World. Also wilde Sachen, aber tolle Zeit. Ja, die Amiga-World, das kann man sich ja heute schwer vorstellen. Es gab damals richtige Messen rund um den Amiga und ich weiß, es war damals, im damaligen Messepalast, war die Amiga-World damals noch. Ich bin auch damals mit meinem Bruder mit dem Bus heraufgefahren und wir haben einmal die Amiga-World besucht. Ich bin dann mit strahlenden Augen durchgegangen und habe nur gesabbert, weil einfach so tolle Geräte da standen und da warst du quasi live dabei in der Organisation. Genau, da war ich in der Organisation, wie gesagt, also Live-Schaltung nach Kalifornien und ich kann mich erinnern, dass der Ton ausgefallen und bin ich aufs Gerüst gekraxelt, habe das umgestöpselt und den Dave Haney habe ich bespaßt eineinhalb Tage lang, weil der ist gekommen, hat einen Zeittrift gehabt, der war total weg von der Rolle, der wollte, mitten in der Nacht war der putzmunter und ist am Ring spazieren gegangen, dem sind die, der hat gesabbert, weil ja die Autos in der Auslage sehr, die Porsche und Ferrari und so weiter am Ring und wir haben gesabbert, weil wir die tollen Geräte hatten, also das war schon eine außerordentlich lustige Zeit. Ja, das klingt wirklich sehr spannend, was du da erlebt hast, ganz unglaublich und wie schaut es aktuell aus mit dir und nach dem Niedergang von Amiga? Ja, ja, das war schon damals, ich war ja bis fast zum Ende bei Commodore, dann wurde ich von Siemens gefragt, ob ich den programmieren kann, grafikseitig für die Eisenbahn, dass ich ein Eisenbahnstellwerk mache, das heißt, ich war dann ein paar Jahre bei Siemens, habe das gemacht und die Eisenbahn-Sache läuft immer noch. In der Slowakei gibt es immer noch einige hundert Kilometer mit dem Amiga-Eisenbahn-System. Das heißt, der Amiga ist nicht tot, er lebt, er ist immer noch am Leben und wird immer noch benutzt und das ist schon wirklich großartig. Da sage ich mal vielen Dank für das Interview und für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns noch viele, viele Jahre jetzt noch treffen werden. Das ist ja mein erstes Treffen, aber ich komme garantiert wieder. Dankeschön. Das freut mich und alles Gute. Bis dann. Ja, und einen Hammer noch, den Gerhard, der hier aus unserem liebsten Nachbarland aus Deutschland angereist ist und zwar aus dem wunderschönen Bayern. Servus, Gerhard. Servus. Ja, du kennst die Retro-Kompatisse, habe ich gehört. Ja, du kennst die Retro-Kompatisse. Ja, du kennst die Retro-Kompatisse. Wunderbar. Und jetzt haben wir gedacht, okay, wenn ich dich schon mal vor dem Mikro habe, erzähl mal, wie bist du eigentlich mit Computern in Kontakt gekommen? Was warst du dein erstes? Das ist losgegangen in die 80er Jahre mit Sinclair ZX81. Damals von der Oma gekauft, weil ich mir selber nicht leisten konnte, war ja noch ein armer Schüler. Und dann ist es schnell weitergegangen, nachdem der nicht mehr ausgereicht hat, dann bin ich zum Sinclair ZX Spectrum gekommen. Da hat es damals große Werbeaktionen gegeben oder Freundschaftswerbeaktionen von Bertelsmann Quelle. Und wenn man da praktisch schon dazugegeben hat, dann hat man dafür ein Spektrum gekriegt, wenn man noch was draufgezahlt hat. Genau, das waren die ersten Schritte. Endlich Werbegeschenke, die sich auszahlen. Ja, genau. Und die Spaß machen, weil da hat man halt dann auch noch selber was machen müssen. Weil da hat man dann ein bisschen Basic gelernt, ein bisschen Assembler gelernt, weil man sich selber irgendwas auch programmiert hat, damit man halt auch was hat. Weil als Andere waren da fertige Spiele und die hat man sich auch nicht unbedingt selber leisten können. Ja, aber das war ja damals, ich meine, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, da hat es ja Internet noch nicht gegeben. Wie bist du eigentlich zu den Informationen gekommen? Wie hast du dir die Informationen beschafft? Ja, erstens im Bekanntenkreis. Man hat sich ja da noch unterhalten und nicht nur Internet. Und es hat den einen oder anderen gegeben, der den gleichen Rechner gehabt hat. Manche haben einen C64 gehabt, manche haben ganz was anderes gehabt. Und dann hat es nochmals, hat es auch in kleine Orte, hat es so eine Art, was soll ich mal sagen, so kleine Vereine gegeben. Und die haben dann auch regelmäßig, so im Quartal, so kleine Zeitschriften rausgebracht. Und da sind dann auch relativ viele Informationen drinnen gewesen. Und man hat sich halt, wenn es gegangen ist aus England, halt Zeitschriften organisiert. Okay, ja, das klingt interessant. Wie war das im Bekanntenkreis und mit den Eltern? Wie haben die dein Hobby da begutachtet? Ja, das war erst ein bisschen schwierig. Man hat sich halt, wie es die meisten gemacht haben, erst einmal verkauft. Man braucht so unbedingt zum Lernen. Und ja, man hat schon was gelernt dabei. Weil wenn man dann geschaut hat, dass man sich Informationen aus England besagen hat müssen, das war ja für die Sprachjahrzeit auch nicht das Schlechteste, sage ich einmal. Da haben wir was lernen müssen. Und es hat, du hast halt einen Vorsprung gegenüber allen anderen gehabt, wie dann später halt Informatik gekommen ist in der Schule. Das stimmt, ja. Ich habe auch hauptsächlich bei The Porn oder bei The Guild of Thieves viel von ihm ein Englisch-Vokabular getan, weil man hat sich ja wirklich mit dem Wörterbuch nebenhin hingesetzt und hat das übersetzt, dieses vermeidet alte Englisch da, gell? Das ist dann auch später bei mir gekommen. Ich habe dann später dann einmal als nächsten Schritt auf den Sinti QL gewechselt, das war ein bisschen ein schwieriges Thema, weil für den hat es ja überhaupt nichts gegeben bei uns. Und dann Atari ST, da ist eben auch sowas gekommen wie Guild of Thieves und solche Sachen, wo du halt dann auch Adventures gehabt hast mit englischer Sprache, wo du halt auch beschäftigen hast müssen, weil sonst hast du ja keine Chance gehabt. Okay, du bist quasi Atari und bist du beim Atari geblieben oder schnell später dann? Naja, das war ein bisschen eine blöde Story. Ich war beim Atari geblieben, wenn da nicht dieser böse Rechtsanwalt Grafenreuth gewesen wäre. Der hat ja damals so eine Jagd gemacht auf Raubkopierer und so weiter. Keine Raubkopieren hat er damals überhaupt keiner gehabt. Und da, wenn man halt so an so eine E-Mail-Adresse geschrieben hat, wie es halt so in die Zeitschriften drinnen gestanden ist, dann war das eine Deckeradresse von dem Anwalt und dann hast du halt auf einmal ein Schreiben auf dem Tisch gehabt. Okay, ja, das glaube ich, das hat es in Deutschland öfter gegeben. Das war eine ziemliche Welle damals. Das war eine absolute Hetzjagd. Da haben sie praktisch diese Listen genommen, die du da halt geschickt hast und aufgrund von dessen haben sie dich angezeigt. Richtig, mit Hausdurchsuchungsbefehl als Polizeikämer. Richtig. Puh, also schwere Geschütze. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe vor einem Bekannten, der hat auch da hingeschrieben gehabt, den haben sie vor mir erwischt. Zwei Wochen vorher, von dem habe ich die Info gekriegt gehabt und ich habe gewusst, dass es wahrscheinlich bei mir auch auftaucht hat. Jetzt habe ich alles an meinen Anwalt verkauft. Das war ja dann lustiger. Und danach habe ich alles weggehabt und dann ist die Polizei gekommen mit Hausdurchsuchungsbefehl, wirklich. Und von dort nach habe ich dann erst einmal die Filme von dem Computer lassen. gefunden haben sie nichts, zahlen habe ich auch nichts müssen, eine kleine Gebühr an den Anwalt und das war's. Okay, dann bist du in der Glippe wie die davon gekommen, da hat sich ziemlich viele erwischt. Ja, richtig viele erwischt und das ist auch richtig teuer geworden. Ich habe die Akten heute noch daheim, das ist so 250.000 Mark Streitwert gegangen damals. Oha, das war damals schon richtig, richtig viel Asche. Und wie hat sich dann doch noch der Rappel, dass du jetzt doch noch das wirst? Ich habe dann lange Zeit nichts mehr mit Computer zum Tag gehabt. Man hat sich halt dann einmal einen PC gekauft und solche Sachen und ich glaube, ich bin dann dazwischen drinnen so 2000 oder 2002 bin ich wieder einmal ein bisschen in Kontakt gekommen, hat sich aber nicht lange gehalten und dann ist irgendwann einmal World of War dazwischen gekommen und dann habe ich 2013 wieder aktiv angefangen und seitdem habe ich zwei Zimmer nur mit den Sachen voll. Und in einem Zimmer nur Computer, also habe dann wieder mit Sinkler angefangen, wie es halt damals war und dazwischen habe ich halt ein bisschen aufgehalten und habe jetzt auch Spielekonsollen, die man sich damals nicht leisten hat. Ja, so geht es mir ähnlich. Da müssen wir uns jedenfalls nachher noch weiter unterhalten. Wenn du jetzt einen Lieblingscomputer hast, welcher wäre das? Ein was? Ein Lieblingscomputer. Ein Lieblingscomputer? Ja, da muss ich immer noch mein Herz schlägt für Sinkler, Sinkler-Zettik-Spektrum. Na super, vielleicht können wir dich mal dazu gewinnen, ein schönes Retro-Kompott-Spezialthema hier zu machen. Sag ich auf jeden Fall danke für deine Zeit und bis bald. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke. So, und jetzt habe ich noch einen Deliquenten hier, der mir für ein Interview zur Verfügung steht. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin der Joe, ich bin aus Wiener Neustadt, bin mittlerweile schon 50 Jahre alt. Ja, was willst du noch wissen? Ja, nein, dass wir alle nicht ein wenig schon über 20 sind, das ist klar mit unserem Thema. Du warst ja schon langjähriger Platzgeber für dieses Kommandeurier-Meeting und für den Stammtisch, oder? Nein, habe ich eigentlich nichts zu tun zum Kommandeurier-Meeting und zum Stammtisch bin ich eigentlich über das Forum 64 gekommen und ich finde, das sind lauter super Leute da. Man kann sich nicht unterhalten und man kriegt da richtig Hilfe. Das stimmt, ja, das muss ich echt sagen, es wird einem sofort hier super angeboten, also danke an alle, die hier mitmachen und so weiter. Aber jetzt, wie bist du eigentlich mit dem ersten Kontakt mit Kommute gekommen? Mein erster Kontakt mit Kommandeurier? Oh Gott. Ja, das war als Jugendlicher. Man braucht einen Computer zum Spielen, Nintendo und so weiter, das war alles tabu. Habe ich meinen Eltern einreden können an Kommatore, weil da kann man natürlich auch schreiben und andere Sachen machen, was für die Schule richtig sind. Im Endeffekt haben wir immer gespielt, bis, ja, bis halt das Interesse irgendwann verschwunden ist. Ja, das war bei mir ungefähr genauso. Ich kann mich erinnern, dass meine Eltern immer gesagt haben, dass mit dem Herumspielen am Computer du niemals Geld verdienen wirst und heute bin ich in der EDV-Branche und mache genau was mit Computern. Und du hast gesagt, du bist erst vor jähriges Jahr und hast wieder den C64 entdeckt. Wie war das für dich? Ja, wie war das? Es war eigentlich wie eine Wiedergeburt. Ich habe den gesehen, aha, ja, ich habe ja selbst Programme geschrieben und so weiter. Den stecken wir ab, probieren wir aus, aber leider ohne Erfolg, er war einfach nur tot. Und dann durchs Forum 64 geben, Riesentank an einen Aussi, der hat mir den wieder zum Leben erweckt. Ja, und jetzt werden halt die ganzen Disketten wieder ausprobiert und so weiter. Was meinst du, macht das, zurzeit rollt ja eine Riesen-Retro-Welle über uns her und das Retro ist wieder voll in und so weiter. Was macht den Reiz von Retro aus? Gute Frage. Es ist einfach, ja, es ist einfach, es ist simpel, es ist keine Überzicht, der Grafik nicht, man sieht sofort, das ist ein Spiel und der Spaßfaktor ist da. Stimmt, der Spaßfaktor ist bei allen wichtig. Sag ich mal, vielen Dank für das Interview und für deine Zeit. Danke sehr. Ja, so viel also aus Wien und wir haben noch einen dritten Retro-Talk, der hat uns freundlicherweise ganz kurzfristig noch der Jürgen zugeschickt von der Zankstelle und er spricht über Outlaws und da ich da selbst auch noch nicht reingehört habe, kann ich gar nicht viel dazu sagen, ich kann nur sagen, wir hören da jetzt mal rein, Jürgen. Meint er das CPC-Spiel oder was? Wie gesagt, hören wir mal rein, ich habe noch nicht reingehört. Retro-Talk auf ein Wort. Wie gerade Robin und Patrick wissen sollten, fängt der wilde, Wilde Westen ja gleich hinter Hamburg an. Fans einschlägiger Musik oder Menschen, denen wie wir von den Radiosendern ihrer Eltern lebenslange seelische Narben zugefügt wurden, die wissen das natürlich längst. Aber 1997 war das anders. 1997 fing der Wilde Westen für mich am Tresen eines äußerst kurzlebigen Computerspieleladens mitten in der schwäbischen Ostalp an. Ich war gerade voll in meiner ersten Westernphase und ich liebte es zufällig über einen Film mit Clint Eastwood zu stolpern. Die Spaghetti-Western-Härte gepaart mit den coolen, mundfaulen Helden war genau meins, wahrscheinlich weil ich das genaue Gegenteil davon war. Da stand ich nun also mitten in diesem neuen Laden, der vor ein paar Wochen noch eine ganz normale Wohnung gewesen war und ein paar Monate später dann auch genau das wieder sein würde. Er war leider nicht besonders langlebig. Aber für mich war er da. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Und hier sah ich dann die Verpackung das erste Mal. Die staubige Straße, der Kerl, der sich genau vor der untergehenden Sonne postiert hatte, aber das sollte ihm dann am Schluss nichts nützen und im Vordergrund eine bereits gekrümmte Hand, die sich langsam dem Colt nähert. Hier bitte kurz innehalten, YouTube anschmeißen und die Dreier-Duell-Szene von zwei glorreiche Halunken suchen oder am besten gleich den ganzen Film gucken und danach den Podcast hier weiterhören. Das Spiel zu dieser Verpackung, das hieß Outlaws, das stammt aus dem Hause LucasArts und ist mal vom Setting abgesehen ein klassischer, einfach gehaltener Shooter, ein paar Waffen, ein paar Secret Areas und ab geht's. Die Story, die ist schnell zusammengefasst. Der ehemalige Marshal James Anderson lebt friedlich mit seiner Frau und seiner Tochter auf seiner Farm. Doch es kann der Frömmste ja nicht in Frieden leben, wenn es dem Eisenbahnbaron nicht gefällt. Dieser Gentleman namens Bob Graham schickt, nachdem Anderson seine Farm nicht freiwillig verkaufen will, zwei Killer los. Die heißen Matt, Dr. Dexon und Slim Sam Fulton. Die bringen Anna, die Frau, um und entführen Sarah, die Tochter. Anderson zieht los, um sich zu rächen und natürlich auch, um seine Tochter zu befreien. Leichen pflastern seinen Weg. Wer den Film auch nicht kennt, unbedingt die Guck-Empfehlung, einer der wenigen Western, die im Schnee spielen und dazu dann Klaus Kinski noch, der wirklich wieder eine fantastische Leistung abliefert. Die Level vom Spiel sind nicht unbedingt abwechslungsreich gehalten, von der klassischen Westernstadt über einen Zug- und Gebirgspfade ist zwar alles mögliche dabei, aber das Setting und die Engine setzen hier natürlich ziemlich enge Grenzen. Ob sich der Marshall durch eine Mühle ballert oder durch Minengänge ist letzten Endes nicht so wichtig. Es sieht nicht so wahnsinnig unterschiedlich aus. Herrlich ist auch der Moment, wenn der geschätzt 90 Kilo schwere Marshall nur von den von unten pfeifenden Winden über einen großen Abgrund getragen wird. und die Unterwasserabschnitte, die hätten sich die Entwickler vielleicht auch sparen sollen, bis auf so ein paar Blub-Blub-Geräusche, die aus einer Spinatwerbung stammen könnten, steuert sich Anderson hier wie an Land und der lässt auch seine Knarre unter Wasser nicht los. Also es sieht ein bisschen arg lächerlich aus. Einige der Dialoge, die könnten direkt aus diesen Spaghetti-Western sein. Gerne werden mal Bibelzitate eingeworfen. Mein Lieblingssatz fällt aber noch in der Einführungsszene Damit ist der Ton gesetzt, alles ist gesagt, die Bösen sind böse, der Gute ist gut und Andersons Name bietet sich auch ganz hervorragend an, um von den Bösewichtern dann so schön zerkaut zu werden. Mr. Anderson. Also ich kann das immer wieder hören und liebe das einfach. Das Spiel bietet auch noch ein paar witzige Easter Eggs. Wer sich im ersten Level eine Stange Dynamit ercheatet, hier könnt ihr gerne Buuu machen, kann auf dem Plumpsklo einen geheimen Durchgang freisprengen, folgt dem und ihr landet bei einem UFO, in dem sich gerade zwei Aliens mit einer großen Säge an einer Kuh zu schaffen machen. Es gibt Hinweise auf Stands gebrauchte Säge, ihr könnt euch mit Max anlegen oder wie Indiana Jones auch ein Artefakt finden, das natürlich eigentlich in ein Museum gehört. In der historischen Mission Civil War könnt ihr ein von Dinosauriern bevölkertes Gebiet eindringen. Keines dieser Easter Eggs ist so wahnsinnig aufwendig animiert oder bietet unglaubliche Abwechslung, aber die Entdeckung ist für den einen oder anderen Schmunzler gut und ihr stolpert zum Beispiel auch ab und zu über einen weißen Pudel mit Sonnenbrille. Was der da soll, habe ich bisher nicht erkannt, vielleicht kann mich einer von euch aufklären. Ich kann ihn jetzt keinem Film zuordnen. Bei aller Liebe zur Handlung und zum Gameplay, die Musik macht das Spiel zu etwas wirklich Besonderem. Das hat auch LucasArts ganz offensichtlich schnell begriffen und hat das Spiel mit den Audiodateien ausgeliefert und den wunderbaren Klängen auch im Wohnzimmer lauschen zu können. Genau das habe ich dann auch gemacht, habe es auch wahnsinnig gerne im Auto angehört und ja, ich mag diese Art von Musik einfach. Verantwortlich für diesen Orange Maus war Clint Bayakian, whatever, diesen Namen kann ich bis heute noch nicht korrekt aussprechen und das ist auch eine ziemliche Schande, wenn man bedenkt, dass er schon für Monkey Island 2, Indiana Jones 4, Day of the Tentacle und später dann auch unter anderem für Uncharted 3 Musik gemacht hat. Ennio Morricone hat im Laufe seines Lebens über 400 Soundtracks geschrieben und wenn mir jemand bei Outlaws erzählt hätte, dass Ennio Morricone auch hier bei diesem Spiel seine Finger im Spiel gehabt hätte, ich hätte es ihm geglaubt. Also Bayakian nutzt all die hübschen kleinen Kniffe, die Morricone damals für eine Handvoll Dollar und für ein paar liere mehr erfunden beziehungsweise ins Western-Genre eingeführt hat. Das, was wir heutzutage mit diesem Genre verbinden, diese harte Gitarre, Rufe, Glocken, Peitschen, ab und zu mal ein dissonantes Klavier, das irgendwo rumsteht, das gab es vorhin nicht und dementsprechend klingt die Musik hier so richtig, richtig nach Morricone. Grafisch hat das Spiel damals schon keine Bäume ausgerissen, die Dark Forces Engine, die hier verwendet wurde, die pfiff wirklich mittlerweile aus dem letzten Loch und es gab also durchaus Level-Abschnitte, in denen ich mit leicht zusammengekniffenen Augen darauf gewartet habe, dass sich irgendwo in der Ferne ein kleiner Pixelhaufen bewegt, um die Position von den bösen Schurken zu verraten. Beim Wiederspielen wurde das jetzt nicht unbedingt besser, die Umgebungstekturen sind unspektakulär, Wälder sind eine Ansammlung von einzelnen Bäumen mit gerade so viel Abstand dazwischen, dass mein tapferer Marschall nicht mehr durchkommt. Das sieht schon ein bisschen arg, arg, einfach aus. Die Gegner, die zeichnen sich grafisch vor allem dadurch aus, dass die meisten von ihnen problemlos für die Wilde 13 gecastet werden könnten, weil sie sowieso alle gleich aussehen und wer ganz grundsätzlich ein Problem mit zu wenigen Animationsphasen hat, sollte dieses Spiel so sehr meiden wie Tuko einen Galgen. Stört mich das? Nö, überhaupt nicht, nicht die Bohne. Beim Wiederspielen habe ich direkt am Anfang mit Marshall Anderson mitgelitten, die schön gezeichneten und zugegebenermaßen überzeichneten Figuren in den Zwischensequenzen, die machen es dem geneigten Spieler leicht Mitleid mit der armen Familie und Zorren auf die fiesen Finsterlinge zu empfinden. Es war jetzt hier nur eine mini, mini, mini kurze Einführung und wahrscheinlich könnte man so wahnsinnig viel mehr über das Spiel erzählen, aber meiner Meinung nach ist es einfach immer noch wert, gespielt zu werden. Die 3D-Grafik ist logischerweise nicht so wahnsinnig gut gealtert, aber allein die Zwischensequenzen, die Musik und eben dann auch natürlich das Gameplay funktionieren für mich immer noch und ich kann euch allen nur empfehlen, besorgt euch das Spiel bei Good Old Games gibt es das auf jeden Fall für wenig Geld und spielt rein. Ich bedanke mich und wünsche euch eine gute Zeit. Ciao! Ja, und deswegen auch die Bitte nochmal wieder an alle Retro-Talks bereichern den Podcast und wir freuen uns über viele neue Retro-Talks für die nächste Ausgabe und auch wenn ihr was gebastelt habt zum Beispiel, könnt ihr euch ein Retro-Talk schicken. Wir haben ja anscheinend eine neue Rubrik, dann können wir die auch gleich outsourcen und ja, wenn euch was einfällt, gerne mal ein Mikrofon rausholen und ein bisschen was erzählen. Und wo wir beim Erzählen sind, können wir doch gleich zum Interview kommen, denn da gibt es dieses Mal auch was auf die Ohren. Ja, Michael Lang war diesmal mein Interviewpartner und gibt uns sehr spannende Einblicke in die Frühzeit des Spielejournalismus, denn er war der Chefredakteur der Happy Computer. Erst einmal viel Spaß mit diesem Gespräch. Retro-Talk Das Interview Heute sprechen wir mit Michael Lang, einem Journalisten unter anderem für Wirtschaft und Kultur und Autor, der zum Beispiel Chefredakteur der Happy Computer und vieler anderer früher Technikmagazine war. Herzlich willkommen im Retro-Konport, Herr Lang. Hallo Herr Becher, ich grüße Sie. Ja, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was waren denn so Ihre ersten Kontakte mit Computertechnik? Also meine ersten Kontakte im Vorfeld von Computertechnik war Elektronik basteln. Das habe ich also irgendwann 1960 rumbegonnen. Der erste Computer, mit dem ich zu tun hatte, das war, heute würde man sagen, programmierbarer Taschenrechner. Das war ungefähr 1978 rum. Und der erste Computer im eigentlichen Sinn, ein Heimcomputer, den legte ich mir 1982 zu. Das war ein TI-99-4A. Damals ein recht fortschrittlicher 16-Bit-Computer, der, man kann sagen, durch Marketingfehler von Texas Instruments nur ein sehr kurzes Leben im deutschen Markt hatte. Was war das erste Spiel, an das Sie sich erinnern können? Da fragen Sie mich allerdings etwas sehr Schwieriges, weil ein richtiger Spielefreak war ich eigentlich nie das Erste, das ich wirklich als Spiel und zwar immer so in Pausen spielte. Das war Tetris. Das war eigentlich das erste Computerspiel, das mich wirklich faszinierte. Weniger, weil es so schwierig gewesen wäre, sondern weil es so leicht war und weil man da nichts machen musste, außer eben ein bisschen mit den Steuertasten spielen. Und man konnte sich da wunderbar entspannen. Das erste Computerspiel, das mich dann im heutigen Sinne faszinierte, also das, was man heute unter Computerspiel eigentlich versteht, das waren die Siedler. Und ich glaube, das war die Version 3 oder so, das war dieser Wuselfaktor, der mich dann für ein paar Wochen richtig gefangen nahm, bis ich merkte, dass eigentlich die Zeit für andere Dinge viel wichtiger gewesen wäre und dann war auch das vorbei. Also der große Computerspieler war ich nie. Herr Siedler war natürlich sehr viel später. Wir sind noch ein bisschen in der Frühzeit, also Sie haben wenig gespielt. Haben Sie selber versucht zu programmieren oder was haben Sie mit den Geräten gemacht damals? Ja, das, was mich eigentlich am Anfang faszinierte, war Programmierung. Ich hatte dann mit dem TE99, angefangen natürlich mit Basic, da war der Interpreter ja eingebaut, wie in fast alle Heimcomputer zu der Zeit. was mich dann sehr schnell eigentlich noch mehr faszinierte, war die Sprache Force. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch jemand kennt, also das war eine Sprache, die mich deswegen faszinierte, weil man sich diese Sprache selber ausbauen konnte, also man konnte Befehle definieren, das ging sehr einfach und man hatte dann nach relativ kurzer Zeit eine sehr komplexe Programmiersprache zur Verfügung. Ja, und die dritte Programmiersprache war wie bei den meisten nicht, also bei mir nicht Pascal, die meisten gingen dann ja sehr schnell auf Pascal über. Für mich war viel interessanter Lisp, das war eine KI-Sprache, eine sehr frühe KI-Sprache, die hier in München von Texas Instruments auch forciert wurde und da gab es eben ein Modul dazu für meinen Rechner. Heute, glaube ich, macht mit Lisp niemand mehr was. Das war zu komplex eigentlich, also auf der einen Seite zu langsam in der Programmierung, zu langsam im Interpreter dann, aber es war sehr interessant von den theoretischen Möglichkeiten, die man mit dieser Sprache hatte. Wie hat man sich damals informiert? Es gab kein Internet im herkömmlichen Sinne, es gab wahrscheinlich auch gar nicht so viele Leute, die sich damit befasst haben. Wie hat man damals gelernt? Über Bücher, Bücher und Zeitschriften, das waren unsere Quellen. Was anderes gab es dann nicht. Also Internet war ja noch nicht, das kam ja dann erst, ich glaube, wann war das, das war mit Composerve kam das, zumindest hier nach München, weil wir hier eine ganze Menge amerikanische Kasernen hatten und Composerve, ja, so die Internet, der Internetzugang für die US-Soldaten waren. Das war aber erst 92 oder 91. Und zu der Zeit, wo ich begann, gab es nur eine Zeitschrift eigentlich, die wirklich einigermaßen kompetent über Programmierung schrieb, das war die Computer persönlich und eine Zeitschrift, die so die etwas hardwarelastigere Seite ganz gut abdeckte, das war die Funkschau. Also das waren meine beiden Quellen, aus denen ich zumindest persönlich mein Wissen bezogen habe. Wie war das mit dem Umfeld? Wie ich ja eben schon gesagt habe, in der damaligen Zeit haben ja noch gar nicht so viele Leute sich mit dem Thema Computer und Technik befasst. Haben alle verstanden, was sie da gemacht haben? Nee. Wir waren die schrägen Vögel, ganz einfach. Also ich habe das gerade im Bekannten- und Verwandtenbereich erlebt, da die meisten wussten noch nicht mal, was Computer sind. Und immer dann, wenn wir irgendwas erzählten, was wir da machen, also es war klar, das verstand eigentlich niemand. Und niemand verstand, wer sollte diese Zeitschriften zum Beispiel kaufen. Das ging noch ziemlich lange so. Also ich denke mal, das eigentliche Wissen in der Öffentlichkeit über Computer und über diese ganzen Sachen, das begann irgendwann so Ende der 80er Jahre. Und es gab noch eine zweite Szene, aus der ich ja auch kam. Also ich war ja begeisterter Science-Fiction-Leser und das waren eigentlich die einzigen Leute, außer natürlich die Informatiker von den Unis, die überhaupt irgendwas verbinden konnten mit dem Namen oder mit dem Begriff Computer und die eine leise Vorstellung hatten. Das waren damals ja in der Science-Fiction noch nicht Computer, sondern Elektronengehirne, die eine leise Vorstellung hatten, was da auf uns zurollt. Aber das war eine ganz kleine Szene. Ab wann war für Sie klar, dass das auch irgendwas mit Ihrem zukünftigen Beruf zu tun haben könnte, die Technik, die Computer? Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte da ja das Studium schon abgebrochen, also ich habe mein Studium nicht beendet, weil ich da Latein hätte lernen müssen und ich bin ein absoluter Versager in Fremdsprachen. Ich war zu der Zeit in einer Bank tätig und im Sparbuchbereich, einer der langweiligsten Bereiche, die es in einer Bank gibt und ich bin eines Tages in der Früh aus der U-Bahn ausgestiegen und da schoss mir so ein Satz in den Sinn und das willst du jetzt in den nächsten 30 Jahren machen. Nein, wollte ich nicht. Ganz klar, ich fahre also wieder heim. Das war, glaube ich, der einzige Tag, an dem ich tatsächlich blau gemacht habe in meinem Leben. Ich fuhr wieder heim und da lag die Computer persönlich und am Tag vorher hatte ich in der Zeitschrift eine Anzeige wahrgenommen Wir suchen Redakteure. Zu dem Zeitpunkt, ja, ich habe es halt gelesen, aber es war kein Gedanke daran, dass ich so etwas mal machen würde. Aber an dem Tag, an dem ich also daheim fuhr, zog ich die Zeitschrift wieder raus, die Ausgabe und habe diese Anzeige gesucht. Habe Kopien von ein paar Artikeln, die ich so in den Jahren vorher für verschiedene technische Zeitschriften und Studentenzeitschriften geschrieben hatte, zusammengesammelt. Ein Arbeitszeugnis von meiner Tätigkeit während meinem Studium, das hatte ich auch noch zu Hause liegen, in einem Briefumschlag und bin am Abend mit meiner Frau nach Haar gefahren und habe dort den Umschlag eingeworfen. Und ja, und dann war die Sache eigentlich gelaufen, ein paar Anrufe nacheinander vom Verlag, ich soll mir vorbeischauen, mich vorstellen und so weiter. Und ja, das war der Beginn meiner journalistischen Tätigkeit. Das heißt, die Computer persönlich gab es da schon. Gab es auch schon die Happy Computer oder war das dann die nächste Geschichte, die im Prinzip in ihr Leben kam? Begonnen habe ich bei Computer persönlich 83 im Oktober oder November. Da gab es die Happy Computer noch nicht. Die startete dann kurze Zeit danach. Also ich weiß gar nicht, wie die erste Ausgabe war. Es muss im selben Jahr gewesen sein, muss auch 83 sein. Ja, ich glaube, das war sogar November die Ausgabe elf oder zwölf sogar. Da war ich ein paar Wochen oder einen Monat vielleicht beim Verlag und dann kam mein Chef und fragte mich, ob ich bei einer neuen Zeitschrift mitmachen wolle. Und zwar ging es da um, soll es da um Privatanwendungen, um Heimanwendungen gehen. Das war natürlich für mich spannend, dabei zu sein, wie eine neue Zeitschrift gemacht wird. Also allein diese Tatsache, da mitzumachen und zu sehen, wie entsteht denn sowas, war eigentlich das eigentlich Spannende. Da war noch keine Rede davon, dass ich diese Zeitschrift irgendwann mal verantwortlich machen sollte. Und das war der Beginn von Hobby Computer, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Wir werden gleich drauf gekommen. Genau. Können Sie ja mal kurz erklären, warum aus der Hobby Computer eine Happy Computer wurde? Naja, das war ein, ich sage jetzt mal im Nachhinein, ein ziemlich unangenehmer Unfall. Hobby Computer war der eigentliche Name von der Zeitschrift und der wäre ja auch von der Sache her angemessen gewesen. Es war ja genau das, was die Zeitschrift eigentlich machen sollte. Nur gab es leider zu dem Zeitpunkt bereits eine Hobby. Also die Zeitschrift nannte sich Hobby und war eine Bastler Zeitschrift auch für den privaten Bereich. Und der Verlag, der diese Zeitschrift herausgab, hat wohl den Markt- und Technikverlag in München, bei dem also die Happy oder die Hobby Computer erscheinen sollte, abgemahnt. Ja, und dann war es einfach eine sachliche Überlegung, den Namen zu ändern, um irgendwelche Schwierigkeiten zu vermeiden. Nur war da die erste Ausgabe bereits im Drucker. Das heißt, Cover und Inhalt, alles war fertig. Und jetzt mussten wir irgendeinen Weg finden, um das Cover nicht ganz wegschmeißen zu müssen. Das war immerhin wieder ein Zeitverzug. Also da ging es gar nicht mal so sehr um die Kosten, sondern einfach um die Zeit, die sowas gebraucht hat. Das war nicht wie heute, dass sich also ein Layouter hinsetzt und irgendwie digital mal schnell was entwirft. Das war ein Prozess mit einem Grafiker, der einen Entwurf auf Papier machte. Und dann musste das ausgeführt werden und umkopiert und was weiß ich alles. Also mussten wir irgendwas machen, wo diese grundlegende Grafik erhalten bleibt. Und in diesen Raum, wo das Hobby drin stand, da passte halt nur Happy rein. Also da musste man an dem ganzen Logo nichts mehr ändern. Und das ging dann über Nacht, konnte man das also machen. Das konnte man im Verlag selber machen. Ja, und das war der Grund, warum aus Hobby Happy Computer wurde, was mir persönlich überhaupt nicht gefiel. Aber, na gut, ich war erst kurze Zeit beim Verlag, also ich hatte da nichts zu sagen. Weiß man noch, wer auf diese kreative Idee gekommen ist? Ja, das war einer der beiden Verleger. Okay. Im Endeffekt war es ja jetzt doch nicht nachteilig, wenn man es nachträglich betrachtet. Aber glücklich waren nicht alle da mit dem Nacht. Naja, ich weiß nicht. Es hat natürlich schon Einfluss auf die Entwicklung der Zeitschrift gehabt, also aus meiner Sicht. Wir haben dann ja später mit einer Zeitschrift, die dann tatsächlich ausschließlich bei mir lief, mit der PC Plus versucht, eine technische, eine Programmierer Zeitschrift oder eine technische Zeitschrift so ungefähr in der Ausrichtung wie die CT damals zu machen. Und das war eigentlich schon so ein Grundgedanke, das sollte zumindest ein Aspekt der Happy Computer sein. Und da passt ja halt Happy überhaupt nicht dazu. dass wir dann wahrscheinlich auf der anderen Seite, das muss ich zugeben, auch wenn es mir damals nicht so gefiel, wahrscheinlich einen Leserkreis dazu bekommen haben, der unter dem CT-Konzept, so nenne ich das jetzt mal, also unter dieser mehr technischen Ausrichtung, den wir mit dieser Ausrichtung wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Und ob dann daraus eine Spielezeitschrift wie die Powerplay entstanden wäre, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Ich denke mal, das wäre kontraproduktiv gewesen. Wie kann man sich damals so ein Verlag wie Mark und Technik vorstellen? Verlag, wie es hat sich auch bis zur heutigen Zeit extrem geändert. War das eher so ein kleiner Laden oder waren die damals schon ziemlich groß? Nach heutigem Maßstab ein kleiner Laden. Das waren so um die, also zum Zeitpunkt, wo ich dazu gekommen bin, glaube ich so 70, 80 Leute. Man muss allerdings sagen, die anderen Verlage waren auch nicht so groß, wie sie heute sind. Das war ja ein ziemlicher Ausleseprozess auch in den Jahren dazwischen. Es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Es war sehr zwanglos, muss ich sagen. Es war, ich sage jetzt nicht wie eine Familie, weil wir waren alle sehr jung. Ich war einer der Ältesten in dem Verlag, einschließlich Verleger. Also wir haben, glaube ich, ähnliche Jahrgänge. Und die meisten Redakteure waren irgendwo zwischen 18 und 25, wenn es hochkam. Also es war ein sehr junges Team und es war eher wie Kumpel, sage ich jetzt mal. Also eher eine Kumpelschaft als wie eine Familie. Und ja, sehr zwanglos. Es war sehr angenehm. Wir haben alle wirklich sehr gerne gearbeitet. Wir waren, es schaffte uns eigentlich kaum jemand an, irgendetwas Bestimmtes zu machen. Hauptsache wir beschäftigten uns mit der Technik und Hauptsache wir konnten selber mit dieser Technik umgehen. Das war eigentlich die Voraussetzung. Und alles, was dem nützlich war, war okay. In einem früheren Editorial habe ich von Ihnen die Zitate gelesen, dass in der Happy Computer kein Thema von der Stange sein soll, kein Leserbrief im Papierkorb landen würde und einiges mehr. Waren das besondere Dinge, die die Zeitschrift auszeichnen würde oder was waren das für Ideen, dass diese Zeitschrift vielleicht etwas anderes sein sollte als bei anderen Zeitschriften? Also wir waren auf der einen Seite innerhalb von markt und technisch schon eine Besonderheit. Also die Happy Computer, das lag tatsächlich daran, dass es vor allem auch mein Konzept war, dass wir uns nicht auf eine einzige Marke spezialisierten. Gegenstück, sehr erfolgreiches Gegenstück, war die 64er Zeitschrift von meinem Kollegen, die ausschließlich über Commodore-Produkte oder Commodore-Rechner schrieben und was mich eigentlich in dieser Heimcomputer-Zeit tatsächlich auch persönlich störte, war so ein sehr schnell einziehender, naja, ich nenne es mal etwas böse, religiöser Touch. Also diese Anhängerschaft von, gerade von Commodore, da waren doch sehr viele Leute weniger rational involviert, das war halt Kult, das war eine Kultmarke oder sehr schnell, ist sehr schnell zur Kultmarke geworden und das ist immer ein bisschen verbunden mit Kritiklosigkeit, wenn so ein Kult entsteht und der störte mich damals, störte mich auch heute noch bei einigen Marken und deswegen war die Happy Computer ganz bewusst ausgerichtet, darauf immer wieder neue Marken vorzustellen, neue Hersteller und wir hatten ja auch ein relativ breites Themenspektrum, das ging also von Büroanwendungen, Heimbüro, also nicht in irgendwelchen großen Firmen, aber Selbstständige über Kaninchen-Züchterfreien Anwendungen, bis hin eben zur Programmierung und das war, dieses Spektrum abzudecken hatte und gleichzeitig auch noch das Herstellerspektrum abzudecken, das hatte natürlich einen Nachteil, wir hatten wenig Seiten für viele, viele verschiedene Themen zur Verfügung, ich weiß nicht, ob das manchen Lesern dann gestört hat, wir haben oft Zuschriften bekommen, warum schreibt er nicht mehr über meinen Computer, ja, ging halt nicht, es war eben anders als heute mit Online-Medien eine sehr begrenzte Seitenzahl. Wie sah so ein typischer Alltag in der Happy Computer aus? Gab es da verschiedene Redaktionen? Wer hat entschieden, wer was testet oder wer was geschrieben hat? Wie lief das so ab? Also, was in der Zeitschrift stand und das gilt jetzt nur für die Happy Computer, war eine Mischung aus Themen, die wir in der Redaktionskonferenz fanden. Meistens, die meisten Themen kamen von den Redakteuren, die ja ihren speziellen Computer hatten und ihre speziellen Kontakte in der Industrie. Ein großer Teil, muss man sagen, kam aus der Leserschaft. Wir hatten ja einen großen Anteil an Listings, das waren zu 90 Prozent Listings von Lesern und ganz wenige, wie soll ich das jetzt nennen, Vorgaben seitens des Verlags und ich selber habe mich auch wenig eingemischt, muss ich sagen. Die Redakteure waren näher an den Themen dran, die waren näher an den Lesern dran und hatten damit auch einfach die praktikableren und besseren Vorschläge in aller Regel. Also es war tatsächlich, wenn man so will, zu einem sehr großen Prozentsatz eine von Lesern bestimmte Zeitschrift. Ab wann wurde aus dem Redakteur Michael Langen ein Chefredakteur? Das ging für diese Berufsgruppe sehr schnell. Das war nach drei Jahren, also drei Jahre als Redakteur und dann leitender Redakteur und nach drei Jahren dann Chefredakteur. In dem Sinn den Inhalt bestimmt, würde ich sagen, nach einem Jahr ungefähr, was nach heutigen Maßstäben im Journalismus eigentlich unmöglich ist. Ab wann war klar, dass Computerspiele eine größere Rolle spielen? Es gab ja immer ein paar kleine Tests, es gab irgendwann Spiele-Sonderteile und es entwickelte sich immer weiter. War von vornherein klar, dass das irgendwann die neue große Geschichte wird? Das war eine Vorgabe von meinem Chef Michael Schaffenberger, der damals Chefredakteur der Happy Computer war. Richtig los ging es aber mit dem Spiele-Inhalt, mit dem Beginn Heinrich Lenhardt, Boris Schneider, die zur Redaktion stießen und später dann noch Anatole Locker. Dann gab es noch, muss man unbedingt erwähnen, einen Layouter, einen Grafiker, Rolf Beuke, der dann ganz wesentlich, glaube ich, Sie schmunzeln wahrscheinlich auch. Ich glaube, da war mal so ein Comic, den der gemacht hat. War das Starkiller oder wie hieß das? Richtig, Starkiller ist die Erfindung von Rolf Beuke, einem von mir wirklich sehr geschätzten Kollegen damals. Also wir haben uns prächtig verstanden. Ein sehr zurückhaltender und gleichzeitig sehr humorvoller Mensch. Also Starkiller, sage ich nur. Und ich glaube, dass also seine Comics doch sehr zum Image von der Powerplay beigetragen haben und damals auch schon zum Spieleteil in der Happy Computer. Aber man muss ganz klar sagen, also der Happy Computer Spieleteil war ein Verdienst von, vor allem von Heinrich Lenhardt und Boris Schneider, von den beiden. Ohne die beiden wäre es wahrscheinlich bei einem kleinen Spieleteil in der Happy Computer geblieben. Aber man merkte dann durch die Leser, dass das wichtig war oder es wurde ja immer größer tatsächlich. Ja, natürlich. Wobei man dazu sagen muss, die Computerspiele entstanden ja zu dem Zeitpunkt erst. Also als die Happy Computer gestartet ist, 83 gab es so gut wie keine fertigen Spiele. Die ersten Spiele kamen dann als Listings von Lesern, die Spiele programmierten. Und mit der Verbesserung der Spiele und auch der Kommerzialisierung durch Spielehersteller entstand dann eine neue Nachfrage und Lenhardt und Schneider waren einfach an diesen Lesern näher dran. Die haben also sehr früh erkannt und haben das auch im Verlag zur Sprache gebracht, dass da draußen eine neue Käuferschichte entsteht, eine neue Käufergruppe, die sich halt für Spiele interessiert. Und dann kam natürlich auch die entsprechende Rückmeldung von den Lesern. Die kam aber erst, nachdem der Spiele-Teil in der Happy Computer eine Rolle spielte, also sichtbar wurde. Es ist nicht so, dass der durch die Leser initiiert worden wäre, sondern der Spiele-Teil brachte uns diese Leser, die an Spielen interessiert waren. Und irgendwann wurde es ja dann auch mehr oder weniger ausgegliedert aus der Happy Computer. War das ein Problem, dass jetzt ein wichtiger Teil oder ein inzwischen wichtig gewordener Teil aus der Zahlung rausgeht? Gab es dann irgendwann so eine Art Konkurrenz, als sich die Powerplay dann, ich nenne es mal, abgenabelt hat? Die Ausgliederung war selbstverständlich so eine Art Kannibalisierung von der Happy Computer, das muss man ganz klar sagen. Für den Verlag war die Sache eigentlich klar, das muss man aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehen. Die Ausgliederung brachte zusätzliche Leserschaft, die in der Gesamtheit dann Happy Computer plus Spiele-Zeitschrift für den Verlag lukrativer war als eine Happy Computer mit einem Spiele-Teil. Mir persönlich, ich war da gespalten, also mir persönlich tat es unheimlich leid, dass also Lenhardt und Schneider und dann Anatol Locker noch und Beuke für die Happy Computer eigentlich nicht mehr zur Verfügung standen. Ich mochte also gerade Heinrich Lenhardt und Boris Schneider sehr gern. Als Redakteure waren die unheimlich produktiv und unheimlich innovativ. Auf der anderen Seite wusste ich, wie schön es ist, eine eigene Zeitschrift zu machen und das freute mich für die Betreffenden natürlich wieder. Also ich war da sehr hin und her gerissen. Man hatte fast das Gefühl, dass irgendwann so ein bisschen die Happy Computer im Schatten der Powerplay stand. Ich glaube, die hat ja auch auflagentechnisch irgendwann die Happy Computer mehr oder weniger eingeholt oder überholt. Oder ist das falsch? Also zumindest eingeholt. Das muss man sagen. Überholt weiß ich gar nicht. Wir hatten eigentlich von der Happy Computer zum Teil sehr gute Auflagen und das war dann auch, die Schnittmenge war nicht mehr so groß. Also es war dann eigentlich ein eigener Markt geworden und für uns war die Konkurrenz erst dann im Haus, wie Markt und Technik begann, andere Zeitschriften zu planen und zu machen, die diesen allgemeinen Charakter hatten. Also es war dann zu einem Zeitpunkt, als eigentlich schon spürbar war, dass der Markt neben diesen Freak-Zeitschriften, nennen wir es mal ruhig so, oder Nerd-Zeitschriften, die wir letztendlich ja zur Hochzeit waren, als sich ein Konsumermarkt für Computer bildete, also von Leuten, die eigentlich keine Ahnung von Technik hatten, aber dann sich doch einen Computer zulegten und damit eigentlich nur Anwenderprogramme laufen lassen wollten. Die eigentliche Konkurrenz begann dann, als Markt und Technik Zeitschriften plante, die einen ähnlichen Konsumermarkt ansprechen sollten, wie heute zum Beispiel die Computerbilder anspricht. Also dieser illustrierten Charakter für Computeranwender, das entwickelte sich in den späten 80er Jahren erst. Da wurde dann dieser Markt auch einfach von der Größe her lukrativ. Also der Markt zu Beginn dieser Computerzeitschriften war einfach winzig auf der Käuferseite nach heutigen Maßstäben. Er verteilte sich allerdings, das muss man dazu sagen, natürlich auf ganz wenige Zeitschriften. Also es war vielleicht ein halbes Dutzend oder wenn es dann hochkam, ein Dutzend Zeitschriften. Später dann in den 90er Jahren waren es ganze Regale in den Kiosken. Das war eine ganz andere Verteilung des Lesermarkts. Da begann dann aber der Abstieg der Happy Computer. Das heißt, wir hatten einfach dann plötzlich im Haus und aber auch vor allem außer Haus von extern jede Menge Konkurrenzzeitschriften. Und ja, logischerweise geht dann natürlich die Auflage für die einzelne Zeitschrift runter. Vielleicht war aber auch, muss man ganz ehrlich sein, die Zeit ein bisschen überreif geworden für die Happy Computer. Das war eben ein Konzept, gerade mit den Listings, das zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr wirklich auf der Höhe der Zeit war. Was mich noch mal interessieren würde, gab es mal Artikel oder Geschichten, die irgendwie, nennen wir es mal, stark diskutiert werden mussten? Oder gab es Fehlentscheidungen bei Veröffentlichungen oder auch Fehler, die mal veröffentlicht wurden? Gibt es da irgendwelche Anekdoten, dass mal was Lustiges passiert ist oder etwas, was man im Nachhinein nicht hätte machen sollen? Naja, eine der lustigsten Anekdoten, denke ich mal, war, also dazu muss man wissen, wie damals Zeitschriften gemacht wurden. Wie gesagt, das war alles analog und die Seiten wurden noch auf Papier ausgedruckt von den Layoutern, dann auf wiederum größere Bögen geklebt, also wirklich geklebt und dann abfotografiert und dann erst zum Drucker. Wir hatten viele Listings von den Lesern beziehungsweise diese Listings wurden bei uns ausgedruckt auf Papier. Das waren riesenlange Papierschlangen und die mussten dann die Layouter zerschnipseln in Seiten große Einzelteile und auf die Seiten verteilen. Und ein Layouter kam auf die Idee, das ist alles ein Grauwert, nicht sonderlich spannend und wollte mit irgendwelchen Illustrationen die Seiten aufpeppen und Grauwert schnipselt man einfach, man schneidet. Und das führte dazu, dass er aus diesem Listing, ich fasse es heute eigentlich noch nicht wirklich, einfach Teile rausschnitt und durch Grafiken ersetzte. Wir waren damals noch nicht zu erfahren als Redakteure, dass wir wirklich auf so etwas Irrsinniges geachtet haben und das Ding ging in Druck und es ging raus und dann kamen, ich weiß nicht, also Waschkörbeweise, Leserzuschriften, was uns denn einfällt. Das Listing würde überhaupt nicht funktionieren, es könne gar nicht funktionieren. Dazu muss man ja auch noch wissen, dass diese Listings, die mussten ja abgetippt werden von den Leuten. Das waren Stunden oder Tage, die dazu nötig waren, um so ein Listing in den Computer zu bringen. Und wenn dann ein Stück fehlte, wenn auch nur eine Zeile fehlte, dann funktionierte das Ganze natürlich nicht mehr. Ja, und die Waschkörbe mussten abgearbeitet werden. Es war entsetzlich. Also es war ein Albtraum für mich. Es war allerdings auch der letzte Vorfall dieser Art. Also wir haben daraus gelernt und es war eine harte Tour, es zu lernen. Aber es war eine einmalige Erfahrung, kann man so sagen. Das führte aber dann zu einer anderen Sache, die für die Leser wiederum sehr positiv war. Und zwar einer unserer Redakteure hat ein, heute würde man sagen, ein Checkprogramm entwickelt mit einer Prüfsumme an jedem Ende von so einer Listingzeile und die musste mit eingegeben werden. Das war zwar ein bisschen mehr Eingabe, es waren vier oder fünf Ziffern, dann war aber sichergestellt, nach dieser Eingabe, das musste über ein bestimmtes Eingabeprogramm gemacht werden, das eben von diesem Redakteur stammte. Wenn diese Prüfziffer in Ordnung war, dann wusste man, man hatte keinen Fehler in der Programmierung drin. Und es war insoweit nicht trivial, weil wie gesagt, Programmierzeilen sind nicht fehlertolerant. Also wenn ein Komma statt einem Punkt eingegeben wurde und das passierte sehr oft, das war es ja aus eigener Erfahrung, dann war normalerweise angesagt, eine Nacht überprüfen, Zeichen für Zeichen, ob die Zeichen stimmen, die da eingegeben waren. Und mit diesem Prüfprogramm war das sehr viel leichter und ging sehr viel schneller. Also so hat dieser seltsame Layout-Unfall letztendlich den Lesern wahrscheinlich sogar eine ganze Menge Zeit gespart. Wie war das in der damaligen Zeit? Konnte man als Redakteur sofort davon leben? War der Verdienst in Ordnung? Oder musste man noch andere Geschichten am Anfang machen oder hoffen, dass man halt in der Hierarchie aufsteigt? Wie war da so die Entwicklung? Das wird jetzt vielen Kollegen von damals nicht gefallen, was ich jetzt sage. Aber ich hatte im Gegensatz zu den meisten ja schon Berufserfahrung im normalen Berufsleben. Und ich sage nur, wir waren gut bezahlt. Wir waren wirklich gut bezahlt. Jeder konnte von dem, was er verdiente, leben. Die meisten waren ja Single, junge Leute. Die Verdienste lagen über dem, was in anderen Verlagen gezahlt wurde, von normalen Redakteuren. Und wir hatten, das darf man auch nicht verwechseln, wir hatten ja letztendlich alle unser Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, das, was andere ausgeben mussten, teures Geld ausgeben mussten für Spielzeug. Das hatten wir ja im Haus. Also wir lebten ja, wir waren ja im Prinzip in einem Spielzeugladen angestellt. Und wir wurden auch noch dafür bezahlt, dass wir mit diesen Spielzeugen spielten. Muss man wirklich so realistisch sehen. Dazu kamen, dass Leute, die normalerweise wahrscheinlich nur ein Taschengeld gehabt hätten in diesem Alter und mit dieser Vorbildung, berufsmäßig Reisen machen konnten nach USA und sonst. Das war nicht nur die reine Bezahlung, die schon ziemlich gut war, sondern es waren auch noch die vielen Begleitumstände. Ja, wir konnten eigentlich nur zufrieden damit sein. Ich weiß, allerdings es gibt immer wieder Menschen, die halt egal, was sie verdienen, nicht damit zufrieden sind. Aber da muss man einfach wirklich die Kirche im Dorf lassen und einfach den Vergleich ziehen. Und im Vergleich zur Verlagslandschaft, zur übrigen Verlagslandschaft in dieser Zeit, waren wir wirklich gut bis fürstlich bezahlt. Wichtig waren ja für damalige Magaziner auch immer Anzeigen. Wie frei war die Berichterstattung? Gab es manchmal da Überschneidungen oder auch sogar Versuche zu einer Art von Beeinflussung, dass ein Artikel in eine bestimmte Richtung gehen sollte? Also von Seiten der Industrie natürlich. Also da waren wir immer irgendwo unter Druck gesetzt. Das ist nicht der richtige Ausdruck. Wir hatten ja eine sehr gute Position. Das heißt, wenn wir nicht wollten, erschien halt nichts über den Hersteller. Das wussten die Hersteller. Aber sie versuchten mit allen möglichen Tricks und Mitteln natürlich immer stattzufinden. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung war der interne Druck von der Verlagsleitung her so gut wie nicht vorhanden. Also es gab ganz, ganz selten mal, ich sage jetzt mal das Ansinnen, könnt ihr nicht mal vielleicht bei dem vorbeischauen, der hat was Neues, vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Aber es gab nie eine konkrete Anordnung, ihr müsst dieses oder jenes oder so über irgendeinen Hersteller oder irgendein Thema schreiben. Das ist in meiner Zeit zumindest nicht vorgekommen. Zum Thema Ausrichtung des Magazins. Die Zeiten ändern sich ja und auch die Inhalte von Magazinen ändern sich ja. Hat man immer geguckt, wie man sich den Markt anpassen muss? Hat man auch andere Magazine gelesen und überlegt, was machen die? Müssen wir das auch machen? Oder hat man versucht, an einer bestimmten Sache festzuhalten, um seinen Magazin den eigenen Stempel aufzudrücken? Nö, also wir haben natürlich, oder jeder von uns hat natürlich auch immer die Konkurrenzzeitschriften gelesen und jeder hat sich geärgert, wenn in einer Konkurrenzzeitschrift ein Gerät schon im Test war, das wir noch nicht hatten. Also es war zum Teil ein sportlicher Ehrgeiz und auch ein persönlicher Ehrgeiz von jedem einzelnen Redakteur. Die Ausrichtung, die generelle Ausrichtung der Zeitschrift war tatsächlich sehr stark leserbestimmend. Also wenn wir von den Lesern hörten, dieses oder jenes Thema oder die oder jene Anwendungsart würde mich interessieren und wenn das dann nicht der einzelne, einzelner Leserbrief war, sondern von vielen, dann war klar, da müssen wir was machen. Aber es gilt auch bis heute der Spruch, Leser können keine Themen finden oder rückmelden, die noch nicht irgendwo draußen sind. Also das heißt, die Ausrichtung des Bestehenden ist immer etwas, was man vom Leser erfahren kann aus der Rückmeldung oder heute würde man sagen, aus den Kommentaren unter den Artikeln. Wirklich neue Felder, das ist immer Aufgabe des Verlags beziehungsweise der Journalisten in den Verlagen oder auf den Online-Plattformen, weil sie haben einfach andere Möglichkeiten, als Journalist hat man einfach andere Möglichkeiten, an neue Themen ranzukommen. Das sind dann tatsächlich in aller Regel, das frage ich jetzt mal aus der eigenen Erfahrung, Ideen, die in Gesprächen auf Messen entstehen oder in Telefonaten mit irgendwelchen Leuten. Das kann der Leser nicht leisten. Also da muss man sich darüber im Klaren sein, die eigentliche Fortentwicklung von Medien muss intern von den Medienleuten kommen. Die praktische Ausrichtung und die Konkretisierung, die kann man am besten dann über die Nutzer oder über die Leser anpassen. Dann merkt man auch, ob die Ideen, die man hatte, die neuen Themen, ob die wirklich interessant sind für die Leser oder nicht. Aber das ist eine serielle Entwicklung. Also der eigentliche Anstoß muss immer aus den Medien kommen. Meine persönliche Erfahrung, muss ich dazu sagen. Ja, die Auflage hat sich ja dann nicht immer positiv mehr entwickelt und irgendwann wurde die Zeitschrift eingestellt, ich glaube 1990 oder Anfang der 90er zumindest, oder auch in andere Magazine überführt. Waren Sie bis zum Schluss noch mit dabei? Haben Sie das mitbekommen? Wie kam es zum Ende der Happy Computer? Ich war nicht bis zum Schluss dabei. Das durfte, ich glaube, ich bin so ein Jahr vor Ende weg. Allerdings innerhalb des Verlags. Das hat aber einen anderen Grund, da können wir noch drauf kommen. Die Auflagen waren am Schluss im Sinken von der Zeitschrift. Wie gesagt, meine Interpretation ist, die Zeit für neue Konzepte war reif. Zu dem Zeitpunkt gab es im Verlag eine Strategie, die Happy zu ersetzen durch ein moderneres Magazin. Das war auch verbunden mit einem Kollegen, der damals zum Verlag kam und der heute die, oder lange Zeit, heute glaube ich nicht mehr, aber lange Zeit die Computerbilder machte. Das Computerbild-Konzept war eigentlich das Konzept, das bei Markt und Technik entwickelt worden ist als Fortführung der Happy Computer. Mit einem anderen Namen, mit einer größeren Auflage, mit einer anderen Anmutung. Aber damit wollte man diesen neuen, diesen dann schon sehr großen Consumer-Markt stärker abdecken. Also der Leute, die Computer anwenden, aber jetzt keine Techniker sind und auch nicht irgendwie programmieraffin oder sich groß mit Hardware auskennen wollen. Und von daher war diese Strategie im Verlag oder diese Idee völlig richtig, muss ich aus heutiger Sicht sagen. Und eigentlich war mir das damals schon klar. Ich selber bin aber aus einem völlig anderen Grund weg. Zu der Zeit, das war 92, 91, 92, kam in Deutschland der Mobilfunk, das D-Netz auf, also das digitale Mobiltelefon. Und das war so spannend für mich, weil es was Neues war, dass ich noch bei Markt und Technik dann wieder Redakteur, beziehungsweise Chefredakteur meiner ursprünglichen Markt- und Technik-Zeitschrift, nämlich von der Computer persönlich wurde und als Chefredakteur der Computer persönlich eine Beilage startete über Mobiltelefonie. Die andere Zeitschrift, die Sie eben erwähnten, die so eine Art Vorläufer der Computerbild war oder sein sollte, war das die Computer Life oder gab es die gar nicht im Verlag? Das war die Computer Life, ja. Das war die Computer Life. Das war auch die Redaktion der Happy Computer, die in Computer Life überführt wurde. Dazu kamen dann ein paar neue Redakteure. Die Computer Life war ein sehr ambitioniertes Projekt von Markt und Technik, von dem ich heute sagen würde, ja, es war eine gute Idee, es war die richtige Idee, es war auch der richtige Chefredakteur für diese neue Zeitschrift, aber die Kapazität von Markt und Technik war natürlich nicht konkurrenzfähig mit dem, was ein Springer Verlag an den Markt bringen konnte. Das war insoweit schade, weil eigentlich die Idee eben nicht bei Springer entstand, sondern bei Markt und Technik, aber ja, so ist die Wirtschaft nun halt. Das heißt, im Prinzip hat sich am Ende dann der Kreis geschlossen. Eine der ersten Zeitschriften, die Sie gelesen hatten, war die Computer persönlich und die haben Sie dann selber sozusagen als Nachfolger des Nachfolgers des Nachfolgers der Happy Computer übernommen. Richtig. Wie kann man das so als Kreis sehen? Ja, ja, das ist richtig. Wobei, der Gag geht ja noch weiter. Ich bin ja dann später, ein paar Jahre später, von meinem ehemaligen Chef bei Markt und Technik zum WK Verlag geholt worden, weil er dort zuständig war für den Aufkauf und die Eingliederung des Franzis Verlags. Und der Franzis Verlag war der Verlag, der die Funkschau herausgegeben hatte. Die Funkschau war eine der ersten oder ich glaube sogar die allererste Elektronikzeitschrift in Europa, wurde 1922, 1923 gegründet und war mein Leib und Magenblatt während meiner Elektronikbastelzeit und damit also Schulzeit und Studiumzeit. Und dort wurde ich hingeholt, um die Funkschau zu relaunchen und Chefreaktör der Funkschau zu werden. Was für mich also unglaublich war, weil, wie gesagt, die Funkschau war mein Leib und Magenblatt. Da habe ich eigentlich alles gelernt, was ich über Hardware lernte und über Elektronik und sonst noch was. Und die durfte ich dann als Chefreaktor machen. Also es war schon was Spezielles, muss ich zugeben. Ja, so schließen sich die Kreise manchmal im Leben. Sowas kann man eigentlich gar nicht vorhersagen. Und würde man das als Roman schreiben, dann wäre das sehr unglaubwürdig. War einem damals bewusst, welche Machtzeitschriften damals hatten oder welche Beeinflussungsmöglichkeiten? Weil heute hat es sich ein bisschen verlagert. Ja, es war auch deutlich größerer Einfluss als heute Zeitschriften haben. Der Status, muss man ganz klar sagen, von Journalisten war einfach ein völlig anderer. Also selbst von uns jungen und eigentlich nicht gelernten Journalisten, wir haben ja alle den Journalismus in der Praxis nur erlernt. Wir waren alles Quereinsteiger, die nur eine Eigenschaft eigentlich besaßen, dass sie sowohl von Techniken eine Ahnung hatten, als auch vom Schreiben oder gut schreiben konnten. Das war aber auch alles als Voraussetzung. Und selbst wir spürten, dass wir sowas wie heute würde man sagen Gatekeeper waren. Das heißt, an uns ging kein Weg vorbei. Wenn ein Hersteller uns irgendwie beiseite liegen ließ, dann hatte er eben das Problem, dass er nicht stattfand. Das war ein bisschen verführerisch, muss man ganz klar sagen. Und erst im Laufe der Berufserfahrung haben die meisten von uns gelernt, damit umzugehen, und zwar im fairen Sinn. Dazu muss man erst erlebt haben, was passieren kann, wenn man es missbraucht. Und das war von beiden Seiten musste man sich aneinander gewöhnen, muss man ganz klar sagen. Ja, wie gesagt, heute hat sich das verändert. Es gibt ja immer noch Spiele- und Computerzeitschriften, aber durchs Internet ist da ja einiges passiert. Was muss denn heute noch eine Zeitschrift haben, um eine Chance zu haben? Beziehungsweise was vermissen Sie selber in aktuellen Zeitschriften heute? Oder macht es überhaupt keinen Sinn mehr, im Printbereich wieder etwas zu tun? In diesem technischen Bereich, ja, darf ich es laut sagen, ich glaube, dass da wenig Chancen sind, noch erfolgreiche Zeitschriften zu machen. Für so Sachzeitschriften, ich sage jetzt nicht Fachzeitschriften, das ist wieder was anderes, aber für solche konsumerorientierten Sachzeitschriften, denke ich mal, ist die Zeit mehr oder minder vorbei. Da ist das Internet praxisbezogener, teilweise auch glaubwürdiger, wenn es also von den Nutzern selber kommt und einfach, ja, es kostet sehr viel weniger, als eine Zeitschrift zu kaufen. Generell sehe ich, denn ich bin ja heute in diesem technischen Bereich eigentlich überhaupt nicht mehr involviert, auch nicht journalistisch, generell würde ich sagen, ja, natürlich verschwinden Zeitschriften und Zeitungen nicht wegen dem Internet und es gibt Bereiche, da haben einfach Printmedien einen Vorteil an Glaubwürdigkeit, auch den Vorteil an Tiefe, die Printmedien abdecken können, aber das ist, was also technische Themen angeht, ich meine, ich kaufe mir selber keine Zeitschrift mehr, wenn ich ein Problem habe, ein technisches, dann entweder ein Buch, das in der Regel in die Tiefe geht oder eben, ja, YouTube, irgendwelche Videos, so mache ich das oder irgendwelche Wikipedia-Seiten, ich denke, da muss man ganz klar das Feld räumen für andere Medienbereiche. Die Zeitschriften, die überleben werden, das ist auch eine, der überzeugend bin ich auch, müssen eine Eigenschaft haben, sie müssen tiefer gehen, sie dürfen nicht wie damals an der Oberfläche kratzen, das erledigt das Internet viel besser und sie müssen vor allem darauf achten, dass sie glaubwürdig sind, das ist ein großes Problem, Glaubwürdigkeit bedeutet für die Verlage, sie müssen investieren in Recherche, sie müssen investieren in die Zeit, und man kann keinen glaubwürdigen und richtigen und tiefgehenden Artikel in kurzer Zeit irgendwo reintippen auf die Schnelle, das geht einfach nicht. Das macht das Internet schlichtweg besser. Wenn ich ein Printmedien-Medium mache, dann muss ich den Journalisten die Zeit und das Geld und die Möglichkeiten geben, dass er wirklich recherchiert, dass er abwägen kann, dass er ausarbeiten kann und das haben halt viele Verlage nicht begriffen. Zum Teil zwangsläufig, muss man auch sagen, aus der Situation raus, dass die Anzeigenbudgets natürlich zum großen Teil einfach ins Internet abgewandert sind und eine reine leserfinanzierte Zeitschrift ist betriebswirtschaftlich kaum mit vernünftiger Rendite zu machen. In unserer Zeitreise sind wir jetzt bei der Computer persönlich wieder gelandet. Wie ging das jetzt, kurz zusammengefasst, in Ihrem beruflichen Werdegang weiter? Sie haben eben schon gesagt, heute haben Sie damit gar nicht mehr so viel zu tun. Was passierte danach? Es gab ein kurzes Intermezzo beim Vogel Verlag mit einer Telekommunikationszeitschrift, das nicht sehr glücklich endete. Wir waren unterschiedlicher Meinung, muss man deutlich sagen. Dann gab es bei mir eine, dann machte ich mich selbstständig mit einem Faxabrufsystem. Das war gerade die Zeit, dass damals die kostenpflichtigen Servicenummern entstanden, die es ja vorher nicht gab. Das heißt, es war ein Geschäftsmodell, dass man mit Faxabruf, man kann ja nicht nur Faxe senden, man kann auch Faxe abrufen, das erlaubt dieses Protokoll, dass man über eine solche kostenpflichtige Servicenummer sich zum Beispiel Seiten aus Bedienungsanleitungen und Datenblätter etc. abrufen konnte. Das war dann aber sehr schnell, erledigte sich sehr schnell, weil diese Fax, weil diese Servicenummern von einigen etwas zwielichtigen Gestalten komplett abgegriffen wurden. Das führte dann später auch zu einem Urteil, wo das wieder normal geregelt wurde. Aber es war für mich zu spät. Ich wurde dann eben zur Funkschau geholt, also zum Franzis Verlag, der diesen Faxabrufservice damals mit übernahm. Von dort ging es für mich persönlich wieder zurück zu M&T, allerdings nicht zum M&T Zweischriftenverlag, den gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, der wurde in WK übernommen. Aber die Marke Markt & Technik als Buchverlag wurde von einem amerikanischen Konzern aufgekauft und wurde dort Cheflektor für Software und Bücher. Das dauerte auch nicht allzu lange, dann machte ich mich erneut selbstständig mit einer weiteren kleinen Firma, mit einer PR-Agentur. Das war so der Versuch, ein zweites Standbein aufzubauen, den ja viele Kollegen im Journalismus gehen, den ich aber dann, das war um 2000 rum, wieder stärker auf den Journalismus konzentrierte, weil dieser Spagat zwischen PR und Journalismus, der lag mir nicht. Es ist ein Spagat, den man da machen muss und den muss man aushalten. Das war nicht mein Ding. Ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt, weil ein Kollege sich an mich warnte, ob ich nicht Wirtschaftsartikel für seine Online-Plattformen schreiben könne, wieder als Freiberufler selbstständig gemacht, also meine eigene Firma geschlossen, dann als freier Journalist für diese Wirtschaftsthemen gearbeitet, was mir erstaunlicherweise viel Spaß gemacht hat. Das war für mich ein völlig neues Gebiet und erstaunlicherweise sehr spannend. Das hätte ich wahrscheinlich zehn Jahre vorher nie so gedacht und begann dann auch, mich mit Kulturthemen zu beschäftigen und das ist eigentlich der letzte Stand. Das war dann bis 2015 und dann war ich ja rein theoretisch in Rente, soweit das beim Selbstständigen überhaupt möglich ist und habe mir die Freiheit genommen, eine Beschäftigung wieder aufzunehmen, die ich eigentlich in meiner Studentenzeit ausgeübt hatte. Da habe ich nebenberuflich als Fotograf für Zeitschriften und Zeitungen gearbeitet und habe mich jetzt wieder der Fotografie gewidmet und das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Wenn man jetzt so zurückblickt über die gesamte Karriere, da haben Sie ja schon erwähnt, da haben Sie viele Menschen kennengelernt, mit vielen Menschen gesprochen und gearbeitet. Wer ist Ihnen da so im Gedächtnis geblieben? Welche Menschen freuen Sie sich bis heute, dass Sie die kennenlernen durften oder kennengelernt haben? Ach, da gab es eine ganze Reihe von Freundschaften, die daraus entstanden sind, oft aus Ecken, wo ich es nie vermutet hätte. Ich arbeite heute, bin noch befreundet und arbeite aber auch tatsächlich noch zusammen mit einem Kollegen, der damals zur Happy Computer so 95, 93, also ziemlich, nee, 85 sogar, dazu kam. Es gibt noch eine Freundschaft mit einem Kollegen aus dem Buchverlag. Natürlich erinnere ich mich sehr gerne an die Kollegen Lenhardt, Schneider, Locker, Beuke. Also diese Ecke bleibt einem natürlich in Erinnerung. Es sind ja auch sehr charakteristische Menschen mit sehr eigenen Lebensformen und Auftreten und Leidenschaften und das ist einfach interessant. Also ich glaube, dass man als Journalist, wenn man arbeitet ohnehin, einen gewissen Dreh zu Menschen mit Besonderheiten hat und das gilt sowohl für Kollegen, das gilt aber auch für Leute, die man im Laufe der Zeit als Gesprächspartner kennengelernt hat. Also da Einzelne in den Vordergrund zu stellen, wäre eigentlich fast unfair. Es gab so viele, so viele positive Begegnungen und so viele Menschen, an die ich mich heute noch gerne erinnere. Da müsste ich also wahrscheinlich eine Riesenliste erstmal anfertigen. Nee, ich muss sogar sagen, dass vielleicht so an die Zuhörer, die noch jung sind und selber überlegen, ob sie Journalist werden wollen, die Erfahrungen mit Menschen und zwar positiven Erfahrungen ist eigentlich mit das Wichtigste, was ich aus diesem Beruf mitgenommen habe. Die allermeisten Leute sind hilfreich, sind positiv drauf, wenn man ihnen entsprechend entgegenkommt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Was war insgesamt Ihr Lieblingsprojekt? Die PC-Technik. Also die Zeitschrift, die nach der Happy Computer oder eigentlich parallel sogar, ich denke mal, es war parallel, von mir konzipiert wurde und die eben dieses CT-Konzept oder eine Ähnlichkeit mit dem Konzept der Zeitschrift CT von Heise hat, ausgerichtet war auf Programmierer und auf Wissenschaft, Forschung, also eigentlich ein relativ abgehobenes Konzept, aber das war eigentlich meine eigene Leidenschaft. Also das war das, was mich selber am meisten interessierte. Werden Sie heute noch auf Ihre alten, in Anführungszeichen, Taten angesprochen, auf Ihre alten Produkte angesprochen? Gibt es da noch Leute, die sagen, Mensch, da war doch mal was mit Happy Computer oder da war doch mal was mit der Zeitschrift? Passiert sowas? Na klar, am anderen Ende dieses Interviews sitzt ja jemand. Nein, es war tatsächlich so, dass einige Jahre, eigentlich sogar relativ spät, zwei, drei, vier Mal im Jahr jemand auf mich zukam, entweder per E-Mail oder per Brief, einmal sogar auf der Straße und mich darauf angesprochen hat, auf die Happy Computer, was zwar ganz lustig ist, aber zu dem Zeitpunkt war das für mich halt eigentlich kein Thema mehr. Ja, und Anfragen, so wie Sie es ja auch gemacht haben, aus der Spiele- und Retro-Spiele-Szene, das kommt schon vor, ja. Spielen Sie selber heute noch kompüter Spiele? Nein. Also auch kein Bezug mehr zu Retro oder gibt es noch irgendwelche Sachen aus der damaligen Zeit, die Sie heute noch mal ausprobiert haben? Ich glaube, das letzte war Tetris auf dem Handy vor gefühlten zehn Jahren. Haben Sie selber dann noch irgendwelche alten Produkte aus der Zeit in Ihrem Besitz? Alte Hardware, alte Spiele oder irgendwas oder ist das alles Vergangenheit? Ich habe im Keller noch einen alten Commodore 64, sogar ein Jubiläumsmodell, das damals von Commodore verteilt wurde, 100.000, 10.000, ich weiß es nicht. Also irgendwie so eine Zehnerpotenz-Ausgabe in Bronze lackiert, der wartet noch irgendwo, irgendwann auf einen Abnehmer. Ich selber habe ihn nie in Betrieb genommen. Ansonsten an Hardware, nee, das meiste steht mittlerweile, wenn auch nicht meine Geräte, aber die Geräte, mit denen ich gearbeitet habe, das war so ein ganz spezielles Erlebnis von mir, stehen heute in München in der neuen Pinakothek, in der Pinakothek der Moderne. Da gibt es eine Abteilung im Keller, in die sich, da gibt es also alte Computer, alte Telefone, alte Schreibmaschinen, alte sonst noch was. Und da, als ich da zur Eröffnung von diesem Museum hier in München reinging und da unten dann plötzlich meine Geräte stehen sah. Also ein alter Olivetti M21, ein Olivetti Handycomputer, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Modellbezeichnung war. Und noch ein paar andere Dinge. Das war schon ein etwas seltsames Erlebnis. Wenn man also die Dinge, mit denen man mal gearbeitet hat, plötzlich im Museum stehen sieht, dann kommt man schon ein bisschen ins Grübeln, wo man selber hingehört. Wenn jetzt jemand sagt, ich finde die Karriere oder diesen Lebensweg sehr interessant. Gibt es eine Möglichkeit, im Internet Informationen über Sie zu bekommen, was Sie so gemacht haben und was Sie jetzt gerade machen? Nicht wirklich. Für mich ist eigentlich wichtiger, was aktuell ist und was in Zukunft kommt. Ich bin eigentlich nicht unbedingt so der rückwärtsgewandte Mensch. Ich habe eine Website, die allerdings fast ausschließlich der Fotografie gewidmet ist, also dem, was ich jetzt mache. Und ansonsten, ich denke mal, in der einen oder anderen Zeitschrift ist wohl ein Interview drin und ein paar Eckdaten zu meinem Leben. Aber wie gesagt, das ist Vergangenheit. Ja, dann kann ich Ihnen nur danken im Namen unserer Hörer und von uns für diesen Streifzug durch Ihre Karriere und Ihnen alles Gute für die zukünftigen Projekte wünschen. Und falls sich doch mal irgendwas zum Thema Retrobezug wieder ergibt, gerne mal bei uns melden. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, mal die Frage an die Mitpodcaster. Habt ihr noch viele Erinnerungen an die Happy Computer, außer dass daraus die Power Placing entwickelt hat und da so eine Einlage drin, über die man immer gerne rausgenommen hat und gelesen hat? Wart ihr Happy Computer Fans? Ja. Habe ich auch gelesen. Das war so eines der wenigen Magazine, die überhaupt greifbar waren. Ich habe die gesammelt eine ganze Zeit lang. Bis meine Eltern auf die Idee gekommen sind, die wegzuschmeißen. Super. Ich habe immer geguckt, ob irgendwas über den CPC drinsteht und dann habe ich mir die gekauft, ja. Wenn es dann eine Seite darüber gab oder so. Also hast du die zwei Ausgaben auch gekauft. Du warst das. Man musste halt immer so durchsuchen. Es gab zwar einige Spielezeitschriften, aber insgesamt wenig über den CPC. Ab und zu mal einen Spieletest oder irgendwo mal einen Artikel über irgendeinen Basic-Quatsch oder irgendeine Seltsamkeit und ansonsten war wirklich Literatur rar. Also ich kann das jetzt nicht so gut sagen. Das stimmt so nicht. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Mein Vater hatte damals die sogenannte CPC International, hieß die, glaube ich, immer gekauft. Die hatte einen ausführlichen Spieleteil. CPC International. Aber wir hatten ja nichts. die Zeitung. Davon hatte ich irgendwie zwei, drei Ausgaben oder so. CPC International. Ja, das sind so Sachen, da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Elke hat es auch gelesen und schrieb, er hat es so lange gelesen, bis die Live draus wurde. Ja, der hat es sehr lange gelesen, denn dann war es, wie gesagt, auch vorbei, wie er so ganz passend sagt. Und was ich ganz schick fand, auch in dem Gespräch, wo ich wirklich lachen musste, dass ein Layouter ja mal diese, also es gibt diese Ab-Tipp-Listings, wie gesagt, die kennen wir ja noch alle von früher, wo man dann seitenweise Zahlenkolonnen abgetippt hat und ein Layouter fand das zu grau und hat ein Teil ausgeschnitten und eine Grafik eingebaut. Ich fände das genial. Das fand ich so toll. Das war der größte Fauxpas, der dem mal passiert ist. Das war super, ja. Bei der Geschichte habe ich wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil ich stelle mir vor, jemand tippt das ab und auf seine drei ist passiert. Und Fließtext, ja, Fließtext. Wir wollen noch ein bisschen rum. Wunderbar. Das kann heute auch nicht mehr passieren, denn heute schneidet man ja auch Artikel nicht mehr wie eine Schere aus. Aber fand ich schick. Also danke für das tolle Gespräch nochmal an Herrn Lang. Also das hat mir sehr gefallen, weil es ja wirklich an die Frühzeit nochmal ging. Und auch die ersten Kontakte zu den Powerplay-Redakteuren waren natürlich für uns alle, denke ich mal, sehr, sehr interessant. Es gab also auch noch etwas vor den bekannten Namen, die wir eigentlich alle so kennen. Ja, nächstes Mal geht es weiter mit Wolfgang Walk. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, den hatten wir ja schon in einem Quiz mit dabei. Und er nimmt uns auch mit auf eine Reise in seine, ja, ich sag mal, Spiele-Vergangenheit und gibt uns viele Anekdoten von den Firmen, wo er beteiligt war und mitgemacht hat. Und da gibt es einiges zu erzählen und auch einiges nicht ganz so Schöne mal wieder, weil ja viele Geschichten auch immer zu Ende gehen, wenn eine Firma zu Ende geht. Also nächstes Mal geht es unter anderem um Blue Byte und um viele andere Geschichten aus der Vergangenheit von Wolfgang. Ja, und wir brauchen, glaube ich, jetzt alle erstmal eine Pause und dann hoffen wir, dass wir Wolfgang aus seinem Urlaub wieder zu uns beamen und wir die Retro-Mystries machen können durch unser Quiz. Das i siz ά die Pirma in Guilden in Guilden Na gut, wir können es ja verraten, das Quiz wurde voraufgezeichnet und da hören wir jetzt mal rein. Also nicht wundern, wenn Wolfgang jetzt da ist, er ist eigentlich gar nicht da. Und schon sind wir mal wieder im Quiz und dieses Mal machen wir alles ein bisschen anders. Und was wir anders machen, wird uns Wolfgang erklären. Ich hoffe, du kannst es hören, Wolfgang. Ja, hi Patrick. Der Quizmaster ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung im schönen Andalusien. Aber wer nun glaubt, es gäbe heute keine Retro-Mysteries mehr, liegt falsch. Denn es wird eine ganz besondere Ausgabe geben, denn heute am Start sind zum ersten Mal als Team die Hamburger Brüder von Johanna, die Gottschalks des Podcasts, heute besser die Markus Lanz des Internets, die Oberkompostierer persönlich, das Retro-Kompost-Core-Team. Was hast du gerade gesagt? Das Core-Team, hat er gesagt, Patrick, das Core-Team. Ja, wunderbar. Nancy, Ray und Rongo Frog, auch bekannt als Patrick und Robin. Danke, aber wir haben Spezialisten dabei, ich rieche lieber über die. An ihrer Seite, nicht mehr wegzudenken und nur noch kurzzeitig durch seine patentierten Aussetzer zu stoppen, einer der letzten Verteidiger des CPC, der Abfabber höchstpersönlich, Mr. G. P. L. Hapskiller. Außerdem der Patrick Miss-Killer, 67-Pixel-Artist, Retro-Refere, Oliver Lindau. Hallo zusammen. Ja, hallo. Oliver nicht aus Lindau. Und trotzdem, wie jetzt zu einer ungewohnten Zeit aufzeichnet, haben wir auch noch zwei Leute im Chat für einen Chat-Joker. Also eigentlich kann uns nicht viel passieren. Wo den Chat-Joker gebraucht werden, ist eigentlich erst mal Gamesound-Raten angesagt. Dazu verlassen wir das Jahr 1988 und springen in den Januar 1989 zum Recken der damaligen Top-Titel. Ja, wir immer raten groß und klein mit unsere Podcast-Profis genauso wie unsere aktuell zwei Chat-Gäste. Und los geht's mit dem ersten Spiel einer In-Game-Musik. Oh Gott. Nummer eins. RoboCop. Ja, RoboCop. Ja. Ja, tatsächlich. Das fängt ja gut an. Super. Robin. Es ist wie immer. Das war aber Oliver. Also ich war das nicht. Das war Oliver. Okay. Klar war es, Oliver. Aber Oliver war heute so zaghaft. Er wollte uns nicht schon wieder schocken. Er musste lange überlegen, ob es wirklich ist. Ob es das wirklich ist. Nein, er wusste ja schon vorher, aber wollte einfach unsere Zeit lassen. Soll ich weitermachen? Dann machen wir die zwei, ja. Da ist Star Wars. Aber welches? Da. Nee. Ist das von der Irgendwesen? Da ist Star Wars irgendwie. Aber das ist gar nicht jemand modifiziert. Oder so ein bisschen Bretter-Doo-Mäßig. Ich kenn's aber auf jeden Fall. Das müsste Return of the Jedi sein, aber... Das könnte nicht nur sein. Das ist Return of the Jedi. Wahnsinn. Ist das C64? Ja, eins dieser schrecklichen Duma. D-Mark Games. Ich hab's nie gespielt. Von der Musik war es klar, dass es Star Wars ist, aber den Titel... Patrick, wir haben doch die Collection von D-Mark. Die Star Wars Collection. Kannst du ja gerne spielen und hinterher einen Talk drüber machen. Ich spiel's nicht. Das Grauen im Brei-Fakt. Ja. Ja. Nummer drei. Und ich seh, es ist von allen das Größte. Na gut, machen wir mal Nummer drei. Ganz schön. Nö, 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 Nö. Ja, welcher Teil? Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Januar 89 sind wir. Das müsste... Nee, Quatsch. Das ist später. Doch, okay. Liffin with Dying. Wahnsinn. Mark Cooksy. Ja, das hab ich... Nach oben scrollend hauptsächlich, ne? Das ist das mit dem Boot. Okay. Das war einer der... Das war einer der wenigen guten Bond-Titel, ne? Ähm, Elite war es. Aber Elite, ne? Dann ist es... Joa. Wurde damals zwar zerrissen, aber ich finde es unrecht. Für einen Bond-Titel war es gut. Gar nicht so schlecht. Das war bei unseren Filmumsetzungen, haben wir auch gar nicht so schlecht darüber gesprochen, ne? Ich glaub, das war der. Hab ich auch so im Kopf. Als ob du das noch wüsstest. Ja, weiß ich noch. Echt? Ich kann mich erinnern, dass ich das gespielt hab und das von allen Sachen eigentlich mit am besten fand, weil das wenigstens irgendwie... Wir hatten es hauptsächlich Ocean-Film-Umsetzung, da muss vieles besser werden. Ja, ja, ja. Stimmt. Ich stell gleich nur Ocean-Fragen, hab ich das schon erwähnt? Ich mach's. Ja, ja. Ich wiederhole nochmal vorfragen. Nicht, dass es wieder eine falsche Eingang entsteht. Ich liebe Ocean, aber ich möchte nicht, dass sie Filmumsetzungen machen. Ja, das kommt immer so ein bisschen negativ rüber. Bei Filmumsetzungen absichtlich, ja. Okay, die vier. Nummer vier. Oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Dicker Finger, die vier gearbeitet. Nummer vier. Deutsch. Nee. Das ist Gerontel. Das ist meine Freundschaft. Das ist mein erstes Neues. Das könnte eine Outdoor-Musik sein, aber... 89? Eine Level-Musik von Outdoor vielleicht, aber... Nee, Savage. Das wird eine One-Man-Show heute, ja. Ich dachte, ja. Das sind Sachen, die habe ich mein ganzes Leben vielleicht fünfmal gespielt. Das letzte Mal ist 20 Jahre her. Aber du hast nicht Oliver Lindorfer. Entweder er hat ein gutes Gedächtnis, oder spielt die Sachen immer noch. Eins von beiden. Vielleicht spielt er in seinem Gedächtnis die Spiele immer noch. Weiß ich nicht. Mal so, mal so. Andere Leute haben Isos. Du hast ein Gehirn. Gut. Nummer fünf. Ach, bitte gehören. Das kenne ich. Scheiße. Tycoon. Was hast du noch? Tycoon. Nein. Nein. Ich weiß, dass es nicht ist, aber ich weiß noch nicht, dass es ist. Aber es wird oft geballert. Ich habe es oft gespielt. Scheiße. Binburg Island oder so. Bin ich zu schnell. Das habe ich tausendmal gespielt. Ist das amerikanisch? Ich nehme den Chat-Drucker. Nicht. Ich könnte alles sagen, was es nicht ist. Wenn es jemanden tippt macht, weiß ich, ob es das nicht ist. Das könnte ein lustiges Ballerspiel sein. Okay. Ich mochte die Musik jedenfalls. Ich mochte die Musik, das weiß ich. Ist das ein Schmupp? Das ist bestimmt ein Schmupp, oder? Das ist ein Schmupp, ja. Ich weiß aber auch nicht mehr, von wem die Musik ist. Ich bin gerade am überlegen. Ist das Wittaker? Ja, kein Wittaker. Dann ist das das Ding mit den wenig Grafikelementen. Haben wir das in der Shoot-em-Ab-Nach-Oben-Scroll-Folge gehabt? Ja, einen kleinen Moment. Ich höre das nochmal nach. Nee, haben wir nicht? Okay. Nee, aber rechts, links. Wittaker ist schon mal gut. Wittaker ist schon mal gut. Dann kann das Richtung Salamander war später, oder? Nee. Nee, das war aber nicht Wittaker. Nee, Salamander ist nicht Wittaker. Was kann denn auch Wittaker sein? Ich meine, da kenne ich noch den Musiker. Das beruhigt mich ein bisschen. Elecate? Nee, Elecate ist von Törner, nicht von Wittaker. Ach so. Okay. Ich kann dir alles sagen, was es nicht ist. Aber ich kann dir nicht sagen, was es ist. Firma? Verdammt. Kannst du es zur Firma sagen? Das ist ein Label von Psygnosis. Männis. Yes. Jo, das ist richtig. Oh, cool. Ich wusste aber jetzt spontan auch nicht mehr, was Männis Wittaker war, ehrlich gesagt. Lustig. Das hätte ich auch niemals getippt. Aber ich hätte nicht Nein gesagt bei Männis. Also das ist, aber nee, das war schwer. Obwohl es eine ganz eingängige Musik ist, die habe ich sehr, sehr oft gehört. Eigentlich viel zu niedlich für das, was es ist. Ja. Und die haben wir halt dann in der anderen Schmups-Folge gehabt, tatsächlich. Genau. Rechts, links. Genau. Nummer sechs oder Nummer... Nummer sechs. Nee, sechs. Bitte. Was sind hier? Nein. Das ist doch noch die Band. Yep. Das klingt so ein bisschen wie Cartoon und Co. Das ist ein Roller-Spiel, aber... Garantiert von Ocean. Ich bin raus. Aber das war jetzt nicht Typhoon, ne? Ich habe die Schilder vor Augen. Untouchable ist auch nicht, ne? Nee, so die Richtung. Nein. Typhoon ist heute nicht dabei. Okay. Dann brauche ich das nicht nochmal nennen. Könnte es aber noch dreimal ran. Ist die Filmumsetzung? Nein. Arcade-Umsetzung und das ist schwer, weil es ist nur der Title-Tune. Das Spiel selber hat keine Musik, nur Sounds. Okay. Wenn ich da nicht ganz falsch liege. Das ist irritierend. 89. Wir sollten umsteigen auf Namen der Musiker raten, Oliver. Das können wir heute besser. Ja. Wobei ich hätte auch Jonathan Dunn. Ich hätte zwischen Dunn und Galway geschwankt, ehrlich gesagt sogar. Ja, die Melodie kommt mir sehr bekannt vor. Ja, mir auch. Mir auch. Das erschreckt mich auch gerade. Aber wie gesagt, nee, ich bin da raus. Das ist Operation Wolf. Das habe ich auch dieses Jahr schon mal wieder gespielt, aber macht nichts. Das ist, ja, das hat tatsächlich keine Spielmusik, glaube ich. Du hast recht, da sind nur Geräusche. Hast du recht. Ich glaube, da gibt es eine Musik zwischen den Leveln, wenn die in den nächsten Level gehen. Ja, stimmt. Kurzmusik. Stimmt. Genau. Die war mal erkanter. Die hätte ich wahrscheinlich eher erkannt. Das stimmt. Ja. Tja, Nummer 2. Weiter, Robin. Nummer 7. Genau. Das ist 89? Die trauen sich was. 20 Jahre Pac-Man Edition. Das ist doch New Zealand Story. Nein, New Zealand Story. Das ist Microprose. Nein. Das könnte irgendein Schrott sein, also ein Strategiespiel sein hier. Sowas wie Heart of Africa oder sowas. Wild Westworld. Nein. Also Schrott ist richtig. Schrott ist richtig. Sagt mir gar nichts. Also für 89 ist es peinlich. Tut mir leid. Das ist wirklich. Aber wenn das Spiel auch schlecht ist, dann passt es ja wenigstens. Das klingt wie 83. Tut mir leid. Ja, danke, Reich. Das ist ja schon vorbei. Nee, das ist fürchterlich. Das ist nicht 89 für mich. Das ist die grandiose Umsetzung von Roger Rabbit. Herr Rising Havoc? Nee, nee, nee. Das hat ja Grafik. Das ist das Jump'n'Run-Spiel oder was ist das? Ja, also im ersten Level fährt man mit so einem Auto und kann irgendwie hüpfen. Oh nein. Mit riesigen Frides. Das ist dieses Ding von Disney Software gewesen, wo sie irgendwie von Jim Sachs die Grafik umgesetzt haben. War das die C64-Fassung? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Das ist das andere. Das ist das Gute, was du meinst, Oliver. Das, was er meint, ist, das ist so eine Art, also sieht eigentlich aus wie ein schlechtes Kinderlernspiel, aber es ist eigentlich so ein Arcade-Spiel und vollkommen riesig. Auch auf dem C64 riesiges Sprites. Komplett verdrängt dann. Also ich, ähm, sagt mir gar nichts. Es ist kein schlechtes Kinderlernspiel, sondern ein schlechtes Arcade-Spiel. Am zweiten Level muss man irgendwie einen Tisch decken oder so, das ist ein bisschen albern. Das sollten wir ganz schnell vergessen. Mach mal weiter. Nummer neun, ne? Oder Nummer acht? Äh, acht. Was war's denn? Was? Roger Rabbit. Ich hab, hör dir nicht mehr zu, das ist ja faszinierend. Nein, genau in dem Moment so. Ich hab's, weil ich alle durcheinander gequatscht hab, hab ich's nicht verstanden. Okay, quatschen wir durcheinander? Egal. Machen wir weiter. Die Krise C64 aus. Alter, ist das schlecht. Diese Nix. Die Frage ist, ist das Musik? Vielleicht kann das weg. Also, hab ich nie gehört. Ist das Batman oder sowas? Äh, nein. Nein, warte mal. Das ist auch nicht Amiga. Doch. Echt? Das klingt aber wie ein Megadrive-Spiel. Ein bisschen. Das klingt nicht schön. Das klingt wie so ein Sound-Dauer-Loop. Ja. Irgend so ein, das könnte so ein Prügelspiel sein, wie dieses, ach, Pitfighter oder sowas. Das ist was ganz Stranges. Okay, erzähl. Ich muss das aber reinnehmen, weil es war damals der fette ASM-Hit, Prinzip der Aufmacher von der Ausgabe. Das war Purple Saturn Day. Ah, von Exos. Das fand ich gar nicht schlecht. Wie, was war das? Entschuldigung, das kenne ich überhaupt nicht. Das ist ein Zukunftssportspiel. Okay. Wie heißt das? Purple Saturn Day von Exos, die danach sich in Kryo umbenannt haben. Die haben am Anfang doch immer so rechtsobskure Dinger gemacht, so wie das Captain Blood oder das Adventure Kult. Ach, die kenne ich ja mindestens vom Namen. Und Purple Saturn Day war so, ich weiß nicht, drei Disziplinen, glaube ich. Das muss ich mal googeln, warte mal. Das Ding war technisch ziemlich gut. Da hättest du eine Quizfrage draus machen können. Welches Spiel gibt es? Purple Saturn Day, Red, sonst was Day? Ich hätt's nicht gewusst. Aber jetzt wundert mich auch gar nichts, warum die das mit dem Sample so gemacht haben, weil das hatten die damals bei Captain Blood nicht anders. War auch nur ein einziges Sample, was ständig irgendwie wiederholt wurde. Das heißt, die hatten keinen vernünftigen Musiker, sondern nur jemanden, der digitisiert hat. Ja. Nee, war furchtbar. Was zur Hölle ist das? Das ist wirklich Purple. FAB gibt es übrigens auch für den CPC. Aber nicht für den CPC. Oh Gott, ja. Ach, das ist, oh Gott. Das ist ein Sport-Action-Spiel mit, oh Gott, das sind ja nur vier Bewegungsphasen von den Gegnern. Und zwar Top-Bewertungen bekommen, sogar in der Powerplay. Das war technisch gar nicht schlecht. Also es muss an mir komplett vorbeigegangen sein. Also definitiv. Eigentlich ist das Live-Flipper, das eine. Also du bist die Flipper-Kugel. Und dann ist ja noch so eine Art Denkspiel da drin, so ein Action-Denkspiel. Das sieht ein bisschen aus wie Paradoid. Keine Ahnung. Müsste ich mir mal hören. Nie von gehört. Witzig. Oh Gott. Nummer neun. Ist das sowas wie unendliche Geschichte oder sowas? Ja, das sieht von, 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 ähm... Das ist ja so geklaut. Nee. Okay. Dann ist es was Italienisches oder was Französisches? Das klingt nach einem deutschen Titel. Ja, ich weiß. Aber ich wollte nicht schon wieder sagen, dass es nach Deutsch klingt. Jetzt seid ihr alle ganz weit weg. Welcher Musiker hat sich so schamlos bedient? Das ist Starbite oder sowas. Kann das sein? Der Musiker war heute schon dabei. Jonathan Dunn. Okay. Das war nicht seine Sternstunde. Sagen wir es mal so rum. Ich bin aber auch leider kein Jonathan Dunn-Experte. Ich fand die Musik so immer nett von ihm, aber der stand immer so ein bisschen im Schatten von, äh, Galway. Hm. Das war die Musik zu Rambo 3, The Rescue. Okay. Ah, wir haben alle Rambo 2 gespielt, nicht 3, ne? Hm. Danke. 3 war dieses, wovon alle immer gesagt haben, das wäre so schlecht. Deswegen hat man sich das auch nicht angeguckt. Nee, den zweiten habe ich noch angespielt. Der war noch okay. Der hat auch eine ganz markante Musik, aber die war nicht von Dunn, die war von Galway. Hm. Das war die Bimorse-Code am Anfang, die hätte ich sofort erkannt. Am ersten Piepen hätte ich geschrien. Gehen wir ja. Aber den dritten Teil habe ich, glaube ich, nie gespielt. Den fand ich furchtbar oder zumindest auch, hat mich nie länger als ein paar Sekunden gefesselt. Na gut. Reihen haben wir noch. Ja. Nummer 10. Immerhin kenn ich. Hm. Hau zu schwer. Klingt hoffentlich gut. Klingt hoffentlich gut. Smartisch. Absolut. Ist auch so ein bisschen... Und das Timing stimmt mit vielleicht zu viel. Man merkt, dass es so langsam in Richtung, wenn es sich neues geht, vom Stil her alles. Das ist sehr gut. Die moderne Kreativmusik kommt an. Super, aber ich kann es nicht zuordnen. Ich habe es mit Sicherheit gespielt, aber... Ich kann es auch nicht zuordnen. Aber das ist auf jeden Fall die modernen... So ein bisschen der Umschwung zur modernen Kreativmusik. Definitiv. Das war auch in dem... Ihr müsst passen, dann sage ich, es ist Double Dragon. Charles Dean. Oh, das ist Double Dragon. Charles Dean. Okay, dann habe ich ja zumindest Maniacs getrunken. Genau. Sehr gut. Macht das Spiel auch nicht besser. Das Spiel fand ich super. Das Spiel fand ich um 20 super. Welche Version? C64? Es gab zwei. Echt eine US- und eine europäische, oder was? Nein, es gab eine vom Melbourne House, da rennst du schreiend weg. Und ich glaube, das war aus dem Spiel. Also ich habe eine gespielt, die war sau dämlich und die hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es gab noch eine von Ocean. Da fand ich die wahrscheinlich tatsächlich gut. Die kam irgendwie spät auf Cartridge. Ich weiß es nicht mehr, aber ich mochte das gerne. Ich mochte immer Double Dragon sehr gerne. Also es war so ein richtig dämliches, ein Knopf drückt drauf und guckt, was passiert. Fand ich ganz witzig. Nee, war nicht einfach heute mit dir. War nicht einfach. Jetzt machst du mir so ein bisschen Angst vorm Quiz, aber wir haben ja ein gutes Team. Retro Mysteries Rätsel aus der Vergangenheit Ja, man wird eng auf dem Wer-wird-Retro-Lurch-Kandidatenstuhl, denn auch hier spielt ihr als Team. Der Experten-Joker fällt natürlich weg. Es bleiben 50, 50. Nein, Frage tauschen und den Chat-Joker. Also lieber Chat, bleibt online, bis wir euch gefragt haben. Danke. Zusätzlich als Entschädigung für den Experten-Joker, auch weil der Chat durch die Aufzeichnung sehr dünn besetzt ist, gibt es heute den Google-Joker. Dieser erlaubt die einmalige Eingabe eines Begriffes bei der Suchmaschine. Gott. Ich weiß nicht, wie der Quizbegriff. Wolfgangs Lösung. Ja, und das klappt. Okay, also. Also wir unterhalten, wir sagen immer, wann wir einloggen. Wir reden natürlich darüber, das ist sehr spannend. Ja, okay. Wenn ihr sagt, das ist die Antwort, dann. Und sonst stimmen wir einfach mit Mehrheitsentscheidung ab. Bei drei Leuten geht das ja. Okay. Wie läuft das jetzt hier mit den Teams? Das habe ich noch nicht so ganz. Wir sind alle in einem Team. Du bist nicht gegen mich heute. Du bist das heute. Wir sind quasi zu viert insgesamt und wenn einer was weiß, dann hebt er die Hand, oder wie? Wer ist denn der vierte? Ja, stimmt. Wir sind drei. Nee, wir sind vier. Fapp ist auch da. Nee, Fapp ist auch, ja. Achso, ich bin ja auch da. Entschuldigung. Ja, das ist wieder das Typische hier mit der Zeit, dass man sich nicht selber sieht. Ich sehe mich nicht selber. Wenn ihr nicht mal bis vier zählen könnt, wie wollt ihr? Dann dreht ruhig. Wir reden einfach drüber und wenn wir uns zusammen geeinigt haben, lochen wir ein. Wir ziehen hier von den vier Leuten, die wir hier sehen, immer Wolfgang ab. Genau. Können wir Wolfgang als Telefondschuker nehmen? Natürlich. Ich werde euch bestimmt richtig die Antwort geben. Frage Nummer eins. Mit welchem einzelnen Kleidungsstück wird Donkey Kong oft dargestellt? Blaues Muscle Shirt, gelber Lenden-Schurz, rote Krawatte oder schwarzer Hut? Ja, die rote Krawatte. Na, ich bin eine rote Krawatte, ne? Bin ich der Meinung. Gefühlt würde ich das auch sagen, aber... Zwischen ja. Ja, ja, klar. Ich würde ihm zumindest nicht widersprechen. Also Lenden-Schurz hatte ja Licht um, das hätte ich gemerkt. Das schaffen, das nehmen wir so ohne Joker, oder? Stimmt, die Krawatte. Auch bei den neuen Werbungen. Er hatte was Rotes im Hals. Ich wusste aber nicht, was die Krawatte war. Auch immer in den Spielen. Ich dachte, das war ein Halsrot. Nee, nee, Krawatte, ganz sicher. Also ein bisschen Nintendo-Experte bin ich. Okay, dann machen wir das. Longwein. Also damals hatte er keine rote Krawatte an. Mittlerweile aber schon. Also rote Krawatte ist richtig. Mit vier Jokern. Am Anfang war er noch komplett nackt. Mit vier Jokern ist Frage Nummer zwei. Genau, richtig. Zu 67 Zeiten, da war glaube ich nix. Welches spannende DOS-Duell präsentierte Nova Logic? Dämon versus... Comanche versus Roku. Soll ich das einloggen? Nein. Lass mich doch bitte ausreden. Du kennst doch Wolfgang. Also Dämon gegen Siox, Golem gegen Cheyenne, Vampir gegen Apache oder Wehrwolf gegen Comanche? Ja, locker rein. Wehrwolf gegen Comanche. Bin ich auch der Meinung. Hm? Ja. Wobei die anderen Sachen auch spannend klingt. Ich hab keinen Plan, aber... Ich weiß, dass wir die Packung mal hatten. Also das ist alles gut. Ja. Das ist korrekt. Spitzmäßig. Schon für die zweite Frage gar nicht so einfach. Ich hab mich heute sehr tief in die Kiste. Egal. Wir haben ja Olivers. On the rabbit hole. Vier Experten, glaube ich, kann man mal ein bisschen anziehen hier. Ich ziehe mal an. Ich frage mal drei. Welches spritzige Rennspiel veröffentlichte Papyrus zwischen Nesca 2 und EPL? Soda Racing. Eindeutig GPL. Soda Racing. Ja. Aber du kannst doch trotzdem mal die vier Fragen. Lass Robin doch mal diese Phasen genießen. Das mag er auch mal. Er sagt jetzt nämlich Cola. Das ist meine Standstunde hier. Hört auf. Ist das Cola? Oder Eistee? Limo? Oder Soda? Also ich finde Eistee eigentlich am besten, aber Robin hat ja recht. Robin hat Soda entschieden ohne die Anstieg. Ja. Und wenn Robin was ohne Antworten sagt und ich auch schon wieder eine Verpackung sehe, könnte das passen. Und ein total tolles Rennspiel. War es wirklich gut? Ich habe es nicht gespielt. Ja. Okay. Das ist grafisch sehr schwach, aber das hatte so einzelne Reifen, die physikalisch korrekt... Ein Rennspiel mit einzelnen Reifen. Ja, nein, also die Federn waren komplett, das waren so Bikes, so Quads, wie heißen denn die, diese vier Rad, zwei Rad, nee, sind zwei Rad angetriebene, diese Wüsten-Buggys, sowas in der Art. Und das war total lustig, weil die Fahrzeuge halt physikalisch korrekt fuhren, nur die Grafik war ziemlich schwach, also farbarm und deswegen war es auch in Deutschland kein großer Erfolg. Ach, du weißt sogar, warum es kein Erfolg war. Ja. Ich hätte jetzt gefühlt gesagt, dass das Entwickler war Papyrus, sagtest du, oder? Ja, klar. Okay, weil ich, Sarah hat das rausgebracht, ne? Ja, aber Papyrus ist der Produk, der die entwickelt hat, ne? Die haben ja verschiedene, auch für Virgin. Frage Nummer vier. Begegnet der reiselustige neue C von 60-Plattform-Star, dem ehemaligen Top-Stürmer Hoffenheims Demba, dann trifft Cha-Cha-Cha, Paso-Druble, Rumba oder Samba. Oh, ist der gut, der gefällt mir. Der wollte Samba sein. Ich bin auch für die, weil, äh. Er heißt Demba-Bar? Das ist egal, wie der heißt, der Typ heißt Sam, das reicht schon. Ja. Ja, also ist die andere Hälfte Wurscht. Können wir allen locken. Okay. Gewöhn uns langsam an die. Sam und Demba-Bar macht Samba. Super. Sam und Demba-Bar macht Samba. Das ist natürlich ein Satz, den hörst du, wenn du im Retro bist. Ja. Ja, immer noch ohne Joker-Verlust. Frage Nummer fünf. Jetzt wird es etwas schwerer. Zombie-Junist. Nein, Retro-Din im Chat ist es nicht serious, Sam. Danke für den Zweifel. Der ewige Patrick. Das wird dir immer noch mal aufs Brot geschoben. Frage fünf. Zombie-U ist ein Remake von Ubisofts Zombie. Wie viele Jahre liegen zwischen diesen beiden Spielen? 2, 12, 26 oder 32? Zombie-U wird ja auf der Wii U sein, oder? Genau. Zombie-U war da aber ein Launch-Titel auf der Wii U. Wann ist die Wii U erschienen? 2011 oder 2000? Ist ja egal, ungefähr. 2010. Bisschen früher. Wann ist Zombie-U erschienen ungefähr? Das war Ende der 80er, müsste das gewesen sein. Wann wären das ungefähr 20 Jahre? Welche Antworten hat er uns eben gesagt? Zwei. Die Antwortmöglichkeiten waren zwei, zwölf, 26 oder 32. Dann müsste es eine Theorie 26 sein. Wollen wir den Google-Joker verballern? Warte mal ganz kurz. Nochmal bitte noch überlegen, genau richtig. Wir bleiben grob erst mal bei 26, vom Gefühl her. Das hieße Ende der 80er, wenn dann... Ja, sag mal 86, 87 ist ja egal. Dann wäre das 2011. Wenn dann 24 Jahre bis 2011, es kann aber 2013 gewesen sein, oder 83, 84, 85, dann passt 26, vom Gefühl her. Wann ist die Wii U wirklich erschienen? Pfff, 2011, 2012. Die Wii U. Kann gut sein, dass die 13 erschienen. Kann gut sein. Ist ja nicht die Wii, sondern die Wii U immerhin. Ich weiß noch, dass das originale Zombie halt... Das Zombie war 86, 87, irgend sowas. Da gebe ich dir recht. Das... Es war ja der allererste Titel, den Ubi damals rausgebracht hatte. Mhm. Aber das war... Lass es 87 gewesen sein. Vielleicht 86, irgend sowas. Plus, minus ein Jahr. Es wirkte damals schon verhältnismäßig veraltet von der Technik her. Darf man nicht vergessen. Wann war die Wii U? Das ist die einzig entscheidende Frage. Das müssten wir mal festmachen. Die müsste 2013, 12, 13 rausgekommen sein. Sag mal 13. Dann gehen wir von 87 nach 13. Dann wären wir bei 26 Jahren. Dann nehmen wir das. Also brauchen wir da eigentlich nicht viel überlegen. Oder habe ich da jetzt irgendwo einen Rechenfehler drin? Nee. Wollen wir zur Sicherheit den 50-50-Tür? Nein. Nein, 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 nein. Die brauchen wir bei seinen komischen Fragen mit Sicherheit nachher noch. Ja. Ja, ihr seid doch nicht... Ich schreibe recht. Was versuchen wir denn hier gerade? Jetzt müssen wir uns schon aus dem Chat hier anmachen lassen. Das ist ja echt heute wieder unglaublich. Nein, also das sind... Ja, wir können uns höchstens um drei Jahre irren. Also kann es nicht 32 sein. Genau. Und dann kannst du auch nicht die Zahl davon... Es muss neben nach 26 sein. Genau. 12 kann es auch nicht sein. Es muss schon 26 sein eigentlich, ja. Ja. Riskieren wir es. Nehmen wir. Ja. Ich logge die 26 ein. Und darf euch sagen, das habt ihr hervorragend gelöst. Yeah. Juhu. Tatsächlich, Oliver hat es auch perfekt gesagt. Ubisofts Debüttitel aus dem Jahr 1986 übrigens. 2012. Das war dann 2012. Ja, wir waren sehr dicht dran. Ja. Das soll ich mir noch was sagen. Das haben wir schon gut eingeordnet. Ich wusste nicht, dass es ein neues Zombie gibt. Das ist mein Problem. Aber das alte sagte mir noch was. Okay. Was behauptete ein Jaguar-Sportspiel? Best Body Shake ever. Girls, don't play soccer. The NHL ist Kindergarten. Oder White Man. White Man Can't Jump. Das letzte White Man Can't Jump. Das gab es mal in der Werbung. Aber war das Jaguar? Das war auf meinem Film. Ja, das war Jaguar. White Man Can't Jump. Also ich weiß, dass es eine Werbeanzahl gab für ein Spiel mit dem Slogan. Das weiß ich. Das ist ein Titel von dem Spiel. Das ist nicht nur ein Slogan. Ich habe es in der Werbung gesehen. Das weiß ich. Ist das eine Filmumsetzung? Nein, das ist ein Basketballspiel. Es gibt Filme, heißt du. Das ist ein Basketballspiel. Ja, genau. Das ist halt auch ein Film. Genau. Also ich weiß, dass es als Spiele Werbung mal gab. Aber mehr weiß ich nicht. Also wenn Oliver sich sicher ist, dass es auf dem Jaguar gab, dann wird es das sein. Gefühlt. Naja. Komm, Risiko, Risiko. Robin? Ich gebe euch die freie Hand. Ich glaube, dass wir Oliver in vielen Dingen hundertprozentig trauen können. Ich habe das Spiel, wie gesagt, ich kenne das gar nicht. Also ich kenne den Slogan für ein Spiel. Entweder habt ihr das in dem Jaguar-Podcast erzählt oder wurde es vielleicht erzählt sogar. Ich weiß, dass es dieses Plakat gab für ein Sportspiel. Soweit gehe ich sogar mit. Das weiß ich. Aber nicht, dass es Jaguar ist. Wenn Oliver sicher ist, dass es Jaguar ist, dann können wir es gerne nehmen. Die anderen Titel sagen wir euch was? Joker sind doch was für Deppen. Sag mir bitte nochmal die Möglichkeiten. Joker sind für Deppen. Ist auch gut. Best Buddy Check Ever. Girls Don't Play Soccer. Das gab es auch mal. The NHL ist Kindergarten oder White Man Can't Jump. Ich weiß halt nicht, welches System war. Komm, 50-50 Joker. Oliver, entscheide du. Also ich war mir, bevor er die Antworten gelesen hat, schon bei dem Titel. Also ich bin mir sicher. Dann riskieren wir es. Wir wollen einfach mal ein Durchmarsch. Dann machen wir es ohne. Wir riskieren es. Okay. Wir wollen den Durchmarsch ohne Joke. Naja, es wird nicht so bleiben, aber... One Credit Run. White Man Can't Jump. Das ist richtig. Wahnsinn. Danke. Yes. Wenn wir ohne Joker es schaffen, dann können wir uns Ober-Retro-Loschen nennen. Ja, vor allem, ich sehe jetzt Wolfgang, wie er in seinem Moment hektisch die Fragen ausmacht. Nach schweren Fragen hektisch den zweiten Umschlag aufmacht. Genau, genau, genau. Die B-Route. Ich muss nach schweren Fragen nehmen. Das war schon schwer. Eigentlich schon. Okay. Normale Leute wären es schon ausgewiesen. Dann nochmal eine Rückfrage. Waren die anderen Sachen auch bei Spielen dabei? Wäre das mit dem einen, das kannte ich auch gefühlt? Nee, nee, das war ausgedacht. Okay. Naja, mal gucken. Das recherchere ich nochmal. Aber wem sagt schon so ein Titel was wie White Man Can't Jump? Ich glaube, in der Jaguar-Folge wurde der erwähnt. Das glaube ich schon. Also ich kenne nur den Film. Ich schon. Egal. Nächste Frage. Nach welchem Vorbild wurde das Fallout-Maskottchen Walt Boy designt? Oh Gott. Charlie Brown. Monopolis. Rich Uncle Penny. Ich glaube ja. Das ist ja bestimmt. Spielen-Maskottchen oder Toy-Stories Woody. Da bin ich raus. Das ist bestimmt B. Das ist zwar bestimmt B, aber wissen tun wir es nicht. Bestimmt B, weil ich habe gerade dieses Monopoly-Ding. Wenn man jetzt mal den 50... Nee, nee, nee. Ich habe das vor kurzem mal gelesen. Die Fallout-Geschichte war ja das neue Fallout rauskommt. Ich kann mich erinnern, dass da irgendwas drin stand. Und das sagt er auch bei mir gleich B. Okay, aber vielleicht sollten wir noch mal in uns gehen und überlegen, ob das wirklich so sein kann. Also ich bin ganz... Ich habe voll dieses Monopoly-Ding vor Augen mit dem Typen. Der sieht genauso aus wie der von Fallout. Der mit dem Zylinder, ne? Dieses Logo von... Ja, genau. Das ist genau auch in diesem Stil so. Dann entscheidet ihr das. Komm, traut euch. Traut euch. Das schaffen wir. Wollen wir unseren Gästen... Wir gehen gemeinsam unter, oder nicht? Das Risiko eigentlich... Wen hatten wir denn da noch an... Es klang aber sehr... Es klang jetzt ziemlich überzeugend, was er... Dann frag... Ich würde einen Zuschauer-Joker, würde ich fast nehmen. Nee, 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 nee. Also entweder die 50-50... Nee, 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 nee. Oder wir vertrauen den beiden. Oliver war ja auch der Meinung, ne? Ja, also optisch erinnert das ganz stark dran. Und es passt auch von der zeitlichen Folge her, um das in irgendeiner Form einzusortieren. Weil die haben sich ja schon sehr stark an der 50er-Jahre-Ästhetik orientiert. Das stimmt, und da kommt ja das Mono... Und alleine deswegen passen die anderen Varianten auch nicht so ganz. Also ich würde es riskieren. Wenn ihr so argumentiert, würde ich euch fast zustimmen. Das klingt sehr gut. Macht es. Oder, Robin? Wollen wir die beiden... Entweder ernten sie den Film, oder sie gehen unter. Also wenn wir daneben liegen, dann können wir ja sowieso nicht gestellt werden, dass wir verkackt hätten, ne? Genau, aber erzähl nochmal die vier Antwortmöglichkeiten. Robin, wir könnten es heute schaffen, dass Oliver und Fab sich zum Affen machen und wir sind einfach mal raus. Hallo, besser geht's nicht. Und ihr solltet als Mitläufer durchgehen. Ich sag's nochmal kurz. Die Antwortmöglichkeiten... A. Charlie Brown B. Monopolis Rich Uncle Pennybags C. Das Pringles-Maskottchen Oder D. Toy Stories Woody Letzteren beiden schließe ich aus. Toy Stories von Und Charlie Brown Und die Klatschen und Pringles Charlie Brown Passt auch nicht, also... Ja. Und ich hab das wirklich von meinem geistigen Auge, diesen Typ mit dem Zylinder von Monopoly. Der hat das gleiche Grinsen. Ich hab auch so oft Sachen von meinem geistigen Auge und sie sind nicht, aber es ist schon okay. Ich hab sie auch häufig von meinem geistlosen Auge und das nützt auch nix. Du hast überhaupt kein geistiges Auge. Sei mal ehrlich. Ich hab doch kein geistloses Auge, hab ich doch gesagt. Ein geistiges Ohr. Ich glaube, wir sollten einfach unserem Mitschreiter vertrauen, Robin, oder was sagst du? Okay, komm. Ja. Einmal wenigstens. Ein einziges Mal, da haben wir früher Feierabend. Nein. Nein, ich glaub's ja auch. Ich glaub's ja auch. So, das vor Ort muss Kräutchen Kompetenz und Intuition stechen. Ihr habt vollkommen recht. Yeah. Yes. Sehr gut. Wunderbar. Wir haben noch vier Joker. Vier Joker. Gott, oh Gott. Intro-Frage. Die geballte Retro-Demenz auf den Haufen. Ich wollte Kompetenz sagen. Wenn man Retro-Demenz stapelt, ist das doch klug, oder? Ja, genau. Der ist gut. Vier mal Null ist vier, ne? Wolfgang, kannst du jetzt mal eine schwierige Frage? Oh, Papp bitte. Oh, hör auf. Ich wollte das. Schauen wir mal. Wem verdanken wir die knoblige Goblins-Trilogie? Aber auch einige trashige Softcore-Adventures wie Emanuel und Gesha. Azrael, Gabriel, Muriel oder Uriel. Muriel. Muriel? Wie hieß die noch? Muriel, Trami. Trami, genau. Die recht dunkle, sieht so ein bisschen aus wie, ich würde sagen, Karibik-Insel oder so. Die hat auch dieses Woodruff und das Schnibbel auf Azimut gemacht und dieses Gehschauen, wie die alle hießen. Und dieses total unhorny Emanuel, genau. Genau. Dass du mich irgendwann mal zum Spielen gezwungen hast, Robin. Genau. Wo man mit irgendwelchen Amor-Pfeilen rumschießt, war das der Scheiß? Ja, das war in der erotischen C64-Folge. Das war so furchtbar. Das war so schlecht. Und ich habe mich an eine ASM-Folge erinnern, wo ich das erste Mal darüber gelesen habe, als mal wieder der ASM-Onkel unterwegs war und auf engler Messe war und dann ein Foto mit ihr gepostet hat. Und das war so schlecht, das Foto. Und sie hat geschwitzt und sie sah aus wie der Logenmoor, beklebt mit einer schlechten Frisur. Das war so furchtbar, das Foto. Und ich habe gedacht, wie kann man solche Fotos von sich machen? Ich meine, das sehen Zehntausende von Lesern und denken, oh Gott, sieht die furchtbar aus. Naja, gut. Hat Emanuel geschrieben, das verzeiht. Naja, man nimmt, was man hat, ne? Ich glaube, wir sind uns da nicht. Leute, Leute, ihr macht mich fertig. Muriel Tramie. Korrekt. Wunderbar. Geil. Okay, wenn nichts mehr hilft, dann eine Fußballfrage. So, hilft leider auch nicht. Dann bin ich meistens raus. Ich bin raus. Ich auch. Mit welchen Lizenzen erschienen die beiden Kick-Off plus Manager-Parteile Player-Manager in Deutschland? Felix Maggert und Ernst Happel, Jürgen Klinsmann und Otto Rehagel, Karl-Heinz Rummenigge und Willi Lemke oder Andi Brehme und Rudi Assauer. Ich schließe ja alles mehr, weiß ich nicht. Tauschen mal weg die Frage. War Assauer da schon Trainer, ist die Frage. Der war doch gar kein Trainer. Assauer war immer Manager. Ich würde das auch als Frage nehmen. Happel war Trainer, HSV und Klinsmann. Konnten wir eine Frage tauschen? Ja, ne? Der Manager ist von 90, glaube ich. Ich habe vier Joke. Also ich bin hier für einen Joker und ich würde die Frage einfach wegtauschen. Weil das ist zu hohes Risiko für Chat oder, da könntest du googlen, aber googeln ist aber etwas Schwieriges. Also das kann man auch schwer googeln. 50-50 hilft auch nicht. Nein, ich würde die tauschen. Außer jemand von euch hat eine Snake. Gib mir nochmal die vier Antworten. Dann habe ich absolut null Ahnung. Ja, nochmal die vier Antworten. Genau. Antwort A. Felix Magath und Ernst Happel. Antwort B. Jürgen Klinsmann und Otto Rehagel. Antwort C. Karl-Heinz Rummenigge und Willi Lemke. Antwort D. Andi Brehme und Rudi Assauer. Ich würde sagen A. Ich würde sagen, ich hätte A ausgeschlossen. Wir schmeißen die Frage raus. Ich glaube, wir werden uns nicht einig. Ich würde B tippen. Ich würde nicht A tippen. Also ich würde A sagen. Aber wir tauschen sie weg. Die Frage wird getauscht. Ich kann dazu gar nichts sagen. Dann wird sie getauscht. Frage weg und schwamm drüber. Ich hätte B gesagt. Und? Was wäre es gewesen? Klinsmann und Rehagel. Hast du gesagt, Robin? Ja. Nein. Das war Rummenigge und Willi Lemke. Das wundert mich, dass ihr die Packung mal in der Hand hattet. Ich habe die ausgeschlossen gefühlt, weil Lemke ja auch einen anderen Manager eine Lizenz hatte. Deswegen war ich mir da nicht ganz klar. Gutes Vergetauscht haben. Die ist schwer. Okay. Dann die Ersatzfrage. Natürlich Fußball. Was trifft auf Peter Molyneux, Richard Garriott und Sid Meier zu? Die sind alle über 60 Jahre alt. Haben für Electronic Arts gearbeitet. Sind in den UK geboren. oder gründeten eine eigene Firma? Sag noch mal bitte die drei. Die sind vier. Molyneux, Garriott und Meier. Sind doch nur drei? Meier ist in der Schweiz geboren. Okay. Oder? Der spricht doch Deutsch. Warum soll der Deutsch sprechen? Naja, weiß ich nicht. Weil seine Eltern irgendwie aus Deutschland waren und sind sie in die USA gefahren. Waren das jetzt nur drei Namen? Drei Namen. Peter Molyneux, Richard Garriott und Sid Meier. Drei Namen. Aber vier Fragen. Haben sie alle für Electronic Arts gearbeitet? Sind sie alle in den UK geboren? Oder gründeten sie alle eine eigene Firma? Hatte Sid Meier eine eigene Firma? Ja. Für Ruxus. Die haben alle bei EA gearbeitet. Die waren alle bei EA. Wer hat von denen keine eigene Firma gehabt? Keiner. Alle. Aber Sid Meier, bist du sicher, dass der Chef... Firaxis Games ist seine eigene Firma gewesen. Und Garriott? Garriott? Moment mal. Also Sid Meier hat zumindest diese Firma halt gegründet, die Civilization bis heute macht. Und das ist doch mal nicht Firaxis, ne? Genau. Also Firaxis ist auf jeden Fall gegründet von ihm. Das hat er gegründet. Aber Garriott nicht. Garriott hat keine eigene Firma. Garriott hat jetzt gerade eine eigene Firma. Ja gut, das ist eine gute... Damals hat er für Origin gearbeitet. War er Mitgründer von Origin? Nein. Nee, nee. Nein, das ist vorher gewesen. Die haben für Electronic Arts gearbeitet alle. Er hatte Ultima damals in Eigenregie veröffentlicht und ist damit darüber an Origin gekommen. Genau. Und hatte danach, glaube ich, zwei Firmen. Eine hatte er zwischenzeitlich mit diesem MMO, was er dann mal gemacht hatte, nach Ultima Online. Nein, danach hat er ja nochmal ein MMO gemacht. Und das hat er mit einer eigenen Firma, meine ich, gemacht. Und danach, die ging dann irgendwann pleite. Und dann hat er ja hier so im Rahmen von dieser Kickstarter-Kampagne hier für diese Shroud of the Avatar eine Firma gegründet. Gut, dann müsste Molyneux keine Firma gehabt haben, nach der Theorie. Molyneux hatte sowohl Bullfrog gegründet als auch Lionhead. Das stimmt. Das würde aber heißen, dass wir dann schon die Antwort haben. Wenn wir alle drei eine Firma hatten, dann ist es die Antwort. Wollen wir den 50-50 trotzdem noch nehmen? Ich würde spannend finden, bei drei Fragen, was der 50-50 überbleibt. Also ich bin mir sicher, dass Sid Meier kein Engländer ist. Ja, da bin ich auch sicher. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich meinte Schweizer oder Amerikaner mit deutschstämmigen Wurzeln. Nee, oder er ist irgendwas anderes, aber da ist definitiv kein Engländer. Ich habe ihn mal im Interview gehört, man hört, der hat auch kein Engländer. Aber die Frage war doch, ob alle in den USA. Nee, alle in England geboren worden sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob Peter Molyneux schon über 60 ist. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich mein Interview gelesen habe, schon in Klammern, glaube ich, 57. Aber ich weiß nicht, wann ich das gelesen habe. Das kann drei, vier Jahre her sein. Wann haben die denn ihre ersten Spiele rausgebracht? Das können wir nicht so tun. Ja, dann kannst du ja aber erahnen, wie alt sie da gewesen sind. Das hat dann nicht weiterzutun. Ach doch, natürlich, wenn die da... Na gut, okay, dann entscheidet ihr das. Gar nichts mit weiterzutun. Also ich würde sagen, Peter Molyneux, ich habe gesagt, ich habe ein Interview gelesen, da war er 57. Da habe ich angefangen zu recherchieren. Ich weiß, wenn ich es gelesen habe, als ich ihn angeschrieben habe. Das war vor zwei Jahren. Da war er 57. Oh Gott, ist das eng. Das ist hilfreich. Ja gut, aber der wäre jetzt 59 oder 60. Das hilft überhaupt nicht. Der wäre jetzt... Dann muss er über 60 sein. Nein, 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 nein. Wenn ich vor zwei Jahren 57 war, ist er gesagt, alle über 60. Dann ist er... Stimmt, wenn er 60 ist, ist er nicht über 60. Dann ist Molyneux 59 oder 60. Also Sid Meier ist definitiv über 60. Bin ich mir ganz sicher. Die Klammern sind über 60, ja. Molyneux ist unter 60 oder 60. Nein, das sage ich ganz sicher, weil ich wollte ihn anschreiben, habe ein aktuelles Interview gehabt, da war er 57. Das war vor zwei Jahren. Das war Januar 2016. Dann fällt das schon mal auf jeden Fall weg. Dann ist er höchstens 60. Das war dünnes Eis, aber... Dann nimm es 50-50. Das wäre eigentlich was, wenn wir uns an der Stelle sicher sind, auf der einen Seite von der Logik her, aber sonst könnte man eventuell Google benutzen. Ja, aber die Antworten waren was? Nochmal bitte. Jetzt gehen aber einmal die Antworten durch, bitte. Und dann ganz langsam in dem Lagen Pause. Ja. Sie sind alle über 60 Jahre alt. Sag ich ganz klar nein. Haben alle für Electronic Arts gearbeitet. Ich meine, Sid Meier hat nie für EA gearbeitet. Dem kann ich zumindest nicht widersprechen. Ja, das bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Die drei Herren sind in den United Kingdom geboren. Definitiv nein. Nein. Alle gründeten eine eigene Firma. Definitiv ja. Das ist sicher. Eigentlich 100 pro, oder? Ich habe noch drei Jokern. Da ist ja, Moment, aber Volker, da ist ja jetzt keine Beschränkung, wann sie die Firma gegründet haben. Dann hat doch jeder von denen eine Firma gegründet. Oder nicht? Klar. Richtig. Der einzige, wo ich mir nicht zu 100% sicher gewesen wäre, ist Molyneux, aber ich glaube, er hat wirklich auch Bullfrog mitgegründet, soweit ich es im Kopf habe. Ja, natürlich. Lionhead. Ja, klar. Lionhead sowieso, natürlich. Lionhead hat er da gegründet. Stimmt. Und ich glaube, Bullfrog auch. Mhm. Nee, dann ist, und, und, äh, der eine hat seinen Kickstarter gehabt mit der Firma, definitiv, der Garriott. Und Sid Meier sagt, dass du für Rax ist. Ja, dann ist es doch das. Dann nehmen wir das einfach. Dann brauchen wir doch keinen Joker. Oder gibt es irgendwo noch einen Haken da dran? Wenn es zeitlich unbeschränkt ist, hat jeder von denen eine Firma gegründet. Und wenn Herr Molyneux tatsächlich... Das Einzige, was sein kann, ist halt, weil das ist bei Sid Meier halt so ein bisschen das Problem ja immer gewesen, dass sie seinen Namen immer zum Marketingzwecken immer überall drauf gestempelt hat. Das wäre so der einzige Punkt. Aber du hast gesagt, der Firaxis war ein Mitgründer. Ja, also meines Wissens ja. Firaxis ist ja damals auch vor, genau zu der Zeit gekommen, als er da seine ganzen Simps noch selber gemacht hat. Genau. Ja, der hat bestimmt eine Firma gegründet. 100 pro. Also dann hat er, wenn er Firaxis gegründet hat, ist es scheißegal. Also dann passt es. Dann ist es die Arsch. Dann nehmt den Stock. Sind wir bei sieben oder acht? Passend mit Arsch und Dusk. Ihr seid bei neun. Ja, dann riskieren wir das natürlich, oder? Ja. Ach klar, machen wir. Und wehe, Herr Molyneux 61. Nein, okay. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, doch. Okay. Ihr nehmt die eigene Firma, ja? Ja. Jetzt eingeloggt. Und wir fangen jetzt mal mit dem Alter an. Er ist 60. Es haut genau hin. Peter Molyneux ist 59. Yes. Ja. Gut geraten. Das war nicht geraten. Sid Meier ist irgendwas. Muss 63, 64 oder sowas sein. Richard Garriott 1961 geboren. Sid Meier 1954. Dann ist er auch noch nicht 60. Doch, der ist drüber. Der ist drüber, ja. Sid Meier hat nicht für Electronic Arts gearbeitet. Und ist in Kanada geworden. In Kanada. Da waren wir uns ab. Da war ich mit Amerika gar nicht so schlecht. Und ja. Ja, kann er hier nicht. Da wurden wir drei Firmen gegründet. Whole Frog, Lionhead und 22 Cans. 22 Cans? Das ist dieses hier mit diesem Populous-Verschnitt-Ding da. Phyrexis habt ihr genannt. Und NCSoft war Richard Garriots Firma. Okay. Ja. Wahnsinn. Die Masterfrage. Und wir haben noch drei Joker? Drei Joker. Da werden wir natürlich alle Joker nehmen. Das ist schon mal klar. Allein-Fans. Aus dem Prinzip. Wir werden sie auch alle brauchen, glaube ich. Erst nehmen wir 50, 50. Dann fragen wir den Chat und dann googeln wir das nach. So. Und beim Googlen darf man nur ein Wort eingeben, hat er gesagt. Einen, ja, einen Begriff. Super-Kali-Fragilistie-X-4-Ali-Getisch. Desox-Ribonukleinsäure. Ja, genau. Desox-Ribonukleinsäure. Die ist jetzt schlecht zu googeln. Was gab es aufgrund einer Werbekampagne im Internet zu entdecken? Sevens Gästanwesen im Immobilienscout. Facebook-Profil von der Purpur-Tentakel. Guy Bryce's roten Hering bei Ebay. Oder Marios altes Kart bei Autoscout. Wir fangen mal 50, 50 an. Ja. Ja, 50, 50, genau. 50, 50, bitte. Okay. Aus den bösen Fragen. Es bleibt das Facebook-Profil der Purpur-Tentakel und Marios altes Kart bei Autoscout. Okay. Dann sollten wir jetzt den... Bestimmtes Kart. Dann nehmen wir jetzt mal den Chat, oder? Ja. Und dann fangen wir an zu diskutieren, was wir googeln. Lieber Chat. Nochmal beide Antworten. Und dann bitte eure Tipps. Ich frage auch nochmal vor. Was gab es aufgrund einer Werbekampagne im Internet zu entdecken? Das Facebook-Profil von der Purpur-Tentakel oder Marios altes Kart bei Autoscout? Gut. 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 Bestimmt. Was der Chat schreibt. Also meine Wahnsinns-Berliner-Intuition sagt immer Kart, 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 Kart. Das kann tatsächlich beides sein, weil... Nee, weil sonst wäre... Es gibt keine Frage mit zwei richtigen Antworten bei ihm. Lieber Chat, bitte helft uns und gebt mal eure Prognosen ab, damit wir dann weiter beraten können. Also fahren wir Auto oder ist jemand von euch zufällig mit einem Tentakel befreundet bei Facebook? Das mit dem Tentakel kann ja nur gewesen sein, als wir hier Day of the Tentakel neu aufgelegt haben. Einen anderen Zeitrahmen gibt es ja gar nicht. Hast du recht. Da hast du recht. Das ist eine gute, gute, gute Erklärung, aber... Und die wäre verhältnismäßig billig. Aber... Wir müssen den letzten Joker auch noch verballern. Ja, es gibt das. Wir müssen da irgendwas googeln, aber was... Gut, RetroDim ist für Facebook, Alexander weiß es nicht und RetroDim sagt, das sind heute mehr als sieben Sekunden. Das ist keine Antwort. Ne, der hat ja auch geraten. Der hat das Erste geraten. Ach so, schade. Also komm, letzter Joker. Ihr dürft noch eine Suchanfrage bei Google starten, also... Aber was sollen wir denn da googeln? Ein Wort ist Quatsch. Also eine Anfrage. Wir können ja komplexe Worte machen, zum Beispiel Facebook-Tent oder so. Verhältst du? Wir können auch mal zum Beispiel machen, Facebook-Profil, es muss zu welchem Spiel sein, sagtest du? Nur ein Wort. Nur ein Wort. Nein, er sagt ja eine Anfrage. Nee, er hat sich korrigiert. Ich würde Facebook-Profil... Ich hätte sonst gesagt, Facebook-Purple-Tentakel suchen und fertig. Wenn das als Anfrage sein darf. Mobile.de Marius-Karte. Das hätte man auch machen können. Ich weiß es nicht. Ich würde... Aber eins von beiden geht noch. Ich kann mal Facebook-Profil-Purple-Tentakel. Das ist schon richtig. Aber was sollen wir Profil schreiben? Und beide sind Klammern mit dem Vor. Das ist das selbe. Facebook-Purple-Tentakel würde ich machen. Ja, mach. Gut. Dann gib ein. So. Der letzte Joker. Das Tippverbot wird temporär aufgehoben. Ich habe es gemacht. Das Pur-Purple-Tentakel bei Facebook hat 987 Likes. Das könnte also heißen, dass es das wirklich gibt. War gebeantwortet. Ist bei Facebook als Künstlerin oder Künstler gelistet. Ohne Scheiß. 72 Freunde. 46 sprechen darüber. Na gut. Das jetzt eine Werbe-Aktion war, ging die ja nicht besonders viral. Nee. Irgendwie nicht so richtig. Aber ich habe das nur bei Google gemacht. Ich sehe es bei Facebook gerade nicht. Aber dann muss es das sein. Yeah. Wir haben es geschafft. Dann nehmen wir das. Ansonsten schicke ich Ihnen den Link von Facebook. Und dann musst du dich revidieren, Wolfgang. Aber davon habe ich noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Beides nicht. Also ich glaube schon mal, ich habe irgendwie was davon gehört. Du warst eben noch beim Auto. Also bitte, ja? Ja, aber ich habe irgendwie. Trotzdem habe ich jetzt, nachdem wir sicher sind, habe ich das Gefühl, ich wüsste es. Ich würde noch einen Tipp geben. Die Masterfrage ist sehr, sehr fies. Ja gut, aber ich habe hier tatsächlich ein Facebook-Profil von Purple Tentacle. Also das war doch deine Frage, oder bin ich jetzt da? Das kann aber auch jeder gewesen sein, wenn das so gut ist. Vielleicht war das auch Wolfgang. Dann lese noch mal die Frage vor mit den beiden Antworten möglichen. Die Frage war, was gab es aufgrund einer Werbekampagne im Internet zu entdecken? Das ist keine Werbekampagne. Das Facebook-Profil von Purple Tentacle oder Marius altes Kart bei Autoscout? Tja. Also es gab auf jeden Fall, dass... Wenn er das schon so sagt, dann müssen wir jetzt doch das Auto nehmen. Nein, nein, nein. Nein, das kann auch einfach sein, dass er uns einfach nur verarscht. Wir müssen das Auto jetzt nehmen. Nein. Er hat extra gesagt, die Frage ist sehr fies. Ja gut, Wolfgang ist aber auch sehr fies. Ja, ja, aber ich meine, er ist nicht im Meter fies. Er ist nur einfach nur fies. Da ist ein Profil, aber es kann... Das war ein Hinweis. Heute uns retten. Vor der falschen Antwort. Ich nehme die Verantwortung auf. Wir nehmen jetzt Mario Kart und dann könnt ihr mich stein... Das tun wir doch sowieso vor. So weit kann ich nicht werfen, tut mir leid. Also ich bin... Ich weiß es nicht. Einfach ein Facebook-Profil ist halt noch keine Werbeaktion. Ich habe das zwar schon mal gehört, aber ich glaube, das war nicht im Sinne von... Mario, wo ich das gehört habe, dass irgendwelche Gegenstände aus dem Spiel öffentlich angeboten wurden, nur dass... Also Autoscout finde ich schon ganz komisch, muss ich ehrlich sagen. Bei Ebay, da wäre ich wahrscheinlich eher auf dem Damm. Okay, gut, entscheidet euch. Also ich bin immer noch für das blöde Tentakel. Ich schließe gleich mit dem Freundschaft und frage es. Nein. Aber verwirrt hast du mich jetzt tatsächlich nochmal, das gebe ich gerne zu. Verwirrt hast du mich jetzt. Wie viele Likes hatte das? Du hast in einem Punkt recht, für eine Werbeaktion ist das viel zu wenig. Das Einzige, was jetzt auch noch sein kann, ist natürlich, es ist nicht die Frage, wer hat diese Werbeaktion ausgelöst. Das kann ja sein, dass die gar nicht von zum Beispiel... Also er hat... Sondern von Autoscout. Und dann wäre sowas durchaus schon wieder wahrscheinlich. Und Purple Tentakel hat 987 Likes. Und das wäre natürlich, und soweit gebe ich ja auch wie der Fab sogar recht, natürlich für eine Werbeaktion wäre das ja eine Katastrophe. Ja. Ja, also davon hätte keine Zeitschrift gehört, wenn das auf dem Level wäre. Okay, gut, nochmal denken. Oh Gott. Wenn das... Wo ist denn das Auto? Pop oder Top? Hast du die Google oder was? Auch meine erste Intuition. Das war meine erste Intuition mit dem Auto. Also mit den Karten. Problem, reichen uns 987 Likes? Das macht irgendwie auch mehr Sinn. Nee, für eine Werbeaktion ist das zu wenig. Und auf Facebook kann man sehr gut fake. Karten, karten, karten. Aber die Frage ist, macht Nintendo sowas? Macht Nintendo als Werbeaktion so eine komische Geschichte mit... Ja, Moment. Ja, das kann ja sein, dass das gar nicht Nintendo war, sondern Autoscout. Und das wäre dann schon im Rahmen des Wahrscheinlichen. Mhm. Du meinst, so wie Six... Sozusagen sich mit den Federn anderer schmücken. Ja, ja. Oder andere, die sich dann halt irgendwelche bekannten Figuren auf die Kellogs-Fackung kleben oder sowas. Aber würdest du nicht wirklich Ärger geben mit Nintendo, wenn das passiert wäre? Nee, wir haben einen Vertrag. Einen Vertrag gemacht. Ach so, meinst du das? Ja. Also was Nintendo ja gerne macht, die statten ja teilweise ganze Zeitschriften mit eigenen Artikeln aus. Okay. Das würde passen. Die bei Autoscout hatten die Idee und haben dann bei Nintendo nachgefragt. Was haltet ihr davon? Und dann, ah, sowas in der Art. Also ich wäre für das Kart jetzt. Ich bin drauf geschissen, Mann. Wir sind bis Frage 10 gekommen, also. Nee. Ich bin geschissen drauf nicht. Doch. Schissen drauf nicht. Allerdings so das andere, das wirkt ein bisschen sehr wie Fake-Profil. Aber es gibt es ja immerhin, das ist das fiese, ja. Wie heißt es ja, das fiese? Jedes Haustier hat ein Facebook-Profil. Ja. Das war jetzt der entscheidende Hinweis. Hat der Retro-Lorch auch schon ein Facebook-Profil? Bestimmt. Oh, gute Frage. Jetzt ja, was hat es gerade eben registriert. Oh, ist das fies. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt, ich war mir eben eigentlich ziemlich sicher, weil ich es halt gesehen habe. Aber ja, ich finde das mit Nintendo, ich finde Nintendo, der Begriff Mario Kart, finde ich ganz seltsam, würde ich nicht machen. Also dafür ist mir Nintendo zu konservativ als Firma. Und Autoscout zu klein. Nee, das nicht, aber das ist... Nein, umgekehrt kann ich es mir schon vorstellen. Nun, Nintendo macht das ja wirklich bei Zeitschriften, das weiß man ja. Das ist ja auch außerdem Werbung für die und es kostet die nicht mal was. Aber hätte Autoscout das groß aufgezogen, hätte das einer von uns gemerkt. Ach, bist du sicher? Ja, wer hat denn zuletzt ein Auto gekauft, Frank, bei Autoscout? Keiner. Gut, aber bekloppte Werbung, ach, ist das übel. Das klingt voll nach behinderter Internetwerbung, ja. Ich bin eher für eine schlechte Werbung von einem Tentakel, ich war... Aber denk dran, Wolfgang hat uns zwei Hinweise gegeben. Er hat einmal gesagt, diese Frage ist richtig fies, nachdem wir uns so sicher waren. Fab, denk dran, es ist Wolfgang. Ja, aber ich sag ja, er ist nur fies, er ist nicht extra doppelt fies. Also ich glaube schon, dass er uns hier irgendwie noch halbwegs helfen will. Dann stimmen wir, wir stimmen mal ab, würde ich sagen, und dann machen wir mal eine Entscheidung. Oliver, was denkst du? Ich hätte jetzt alleine vom Ablauf her tatsächlich mehr auf Kart getippt. Gut, ich hätte mehr auf Tentakel getippt. Also eine Stimme für Kart. Ich wäre für Tentakel, habe aber das Problem mit den 927 Leuten. Aber ich glaube, Autoscout hätte ich mitbekommen, ich weiß es aber nicht. Hättest du nicht mitbekommen? Ich bin für Tentakel. Und Fab ist für Auto, super. Ja, Robin, dann trennen wir uns mal von unseren Podcastern und splitten uns mal kurz in zwei Gruppen auf und verlieren dann. Nee, das wäre auch schlecht. Oh Gott, das ist ja, puh, lieber Chad, was sagt ihr? Der Chad kann hier nicht helfen. Ach, die haben schon aufgelöst. Und dem sagt, Herr Jauch würde jetzt seine Antwort fordern. Ja, Herr Jauch. Aber ich bin nicht Herr Jauch. Lass uns doch würfeln. Und ich lasse euch gerne grillen. Das ist auch für die Hörer spannend, weil jetzt ist ja das Spannende daran, dass Robin und ich so ein bisschen zu den Tentakeln tendieren und ihr zu den Autos. Also eins ist mal klar. Erzähl. Also Patrick, du und Robin, ihr seid nur Podcaster. Wir, ich und Oliver, wir sind Experten. In ihren Gebieten. Oha. Also Robin, ich finde das, ich habe manchmal das Gefühl, uns den Gleitig der Podcast. Wir sind Experten abhaben. Und er hat auch heute geschafft, glaube ich, die Quote an, äh, mit dazwischenreden ist, äh, Fab heute der, der König. Ich komme nicht, ich komme nicht gegen einen heute. Ich bin aber auch schon, mir ist auch warm und ich bin müde, also deswegen lasse ich ihn auch, aber. Ihr seid überstimmt, ihr seid überstimmt. Nee, überstimmt sind wir bei 50-50 nicht. Also das ist ja das Problem. Ja, ich habe ja eine Berliner Stimme. Und wäre jetzt Oliver nicht in seiner Meinung, dann hätte ich schon längst gesagt, stimmt nicht, aber. Ja, also für mich ist das aber auch mehr nur so ein logisches Gefühl, ne, weil es bei Facebook, weil bei Facebook ist halt so die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand faked, dass, das meinetwegen, es gibt ein Spiel oder sonst irgendwie was und da schreibt irgendein Franz das mit einem Künstlernamen rein oder so, das wäre dann das eine. Ich meine, ich habe auch in meinem Freundeskreis auf Facebook jemanden, der nennt sich Zack Phoenix McClacken. Der hat mit dem Spiel nichts zu tun. Das ist halt immer so eine Sache. Und das andere, was halt ist, ich kenne das auch, dass Firmen mal so im kleineren Rahmen solche Sachen aufziehen. Und wenn die eine gewisse Größe haben, dann machen auch so Firmen, größere Firmen durchaus so eine Aktion mal mit. Weil über eins kann man schon im Klaren sein, wenn du Autoscout 24 bist, dann hast du da eine Millionen Klicks, ob die alle Spieler sind. Aber Eltern sind die meisten davon. Ich bleibe dabei, das hätte ich mitgekriegt, weiß ich nicht. Wenn nicht. Wie denn? Was hast du denn mit Autoscout zu tun? Ich lese Internet, ich bin in diversen sozialen Netzwerken, ich bin in meiner Retro-Filterblase und das hätte irgendeiner immer wieder gepostet, wenn es das gegeben hätte, weiß ich. Hättest du das mitgekriegt, wenn es bei Wohnungscout eine Werbeaktion mit SimCity gegeben hätte? Nein, weil ich bei Wohnungscout nicht viel mitkriege, aber Autoscout kriege ich öfter Werbung mit und auch Informationen. Also bei Wohnungscout hätte ich jetzt wirklich raus. Also wenn es eine SimCity-Wohnung gegeben hätte, das hätte sein können. Ach, das hast du einfach übersehen. Das hast du einfach übersehen. Und Robin hat es auch übersehen und wir sind alle blöd. Okay, nein, ich finde es ja auch schwierig. Gottes Willen, das diskutieren wir ja gerade. Aber ich finde es... Es ist nicht schwierig. Das einzig Schwierige ist, dass du hier irgendwie Sticken machst. Sehe ich nicht so. Robin, was machen wir jetzt? Wollen wir uns unterbuttern lassen? Ich will es gewinnen hier. Nee, Fab will ins offene Messer laufen. Lass ihn doch ins offene Messer laufen. Das heißt, wir bleiben bei den Tentakeln und lassen beide das Messer laufen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Du übernimmst Verantwortung, dass wir die sehen. Als mein erster Sohn geboren wurde, habe ich schon Verantwortung übernommen. Okay, dann machen wir das so, Robin. Dann lassen wir ja die beiden das offene Messer laufen. Ja, ja, genau. Entweder sind wir halt dann die Deppen vom Dienst, damit können wir gut leben. Genau. Dann fühlen die beiden sich gut und kommen immer wieder. Und wenn die beiden das offene Messer laufen, dann trösten wir sie ein bisschen und sagen, hättet ihr auf uns gehört, wäre alles besser. Gut. Genau. Also ihr könnt da nicht wirklich verlieren. Ich habe auch kein Problem damit, mal Depp zu gelten. Dann versucht es doch mal ruhig. Aber wir haben das sonst sehr gut hingekriegt. Ich bin sehr erstaunt, wie gut wir uns die Sachen zusammensortiert haben. Das muss ich mal sagen. Also tolle Teamleistung war es bis hierhin auf jeden Fall. Auch wenn wir uns jetzt ein bisschen entzweien. Ja, absolut. Ein famoser Durchmarsch. Und jetzt haben wir uns entschieden für das Facebook-Profil. Nein, die haben sich für die Auto entschieden. Für das Auto. Robin und ich wollen das Facebook-Profil. Aber wir lassen unsere Gäste mal versuchen. Das alte Kart bei Autoscout. Dann wäre das jetzt der Zeitpunkt, die Werbung zu spielen. Nein, wir lösen natürlich direkt auf. Und die Antwort ist richtig. Oliver, hast du einen Link oder irgendein Buch dazu? Dann packen wir uns den mal in den Chat. Das habe ich gerade gesucht. Da gibt es tatsächlich nichts zu finden. Ich habe es in der Zeitung. Super. Es gibt nichts zu finden. Was soll ich uns glauben, Robin? Das ist ja auch. Nein, nein. Ich kann dir die Zeitung raussuchen. Das stand tatsächlich in der Videogames-Zeitung. Fand ich witzig. Und ich meine, es wäre auch von Nintendo selber gewesen. Okay. Ziemlich sicher. Von Nintendo Deutschland. Super, man kann es nicht googeln. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Teil es war. Das muss dann aber zur Wii-Zeit gewesen sein. Man kann es nicht googeln. Tief. Die Wii-Zeit könnte passen. Weil die Wii-Zeit sagt, es war da. Man kann es nicht googeln. Man findet nichts. Hätten wir den Google-Joker genommen, wären wir sicher beim Tentakel gelandet. Aber kannst du uns was zu dem Tentakel-Dings sagen? Das ist einfach eine Privatperson. Was ist das? Ja, das hat mich jetzt natürlich auch geschockt, dass es sowas gibt. Das wusstest du gar nicht? Das wusstest du gar nicht? Nein. Okay. Das hatte ich mir noch rausgedacht. Ich finde in den Suchmaschinen definitiv nichts. Jetzt müssen wir, Robin, wir müssen nur noch rausfinden, dass das Profil doch von Werbeaktion ist. Dann legen wir Widerspruch ein. Bestimmt nicht. Ich war mir jetzt wirklich erfolgreicher gewesen. Ich finde gar nichts. Wir sind die Oberloch hier. Nein, aber ich finde gar nichts. Ich meine, es ist ja schön, dass wir dann gewonnen haben. Aber ich finde wirklich bei Google nichts darüber. Das kann man ja nur noch googeln. Mario Kart gebrauchtes Auto. Mario Kart Autoscout geht nicht. Bist du sicher, dass es Autoscout war? Ganz sicher, ja. Ja, ganz sicher. Das war auch nur so eine Randnotiz in der Videogames-Zeitung. Wahrscheinlich gar nicht mal groß. Also hier steht das. Das war nur so ein Print-Ding einfach. Also hier steht das. Warte mal. Wir verquatschen jetzt über Quiz, aber das macht ja nichts. Also wenn ich mich recht erinnere, ging es darum, wer die Anzeige findet. Der bekam dann eins umsonst. Und da gab es dann irgendwie ein paar Stück haben die da verlost dadurch. Also ich kann es gar nicht verifizieren. Das finde ich spannend. Also Mario hat ein altes Karte angeboten und wer die Anzeige gefunden hat, der bekam was. Also du müsstest auf jeden Fall noch mal uns gerne noch mal einen Hinweis geben, wenn du ihn findest, wo du es gelesen hast. Weil du kannst es definitiv nicht verifizieren. Das ist der Hammer. Mach das voll. Mach das ja nicht. Das ist wie bei Religionen. Man muss einfach glauben. Wir haben uns ein Monster erschaffen, Patrick. Robin, wir müssen uns überlegen, wollen wir wirklich die Sprachqualität nach Berlin mittelfristig verbessern? Da rede ich ja noch mehr dazwischen dann. Vielleicht gibt es ja so einen Stick mit einer Backdoor, dass du mich dann immer abschalten kannst. Das geht auch so. Ich nehme einfach mal ein paar Samples von dir auf und die spiele ich einfach ab. Dann merkt keiner, dass du nicht da bist. Ist ja gut, dass du richtig getroffen hast. Aber mach das für Selma. Ist einfacher. War eine schöne Abschlussfrage, auch wenn ich, wie gesagt, den Beweis noch haben möchte. So bin ich halt. Das heißt, da darfst du nochmal nacharbeiten. Ich werde das finden. Sehr gut. Ansonsten haben wir verloren. Du brauchst es nicht finden. Wir haben ja jetzt gewonnen. Aber nein, mich würde interessieren, warum man das nicht googeln kann. Das finde ich wirklich schockierend. Das im Internet, dass nichts vergisst. Ja. Das ist erschreckend. Da sind wir nochmal auf einen Nachtrag von dir gespannt, Wolfgang. Das heißt, du hast eine Aufgabe, worüber du auch im Urlaub nachdenken darfst. Vielleicht haben wir ja die Lösung schon für diesen Podcast und können ihn jetzt hinterher gleich auflösen, weil du schon recherchiert hast. Das werden wir gleich dann wie durch einen Zeitsprung erfahren. Ich fand es toll, dass wir es im Team gemacht haben, weil das mal ganz andere, dass man seine Gedanken mal darbringen und diskutieren kann. Das ist mal ein ganz anderer Aspekt von einem Quiz. Das finde ich sehr schön. Das stimmt allerdings. Sollten wir vielleicht auch mal wieder öfter machen. Finde ich sehr, sehr nett. Vielleicht auch mit verschiedenen Gästen in meinem Team arbeiten. Dann ist Wolfgang mehr gefordert sogar noch. Und wir können mal so ein bisschen unsere Zellen gemeinsam anstrengen. Fand ich sehr, sehr schön. Es wird irgendwann wie so eine Fernsehquiz-Show mit mehreren Teams gegeneinander und so. Ich fand die Frage mit den Firmengründern genial, weil ich wirklich auch mit dieser 57 vor zwei Jahren, das war es, finde ich, köstlich. Da hat man eher so ein Fragment im Kopf und denkt dann so, scheiße. Das hilft dann. Ja, aber das war schön. Also gefiel mir sehr gut. Und wie gesagt, Oliver nehmen wir jederzeit gerne wieder im Team auf. Das habe ich verstanden. Nein. Du hast uns den Sieg gebracht. Der hat einen Tiefschlag. Genau. Du hast uns den Sieg gebracht. Ihr seid die Retro-Lorche und ich bin der Ober-Retro. Das ist mal klar. Ja, das Lorch kam aus dem Glück nicht an durch das Färbel. Genau, der Retro. Ich bin der Ober-Retro. Das war super. Aber wie gesagt, es ist ja schon mal von verschiedenen Seiten, wenn das macht. Hat doch wunderbar geklappt. Ja, dann können wir uns eigentlich bei Wolfgang für diesen unterhaltsamen Quiz der anderen Art bedanken, dir viel Spaß und gute Erholung wünschen. Danke, danke. Wohin geht's? Hat er einmal gesagt, Andalusien. Ja, da gibt's... Das ist eine Rundreise. Achso, okay. Ich war in... Wie heißt das da? Warte mal ganz kurz. Ich war in Malaga. Ja, genau. Da fliegen wir auch hin. Malaga ist kein Land. Malaga ist eine Eissorte. Ja, genau. Das ist mal klar. Robin, schick bitte keine Soundverbesserung nach Berlin. Nee, ich glaub auch. Sehr gut. Vielen, vielen Dank an alle und ja, mal gucken, was du denn so frisch erholt für Gemeinheiten, die du noch wieder ausdenkst und da bin ich sehr gespannt drauf. Alles klar. Bis dann. Vielen Dank an alle. Vielen Dank nochmal. Danke. Danke an Fab für das Durchhalten bei der letzten Frage, dass du uns den Sieg gebracht hast, natürlich. Das müssen wir anerkennen. Aber... Gibt's aber Schluss. Nicht weiter füttern. Wir warten noch auf den Beweis und dann erkennen wir es offiziell an. Gut. Alles klar, Malaga. Bis dann. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Das längste Quiz der Geschichte. Auf jeden Fall. Ja, ich hab auch gerade gesehen. Oh mein Gott. Scheiße. Aber war schön. Super. Ja, vielen Dank auch an den Chat. Da ist, glaube ich, noch einer da. Alexander noch. Ja, gute Nacht, Alexander. Danke fürs Dabeisein. Und wir können uns freuen, dass wir Freitag in einer Woche vielleicht etwas früher ins Bett kommen. Aha. Ja, genau. Wir müssen kein Quiz ab vorabzeichnen. Ja, das stimmt. Dafür haben wir dann andere technische Störungen wahrscheinlich. Hauptsache, wir halten da nicht plötzlich die Skater von Hamburg auf. Lass mich bloß. Heute bin ich mal gut durchgekommen. Das war alles okay. Aber das ist... Manchmal wundert man sich wirklich, was so alles versagt ist. Vielleicht gibt's einen Marsch der Macintosh-Besitzer in Hamburg. Die würden ja hier von meinem Haus, von meiner Haustür protestieren wahrscheinlich. Ja, klar. Und danach ziehen sie zu dir weiter. Das dauert lange. Und dann tauschen sie sich aus und dann kommen die Nikon-Fans. Genau. Vor allem dein Kopf, Patrick. Genau. Wir wollen den Kopf. Nein. War sehr schön. War wirklich was anderes. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, gute Erholung, Wolfgang. Und denk dir schöne Sachen aus in der Zeit. Wahrscheinlich hast du da ganz viel neue Inspiration. und dann sind wir wieder nachher die Gelagweite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, soviel zum Quiz. Ja, soviel zum Quiz. Und ob das Ende jetzt für uns gut oder schlecht war, Robin, ich weiß es nicht. Wir haben gewonnen und unsere Mit-Podcaster sind glücklich. Doch eigentlich ist es okay, oder? Dank mir. Ja, wobei ich hatte das Gefühl, Robin hätte sich mehr gefreut, wenn ihr nicht recht gehabt hättet. Ja. Und ich muss ja sagen, zwei Sachen fand ich ja wieder köstlich, weil einmal, dass wir ja das Facebook-Profil vom Tentakel gefunden haben, obwohl Wolfgang der Meinung war, es gibt gar kein Profil und er war sicher, das hat er sich ausgedacht und er musste sich irgendwie rausreden, dass das Ganze doch zu den Karts ging und das war sehr, sehr schön, finde ich. Ja, er hat jetzt zwei Hinweise gegeben, genau. Ja, da habe ich beim Googlen über das Mario Kart Ding nichts rausgefunden, habe bis heute auch nichts darüber rausgefunden. Es ist wirklich nicht googelbar, aber Wolfgang hat ein tolles Archiv und hat uns gleich ein Screenshot geschickt mit Links, die nicht mehr funktionieren, aber da gab es wohl wirklich diesen Mario Kart Werbegag. Ich hoffe, das hat jetzt nicht Wolfgang schnell gemalt, die Anzeige. Und anscheinend hat Autoscared 24 damals wirklich ein Gewinnspiel gemacht, wo man Mario Kart Double Dash Limited Edition Pack abstauben konnte. Geben wir davon aus, dass die Recherchen von Wolfgang stimmen. Man kann es wirklich nicht googeln. Wahnsinn. Also das kenne ich eigentlich auch nicht, sowas. Ja, wollen wir gucken, was Wolfgang in seinem Urlaub alles vorbereitet hat für die nächsten Sendung. Ich habe ja immer Angst, wenn er Zeit hat, weil dann warte ich immer schon auf den Anruf, dass ich wieder an Pranger komme oder dass im Quiz irgendwas Besonderes passiert. Also da freuen wir uns, denke ich mal, auf ein frisches Quiz in zwei Wochen und vielleicht lassen wir uns da wieder überraschen. Retro Today Retro Gegenwart Kommen wir mal zur Retro Gegenwart. Und ja, da geht es immer noch am Anfang jetzt um die Atari-Geschichte. Ich meine, Dirk, kannst du das einmal nochmal uns zu Gehör bringen, was da so alles demnächst ja kommen soll oder was da in Arbeit ist? Die Atari-Geschichte bezieht sich jetzt auf den VCS oder? Darauf beziehe ich das, weil das geht ja gerade durch alle sozialen Medien, dass da jetzt die Eier, jetzt kann ich das Wort wieder nicht, Eier legen, eine Wollmilchsau, nein, scheiße, ich sage auch Eier legen, eine Wollmilchsau. Aber die Eiermilch, ich habe Eiermilch gesagt, glaube ich, egal. Oh, lecker Eiermilch. Das ist was anderes, Patrick. Wo ja die Sau durchs Dorf getrieben wird, nein, wo jeder zweite Facebook-Post ja über diese Atari-VCS-Geschichte läuft. Oh Gott. Derk, die Kuh wird durchs Dorf getrieben, nicht die Sau. Wer macht mal einen Zusammenschnitt von den... Wird das Lama durchs Wölfe getrieben, genau. Ja, ja, alles Schnee von morgen. So, jetzt fangen wir an. Okay, offensichtlich hat die Unterstützung auf Indiegogo für den Atari-VCS dann ja das Ziel erreicht und weit überschritten. Und, ähm, ja, diese schöne, äh, Box ist dann, oder soll das ultimative, äh, Heim-Unterhaltungssystem sein, Linux-basiert, Streaming-Box, es kann eigentlich alles. Allerdings, wie das immer so ist bei Dingen, die alles können und, äh, gekickstartet werden, weiß man noch nicht so ganz oft, was es dann wirklich kann hinterher. Das erinnert sehr an die, wie hieß die, Ua, äh, wie hieß die, Auja, ne, wie hießen diese komische... Ui, ui, ja, ui, ja, schon nach dem Start. Oh, ja, genau. Genau. Spannend bei Facebook, ähm, die Kommentare unter diesen Links auf Indiegogo sind meistens sehr skeptisch und wenn man mal in die Preise reinguckt, was die für diese Wollmich-Sau haben wollen, ähm, fandst du das okay? Naja, wenn's, äh, da ist ja immer so ein bisschen die Retro-Komponente da mit drin, ähm, ähm, das heißt, ähnlich wie bei den, ähm, mit Nachgangmachten oder die Neuauflagen von NES und SNES Classic, das ist ja auch teurer als die Hardware, ähm, die es eigentlich kostet. Ja, aber kannst du mal die Preise... Aber hier sind wir halt bei 280 US-Dollar, also dann wahrscheinlich auch bei 280 Euro. Nein, 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 das ist ohne Zoll und ohne alles noch. Also du kriegst einen Wextrex dafür. Oh, ja gut, dann nehm ich die beim Wextrex. Ja, ich auch. Also wie gesagt, Idee ist gut, also darum geht's gar nicht, aber, äh, da versuchen sie dann noch nebenbei einen Streaming-Dienst mit reinpacken zu wollen, dann soll man natürlich auch Netflix über das Atari VCS gucken können. Natürlich, natürlich. Man soll alles damit machen können, was irgendwie geht und ich glaube, ähm, das ist ein bisschen zu viel gewollt. Gut, sie haben's erreicht, sie haben's mehrfach überschritten, ihr Ziel. Ich werd's mir nicht kaufen, nicht für den Preis, weil, wie gesagt, die ausgebaute Version hat den Preis an der PS4 und da ist bei mir echt der Spaß dann mal, äh, vorbei. Und, äh, irgendeiner schrieb auch bei Facebook, es gibt ja auch diese ganze Atari-VCS-Sammlung, die da reinpacken, äh, als Atari World oder so ähnlich, ähm, bei Steam und bei diesen anderen, deren Diensten für, weiß ich, 20 Dollar oder ähnliche, so hat er dann auch die Spiele, also wegen der Atari VCS-Lizenzen braucht man sich das Ding definitiv nicht kaufen und dann ist meine Frage, warum dann? Nur damit man wieder irgendein Gerät hat, was theoretisch alles kann? Ich weiß auch nicht, also ich hab, äh, was, was das Ding angeht, vom Angebot her, mir kommt das einfach vor wie so ein Amazon-Fire-TV mit ein bisschen mehr Power. Ja. Und, ähm, das ist also nur, damit man halt ein schickes Gehäuse hat, ich weiß nicht, ähm, die Idee dahinter wirkt auf mich schon so ein bisschen wie bei der Oya oder halt wie, ähm, wie zwischenzeitlich hier der Mensch hier, der die, äh, US-Retro, dieses US-Retro-Magazin gemacht hat, der hat doch auch zwischenzeitlich versucht, so eine Coleco-Version, ähm, Konsole, ähm, durchzubringen und ist durch seinen eigenen Fotomontagen auf die Nase gefallen, aber das war ja so ein ähnliches Prinzip, dass der wollte, dass, äh, Indie-Entwickler sich auf dieses Ding stürzen. Ja, aber, aber das kann man auch bei Steam machen oder auf dem PC oder sonst wo, ähm, ich weiß nicht, ich finde, es war optisch ganz interessant, das Ding, aber das sieht für mich aus, ich will jetzt nicht sagen, eine Mugelpackung wäre negativ, ich will dir nichts unterstellen, aber, äh, der Preis ist für mich dafür auch viel zu hoch, weil im Endeffekt ist das nichts anderes als ein, wie du eben gesagt hast, als ein gepimpter Amazon-Stick, auf Deutsch gesagt, ja. Also mir kommt das so vor, als ob so Marketing-Leute, auf die die gekommen sind, wir machen eine Konsole, Punkt. Und, ähm, das ist auch der Grund, wieso ich glaube, dass das Ding scheitern wird, weil... Scheitern wird es ja nicht, weil wir können ja mal auf dem aktuellen Stand gucken, ähm, es wird sich vielleicht nicht durchsetzen, soweit gebe ich dir auch zu 100% recht, aber... Naja, das meine ich damit, ich meine, ich meine jetzt nicht... Dementsprechend, die wollten 100.000 Dollar haben und haben jetzt 2,7 Millionen. What? Naja, die erste Auflage ist dann schon mal gesichert, das ist schon richtig. Also scheitern ist da der falsche Satz, ähm, scheitern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen, weil ich behaupte mal, in ein, zwei Jahren wird von dem Ding keiner mehr... Gut, das ist doch nicht erschienen, aber wenn es jetzt erschienen wäre, pack ein, zwei Jahre drauf und da wird kein Mensch mehr danach krähen, tut mir leid. Dann sollen sie lieber eine Atari VCS Mini rausbringen, da hätte ich mehr Spaß dran, tut mir leid. Oh, Moment, Smart Home Integration, also das ist, äh... Das wird immer besser. Das ist ja eine Fritzbox, geil. Man kann sogar, wenn die Fritzbox ist viel billiger. Kaffee kochen damit. Als Türstopper auch hübsch, vielleicht wäre das noch eine Alternative. Ja, super. Wobei man noch dazu sagen... Der erste Türstopper überhaupt, und als Briefbeschwerer, der geilste Briefbeschwerer. Ein Stöfchen. Sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die optisch schöne Variante, die Patrick so gefällt mit dieser Holzfront, natürlich auch die teuerste... ...die teuerste ist, und die meisten werden wahrscheinlich einfach nur ein schwarzes Stück Plaste sein. Ja, das ist ja mal so, so ein Stück Holz kostet ja auch viel Geld, ne? Ja, so eine DC-Fix-Folie, ne? Dann kann ich eben nur sagen, dann sollte man sich lieber so eine Asrock-komische Geschichte kaufen von Asrock. Die liefern immer so All-in-One-Computer aus für relativ wenig Geld. Ich glaube, die sind schneller und nicht viel, also die kosten wahrscheinlich 200 Euro weniger. Aber können so viele tausend Leute mit so vielen Millionen an Geld unsere Zweifel nicht zerstreuen? Nein, meine nicht. Also ich habe ja, als ich es gelesen habe, habe gedacht, cool, will ich haben, will ich haben. Was soll das kosten? Was ist das? Nee, danke. Also ich bin gespannt, aber ich glaube, das ist eine Sache, die werden damit, klar, wie gesagt, ihr Ding durchziehen können, aber das wird nicht was, wo wir doch in vielen Jahren drüber reden. Und doch, 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 da reden wir in 20 Jahren wieder drüber, beim Extrem-Retro-Talk, wenn das Ding dann auch retro ist. Du meinst den Retro-Retro-Kompott? Ich habe hier ein großes Faible für Sackgassen-Hardware und das läuft jetzt nicht an, dass das auch das ist. Das heißt, du gehörst zu den Unterstützern? Nein. Patrick, Patrick, das ist ein schöner Begriff, das machen wir mal als Podcast. Sackgassen-Hardware, das ist ein schöner Begriff. Sackgassen-Hardware. Gleich oben eintragen und in den Kassen-Hardware. Ich muss gleich etwas erzählen, das kann ich gerade nicht, aber das behalte ich mir im Kopf. Behalte ich mir im Kopf. Ja, und wo wir ja auch alle drauf warten, ist ja die Vega, der Spectrum-Emulator als Handheld. Das war ja auch eine tolle Geschichte, Fab, oder? Das wäre doch super, oder? Ja, und da du scheinbar noch bessere, neuere News als ich da hast, dann red doch gleich weiter. Also ich glaube, ich habe nur so viel mitgekriegt, dass diese Vega Plus einfach, dass die jetzt abkacken einfach, weil sie es nicht schaffen, das Ding auch auszuliefern irgendwie. Die kriegen gar nichts hin, gefühlt, und das Ding wird nicht erscheinen, weil ich es verstanden habe, oder? Ja, nee, 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 freundlicherweise hat jemand, ich weiß nicht, ob selbst Patrick das war, hat mir noch eine neuere News von dem BBC reingegeben. Also die eigentliche News, die Fab vorlesen wollte, war, dass die Firma, wie heißen die noch? HC. Nein, das ist der Hersteller. Nein, dass die Crowdfunding-Seite Indiegogo gestoppt hat, dass seit langer Zeit mal wieder bei Indiegogo ein Projekt von der Firma Indiegogo gestoppt worden ist, und die haben gesagt, sie möchten für dieses Projekt erstmal kein Geld mehr einsammeln, weil die Sachen versprechen, die sie vermutlich nicht einhalten können, und jetzt habe ich eben gerade diesen, das ist wirklich ein sehr, die BBC ist ja immer eine gut informierte Seite, und die machen das ja auch von dem, rein von dem Informationsgehalt ist da extrem viel drin, ich habe das versucht eben nochmal zu überfliegen, also es ist so, dass Indiegogo das gestoppt hat und hat der Firma RCL Auflagen gegeben, die sie einhalten müssen, damit sie a, Geld davon bekommen, beziehungsweise sie müssen auch noch den Leuten, die jetzt drauf gewartet haben und es nicht klappt, das Geld auf jeden Fall zusichern, dass sie es wieder zurücküberweisen, und das Hauptproblem, was sie wohl haben, das steht hier nur so im Nebensatz, also die soll ja, die Vega soll mit über 1000 fest installierten Spielen rauskommen, und es scheint wohl so zu sein, dass der Rechteinhaber, nämlich die Firma Sky, die hat sehr viele Rechte an diesen Spielen, also von den 1000 Spielen sind wohl ein Großteil von diesen in der Sky-Lizenz, und da sind immer noch Sachen nicht besprochen und nicht fertig, und das offizielle, also bis zum, was stand hier, bis zum 5. Juli, nee, bis zum 5. Juni, ich habe das schon wieder überlesen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das ist, müssen die ein funktionierendes Gerät rausbringen, aber die Firma RCL überlegt, ob sie das Gerät erstmal ohne Spiele rausbringt, weil es ja noch rechtlich Probleme gibt mit den Spielen. Entschuldigung, klar haben die das abgebrochen. Also du bietest etwas an, die hatten schon über 500.000 Pfund zusammen, 512.000 Pfund, haben sie von 4.700 Pfund, und dann haben sie noch nicht mal, sie haben noch nicht mal ein Gerät präsentiert, was funktioniert, und sie haben noch nicht mal sicher die Spiele darauf. Ja, das klingt auch schon wieder alles sehr, sehr, sehr... Und das, was jetzt eine weitergeht, als das, was FAB als Information hatte, ist, dass aber, damit das wohl nicht so eine Riesenwelle produziert, Indiegogo jetzt denen nochmal zusätzlich Zeit erlaubt, den gestoppten Indiegogo nochmal weiterführen zu lassen. Genau, die möchten einfach dann eine Konsole mal schicken, eine funktionierende, und dann auch einfach garantieren, dass die Leute, die 100 Leute, die inzwischen ihr Geld zurückhaben wollen, dass sie das auch kriegen und so, und dann würden sie sich das nochmal überlegen. Also, aber, wird wahrscheinlich nicht so kommen. Dieses Indiegogo-Problem, das ist ja anders als bei Kickstarter, dass du da ja auch sagen kannst, egal wie viele Leute was spenden, oder nicht spenden, wie viele Leute was investieren, sie machen es auf jeden Fall, und du kannst es bei jeder Summe einfach dir einverleiben. Also, ich war nie so ein richtiger Indiegogo-Fan, ich habe da auch mal immer so unterstützt vor einigen Jahren, was auch nie was geworden ist, und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, war auch diese ganze 20-mini-Geschichte, die fing ja auch auf Indiegogo an, und hat sich ja auch nicht so entwickelt, wie man gehofft hat, weil da warte ich bis heute auf meine Handheld und auf die Version mit Tastatur, kommt ja alles noch, ist auch wirklich in Planung, aber auch da haben sie ja andere Wege nachher noch gesucht, um das Ding überhaupt erstmal in die Richtung zu bringen, und kümmern sich jetzt, statt um ein vernünftiges Update, dass man die Spiele vernünftig einladen kann, oder mal um einen richtigen Joystick, wieder um tausend andere Dinge. Also, da scheinen sich einige ein bisschen zu verplanen. Ich gucke gerade mal, was jetzt zur Zeit, wie der aktuelle Stand ist, und es ist tatsächlich wirklich gestoppt, hier steht abgeschlossen, es ist durch das Thema, und 27. März wurde es abgebrochen, und es steht hier aber nicht mehr, was damit passiert ist. Also, es ist kein, noch, warte mal, Updates hier, achso, warte mal hier, vor drei Tagen, 6. Juni, warte, ich gebe mal richtig frische Informationen, wie euch bewusst seid, haben wir mit dem Vega-Plus-Team eine Verlängerung der Geschichte bis zum 15. Juni abgemacht, die haben halt bestimmte Sachen gefordert, und die sollen halt mehr Informationen mit den Sky-Problemen, also mit der Lizenz geben, was von den Backern, die es zurückhält, zurück haben wollen, was damit passiert ist, und vor drei Tagen, am 6., leider, sind von diesen Dingen nicht alle bis jetzt erfüllt worden, und wir können keinen, und deshalb können sie das Team, denen keine Extension mehr anbieten. Und in dieser Woche, die wollen die Recoup-Fonds, also die wollen das Geld wieder zurückzahlen, damit die die so refunden können. Na super, also halten wir mal auf Beobachten, sag ich mal, aber... Das ist hochinteressant, also da ist noch Bewegung drin. Dann halt das mal auf Beobachten, auf jeden Fall, und der Hass korrigiert mich, wie sie sagt, ich hatte recht, eigentlich ist das ja Spenden, investieren ist für ihn was anderes, ja, aber normalerweise, zumindest bei Kickstarter, kriegt man ja auch am Ende was für sein Gerät, und zwar meistens auch das, was man bestellt hat, oder was man in weiser Voraussicht vorab bezahlt hat, um es mal positiv zu ausdrücken. Lassen wir uns mal überraschen, wie das weitergeht, klingt jedenfalls nicht sehr schön, also... Naja, was schön klingt, äh, Leisure... Oder auch nicht schön klingt, das weiß man ja noch nicht, Leisure Suite Larry kommt mal wieder, wieder. Ähm, das hab ich in der BILD gelesen, oder auf BILD.de genauer gesagt, mit der Überschrift Der Schützneger aus den 80ern, Leisure Suite Larry ist zurück. Die siffige Bar hat auch 2018 noch geöffnet, doch statt den üblichen Trinkern wird sie jetzt von Influencern und Hipstern bevölkert. Und ja, das nennt man doch anpassen an die heutige Zeit. Ähm, der Publisher soll Assembled Entertainment sein und es soll ein klassisches Point-and-Click-Adventure in 2D-Grafik werden. Und man möchte auch, äh, möchte das einfach wieder in die heutige Zeit, ähm, portieren, sag ich mal. Wet Dreams Don't Dry ist der Titel. Sieht ganz nett aus, aber ich weiß, wie gesagt, nicht. Schöner Titel, ne? Heuchte Träume trocknen nicht. Ja, das ist, das für uns nicht irgendeine, ähm, ich bin bei solchen Sachen skeptisch, aber, ähm, bisher waren die Larrys, die ja noch neu rausgekommen sind, teilweise ein bisschen grenzwertig und vielleicht schaffen sie jetzt tatsächlich so ein bisschen die Atmosphäre rüberzubringen. Ich will es mal angucken, aber ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Ich glaube, Oliver möchte was sagen. Nein, der klort was im Hintergrund. Möchtest du? Ja, ich bin, ich bin nicht überzeugt von dem Ding bisweilen, also man kann sich natürlich auch irren, ähm, ich bin ohnehin immer sehr skeptisch, wenn erstens mal nicht die Originalentwickler involviert sind und wenn es auch noch deutsche Entwickler sind, bin ich erst recht skeptisch bei, bei Komikspielen, ähm, was ich aber auch fand, ist halt so die Grafik, wie die sich verändert haben, so Larry sieht irgendwie, ah, diese Checker-Pose, die er da immer hat. Hallo, in der Bar sind Influencer, da muss man sich ja bemühen, ne? Deswegen sieht man auch aus wie ein Checker und nicht so dieses, ähm, dieses düddelige, naivliche, äh, was, was er sonst immer so drauf hatte. Ich weiß nicht. Ich bin, ich, es kann sein, dass es, es kann sein, dass es hinkriegen, vielleicht kriegen sie auch, ähm, einen neuen Blickwinkel auf ihn hin, ähm, kann man ja nie ganz ausschließen. Wenn wir das von Oliver Pocher nehmen als Synchronstimme, ist ja alles gut, oder? Es wird von Assemble Entertainment, äh, gemacht, hab ich gelesen. Ja, genau. Und die haben ja auch schon Hanse, äh, neu spielen und Pizza Connection 3. Mhm, Pizza Connection 3, das auch sehr angesagt ist, ja. Aber das dürfte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Du bist heute ein bisschen negativ, Oliver. Also das Pizza Connection 3 ist so meines, äh, Wissens, so, was ich gelesen habe, so Mittelmisslungen. Okay. Dann wollen wir mal hoffen, dass Larry ein bisschen pfleglicher behandelt wird, weil der musste ja auch schon einiges durchmachen in den letzten Jahren. Seitdem L sich nicht mehr um ihn kümmert, hat er doch ganz schön verloren manchmal. Also ich finde es ja fürchterlich, das Spiel weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber dass du die Bild-Zeitung liest. Ähm, ich lese a, beruflich die Bild-Zeitung und b, äh, äh, gute Ausrede. Sehr gerne, weil wir viele Sachen, oder weil man viele Sachen wirklich auch darüber, äh, früher bekommt als über andere Quellen. Das muss man leider sagen. Er ist Fotograf, da muss man Bilder, Zeitungen lesen. Genau. Nee, nee, aber die haben schon ein ganz gutes Netzwerk von Informationen, das muss man denen lassen, was auch immer man über die Zeitung selbst denkt, aber, ähm, die haben teilweise echt Infos sehr viel früher. Und man muss immer sagen, äh, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen außerhalb des Retro-Podcasts, man muss halt mit, das wichtigste Zeichen unserer Zeit ist, wie man mit Informationen, die man bekommt, umgeht. Und ich glaube auch, äh, ich könnte auch wahrscheinlich eine Zeitung von einem linksautonomen Steinschmeißer-Blatt lesen ohne Probleme, wie auch irgendein rechtes Blatt. Man kann sich ja aus diesen Informationen das rausnehmen und das rauslesen, was interessant und was, äh, das hinterfragen. Das Problem ist ja heutzutage, du kannst vielleicht einem sehr einfachen Menschen eine hochintelligente Zeitung geben und vielleicht findet der auch in der Zeitung Dinge, die ihn nicht klüger machen. Deswegen, äh, ich will jetzt nicht die Bild-Seite nur verteidigen, aber auch, man kann auch mit sowas, äh, im Leben, äh, weiterkommen. Und, äh, tatsächlich, die, die, wir haben ja auch, ähm, äh, die Bild-App auf dem Handy drauf und da kriegt man schon manchmal ganz gute Hinweise, was man woanders nochmal nachrecherchieren kann zumindest. ne, also, die sind halt wirklich schnell und können sich halt erlauben, mit vielen Leuten, äh, viele, äh, Quellen anzuzapfen. Sagen wir es so rum. Das muss man sagen. Ja, aber du hast ihnen damals das nicht gegeben, ne, dieses Video. Bitte was? Du hast ihnen damals das nicht gegeben, äh, wie damals dieses, äh, dieses Attentat auf diese Tennisspielerin war. Woher weißt du das denn doch? Wann habe ich das denn mal erzählt? Das muss lange her sein. Ja, ich habe gerade im Classic-Kanal die, äh, die Seelsteinzeit. Monika Selig. Was hat, was hat Monika Selig mit der PC-Steinzeit zu tun? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, oder? Okay, ja, stimmt tatsächlich. Ich wurde da angesprochen, ob ich das gefilmt habe und, ähm, ich hatte es zwar nicht gefilmt, aber ich habe es so getan, als wenn ich es gefilmt hätte und hab dann gesagt, ihr kriegt's nicht, ja. Ähm, heute würde ich fragen, was zahlt ihr? Nein, würde ich natürlich nicht. Ich bin ja ein ordentlicher Mensch. Machen wir mal weiter, bevor wir uns hier wie immer um Kopf und Kragen reden. Fab hat noch was eingefügt, damit der Podcast nicht zu kurz wird. Ähm, du wolltest noch mal auf Hardware 2 eingehen? Ja, ja. Na, ist ja, ich meine, ist jetzt nicht so. Super retro, aber eigentlich auch schon relativ alt und, äh, für mich auch eins der, der prägendsten Ego-Shooter, Half-Life 2, davon gibt's jetzt mal von der Community erstellt, ein kostenloses Update, ich lese kurz vor, a complete free and extensive community developed update featuring beautiful lightning countless bug fixes and brand new community commentary mode, wenn man den braucht, keine Ahnung, ähm, aber ist, ich meine, wer Half-Life 2 noch nicht hat, kann's bei Steam auch für komische 8,19 Euro kaufen, seltsamer Preis. Und, ähm, das braucht man halt, ne, damit ein Mod läuft, klar. Und, ähm, also kann ich nur empfehlen, also ich weiß jetzt nicht, ob ich's jetzt noch mal deswegen jetzt noch mal spielen würde, aber wer's irgendwie noch nicht kennt, irgendwie noch zu jung ist und aber trotzdem schon diesen Retro-Podcast hört hier, der dem sei gesagt, okay, hol dir Half-Life 2, dann das kostenlose Update drüber und dann ab geht's, ne, geiles Spiel. Absolut. Ähm, wir waren gerade bei... Das ist aus 2004 übrigens. Naja, hab ich auch gerade gesehen, genau, ist auch schon... Der Start der Online-Aktivierung. Fast 15 Jahre, ne? Retro-News, nein. Naja. Äh, wir waren gerade bei der Zeitung... Youngster, ein Youngster. Vielleicht seriöseren Zeitung, nein, keine Ahnung, Oliver, äh, in der Welt wird's auch Retro. Ja, und zwar gibt es dort einen Artikel über die, äh, Geschichte von Commodore, beziehungsweise hauptsächlich über die Heimcomputer-Geschichte von Commodore. Ähm, es ist, ähm, ein, ja, von der Länge her und von, äh, von der Tiefe her würde ich sagen, so ein, so die Commodore-Story im Zeitreffer, ähm, angefangen vom VC20 bis hin zum Amiga, bis hin zum Niedergang, ähm, ist... Einsteiger. Ja, ist, würde ich auch sagen, also so ist es für Einsteiger, also wer sich schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt hat, der wird dort nichts Interessantes drin finden, allerdings, er ist wirklich, äh, ganz unterhaltsam auch geschrieben und, ähm, so wie ich das, ähm, hier, äh, gelesen habe, ich hab ja auch nichts, ähm, gelesen, was irgendwie, ja, am Thema vorbeigeht, also es passt schon alles, also für Einsteiger ist das ein guter Tipp. Ja, und dann machen wir mal weiter, äh, eine Sache, die immer mal wieder alle paar Jahre gefühlt wieder auf den Tisch gepackt wird, ähm, Andreas, ähm, die Monkey Island-Fans rumoren wieder, wie immer eigentlich, oder wie schon seit lang? Ja, denn nach meinem letzten Kampf mein Herrn Blut überströmt. Na, weiß noch jemand die Antwort? Leider nein, aber ich weiß, worauf du anspielst. Ja, das Beleidigungsfechten. Und zwar, am 23. Mai hat Ron Gilbert an Disney einen, einen öffentlichen Tweet abgegeben, nachdem sie ja jetzt keine Spiele mehr machen, er wird echtes, bares Geld für die Lizenzen von seinen IPs praktisch zahlen, damit er sie wieder zurückkaufen kann, um neue Spiele eben zu machen. Das war ja früher immer ein Problem, weil sie meinten, na, wir machen ja doch noch Spiele und so weiter und jetzt machen sie ja offiziell keine mehr. Und darum hat er mal angefragt. Und, äh, natürlich kam noch nichts zurück, aber es wurde jetzt eine Petition gestartet, äh, ob es nicht möglich wäre, äh, das Ganze, äh, zurückzugeben oder zu verkaufen von Disney und die kann man jetzt unterschreiben. Und zurzeit sind 14.728 Unterschriften eingelangt, die, äh, praktisch sagen, ja, gebt ihm endlich diese Lizenz. Es wird zwar nichts bringen, wahrscheinlich, aber es hat Spaß. Es ist eine Frage, ob das Disney beeindruckt, ja. Entschuldigung, das ist Disney natürlich nicht. Ich verstehe das. Ja, wenn so eine, ja, wenn so eine IP, äh, auf Deutsch ist auf der Halde liegt, ist schon schade, wenn die wirklich damit nichts mehr machen wollen. Ähm, ich meine, die könnten ja auch die Rechte geben, da ein Spiel draus zu machen und wenn sie vielleicht auch mal einen Film machen wollen, können sie es selbst machen, keine Ahnung. Aber es ist schon schade, wenn sowas brach liegt. Es ist also, bei Monkey Island finde ich das auch richtig merkwürdig, weil Double Fine hat ja auch, ähm, die Lizenzen bekommen für, äh, für Day of the Tentacle und für die ganzen anderen Tim Schafer-Adventures. Irgendwas, irgendwas ist da, weiß ich nicht. Da hat, da sitzt, da sitzt jemand, der hat eine Idee in der Schublade und die wissen genau, wenn sie das jetzt irgendwie uninteressanter machen, dadurch, dass da, äh, dass er was Neues damit macht, dann kommt der Film nicht mehr gut an. Also ich bin mir sicher, dass, dass nicht, niemals, da wird nichts passieren. Die wissen genau, die haben dafür wenig Geld, äh, die haben ja wirklich für ein Schnäppchen, äh, LucasArts, äh, LucasFilm gekauft. Wirklich für ein Schnäppchen. Ich glaub, was war das? Sieben oder acht Milliarden? Das ist doch eine Lachnummer. Entschuldigung. Ähm, mit, mit allen Star-Wars-Rechten. Die Franchises, ja. Ja, das ist, also ein, und dann noch Indie dazu bekommen und was da nicht alles noch dran zugehört. Das ist, äh, und dann, klar machen sie das nicht, weil die wissen, wenn sie das mit, mit lustigen Leuten machen, ähm, Monkey Island und dann mit der lustigen Geschichte, ähm, das zieht, das wird immer noch verkauft werden und dann wollen die nicht, dass da jemand an der, in der Geschichte, die jetzt ja festgeschrieben ist und sich nicht mehr bewegt, noch irgendwas verändert. Ja, und der Amiga-Master schreibt, wie der der Nase gebohrt, der hat zugehört. Ja, wunderbar. Ach, stimmt, ja, hast du wieder in der Nase gebohrt, ja, okay. Ja, ähm, alte Sachen neu aufgelegt oder woanders aufgelegt. Äh, Oliver, du hast Insider-Infos, sag ich jetzt mal ganz, äh, schelmisch zu Eye of the Beholder. Ja, ja, und zwar hat der Andreas Larson, ähm, sich letztens, ähm, auf Facebook gemeldet und dort, ähm, gepostet, dass er wieder an Eye of the Beholder arbeitet, an der C64-Umsetzung von dem Spiel. Das ist, ähm, eigentlich keine ganz so neue, äh, Info, weil Andreas sitzt eigentlich seit 2006 schon an dem Spiel. Mhm. Ähm, das Problem war nur immer, ähm, ja, dass der C64 eigentlich dafür nicht ausreichte, also, ähm, vom Speicherbedarf her. Ähm, er ist dann 2010 irgendwann übergeschwappt zum C128, der reichte vom Speicher auch. Und, ähm, hat jetzt, äh, Anfang des Jahres, äh, angefangen und hat, ähm, mit dem Easy-Flash-Modul. Das Easy-Flash-Modul ist im Prinzip ein Steckmodul, was man selber bespielen kann mit Daten. Hat dann darauf den Ansatz gewählt und die Grafik, äh, Daten in verschiedene Speicherbänke ausgelagert. Und plötzlich reicht quasi der C64 für dieses Spiel aus. Und, ähm, er hat dieses Jahr enorme Fortschritte gemacht, wenn man sich, ähm, das Video dazu anguckt. Er hat inzwischen zwei Videos dazu veröffentlicht, ähm, die, das wirkt wirklich, äh, unverschämt flüssig inzwischen. Und, äh, Insider-Informationen, um da mal kurz einen Schwenk drüber zu binden, ähm, das liegt auch mit daran, weil ich bin auch Teil des Teams. Also, ähm, von mir stammen die Intro-Grafiken. Du bist also Intim sozusagen. Ich bin Intim mit dem Projekt, genau. Du bist Intro-Intim, okay. Genau. Intro-Intim, oh mein Gott. Er ist ein Mitglied. Genau. Ja, ohne. Oh Mann. Können wir ganz schnell zum nächsten Thema wechseln? Äh, der, ähm, bring uns zur, den Sega-Megadrive-Wochen zurück. Nein, ähm, erzähl mal. Ja, äh, das stand doch eben noch doppelt drin, oder? Redundanz, Redundanz. Rausgegeben. Ah, äh, ja, es, äh, es gibt, ähm, für das, äh, für Xbox One und PS4 eine Sega-Megadrive-Klassik-Spiele-Sammlung, die über 50 Spiele auf einem, nee, 50 Spiele, nicht über 50, es sind 50 Spiele, ähm, ja, zusammenfasst in einer Box und dass man dann halt die alten Megadrive-Titel auf der, auf den neuen Konsolen spielen kann. Das passt natürlich super zu unserem Thema und weil das ja noch einen viel zu kurzen Podcast haben und das Thema Megadrive viel zu kurz war, hier kurz der Aufzahl. Robin, du hast es angesteckt. Sub-Columns, Columns 3, Revenge of Columns, Comic Zone, Crackdown, DCAP, Attack, Dr. Robotnik, Bean Machine, Dynamic Headdy, Edward, City on the Side, Fatal Labyrinth, Flicky, Galen Ground, Galaxy Force 2, Golden X, Golden X 2, Golden X 3, Ganster hier raus, Kamele. Und jetzt kommen die wirklich guten Landstalker, Light Closer, Fantasy Star 2, Fantasy Star 3, Generation Star 4, Rista, Shadow Dancer, The Circuit of Shinobi, Shinobi, Shining Force, Shining Force 2, Shining Force Darkness und viele, 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 viele. Es gibt übrigens eine Sache, die wollte ich kurz mal zu dieser Sammlung noch anmerken. Ich habe heute was gesehen. Es gibt wohl ein Feature bei der Sammlung, was misslungen ist. Und zwar haben die eigentlich ein cooles Feature mit eingebaut, nämlich Online-Play für Multiplayer-Spiele. Das ist halt von zwei verschiedenen Standorten, man eigentlich spielen soll. Und das scheint wohl technisch nicht sauber zu funktionieren. Also wer sich diese Sammlung unter anderem wegen diesem Feature, wegen dem Online-Multiplayer gekauft hat, der kriegt dann solche Effekte um die Ohren, dass dann zwischenzeitlich mal der Bildschirmausschnitt rumspringt. Das ist also wirklich so, als ob man dann so mitten in Streets of Rage da irgendwie zu Gange ist und plötzlich flippt der Bildschirm um. Ja, aber das kann man ja Gott sei Dank patchen auf diesen, auf den neuen Geräten. Wenn es denn den Patch gibt. Ja, das könnte man patchen noch schlimmstenfalls. Zwei Sachen fangen wir dazu nochmal eben kurz ein. Einmal, da könnte sich ja Atari VCS ein Beispiel dran nehmen. Einfach die Sache nur so rausbringen und nicht noch eine Konsole drumherum bauen. Und die zweite Sache jetzt zum Thema Online-Spielen, da möchte ich Robin mal bitten, mich dran zu erinnern. Das klappt sowieso nicht, weil wir so viele Sachen im Podcast immer wollen, wo wir uns dran erinnern. Ich würde so gerne mal C460 online ausprobieren gegeneinander. Das geht ja mit dem Vice-Emulator und das möchte ich gerne mal irgendwann probieren. Das fiel mir gerade ein, als Oliver auf diese Funktion hinwies. Ja, ähm, was haben wir noch? Wir können vielleicht demnächst, äh, pixeligen Zuwachs bekommen. Nee, wir formulieren jetzt mal andersrum. Ähm, vom Tassilo, äh, gibt es eine neue Version. Also gibt es das erste Mal eine Version unter Steam, mit der man selber sich, nicht sich verpixeln kann, aber verpixelte Bilder erstellen kann von Gesichtern. Pixel.me. Und Robin und ich sind ja von Tassilo, ich wollte gerade sagen, persönlich verpixelt worden. Und jetzt kann das also jeder machen, da sind diverse, hunderte bis tausende Variationen möglich mit einer Software und da kann man sich so darstellen, wie man auf dem Silvestig aussehen würde. Und da habe ich natürlich die Idee, das sollten wir unbedingt mal machen. Ähm, dann können wir nämlich auch mal unsere Mit-Podcaster verpixeln und vielleicht auch mal mit aufbauen in den jeweiligen Folgenbildern, dann wer da mit dabei ist. Also vielleicht sollten wir es alle mal selber verpixeln. Das wird auch mal eine schöne Aufgabe. Cool, das ist ja wirklich schön. Ich glaube, das kostet irgendwie, das kostet unter 20 Euro auf jeden Fall, habe ich gesehen. Aber müssen wir mal gucken, vielleicht hat Tassilo da ja auch nochmal den Kleinen. 14,99. Ihr quidzt 99, okay. Vielleicht hat Tassilo uns auch nochmal was zu sagen, weil es wäre natürlich cool, wenn wir uns da alle mal so ein bisschen verpixeln würden. Kann ich mich jetzt auch mal in Grau verpixeln, Patrick, damit ich nicht immer mit meiner blonden Mähne da die keinen Menschen... Du bleibst, wie du bist, da haben sich jetzt alle dran gewöhnt. Ich habe dich schon dünner gemacht, erfreu dich bitte, ja. Dann kann man nur sagen, hey, verpixel dich. Genau. Wir hatten eigentlich gehofft, die Sega-Wochen sind beendet, aber das war das Gleiche, oder nicht? Möchtest du jetzt schon wieder mit Mega Drive anfangen? Ich habe das ja nicht gepostet, ich wurde hier sozusagen da verdonnert dazu, einen Artikel vom 21. April 2016 hier zu präsentieren. Das Thema ist weg, das Thema hatten wir schon und jetzt ist es weg. M. Andreas. Genau. Und so viel dazu. Aber auch da, selbst beim nächsten, selbst alte News gewesen, was? Das Schöne ist, jetzt will ich ganz entspannt von Tab weg zur News von Andreas kommen, da steht natürlich auch wieder was von Funk zwischen, der mischt sich heute überall wieder ein. Ähm, der Tipp kam von unserem Hörer Michael, dass es ein Kickstarter gibt für ein MS-DOS-Spiel, oder was, äh, was ist jetzt? Genau. Und zwar ist das dann... Darf ich kurz mal reinspringen? Entschuldige bitte. Ja, dann springen. Weil der Vorgänger von dem Spiel ist eigentlich ein... Ach, steht ja da. Blüm, blüm, blüm. Ja, aber die Leute können auch nicht lesen. Ruhig weiter, ich wollte gerade das sagen, was da eh schon steht. Eben stand es noch nicht da. Da stand schon länger nah. Weil wenn man einen Podcast hört, liest man ja nicht, also erzähl ruhig was dazu. Oh Gott. Ja, der 8-Bit-Guy, ihr wisst ja, mein Liebling hier, von dem ist das Spiel halt. Da gibt's auch ein tolles, ausführliches Video, wie er das Spiel auf dem T64 entwickelt. Gut, äh, X2 heißt das, ähm, und dann der Nachfolger X3 oder so ist jetzt für MS, hat er jetzt für MS-DOS programmiert. Und das ist halt so ein kleines, ähm, so ein Zelda-mäßiges, äh, naja, nicht ganz Zelda, wie soll man das erklären? Nein. So ein Strategiespiel halt, ne? Jawohl, Echtzeitstrategie, also annähernd Echtzeitstrategie für den T64 ist das X2, wurde, glaube ich, in der Return-Ausgabe X32 vorgestellt. Äh, und ist quasi ein echtes Strategiespiel à la Command & Conquer, also es sind schon einige Einschränkungen dabei, aber so annähernd, was man auf dem T64 da hinbekommt, äh, dabei. Und jetzt gibt's eben für MS-DOS X3 quasi der Nachfolger, gibt's einen Kickstarter, wo man jetzt unterstützen kann. Naja, gut, ist jetzt nicht mein Genre, ich weiß nicht, ob einer von euch aus der Serie schon was gespielt hat. Wie kann man denn jetzt von Echtzeitstrategie auf Zelda? Ne, das war halt ein Denkfehler von mir, weil... Also dieses mit dem X2... Sieht ein bisschen wie alte Zelda-Spiele aus, aber ist natürlich... Also, ähm, der Titel ist übrigens nicht ganz vollständig, das Ding heißt Planet X2 und Planet X3. Das ist schon überfinanziert, in Anführungszeichen, es hat schon echt, äh, hat 21.000 Euro schon zusammen und wollten 25.000, das heißt, das erscheint voraussichtlich dann auch. Und diese Bezeichnung mit dem X2 und X3, die ist auch angelehnt, ähm, an, an ein Strategiespiel-Genre. Ne, also, weil das ist ja, dieses X3 ist dieses Explore, ähm, Expand und, äh, das ist nicht von Command & Conquer, das ist eher von Master of Orion und von Civilization. Eigentlich von, von, äh, wie heißt das, vor, äh, vor Master of Orion, gelber Karton, Patrick, äh, Multiplayer-Modus, mit den Kindern drauf, äh, mit diesem, äh, äh, mit dem Planeten, mit den Gesichtern, wenn du da bist, äh, von, gut, mach weiter. Space World Ho, nicht. Doch, von Space World Ho, da ist das, das ist im Prinzip das Erste. Du sagst mir eine Verpackungsfarbe und ich sag keinen Namen. Ist doch cool, ja. Das hat man letztes Mal schon. Ich hab das Spiel nie gespielt, ich kenne Space World Ho nicht. Ja, so ist das. Oh mein Gott. Ähm, ja, dann nehmen wir jetzt mal noch ein kurzes Thema, wo Fab nicht dazwischen quatschen kann. Äh, Oliver. Was ich dazu noch sagen wollte. Oliver, äh, ich hab dir ein schönes Thema rausgesucht, wo du eventuell was zu sagen kannst. Ja, wir haben ein Spiel bei uns im Team fertiggestellt. Das ist für ein Forum 64-Wettbewerb. Also sehr deutlich sprechen wir dem Reto kaputt. Im Team habt ihr ein Spiel, nicht in Team. Ja, in unserem Team, in dem Team Preyor Art, welches, ähm, wo ich halt Mitglied bin. Oh, oh. Hat Glück. Ich komm mal nicht raus. Soll ich demnächst mal Member sagen, dann passt das besser. In der Members Club. Ja, ähm, nee, und das haben wir halt fertiggestellt. Ich krieg grad was, Mann. Entschuldigung. Fähiggestellt für den Forum 64 und Proto-Vision, ähm, Spielewettbewerb, Spiel, äh, Gamescompo, die rund um das Thema Sportspiele gingen. Ähm, zu den anderen Spielen von diesem Wettbewerb möchte ich halt so lange, bis die Jury, ähm, die Ergebnisse rausgebracht hat, jetzt noch nicht so viel sagen. Wir haben auf jeden Fall ein, ähm, Tischkicker-Spiel rausgebracht für den C64, welches, äh, so, ja, quasi in der Obendraufsicht spielt. Und, ähm, was halt besonders ist dann im Spiel, ähm, wir haben es um die Physik gebaut. Also, das ist jetzt nicht einfach nur so, dass wir da, ähm, einen Ball durch die Gegend jagen, den man so wie bei Breakout durch die Gegend kickt, bis man halt zum Tor kommt, sondern, ähm, es war am Anfang halt die Physik da, die halt, ähm, diese Abpraller von, äh, von dem Ball von den Hindernissen her wirklich simuliert. Auch teilweise mit Streuung. Und, ähm, haben daraufhin halt eine Steuerung abgestimmt, die so halbautomatisch funktioniert. Das heißt, der Ball, der wandert durch, äh, über das Spielfeld. Und währenddessen, ähm, wählt automatisch das Spiel halt die, äh, dazugehörigen Stangen aus, die man dann bewegen kann. Und, ähm, man bewegt halt quasi die Stangen oben unten. Mit Buttonbrücken kickt man. Und, äh, kann strategisch dann halt auch mit, ähm, Joystick gedrückt halt links, rechts dann halt parallel noch den Torwart oder halt eine weitere Stange mit auswählen. Ähm, das Spiel ist, ähm, ja, also man kann im Moment halt schon, ähm, das als vollständiges Spiel bezeichnen, weil wir haben dort halt, ähm, ein Einzelspiel für, für einen oder für zwei Spieler, was man spielen kann. Ähm, die künstliche Intelligenz funktioniert auch soweit gut. Ähm, es ist auch keine künstliche Intelligenz, die sich irgendwie unfair verhält. Ähm, der Martin, der das programmiert hat, der hatte das auch so geschrieben, dass, ähm, dass er unter anderem auch, ähm, damit die künstliche Intelligenz soweit bringt, dass die sich erst entscheiden muss halt, wie sie den Joystick drückt. Es ist nicht so, dass die einfach so die Stangen dann bewegt, sondern der simuliert auch dann halt die Joystick-Bewegung, dass der halt quasi den gleichen Weg hat, wie man selbst als Spieler hat. Das klingt ja zumindest sehr fair. Man kann es auch schon spielen, das ist auch schon Download schon, äh, freigegeben. Das habe ich gesehen, weil ich habe es tatsächlich auch gespielt. Deswegen vermute ich auch, dass man es schon spielen soll oder spielen kann. Ähm, ich war da ein bisschen zwiegespalten, sage ich ganz ehrlich, aber ich fand das, was du sagtest, hast du recht. Also, die Steuerung ist, ist genial. Also, die hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also, dieses automatische Auswählen der Stangen und auch dieses, wenn man nach links oder rechts geht, dass man den Torwart dann steuern kann, äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, es spielt sich sehr smooth, sage ich mal. Also, es ist wirklich sehr, sehr flüssig und sehr entspannt. Und das ist, ähm, steuerungstechnisch um Klassen besser als ähnliche Dinge, die es bisher davon gab. Ähm, ich war noch ein bisschen, äh, ne, enttäuscht ist falsch, aber, äh, Grafik, Musik hatte ich noch ein bisschen, irgendwie fehlt mir da eine Kleinigkeit. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was. Aber, ähm, irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Steuerung war brillant, wie gesagt. Ach, und, ey, dann kleinen Kick mehr und dann ist es echt ein Knaller. Also, ich sag mal so, wir entwickeln daran ja noch weiter. Nee, nee. Die Grafik ist irgendwie nicht so... Nee, nee, also, ich kann dazu, ich kann dazu ja noch ein bisschen was ausführen. Also, erst einmal, ähm, an dem Spiel entwickeln wir ja durchaus noch weiter. Und, ähm, der Grund für die Grafik ist halt, ähm, der Stil ist für meine Verhältnisse sehr schlicht. Also... Das ist, glaube ich, auch mein Problem gewesen, ja. Ne, ähm, das hat aber einen Grund dafür, weil das, was wir da machen, äh, du hast das schon eben gesagt, dass, dass die Steuerung und das alles, dass das sehr smooth ist. Ja, das ist toll, das sollte aber ich begeistern. Ne, und, ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, durch diese Spielerbewegung, die man da sieht, und, äh, diese gesamten Animationen auf dem Bildschirm, es ist kaum noch Speicher für irgendwas übrig. Und meine Entscheidung war dann halt, zu sagen, gut, wenn ich da an der Stelle so runter reduziert bin, dann ziehe ich diesen Stil konsequent durch. Ne, ne, dann, ähm, gibt es halt am Anfang halt wirklich nur so kompakte Grafikelemente, die irgendwo eingebunden werden. Die werden dann aber alle sauber durchanimiert. Und, ähm, diese Sache ziehe ich halt entsprechend durch. Was, äh, was allerdings noch kommen wird, ist halt, und dadurch wird sich das möglicherweise auch noch ein bisschen mehr zusammenfügen, ähm, äh, es wird noch einen neuen Spielmodus geben, ähm, später, weil wir noch einen Turniermodus mit reinbinden. Und, ähm, die, äh, Menüs, also die ganzen Optionsmenüs, die werden halt auch noch aufgebohrt. Ähm, und ich denke mal schon, also so, wenn man das dann hinterher hat, dass das schon so eine Einheit bildet. Es ist allerdings tatsächlich so, also es wird, es wird jetzt nicht irgendwie so vollgepackt mit irgendwelchen anderen Sachen. Wir haben uns auch, ähm, darauf verständigt, nicht, dass wir versuchen wollen, dass das ganze Ding ein One-Filer bleibt. Das heißt, dass das Spiel nicht nachlädt. Und, ähm, das hat so ein bisschen dazu geführt. Ähm, ich, ich kann mir aber auch, also, ich muss sagen, also vom Spiel her finde ich das eigentlich sinnvoll, dass das auch so schlicht ist, weil, ähm, das sieht man dem Ding nicht an. Und auch wenn man diese Steuerung so in dieser Form jetzt mitbekommen hat, wir haben, äh, wirklich Monate dafür gebraucht, dass die Steuerung überhaupt halbwegs funktionierte. Und, äh, eine der Sachen, die da auch mit ein Problem war, war halt die Übersicht. Also, wir hatten zwischenzeitlich eine rein manuelle Steuerung. So, wir kamen überhaupt nicht klar mit der Orientierung in dem Spiel. Das war also auch die ganze Zeit ein ziemliches Problem, dass man die Orientierung als Spieler behält. Weil der Ball manchmal, also, wenn man, das ist man so nicht gewohnt, weil wenn man das irgendwie so an einem haptischen, also an einem physikalischen Kicker spielt, ne, dann, dann hat man das irgendwie so verinnerlicht, wo der Ball so rumläuft. Aber wenn man das nur so auf diesem virtuellen Spielbrett sieht, ne, du, diese Hand-Augen-Koordination, das ist extrem schwer. Und... Ich habe nur Angst, wenn Leute jetzt ein Screenshot sehen, dass die dann sagen, ach so, irgend so ein Kicker. Das ist meine einzige Angst daran. Weil, wie gesagt, äh, die Steuerung hat mich umgehauen. Also, diese ganze Physik, was du dir gesagt hast, das merkt man wirklich beim Spielen. Und ich, äh, würde es halt schade finden, wenn Leute dem Spiel dann keine Chance geben, weil sie denken, das sieht ja sehr spartanisch aus im ersten Moment und gar nicht diese Geschichte dahinter kennen. Das ist nur die Angst, die ich da so ein bisschen habe. Ja, wobei ich da, ähm, eigentlich nicht so die Sorgen drum habe, weil, äh, dieses Spiel, das ist, ähm, so ein bisschen auch wie beim Christian Klein sah, ähm, dass ich denke, dass, äh, dass sich dauerhaft auch nur auf, auf irgendwelchen Retro-Gaming-Events erst mal direkt durchsetzen würde. Also, wo im Prinzip mehrere Spiele... Kann man da einen Vierspielermodus einbinden? Äh, das ist, das, den haben wir geplant. Also, im Moment sind es ja zwei Spieler halt und, ähm, geplant ist halt bis zu vier Spieler, die man auch frei, ähm, zuordnen kann. Also, ähm, dadurch kommen auch tatsächlich solche Spielmodi zusammen, wie halt zwei Spieler kooperativ gegen den Computer. Das wird ebenfalls einstellbar sein. Ähm, und noch ein Detail bei der Steuerung, wobei das, ähm, das kann man jetzt noch nicht so ganz breittreten, weil das haben wir echt gemerkt. Also, so ein kleines Detail an der Steuerung und das Ding fühlt sich komplett anders an. Ähm, wird das, äh, frei verfügbar sein und wird das verkauft irgendwann? Ähm, und wie ist der Zeitplan? Magst du da noch was zu sagen? Ähm, Zeitplan kann ich nicht ganz genau sagen, weil das ist halt, ähm, durch dieses Balancing, was, was hier bei dem Ding ziemlich reinhaut, ähm, schwer vorherzusagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ding bis zur Gamescom fertig ist. Und wird das, äh, kann man das dann kaufen als haptische Geschichte oder ist das nur ein Download? Ähm, ich, also, es wäre schon sehr schön, wenn wir das auch als physikalische Version mit anbieten können, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir das als Szenerelease auch mit rausbringen, dass man es runterladen kann. Ähm, sag auf jeden Fall nochmal, wie das heißt, weil, ähm, ich glaube, es hat mir gar nicht so gut gesagt. Ja, die Abkürzung, die Abkürzung ist Safts und, ähm, das steht für Spin All Four Table Socker. Gut, und man findet das unter anderem auf CSDB und wahrscheinlich auch demnächst dann bei anderen Quellen. Oder, ja, hatte ich auch vergessen, um vorhin zu erwähnen, das habe ich nämlich gespielt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, welches zweite Spiel ich noch gespielt habe. Jetzt weiß ich es wieder. Was ich, worauf wir übrigens sehr stolz drauf sind, ähm, das war zwar so mehr so ein Nebeneffekt dadurch, durch diese Herangehensweise über die Physik zu gehen, ähm, ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, dass ein Spiel auf dem C64 wirklich eine Steuerung hat, die auf Skill geht, die man wirklich trainieren muss. Das, ähm, das ist etwas so, ähm, das ist allerdings auch gleichzeitig etwas so, was nicht jedermanns Sache ist, glaube ich. Also, ich fand es, wie gesagt, beim Spielen sehr, sehr schön. Also, es hat Spaß gemacht. Und wenn man es natürlich mit zwei oder mit vier Leuten spielen kann, dann haut das natürlich in eine Kerbe rein, die genial ist für Retro-Events, wie du schon sagtest. Also, dann wird es wirklich spannend. Dann werden wir das mit Sicherheit auch bei uns mal mit mehreren Leuten spielen, wenn es dann soweit kommt. Ja, äh, einen haben wir noch, äh, vielleicht auch mal langsam Zeit, weil irgendwie sind wir sehr lange in der Retro-Gegenwart. Ähm, wir hatten vorhin schon Intellivision angesprochen und auch da gibt es wieder ein paar News zu, zu einer Konsole mit Intellivision-Hintergrund. Dirk? Ja, endlich wieder eine neue Retro-Konsole. Ähm, ein Remake der Intellivision von, ich weiß nicht, 78, 79 müsste das gewesen sein. Es gibt eine Webseite, Intellivision Entertainment.com, wo man sich schön registrieren kann, um, äh, dann ab dem ersten, ne, ersten acht, äh, ersten Zehnten, irgendwie, ab Oktober, soll es das Ding dann tatsächlich geben. Angeblich. Ähm, allerdings sind die bisherigen Informationen dünn. Aber diesmal nicht als Kickstarter demnach. Nee, diesmal nicht als Kickstarter. Also, ähm, nee, Moment, vergiss es, noch anders. Details zu der Konsole werden am 1. Oktober bekannt gegeben. Oh je. Bisher bestehen nur Informationen dazu, was die Intellivision, was die alte Konsole mal war und was die alles Tolles konnte. Äh, es gibt allerdings keine so richtigen Hinweise, ob die Neue das jetzt irgendwie übernimmt oder ob da irgendwas, was die dann Tolles kann. Es hängt noch so ein bisschen in der Luft, würde ich sagen. Das hatten wir heute irgendwie gefühlt schon ein paar Mal. Äh, ja, auch da auf Beobachtung halten und, äh, später nochmal drüber reden. Und sich auf knallharte Features freuen, wie damals, äh, the Intellivision was the first Videogame-Konsole that had a built-in-pause-Feature. Also, wir können uns auf einen, wahrscheinlich auf eine, auf die Pause-Taste freuen. Super. Ja. Es war auch irgendwie, steht hier, es war die erste 16-Bit-Konsole und zwar schon 1978. Wie geht denn das, bitte? Das ist immer eine Frage, wie man 16-Bit... Zwei Generationen, bevor die Industrie... Ja, naja, 16... Wahrscheinlich haben sie es später gemerkt, dass sie es schon hatten. Nee, stand im Quelle-Katalog, ohne Scheiß. Ich hab, ich hab letztens mal irgendwie so geguckt, weil das war so das Einzige, woran ich mich erinnern konnte beim Intellivision. Ich kannte niemanden in meinem Freundeskreis, der so ein Ding hatte. Bis auf den Quelle-Katalog. Und es gibt ja so manche Retro-Plattformen im Netz, die tatsächlich Scans von diesen ollen Katalogen drin haben. Und da steht tatsächlich 16-Bit-Konsole drin. Ist es auch. Also bei Wikipedia steht tatsächlich auch drin, Intellivision war die erste 16-Bit-Spiele-Konsole. Ja gut, also je nachdem, was sie daraus gemacht hat. Die Variante mit den Kontrollern, mit dem schönen Spiralkabel dran im Drehboot hier und jetzt ergänzt durch einen 10er-Ziffern-Block. Ja gut. Das erinnert auch so ein bisschen an die Pong-Konsole Version 2. Ja, also es war mit dem CP1610, das ist ein 16-Bit-Mikroprozessor tatsächlich. Aber kann man natürlich nicht vergleichen. Ja, auch da werden wir wahrscheinlich erst in einigen Wochen, in einigen Monaten wissen, was uns da erwartet. Ich finde das toll, wie spannend die das immer alle machen, aber sonst hätten wir auch kein Futter für unsere Rubrik, die auch heute wieder wirklich ausgeartet ist. Das heißt, wir werden über dieselben Sachen nächstes Mal, übernächstes Mal immer wieder sprechen. Und ich glaube auch der Zustrom an neuen alten Konsolen, die jeder oder keiner braucht, wird auch immer wieder, ja, es wird immer wieder weitergehen damit. Gefühlt zumindest. Aber wer soll das alles kaufen? Das ist eine andere Geschichte. Ja, und ich denke, bevor wir hier ein Thema machen, Retro-Gegenwart, zeitlich zumindest, kommen wir mal zu den Retro-Credits. Retro-Credits. Kurz vor Schluss. Ja, wie man uns erreichen kann, haben wir eigentlich oft genug gesagt. Die wichtigsten Daten nochmal in kompakter Kurzform. Mail.retro-Credits.de www.retro-Credits.de Und wir möchten natürlich auch gerne bei Facebook noch mehr als 900 Freunde finden, solange wir dort sind. Vielleicht knacken wir irgendwann sogar die 1000. Wie können wir das denn mal forcieren, Robin? Nein, das wird von selbst passieren. Das passiert jetzt ganz automatisch, nachdem 14 Millionen private Nachrichten von Facebook geleakt sind. Eure sind bestimmt dabei. Wird da jetzt bestimmt so eine Kontroverse bei rauskommen und so interessante Details zutage gefördert werden, dass ihr jetzt überrannt werdet. Das wäre doch toll. Ja, und wer uns hören möchte, wie gesagt, jeden zweiten Freitag machen wir das Ganze auch live, zumindest das Rahmenprogramm. Weitere Infos da natürlich auch auf unserer Homepage. Ja, und ansonsten brauchen wir immer noch Futter. Haben wir so oft gesagt, sagen wir jedes Mal, schickt uns, was ihr wollt. Hauptsache, es ist Audiomaterial und passt ansatzweise zum Thema Retro. Freuen wir uns riesig drüber. Und wenn ihr sagt, diese fünf bis sieben Leute, die da regelmäßig etwas machen, das sind zu wenig, die sind nicht gut oder die kann man doch was anders machen, dann meldet euch auch gerne. Macht uns selber Vorschläge, was wir nochmal als Themen so aufnehmen können. Ich meine, wir haben einiges in der Pipeline, einiges in der Planung, aber wir freuen uns immer über neue Anregungen. Ja, und wie viele kleine Projekte, wo wir auch eigentlich noch eins sind, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns bei Patreon.com unterstützen würdet. Fängt zwar mit einem Dollar an. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr vielleicht schon den 3-Euro-Patch nehmen würdet. Dann könnt ihr mich für Robin hören. Genau, könnt ihr mich hören, und könnt ihr Patrick hören. Also es ist, um es nochmal zu erklären, die 1-Dollar-Geschichte ist halt wegen der Nebenkosten und der Überweisung aus Amerika mit PayPal ist ein bisschen schwierig. Und wenn ihr bei 1 Dollar seid, vielleicht, wir würden uns sehr freuen. Wollt ihr hören, wie Robin umräumt? Nein, das ist nicht der Grund, aber wir sind billiger als jede monatliche Zeitung. Wir sind sowas von billig, Leute. Nein, also Schluss mit dem Generve. Wir machen, wie gesagt, in den nächsten Tagen nochmal ein Special und gehen da nochmal auf die ganzen Sachen in Ruhe ein. Ja, wann kann man uns wiederhören, wenn man uns wiederhören möchte? Ja, spätestens am 22.06.2018 mit dem dritten Teil von Megadrive. Versprochen, es ist der letzte Teil. Zumindest. Das nächste Jahr. Offiziell. Lassen wir uns mal überraschen. Es ist ein Crossover, wahrscheinlich steht demnächst noch an. Mal sehen, ob wir das im Sommer noch hinbekommen. Da ist einiges in Arbeit. Und auch da hat der Andreas wieder seine Finger mit im Spiel gehabt. Denn wir machen das wie die Band Döf. Wisst ihr noch, was Kodo Döf? Deutsch-Österreichische Freundschaft. Ah, wunderbar, er weiß es. Die Deutsch-Österreichische Freundschaft. Solange wir noch mitmachen dürfen, ist doch alles gut, Robin. Da müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier Sachen, dass wir irgendwann, wie gesagt, wenn sich schon Rubriken hier verändern, teilweise ähnliche Dinge. Ich bin manchmal sehr irritiert. Es läuft schon so ein Voting, ob wir euch dann irgendwie noch brauchen oder nicht. Es ist ein Voting bei Facebook gestartet. Solange ich die Finger am Schnitt habe, wäre ich sehr vorsichtig, was ich sage. Ich kann auch Satzstellen umbauen, wenn du möchtest. Das stimmt, das war auch heute schon wieder ansatzweise grenzwertig. Aber wir haben ja so eine Info, dass es sich geändern soll. Und ich hoffe, das klappt wirklich. Dass ich dich geändern soll, was? Dass wir den bald mal besser hören. Das ist eine Frage, ob wir das wirklich wollen. Aber das hatten wir auch schon mal. Ja, ich trinke jetzt was und höre euch noch ein Augenblick zu. Und dann schalte ich einfach ab. Das Gute ist, ich kann entscheiden, wer wen hört. Ja, zumindest bei den Live-Hörern. Das stimmt. Das stimmt. Sind wir schon durch? Nö. Also einen Abschluss sollte man auf jeden Fall dem Ganzen nochmal geben, Patrick. Das war's bis zum nächsten Mal? So was meinst du? Ja. Genau. Auf diesem Kanal. Lukler, bist du kreativer für einen Abschluss? Ich fürchte nicht. Ich bin überrascht, dass es schon zu Ende ist. Es ist nur 20. Ja, wir haben kein Quiz vor aufgezeichnet heute. Der Quiz fehlt, ne? Stell dir mal Entschuldigung an die Live-Hörer, die ja sonst immer das Quiz dann extra noch kriegen, aber... Ich hab hier eine ganze Flasche Afrikola gerade reingeschüttet, um wach zu bleiben. Ihr könnt jetzt nicht schließen. Wir machen das noch die Nachlese, dann bist du zumindest bei der Nachlese mit dabei. Beschwerden bitte den Wolfgang, ja? Jetzt kannst du nicht mehr schlafen. Du bist bei der Nachlese auf jeden Fall mit dabei. Ja, ich denke aber, wir müssen uns ja nicht hier absichtlich in die Länge ziehen. Wir haben ja uns sehr lange schon in der Retro-Gegenwart-Pipp heute wirklich aufgehalten. Das war ja erstaunlich, dass wir da alles an Informationen hatten. Ich kann doch die restlichen Spiele vorlesen. Wenn ich alles mache, wenn ich nachlese, dann können die Patrionen nochmal... Oder wir machen die neue Rubrik Retro-Zukunft. Super. Retro, retro. Da kommt wieder der CPC der Mann nicht drin vor. Wir spekulieren einfach, was in 20 Jahren an Retro sein wird. Und einfach nämlich das Jetzt-Siegel. Genau, wir nehmen sie jetzt auf und spielen sie in den Transpärer auf. Genau, dann diskutieren wir nochmal. Ja, Time Capsules machen. Time Capsules machen. Genau, super. Super. Ja, ich denke, wir machen lieber noch eine kleine Nachlese und verabschieden uns schon mal von den Konservenhörern und würden uns freuen, wenn ihr uns, wie gesagt, viele, viele Dinge schickt und auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Ja, das war's jetzt. Robin, mach Schluss. Liebe Zuhörer, liebe Live-Hörer, wir freuen uns sehr, dass ihr uns zugehört habt und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr uns weiterhin zugehört und wir freuen uns noch, 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 noch mehr, wenn wir uns in der 250. Folge mit einem Handschlag begrüßen können im Laden mit einer großen Retro-Kompott-Party. Das war ja schon wieder fast pessimistisch, aber das war mit einer leichten Ironie. Ja, 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 alles gut. Wie gesagt, sagt auch gerne weiter, dass es uns gibt, weil wie gesagt, so viel Werbung können wir gar nicht machen, wie wir müssten, damit wir so ein bisschen aus dieser Retro-Nische in die Welt kommen. Genau, gebt uns gute Bewertungen und viele Sternchen bei iTunes, denn das hilft auch, den Podcast zu verarbeitern. Bling, bling, bling. Bekannt zu machen. Sowas sagen immer ganz oft andere Leute in anderen Podcasts. Ich weiß. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. Wenn nicht, sagt es euren Feinden. Dankeschön. Oder wir machen das in einer Abwandlung von einer Fernsehshow. Wenn es euch gefallen hat, erzählt allen, ihr habt den Retro-Kompott gehört. Wenn nicht, setzt bitte den Namen eines Mitbewerbers ein. Genau. Vielen Dank an alle. Vielen Dank auch an die große Runde heute wieder und auch, dass Dirk mal wieder mit dabei war. Gerne, gerne. Mal sehen wir nächstes Mal. Uns beehrt und ich denke mal, das reicht jetzt wirklich. Gute Nacht und vielen Dank auch an die Live-Hörer und bis zum 22.06. Tschüss. 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 Ihr wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund wird uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail.retro-kompott.de Ihr findet uns auch bei Twitter, bei Facebook, bei Amazon und in den jeweiligen Handy-Stores als App oder auf der Homepage www.retro-kompott.de. Robin und Patrick könnt ihr natürlich auch manchmal in ihrem kleinen Retro-Shop Comilusion in der Wandsbecker-Stores.com in Hamburg an Treffeln. Vielleicht sehen wir uns dort ja mal alle bei einer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Wer unser Podcast-Projekt unterstützen möchte, findet auf petfilm.com alle notwendigen Informationen. Unterstützer bekommen kleine Überraschungen oder auch mal exklusive Videos und erhalten zum Beispiel auch unsere aktuellen Interviews direkt nach der Aufnahme weit vor der ausstrahlenden regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne in Backups. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel auch bei Übersetzungen der Legenden-Interviews helfen können. Die Jingle sind übrigens tatsächliche Retro, die hat Patrick vor über 25 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Wir senden jeden zweiten Freitag auch live auf mixeller.com. Die Aufzeichnung wird zeitnah, meist schon am Wochenende online gestellt. Hoffentlich besucht ihr uns auch wieder auf unserer nächsten Reise in die Vergangenheit. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht erst die Fragen. Ich bin nur die Stimme. Co. 53 280,0 Co. 53 281,0 Co. 646,0 And Co. 54 Jacob